Moin, willkommen zu einem neuen Clash Real Video. Heute finden die großen Finals der CEL statt. Wir haben monatelang auf diese Liga hin gefeuert, monatelang gecastet, um jetzt genau zu diesem Stream am Start zu sein, denn heute haben wir wirklich die großen Finals. Wir haben nur noch vier Teams im Web, wir haben jetzt hier Queso, Ponos, die wir auch direkt zuerst sehen, und SK Gaming sowie Peng. Das sind die vier Teams, die es noch schaffen können, sich die Titel zu holen und wir fielen natürlich mit, wer sich das Ding am Ende holt. Und ob sich Mott und Kuo endlich ihren Traum erfüllen konnten vor der WM, das abhanden wir in diesem Video. Gerne Klauble gucken lassen, wenn dir das Ganze gefällt. Und heute Abend auch wieder im Live-Stand dabei sein, damit mit uns zu starten. Außerdem gerne kommt Pixel oder Fabio eingeben und jetzt sind wir drin. Let's go. Was ist dein Call? Boah, es ist echt sehr, sehr schwierig, weil es ist so ein unglaubliches Top-Match. Zwei Teams, die extrem krass sind und ich glaube, jeder kann hier gewinnen. Ich würde trotzdem irgendwie nach der Performance gestern sagen, dass Ponos vielleicht ein kleiner Favorit ist für viele, aber Keso ist genau so ein super starkes Team, von daher, ich glaube, beide Teams können es gewinnen. Mein Kredit wird sein, 3 zu 2 Ponos, aber ich glaube, es kann alles passieren. Ich glaube auch, ich glaube auch Ponos, ich glaube 3 zu 2 Ponos, ich glaube 3 zu 2 Ponos. Es wird ganz, 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 ganz wild. So, let's go, let's go, let's go, let's go. Auf geht's, auf geht's. Wir sehen Kojiko und Benni Kru hier bereits am Start. Kojiko und Benni Kru sind hier ready to rumble. Alter, es wird so, es wird so fett werden. Können wir eigentlich mal reden, dass wir jetzt die World Finals Halbfinals sehen? Oh nein, oh nein, das sind so, witzig wahrscheinlich, das wird so wichtig jetzt. Ja, es wird absolut geil. Pony. Alter, oh mein Gott, die beiden freuen sich schon wieder komplett. Guckt euch an, es ist so geil, die haben so eine richtig schöne, entspannte und, ich sag mal, positive, positive Vibes. Ja, ich weiß nicht, die bringen irgendwie positive Vibes, wenn ich mir die anschaue, das ist irgendwie geil. Die haben einfach so diese positive Aura. Die sind motiviert und ehrgeizig, aber zeitgleich auch wirken die irgendwie sympathisch, weil sie einfach mit Spaß dabei sind. Genau, die haben richtig Spaß, Spaß, Leidenschaft, die bringen die Leidenschaft des Vibes rein. Und wir gehen gleich rein, let's go. Auf geht's. Und danach gibt es direkt SK Gaming gegen Payne Gaming. Payne einfach gestern Nova rauskommen, was zum Teufel ist da passiert? Das war ganz, ganz krank. Payne, ihr habt es gesehen, wer es gesehen hat, der wird sich erinnern, wer es nicht gesehen hat, der wird es vielleicht bereuen. Payne hat einfach in einem ganz, 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 ganz kranken Match Nova besiegt. Es war wirklich bis ins letzte Spiel komplett spannend und Wallis hat es dann einfach nicht gemacht. Es war wirklich anders wild und wir haben jetzt, dementsprechend, dass ich heute SK Gaming gegen Payne, ja, und ich glaube, Payne sollte man nicht überschätzen. Payne ist für die ganze Zeit immer wieder stärker geworden. Bixby, alle chinesischen Teams sind raus. Stimmt. Die sind einfach raus. Es gibt kein chinesisches Team mehr. EGM und Nova, beide raus. Ja, beide raus. Ja, beide raus. Wir sind dabei, let's go. Der Nikolaus hat mich jetzt eine bessere Kampfs gemacht, let's go. Sehr schön. Ich bin so happy, dass die Kameras funktionieren. Ja, das ist heute und morgen. Kann ich euch sagen, ob ich es schaffen, weil es halt super ist. Es ist 6 Stunden 50 oder ich glaube sogar 7 Stunden 30 Material. Und das muss ich erst downloaden, dann hundern, also rendern und hundern. Das ist nicht so einfach. Okay, Pekka hinten. Pekka im 2v2, das ist interessant, weil Pekka haben wir so gut wie auch gar nicht im 2v2 gesehen. Plus er wird generell auch nicht so häufig mehr im 2v2 gespielt, weil kaum jemand Gollum spielt und auch Megaritter gar nicht mehr so meta ist, sondern meistens Riesensklet gespielt wird. Ja. Da jetzt aber Riesensklet, glaube ich, gebannt ist, ist logisch, dass wir hier Megaritter sehen und deswegen sehen wir hier auch gerade einen Pekka, weil Ponos eben, denke ich mal, predikten wollte, dass Pekka hier so Megaritter spielt. Ganz genau. Oh mein Gott, Pekka Elite-Barbaren? Ja, was machen sie gegen die Inferno Drake und die Mitarbeiterinnen? Da müssen sie doch was machen. Zwei Elixier, zwei Elixier. Sie haben gar nichts, oh mein Gott. Keso hat gar nichts, du bist down. Oh mein Gott, sie haben noch einen Feuerbaum drauf, trotzdem, das war's. Du bist... Was? Der Turm ist einfach down. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Der Turm ist einfach weg, vorhin hat er's gesehen? Das war das Pekka fürs Play- und die D-Tuber-Bahn-Anti-Brücke-Syndrom. Und das hat einfach Tim Keso komplett überrascht. Ja, absolut Tim Keso hoffs genommen hier gerade. Die wurden komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, komplett. Das Einzige, was bei Keso gerade funktionieren ist, sind die Webcams. Das ist, äh, ja, das ist diesmal sogar, ja, das ist besser als 8K, würde ich glauben. Oh, holy. LOL. Ey, guck mal auf das Widerreiter-Bild. Die haben noch das alte Widerreiter-Bild drin. Oh mein Gott, der Cash-Ware-Account wurde nie geupdatet. Oh mein Gott. Das ist das alte Widerreiter-Bild. Das ist das alte Widerreiter-Bild. Das ist das alte Widerreiter-Bild. Ich hatte ja gesagt, Zuschauer, WTF. Alter, tatsächlich, noch die alten Widerreiter-Bild. Weil auf diesem Account, der hier gerade das Spiel quasi castet, dort wurde nie ein Update gemacht, seitdem es dieses neue Bild gibt. Nee, ich glaube, du musst das Spiel neu ins talieren. Ja, oder neu installiert. Das wurde nicht neu installiert, sagen wir es so. Ja. Oh, wait. Der Ballon war hier fast, äh, fast gerade am Turm. Aber das hat Bonus noch mal gut verteidigt. Noch haben die sich gerettet. Jetzt kommt ein Mega-Retter, die Brücke bei Megos. Aber das dessen sie, das dessen sie, das dessen sie. Der nächste Widerreiter hat mir noch mal gehalten, geht noch gefühlt drei Jahre. Ich glaube auch, dass ihr das mit Herz bekommen. Wir müssen eigentlich jetzt mit Lune, Grape an die Brücke gehen. Das war's, das war's. Bei welchen Sekunden bist du? Ja, das war's. Welche Sekunde? Zehn, neun, neun, drei, zwei, eins, go. Lagt euch mal, ich hab mich gefragt, du sagst, wir müssen mit Lune und Grape an die Brücke gehen, Lune ist tot, der verkommt. Ich hab grad so WDF. Alter, let's go. Let's go, let's go, let's go. Da sind sie. Heute oder morgen. Kann ich dir nicht genau sagen. Muss ich gucken, weil das ist eine sehr große Datei. Alter Lachs. Damit 1-0 gegen Bonus. Und das sah relativ mühelos aus. Das sah relativ mühelos aus. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier haben werden. Alter Lachs. Es wird richtig geil. Sagt mal ein Freund Bescheid. Oh, ich war noch ganz normal. Die muss ich noch ganz normal machen. Wir haben es hier. Jetzt hab ich ein Foto gemacht. Jetzt will ich reden und nehme ein Foto auf. So, das Stream ist jetzt live. Wir sind zum 2. Mal um 5 Uhr morgens online für euch. Wir casten jetzt hier gemeinsam die World Finance. Jetzt geht es wirklich rund. Wir haben ein Jahr lang die CEL 2020 im Cast, um genau zu diesem Stream am Start zu sein. Viel Tipps nur noch am Start. Gerade läuft es schon. Und dann haben wir noch SK Gaming gegen Paint. Heute wird sowohl das Halbfinale als auch natürlich das große Finale der Cast. Deswegen auf jeden Fall hochfuschen. Das werdet ihr nicht bereuen. Bis gleich. Perfekt. Ich wollte auch eine Story machen. Du machst nur 5 Minuten Stories. Ist voll komplett. Wir stehen jetzt live. Hochwischen. So Leute, wir sind jetzt wieder live. Morgen ist wieder um 5 Uhr. Aber das Finale und Halbfinale plus Spiel und Platz 3 wird hier jetzt stattfinden. Natürlich zuerst nicht bei den Halbfinalen. Dann Spiel und Platz 3. Dann das Finale. Jetzt gerade. Konos gegen Team Kieso danach. SK gegen Paint. Es wird mega geil werden. Schaltet ein. Hochwischen zum Streamen. Geil. Geil, Fabi. Geil. So, 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 so. Geil. Die Musik muss okay sein, oder? Die Lautstärke von der Musik ist okay. Oder musst du die lauter? Ich hoffe, dass das mit Mikrofon alles fein ist. Was? Das ist mit Mikrofon alles fein ist. Also, das macht uns gut gehört. Beide. Geht gleich auch. Ja, das ist okay. Das geht klar. Geil. Das passt. Let's go. Let's go. Wir gehen gleich rein. Auf geht's. Auf geht's. Ab die Post. Nächste Runde. Kann Konos jetzt hier ein Flawless 2 zu reinlegen und damit Team Kieso direkt erstmal erschüttern? Das ist hier die große Frage, Freunde. Das ist die große Frage. Für mich, Traumfinale, SK gegen Konos. Was ist dein Traumfinale? SK gegen Konos. Ganz klar. Ganz klar. Keine andere Finale ist besser. SK gegen Konos wäre für die Bühne. Das wäre richtig geil, wenn das kommt. Es hätte ich tatsächlich auch bediktet. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ja, absolut. Absolut. Wetter zu stellen und wie geht's so gut ist irgendwo. Es ist aber die richtige Entscheidung. Es war die richtige Entscheidung. Ganz, ganz doll. Das kann ich dir schon mal sagen. Das wirst du nicht bereuen. Nice Flawless. Komodos ist auf jeden Fall motiviert. Ja. Die wollen das Ding hier heute fertig machen. Ganz toll. Ganz toll. Die wollen das Ding hier toll holen. Die wollen K-Slips über Hoppe. Die sind bis in die Haarspitzen motiviert. Genauso wie hier. Aber natürlich nochmal auf einem anderen Level. Und wir sehen jetzt hier die beiden gegeneinander. Let's go. Beniku, Kutschiku gegen Raiki, Jones und Raph. Auf geht's. Nächstes Game. Let's go. So. Mandarin ist ungefähr sowas von Latte. Ja. Ähm. Ich frage mich, warum mich das so interessiert. Wir haben das Holz. Beides Spieler warten erstmal. Äh, du bist übrigens eine Sekunde vor mir. Ich kann, ich kann nicht schneller. Wie vieler hat es hier runter? 39, 38, 37, 36, 35, 34, 30. Ist komplett gleich. Geil. Chillig. Chillig. Sehr gut. So. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wer hier dieses Game gewinnen wird. Weil wenn jetzt hier Punktlos gewinnen sollte, das 2v2 zu gewinnen, das wäre so ein riesiger Schritt Richtung Finale. Ja. Weil das 2v2-Set ist so wichtig zwischen diesen beiden Teams. Weil beide Teams haben unglaublich krasse King of the Hill und 1v1 Spieler. Absolut. Und ich glaube, das wird sehr ausgültig werden in 1v1. Und deswegen ist dieses 2v2-Set umso wichtiger. Ja. Hey. Team Keso hat hier tatsächlich Lava Nightwitch. Das ist nicht schlecht. Der Dark Prince ist komplett am Tower dran. Das ist so viel Damage. Alter Lachs. Da geht Keso ganz, ganz dick ran in Führung. Ja. Das ist ein super guter Start für Team Keso. Ja, der Hades Bird war nicht so gut. Ja, vielleicht wollten sie da ein bisschen zu viel. Aber es war vollkommen fein. Jetzt haben sie wahrscheinlich E-Dragon. Nee, E-Dragon sogar. E-Dragon. Okay. Ja. Warte mal, Ponus. Lach. Es ist so geil, wie sie auch einfach die ganze Zeit lachen. Die sehen so fröhlich aus in der Körper. Aber warum lacht Ponus, wenn sie ein E-Dragon sehen? Haben sie ein Lightning? Oder lacht war das so ein, oh ne, sie haben echt E-Dragon drin. Und jetzt haben wir kein Lightning drin oder so. Ja, du hast recht. Es kann beides Lightning drin. Es war eher gefühlt so ein, oh ne, wir haben kein Lightning drin und sie spielen E-Dragon. Das war ja so ein, oh die sind so lucky. Die haben so Time-Luck. Ah, genau. Das hat sich Ponus gedacht. Sie haben so Time-Luck. Let's go. Poison ist da. Sie haben Poison. Das deutet darauf hin, dass sie kein Lightning haben. Sie haben Poison, Feuerball vermutlich. Und das würde bedeuten, dass sie kein Lightning gegen E-Dragon haben. Und das würde so unendlich gut für den Kirsu sein, weil sie dann einfach so viel Value mit dem E-Dragon kriegen können. Und wenn Team Kesu hier bewusst wird, dass Ponus eventuell kein Lightning hat. Dann nehmen sie komplett Ponus Hobs. Ja. Das ist jetzt der Moment. Guckt euch an, der E-Dragon-E-Chain allein so gut, so satisfying ist. Aber Team Kesu macht einen riesen Fehler. Sie dachten, da würde trotzdem noch ein Lightning kommen und haben versucht das da zu blocken. Und es war aber dann Feuerball und dadurch haben sie Lumberjack, Nightwitch, Goblin-Brawler und E-Dragon auf einen Spot gespielt. Das war nicht so gut. Ja. Und die Frage ist, welchen Spear ist. Wenn sie selbst kein Lightning haben, dann können sie das Spiel kaum finischen. Oh mein Gott. Und der E-Spirit ist nicht am E-Inferno-Bang connected. Ich glaube, das könnte hier gerade ein Comeback werden. Oh Gott. Das könnte echt ein Comeback werden von Bronus. Holz kommt rein. Welche Spear haben sie? Sie haben die Lightning. Sie haben Lightning, sie haben Feuerball. Es reicht aber nicht. Schneeball, es reicht nur ganz genau auf den HP. Das reicht ganz genau auf den HP. Oh mein Gott. Also wenn sie das gewusst haben, dann fresse ich den Besen. Das haben sie niemals gewusst. Also wenn die wussten, dass Lightning, Feuerball, Lock reicht gerade für eine Taube. Wenn sie das gewusst haben. Lightning, Feuerball, Lock, Snowball. Viel Karte. Also wenn sie das gewusst haben, dass das reicht. Da haben sie einfach Kriegmesser nie gemacht. Holy. Keso gewinnt auf den HP. Und damit tatsächlich einfach jetzt hier 1 zu 1. Und wir gehen ins dritte Match. Wir kriegen schon wieder hier nicht zu viel. Also ich würde sagen, wir haben euch schon wieder nicht zu viel versprochen. Es wird wieder richtig geil. Let's go. Ja. Ich muss sagen, unser Schlafcycle ist extrem lit eigentlich. Wir haben von 5 bis 12.30 Uhr gecastet. Dann 5 Stunden gepennt. Dann King of the Hill-Tourney gemacht. Was vergessen. Dann 3 Stunden oder 2,5 Stunden gepennt. Und jetzt wieder World Finals cast. Eigentlich mega lit. Chillig. 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 Richtig. Ich mag das einfach. Auch 3.50 Uhr morgens aufzustehen. Und einfach die Sehne baumeln lassen. Klar. Kein Problem. Mach ich jetzt immer so. X-Stowner ist in 16 Monaten. Vielen Dank X-Stowner für deinen Monat Nummer 16 hier. Und Terrorhühnchen ist im 5.00 Uhr schreibt auf 42 Stunden für 3 Stunden stark. Über 45 Stunden im Stream. Ja, ich fühl's. Ich fühl's. Ich fühl's komplett. Ich fühl's komplett. Alter, das war echt close. Das war echt close, dass das nicht reicht hat. Das war richtig, richtig close. Und Keso hätte sich so doll geärgert, wenn das nicht gereicht hätte. Komplett. Stell dir vor, ein HP oder so. Sie hätten einfach verloren dadurch. Ey, das wär so bitter. Sie hätten einfach verloren dadurch. Ich fass das nicht. Ja. Wahnsinn. Sie hätten sich wirklich so relativ geärgert. Und es ist halt wirklich krass, dass es genau auf den HP reicht. Also Sloge machte wirklich 48 Schaden und der Turm ist genau down gegangen. Und ähm. Ich hab auch mal festgenommen. Ein bisschen größer. Holy moly. Das ist crazy. Ja stimmt, klar. Das ist ja dann viel besser. Junge, wir sind einfach. Alter, wie geil. Wie geil hab ich das hinbekommen. Einzelchat. Nur diesen flawless Übergang, bitte. Wie geil. Satisfaction, Junge. Ja. Das ist kein Pixel, der davon springt, so wie ich das sehe. Geil. Oh mein, du Alter. Was? Ein wilder Übergang. Perfektion. Ja, so minimal. 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 Ja, ist doch nicht so perfekt. Aber egal. Minimal. Ja. Ja, da ist ein Einpick zu schaden drauf. Schild auf den Einpick. Jetzt hab ich's angesprochen, jetzt wird es sogar ein Trickern. Schade. Nö, wenn es das 0 ist im Stream. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Okay, ich war okay. Versucht euch zu dir. Versuch's zu Ende. Pass auf. 1 zu 1 jetzt hier. Oh, Ruben ist hier mit am Starten beratet, Jungs. Okay, krass. Scheiße. Ruben berät sich mit den beiden. Jetzt. 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 Jetzt ist es für mich hier auf meinem Display das Team. Jetzt ist es das Team. Let's go. Geil. Ich würde sagen, es ist verrückt, dass Ruben gestern zwei oder beide Money von uns gewonnen hat und damit sein Team zum Sieg geführt hat. Also das war wirklich wieder eine Leistung von Ruben. Das ist schon sehr lecker. Ruben ist komplett der Kelly von Kiso. Komplett. Ja. Der Kerl von Kiso hat auch Bock. Manchmal. Und wir gehen gleich rein. Let's go. Let's go. Auf geht's, Alter. Geil. Geil, geil, geil. Es wird so wild. Clash Royale World Finals. So was von nice. Alter. Das ist so geil. Imagine Rune vs. Mugi im allerletzten Set. Im fünften Set. Also wenn wir hier in diesem Spiel ein 2 zu 2 haben. Und dann 1-4 für Mord, Junge. Einfach. Du kannst die Storyline nicht besser fortsetzen. Boah. Geil. Rune gegen Mugi. Das wäre schon ein Hammer. Das wäre schon ein Hammer, 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 Hammer Game. Ja. Wir sind drin. Auf geht's. Der ist drin. 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 Wer kann jetzt hier dieses Best-of 3 gewinnen? Beide Spieler warten. Das ist wirklich ein riesiger Unterschied zu der normalen Season und auch vielleicht sogar zu den Playoffs. Die Spieler warten einfach extrem lange. Das haben wir. Das sehen wir nur im World Finals. Also es wird fast in jedem 2v2-Game einfach gewartet. Das sieht man so selten. Absolut. Normalerweise. In der normalen CLC. Was ist das für ein Start? Was ist das für ein Start? Ja, es ist komplett... Lava, Inferno Dragon. Fürst Play von Red und Reiki Jones. Und Pekka, Dark Prince. Fürst Play von Temp. Das ist ja verrückt. Ja. Der Ego ist Carried defensiv von Inferno Dragon. Ja. Ja. Oh, der Baby-Ding war so medium perfekt. Aber ja. Der Heilgeist hat wieder nicht den Baby-Ding logischerweise geheilt, aber er war trotzdem gut, um den Dragon zu distracten. Ich bin mir nicht so sicher, wer hier den Vorteil hat. Es kommt wirklich drauf an, was für Backup-Karten die hier noch alles in Luft hat. Ja. Sie haben auch ein paar Bogenschützen. Könnte ganz gut sein, wenn Bonus keine Pfeile hat. Aber wird sowieso gegen Lava und jetzt nicht die Kickkarte sein. Guter Kite. Ja. Ja. Last-Second-Lock noch hier von Red, damit dieser Dark Prince auf gar keinen Fall in Tower connectet. Ja. Musst du jetzt ran? Okay. Und der Pekka jetzt hinten von Benni Kuh. Die Frage ist, ist das so gut, einen Pekka an dieselbe Lane zu spielen wie Lava, bzw. den Pekka überhaupt rauszuspielen, bevor der Lava da ist, weil ich weiß nicht, wie gut die Situation jetzt ist. Ich habe das Gefühl, dass das ganz schlecht für den Pier so jetzt hier werden wird. Aber mal gucken. Vielleicht sind wir überrascht. Wait. Pekka nun? Warte mal ganz kurz. Äh... Was ist das für ein Backup, was sich das deckt von Bonus? Das ist ein bisschen viel. Und wenn sie jetzt keine Feuerball haben... Okay, sie haben Feuerball. Aber hätten sie da keinen Feuerball gehabt, dann wären sie komplett aufgeschmissen gewesen. Komplett geliefert. Aber es ist trotzdem so gut für Bonus. Die haben so ein Damage vorteilend. Ähm... Das sind sie... Auf beiden Türmen mehr Damage gemacht. Und Elixir auch leicht auf ihrer Seite. Von daher sieht es sehr gut hier gerade für Bonus aus. Aber vielleicht kann dem Pier so noch Gumbacken. Aber es wird schwer, weil sie haben nicht so Pekka... Guck mal, sie haben... Inferno Dragon, Baby Dragon. Bogenschützen Egos. Das ist nicht viel in Luft. Das ist... Das ist nicht viel. Und das wird auch nicht ausreichend sein. Das war ja noch lange... Lange... Zeit... Guck mal, sie kriegen diese... Diese Dragons... Sie kriegen diese Truppe nicht gekleert. Sie kriegen die... Kuchikuh... Wenn du dir gerade Kuchikuhs Gesicht anguckst... Du weißt genau... Der... Weiß jetzt schon eigentlich, sie können das Game nicht mehr gewinnen. Das Problem ist einfach, dass sie zu wenig Karten... Gegen diese ganze Luft-Truppe von Bonus haben. Und Bonus hat so eine solide Defensive... Auch mit den Elite-Barbaren... Mit dem Bombenturm... Und am Ende können sie auch einfach das Belt rüberwerfen... Und der Ballon wird halt nicht connecten, weil sie einfach ein Bombenturm haben. Genau, so ist es. Sie kriegen halt nicht mal diesen Inferno Dragon gekeilt. Und die Elite-Barbaren werden nur mehr hochgehealt. Das ist... Gar nichts. Das ist jetzt auch noch ein Rage. Oh, Feuerball... Das kommt echt gerne, oder? Ei, ei, ei... Also das ist flawless bis jetzt für Bonus. Das ist bis jetzt flawless. Ja. Ja, da muss man sagen... Da hat Bonus einfach die bessere Vorbereitung hier in diesem Spiel getroffen... Beziehungsweise die bessere Entscheidung vor dem Spiel getroffen. Das Match-Up ist ganz klar besser für Bonus. Ganz klar. Sie haben sie einfach an der Stelle für die richtigen Decks entschieden. Ich glaube, Team Kieselon hat gestern gesehen, dass öfter mal Royal Giant gespielt wurde. Und wollten sich deswegen hier im letzten Spiel jetzt auf ein Royal Giant Deck vorbereiten. Und hätte jetzt hier Bonus Royal Giant gespielt, ich glaube, dann hätte Team Kieselon auch eine sehr gute Chance gehabt, das Match zu gewinnen. Aber so werden sie das Spiel nicht gewinnen können. Das Match-Up ist einfach viel zu eindeutig hier für Bonus. Und sie haben auch komplett fast gar keinen Schaden gemacht. Deswegen müssen wir auf 2400 und 2300 legen. Das ist ganz, ganz krass. Das Gewinn kommt... Also wirklich... Das hat... Eigentlich lieber geht es kaum. Eigentlich lieber geht es kaum. Und in 6 Minuten spielt so viele Schaden zu kassieren. Und damit gewinnen hier Bonus. Guckt euch die Freude an. Richtig, richtig geil. Die beiden gewinnen hier einfach komplett. Und damit einfach mal hier 1 zu 0 für... Boah, Junge, was ist das denn? Was sind die das für... Aber das ist bei denen noch gar nicht... Das ist bei denen noch gar nicht so cringe irgendwie, weißt du? Nee, irgendwie... Irgendwie ist das sogar fast... Es ist sogar fast... Es ist sogar fast synchron gewesen. Also... Ja. Wenn die das machen, ist das geil irgendwie. Ich weiß nicht, ich fühl das. Das ist nicht so wie wenn... Wenn das irgendwie so einen Thundersruck macht, dann ist das cringe scheiße. Aber wenn die beiden das machen, dann ist das nice. Ich weiß nicht, ich fühl das irgendwie. Das hat irgendwie... Weil die so eine generell so eine positive Mentalität haben, ist das einfach nice. Finde ich irgendwie. Weiß nicht. Ich finde es ganz nice. Ich fand es nice. Und damit 1 zu 0 hier ganz doll für Polos. Da kennst du dich auch gerne hierher. Ja. Fahre auf den Holm. Es sind 245 Witz dabei. Und schreibt es zu. Mal Lukas, 24 Stunden wach, davon 11 gearbeitet. Aber trotzdem dabei. Das ist ehrenwert. Für dich danke für den Content. Ich greets. Vielen, vielen Dank für den Support. Sehr, sehr gerne, dass du durchziehst. Du wirst es nicht bereuen. Das kann ich dir sagen. Es wird sich lohnen. Du wirst geile Mötis sehen. Du wirst hoffentlich hier eine gute Unterhaltung genießen. Und dementsprechend. Vielen Dank. Du ziehst das durch. Ja. Das ist natürlich jetzt eine andere Situation für Team Kiesu als gestern. Gestern haben sie das 3B2 gewonnen. Und dann hat Ruben zweimal 1-1 gewonnen. Und dann war das Spiel vorbei. Jetzt können sie sich nicht mehr nur noch auf zwei 1-1-Sets für Ruben verlassen. Jetzt müssten sie sogar noch das King of the Hill oder das andere Protagonion gewinnen. Damit sie dieses Spiel gewinnen. Ja. Und das ist jetzt eine deutlich schwierige Ausinstitution für Team Kiesu als gestern. Weil jetzt haben sie das 3B2 leider verloren. Aus Team Kiesu nicht leider natürlich. Genau so ist es. Genau so ist es. Und jetzt hast du schon angesprochen. Es wird jetzt eine haarigere Angelegenheit. Weil eben, du hast es eigentlich perfekt an den Besitz. Sie können sich nicht mehr auf Ruben verlassen. Weil der jetzt nicht ausreicht über das Spiel zu gewinnen. Und auf der anderen Seite. Außer er macht 3-0 im Kampf der Hill. Gewinnt seinen 1-1. Und gewinnt das andere. Aber das wäre so unfair. Das wäre so unfair. Ja das wäre unfair. Das wäre unfair. Das wäre einfach. Da würde es Kiesu gönnen. Aber da würde es auch einfach nur Ruben gönnen so weiter zu kommen. Weißt du? Mhm. Weil dann wäre das für mich so eine... Also ich finde in so einem CL-A-World-Final sollte ein Spieler nicht so einen krassen Impact haben. Weißt du? Das war schon gestern grenzwertig als er zwei Sets gewonnen hat. Mhm. Und jetzt heute... Wenn er jetzt 3 Sets gewinnt. Es wäre 3 Sets gewinnt. Es wäre extrem krass. Man muss sagen Ruben ist schon wirklich ein einfach unglaublich starker Spieler. Und er hat es schon so optimistisch gezeigt, dass er sein Team auch in den entscheidenden Situationen carry kann. Aber wenn er es hier heute wirklich auf höchstem Level wieder schaffen würde, dann... Ja dann weiß ich nicht ob Ruben noch ein Mensch ist. Dann weiß ich es nicht mehr. Das wäre halt. Was für eine Maschine. Hermann Temu ist im vierten Monat. Danke Hermann Temu. Für den vierten Monat. Und Beatfox ist im siebten Schritt auch ein geiles Finale. Beatfox, das werden wir sowas von haben. Das werden wir sowas von haben. Darauf kannst du dich verlassen. Und wir sind jetzt hier King of the Record. Wir sehen Ruben, also Ruben hat einfach für 54% der Siege im King of the Record gesorgt. JP für 42. Und das ist halt bei Ponos deutlich ausgerichtet. Klar, Mugi, KK und auch Repetur. Wir haben da gleichermaßen zu beigetragen. Und dann auch zu 12 und 7%. Also da sieht man, Käse verlässt sich auf 2 Spieler. Bei Ponos liegt der Schleppung auf 3. Aber Ponos hat natürlich auch mehr Spieler insgesamt. Wir haben 6. Käse und 4. Deswegen kann man sagen, es ist einigermaßen vom Verhältnis her. Aber es ist schon eine sehr spezielle Situation bei dem Käse. Man muss wirklich sagen, 1v1 sind es nur Ruben und 1GP eigentlich. Und 2v2, Kuchiku und Beneku. Es gibt keine andere Option bei dem Käse. Also das ist wirklich, das ist insane. Ja. Perfekt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Lachs. Wir gehen rein, Freunde. Es wird wild. Es wird ganz, ganz wild. Es ist so geil. IMJP. Ich glaube gegen Reiki Jones war das, oder? Ich glaube es ist Reiki Jones. Die Yakita, oder? Nein, nein. Der, der da gerade saß war entweder Red oder Reiki Jones. Ich glaube es ist Reiki Jones. Der einer von den 2v2-Spielern. Ich glaube es ist Reiki Jones. Ich glaube es ist Reiki Jones. Ich glaube es ist Reiki Jones. Nein, das ist alte Zeit. Nur die OGs können sich ja immer noch so denken. Das Ding ist, wir werden halt Ruben gegen Mugi sehen. Wir werden Ruben gegen Mugi sehen. Wir werden Ruben gegen Mugi sehen. Das werden wir sehen. Und das wird so erhältlich werden. Ja, es ist Reiki Jones gegen IMJP. Und ich bin sehr gespannt, ob IMJP heute zeigen kann, dass er hier eine der 1v1 Carries von Team Keso ist. Let's go. Ich bin so gespannt, dass die beiden Spieler jetzt hier spielen werden. 41 zu 27. Das ist schon eine Ansage von Brunus. Aber auch 24 zu 17 von Team Keso ist sehr, sehr solide. Als Statistik in King of the Hill. Das ist schon sehr, sehr stark. Die nehmen sich nicht viel. Die nehmen sich beide. Und das, obwohl Team Keso nur zu zweit spielt. Was? Und das, obwohl Team Keso in King of the Hill nur zu zweit spielt. Ja, aber man muss sagen, bei Keso hat einfach eine gute Arbeitszeitung. Die haben vier Spieler. Die einen beiden machen als 2 gegen 2. Und die anderen beiden machen als 1 gegen 1. Ja. Ok, Ritter von JP. Ok, das könnte auf Loon hindeuten. Und Reiki Jones spielt Lumberjack. Das könnte auch Loon sein. Ja. Die Frage ist... Keine Unkar. Das ist Greyrat. Oh, das ist Greyrat. Es ist vermutlich Greyrat von IMJP. Und es ist... Ist das vielleicht... Wie süß ist das? Mit Baller und so. Ich hab kurz gedacht, er spielt das Annabelle Deck. Ich hab kurz gedacht, er spielt das Annabelle Deck. Ja, das ist ein Zett drin. Ja, genau. Aber bevor er das Barbell gespielt hat, hab ich gedacht, dass er das Annabelle Deck spielt. Durch das Barbell ist es klar, dass er es nicht spielt. Er spielt... Bowler... Loon... Freeze. Aber IMJP spielt ein super interessantes Deck. Er hat jetzt den Ritter und die Kanonkarre. Die Kombination sieht man relativ selten. Weil beides eigentlich ungefähr die gleiche Rolle spielt. Es ist beides einigermaßen eine Mini-Tank. Und... Der Ritter natürlich... Ein bisschen mehr. Klar... Aber... Da fehlt der Haltung, wo zum Beispiel ein Slot, wo du auf einen Mega-Lakar reinpacken könntest und so weiter. Deswegen sieht man Ritter und Kanonkarre relativ selten. Weil es sich halt schon doch von dem Nutzen her... Gegen viele und vielen Match-Ups sehr sehr doppelt. Aber das... Das Ding ist... Was spielt einem JP... Also er spielt einfach normal Kanonkar Greyhound ohne Mortar einfach, ne? Weil er hat halt den Bomben-Tor. Und Bomben-Tor. Okay. Er geht einfach mit dem Greyhound rein. Stark als Norwoll. Musketieren überlebt. Ja. Schon an der Brücke noch. Das sind... Zwei jetzt. Dann mit leichte Führung, ganz ganz leichte Führung für JP. Okay. Was macht jetzt... Was macht jetzt eigentlich... Oh mein Gott. Er hat noch einen Hunter. Das ist ja so krank. Ich wollte krank. Ich dachte eigentlich, ich hätte es für viele genug. Aber Musketieren und Hunter. Der hat es verteilt. Komm. Ich komme jetzt. Als ob dieser Hunter den Ballon auf die Range noch geworfen hat. Hab ich mir auch gedacht gerade. Oh mein Gott. Das ist so gut für einen JP, dass er den Hunter im Deck hat. Was mich aber wirklich noch mehr schockt, ist einfach... Also im positiven Sinne. Ja. Wie JP... Zwei Karten, die du normalerweise im Frienthof immer nur eine spielst. Ritter und Kanonkarren und Musketieren und Hunter in einem Deck hat. Ja, true. Finde ich sehr interessant, das Deck, muss ich sagen. Ja. Der hat einfach die Morte, die neuen Morte grundsätzlich so ein bisschen genommen. Und da ist einfach ein Deck gebaut. Und alle möglichen Karten in diesen Decks einfach als Backup zusammengepackt. Und dann einfach einen Bombshauer reingepackt. Karre an die Brücke, das könnte gut sein. Ja, ne, die muss kommen. Und der Bowler geht komplett down. Der Bowler wird komplett down gehen. Ja, der Bowler wird komplett gerackt von der Karre. Oh mein Gott. Der Bowler kriegt nicht mehr mit Schuss raus, die Muskeltiere überleben. Aber das bringt jetzt ja auch nicht so viel. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so verkehrt für MGP aus. Ganz toll. MGP darf halt keinen Fehler machen, aber es sieht bis jetzt wirklich gar nicht verkehrt aus. Ja. Da hat er angetäuscht, dass der reingeht. Das war jetzt vielleicht nicht so gut. Genau, da muss ein Poison kommen. Aber der Poison geht klar. Der Hunter spielt halt zusammen mit Poison diese Dranks. Ja. Oder zumindest fast. Der Bowler rein und jetzt eventuell... Jetzt taggt er das Pack-Up ganz, ganz doll. Aber das bringt gar nichts. Oh wait, der Nadeau ist gut. Der Nadeau war extrem stark. Mein Gott, der Nadeau. Aber guckt euch an, oh mein Gott, die Defense. AJP hat es perfekt verteidigt. Dieser Snowball hat gerade einfach dafür gesorgt, dass es nur ein einziger Hit war. Das war ein Sale. Gute Muskeltiere. Und hier hat hier diesen Entfernenbrank. Und das macht MGP extrem gut. Weil er weiß, er kann offensiv Druck machen, kann dann wieder reingehen. Und wenn er jetzt mit Bombenturm Hunter das Ganze beteiligt, dann könnte er das hier... Ich glaube, der Poison sollte sich für den Turm treffen, ehrlicherweise. Eben gerade. Kann auch sein, dass es ein kleiner Fail war. Oh mein Gott. Warte. Es könnte ein Hit werden. Es ist aber keiner. Keiner. Es ist kein Hit. Aber es war noch ein Notfall-Bombenturm. Der war nicht so gut. Ja. Aber jetzt hat JP den Pressure. Jetzt hat JP den Pressure. Die Muskeltiere geht nicht drauf. Und der Bowler geht auch. Ja. Der Bowler geht wieder drauf. Das ist so gut für einen Depli. Und jetzt hat JP den defensiven Poison, den Bombenturm, den Hunter. Und er sollte eigentlich das Ganze gewinnen können. Alleine die Zeit reicht gefühlt schon gar nicht mehr, damit er das Ganze gewinnt. Oh, wobei, 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 wobei. Oh mein Gott. Wenn das noch ein Hit gewesen wäre. Imagine. Alter Besen. Das war, am Ende sah es echt nochmal, das war nochmal ein Speckler unter dem Spielzug von Raiky Jones. Aber, also guck, er geht direkt auch raus. Er ist ganz, ganz sauer auf das Match, glaube ich, gewesen. Und jetzt sehen wir das zweite Spiel. Aber, man muss auch sagen, Raiky Jones hat noch nie in Triple X gewonnen. Ja. Also, von daher war klar, dass eigentlich JP das Ganze gewinnt. Ja. Ganz klar. Ne, da sind sie. Ich finde ich, dass sie sehr gut sind. Weil, irgendwie so beinander packen sieht man zum Beispiel mit dem Score nicht mehr so und so. Deswegen, die Kameras sind so in der optimalen Position, die wir sie nur haben können. Woanders kriegen wir die da nicht so gut unter. Ja, ich finde, so ist die beste Lösung. Ja, ganz, ganz, ganz toll. Und Luca 18.07.07.09. Zu 100 Witz dabei. Vielen Dank, Luca. Für deine Konferenz hier. Dankeschön. Und hier sehen wir die Statistiken. Da hat er einfach 3 Kilo verloren, weil er mehr nichts hingeliegt hat. Oder? Wie bitte? Da hat er einfach 3 Kilo verloren, weil er mehr nichts hingeliegt hat. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. 100 Prozent. Das war's. Das war's einfach. Ich muss sagen, es war interessant, weil es sieht man nicht so häufig, dass bei dem Heatbild gerade oder Heatmap, dass die meisten Truppen sich in der Mitte von einem Dupy gesetzt wurden. Das lag halt daran, dass er den Bomben-Tor immer wieder da gespielt hat und auch immer wieder der Ritter, Musketierin, Hunter und Co. mit platziert hat. Ich würde mir mal gerne in dem Matchup eine Heatmap von einem Damage Deck anschauen. Da werden ja gefühlt alle Kanten in der Mitte gespielt. Ja, true. Ja, das hat 1GP sehr, sehr, sehr stark gespielt. Und wenn 1GP hier heute am Fire ist, wenn er hier heute am Fire ist, dann kann er hier mit Ruben zusammen alleine Ponos komplett verdichten. Ja. Das könnte sehr krass werden. Ja. Das wäre insane. Alter Besen. Ey, ich hab's auch. Es ist so ein geiles Spiel. Ja. So eine Top-Partie. Und danach kommt SGK gegen Pack. Es wird doch einfach nicht schlechter. Ja. Das ist halt das Krasse. Ich bin so gespannt einfach. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Dann haben wir das Best of 3 und dann das Best of 3, das Spielplatz 3 und dann das große Finale, wenn du bescheid bist. Kurze Frage. Ja? Essen wir hier nach eigentlich wirklich geilen Garnelensersatz von gestern? Ich glaube ja. Machen wir, oder? Ja, übelgeil. Lass einfach wieder einen Salat essen mit Garnelen. Wir haben gestern Nacht noch so einen geilen Salat essen. Ey, der Salat war so lecker. Jetzt kommt KK. So einen Salat. So einen richtig geilen C-Salat mit Garnelen. Der war so lecker einfach. Es war wirklich so lecker gespielt. Es war wirklich so lecker gespielt. Also der Salat war wirklich anders. Der war echt lecker. Der war echt sau lecker. Und jetzt haben wir JP gegen KK. Let's go. JP gegen KK. Auf geht's. Auf geht's, Freunde. Da wird doch jeder sitzt. Es ist so krass, wie die japanischen Spielen teilweise. Einfach so. Die haben ja so ein bisschen. Man merkt so, dass einfach auch andere Gesellschaften bei der Wahl. Da merkt man so ein bisschen, dass einfach so die Ruhe und so. Ich finde, das merkt man so ein bisschen bei den Spielen. Zurück's bei ihm jetzt hier. Ganz ruhig sitzt da JP. Der macht schon so ein bisschen mehr körperlich auch, sag ich mal. Gestik und so weiter. Aber KK einfach da. Seht ihr? Komplett konzentriert. Ich bin sehr gespannt. KK gegen einen Dipp jetzt hier gleich. Alter. Spanien ist offen wo? Ja. Spanien und Deutschland haben dieselbe Zeitzone. Von daher ist es in Spanien jetzt auch 5.43. Ich weiß gar nicht, für wen ich bin. Zum einen möchte ich im Finale Mugi vs. Morten und zum anderen ist man actually für den Underdog. Allerdings würde ich nicht sagen, dass Team Kirso jetzt der Underdog ist. Also ich glaube, Ponos und Team Kirso, die nehmen sich nicht viel. Beide sind super krasse Teams. Ja. Ich würde sagen, dass es ein 50-50 Ding. Also von den Teams her. Allerdings ein kleiner Vorteil vielleicht für Ponos, weil sie gestern halt eben so krass performt haben gegen Tribe. Und bei Kirso ist es halt recht knapp war. Ja. Also anderer kann man sagen auf keinen Fall. Ne. War sicher geil. Also beide Finale haben so ein bisschen Reiz, weil sich SK revanchieren könnte im World Final für das vermasselte West Final. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das wäre geil. Auf der anderen Seite wäre natürlich dieses Battle der Besten der Region auch sehr geil. Wenn wir dann Ponos gegen SK sehen. Ponos ist halt das stärkste Team aus East. Jetzt schon. Weil es das einzige Team auch im Halbfinale ist. Ja. Und von daher darf man Ponos nicht unterschätzen. Aber trotzdem, Team Kirso ist so ein krasses Team. Team Kirso ist erster geworden in West. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also das ist halt... Ja. Das schafft man nicht mal eben so. Beide haben zwei clean Kick-of-the-Hill-Sweeps. Stimmt. Ja. Zwei clean. Ja. Zwei Sweeps. Ja, der eine Sweep ist passiert und er ist KK im Spiel. Ja. Finale. KK hat einmal 2-2 gespielt. Das hat er dann aber auch wieder gelassen. Ja, nein. Achso, KK noch. Achso, ja, ich habe verstanden. Ja. KK hat einmal 2-2 gespielt, 0-2 kassiert. Erik, ciao. Ja. Wie bist du? Und KK spielt wieder. Grey hat Freeze. Wir sehen so oft den Freeze. Ich verstehe gar nicht, wieso das so krass Meta ist, aber wir sehen es wirklich so viel. Ja, es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Es ist insane, wie doll Grey hat Freeze später ist. Ja. Wirklich der Wahnsinn. Aber auch Loom Freeze. Also allgemein, der Freeze wird so viel gespielt. Ich kann nicht... Oh, einmal habe ich übernachtet. Das war nicht so optimal von KK. Nee, absolut gar nicht. Bisschen zu hoch die Valkyra platziert. Okay. Die Frage ist, was für einen Spiel hat IMGP. Wenn IMGP den Erdbeben hat, dann könnte es problematisch für ihn werden. Wenn er den Feuerball hat, dann gewinnt das IMGP, glaube ich. Ja, er hat den Feuerball. Oh mein Gott. Das ist so wichtig für IMGP. Weil mit dem Feuerball kann er halt noch Baby Dragon, Inferno Dragon und Co. und er kriegt wieder den Mauerbrecher an den Turm. Ein Hit. Insane. Nice, Hans. Wie hast du das rausgefunden? Sag mal nicht, du hast danach gesucht. Oh, Lady of Freeze. Gute Kombination. Oh, okay. Ein bisschen Schaden macht es sich. Auch Hans. Das war gut gespielt von KK, muss man sagen. Ja. Absolut. Eismagier hinten. Also KK hat auch nicht so einen richtigen Plan, was er glaube ich gerade machen muss. Nein. Er wartet so auf diesen Moment, wo IMGP einen Fehler macht. Aber IMGP hat gar keinen Bock, einen Fehler zu machen. Der will keinen Fehler machen. Gar keinen Bock, richtig. Und IMGP kann einfach die Bogenschütze hinten spielen, weil er weiß, KK hat keinen Feuerball, keinen Poison. Er hat nur einen Freeze. Ja. Jetzt kommt der Lunen. Ne, nur eine Valkyra scheinbar. Er hatte gedacht, dass die Mauerbräuche jetzt rechts kommt, weil auf der linken Seite so viel war und JP erfolge gelaufen ist. Da hat er gesagt, okay, jetzt kommt die Mauerbräuche rechts. Ja. Wäre ein krasser Blick gewesen. Muss man ihm lassen. Ja. Aber ist nicht passiert. Ich glaube, je länger das Game wird, desto mehr Probleme könnte IMGP hier bekommen. Definitiv. Oh, er wirft einen Feuerball auf den Bowler. Ja, das ist jetzt eine interessante Verlegenheit. Aber ich glaube, JP kann mit Bombtor mit dem nächsten Feuerball den ganzen Salad wieder hier leffen. True. Oh, er trifft Überküre nicht. Das könnte ein Problem werden, wenn der Bombtor jetzt nicht den Bowler finisht. Macht er aber. Lock kommt ein bisschen spät. Ah, das war ein guter Damage. Das war viel Damage. Aber der Turm ist auf 6 und auf 7. Oh, egal. Guter Cash. Das war sehr, sehr gut verteilt. Ich freue mich, er kommt jetzt aber drauf. Okay, wie kriegt jetzt ein BP, das ganz verteilt ist? Er muss das am besten... Okay, er spielt wieder die Bogenschütze und jetzt den Miner rein. Dritter. Oh, nee, du ist raus. Das ist gut. Ich glaube, das hat JP. Ja. Er muss jetzt über den Inferno-Jank loben. Ja, er schafft das. Das gewinnt JP. ImJP gewinnt auch das 2. Spiel in diesem Best of 3, in diesem Best of 5, in diesem King of Dill. Und damit einfach mal JP hier wieder komplett in Form. Ho Li. ImJP könnte hier Ponos im King of Dill einfach sweepen und das wäre so ein Statement hier von Team Kezo. Es ist so krass, wie Hartkäse einfach diese Aufgabenteilung hat. Benni, Ru und Kutschikru sind immer für das 2 gegen 2 zuständig und dann haben sie einfach wirklich ein JP und Ruben so krasse 1 gegen 1 Spieler, die hier komplett zerstören können, wenn sie guten Tag oder JP, wenn er guten Tage mischt, Ruben grundsätzlich. Ja. Das ist krank. Das ist ganz, ganz krank. Hier sehen wir die Hip-Nap. Ja. Natürlich hier sehr, sehr reaktionär. Von... Also sehr viel an der Brücke gespielt von JP, alleine um den ganzen Tag zu blocken. Und natürlich auch mit Mauerbrechen und so weiter. Alter. Das war natürlich jetzt hier eine absolut wilde Partie. Let's go. Seine Performance ist zehnmal so gut wie seine Cam, ja? Seine Cam ist... Das ist auch nicht so schwer. Seine Performance hier besser als die Cam ist, naja. Ja. Ja, das hat einen JP soo stark gespielt. Ja. Das war wirklich phänominal. Alter. Und jetzt gehen wir hier ins dritte Spiel des King of the Hills und es könnte... Jetzt kommt natürlich Mugi. Jetzt kommt natürlich Mugi. Ich wollte gerade sagen, es könnte ein Sweep werden, aber jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt kommt Mugi. Ja, jetzt kommt Mugi. Stell dir vor, Mugi macht jetzt einen Reverse Sweep. Man weiß es nicht. Das wird eine interessante Geschichte werden. Wer hätte Platzes bitte. Also, wenn ihr hier wirklich Reverse Sweept, dann muss man sagen, Respekt an Mugi. Das ist eine krasse Leistung. Aber es wird so schwierig gegen einen JP, der gerade on fire ist. Gegen einen Ruben, der allgemein on fire ist. Und wahrscheinlich noch Bennigruhe zu Sweepen. Also das wird eine dingere Möglichkeit. Aber vielleicht. Vielleicht macht Mugi hier das Unmögliche unmöglich. Bin gespannt. Wir werden es jetzt sehen, Freunde. Dir kommt mehr rein. Let's go. Alter Wesen. Zu reine Spiele. Zu geile Matches einfach. Ja. Wir sehen es. Mugi kommt. Der Last Man Standing. Und auch natürlich der Beste. Ja, muss man sagen. Der beste Spieler des Teams. Der MVP, der Key Player, wie auch immer es hier genannt wird. Das ist definitiv ohne Frage hier der Gute Mugi. Und wir sind gleich dabei. Let's go. Mugi gegen Iron JP. Oh mein Gott. Das wird ein sehr interessantes Battle werden. Absolut. Aber irgendwie ist es immer so, wenn MJP, ich meine, wenn Team Keso das 2B2 Set verliert und dann Team auf der Hill kommt, dann war MJP immer irgendwie on fire. Ich weiß, es war so oft so, dass Team Keso einfach das 2B2 verloren hat und dann hat MJP einfach mal 3-0 gemacht. Der Typ ist so on fire manchmal. Das ist insane. Absolut. Und hier ist Mugi. Hier ist Mugi. Der Star des Teams. Der Star des Teams. In der klassischen Jacke. Let's go. Jigobi hat es doch auch geschafft zu reverse sweepen gegen Team Keso True. Erinnerst du dich noch an diesen reverse sweep von Team Keso, der nicht belohnt wurde, weil sie trotzdem verloren haben? Ja. Das war so krass einfach. Jigobi hat dann einen reverse sweep gegen Team Keso und trotzdem hat sein Team verloren. Absolut. Und wir gucken gleich rein. Let's go. Hier schreibt jemand, Hier schreibt jemand, Junge, Clash war komplett, das können wir nicht ernst meinen. Doch. Herzlich meinen bis erst. Tatsächlich bist du auch hier mit deiner Meinung ziemlich alleine. Weil es ziemlich geil ist, Clash war komplett zu sehen. Kannst du einfach mal hierbleiben und ich möchte das überzeugen. Das ist doch ein Trollkommentar. Das ist doch 100% ein Trollkommentar. Also. Man sieht ja die Produktion mit dem World Final, das weiß man ja sofort. Der folgt von 44 Sekunden, dass ich kein Trollkommentar habe. Der war im Ernst. Ey. Also dann muss man halt einfach extrem lost sein. Aber okay. Ist ja okay. Die Meinung kann man ja haben, aber dann können wir natürlich dafür sorgen, die Person vom Gegenteil zu überzeugen. Ja. Sparbrill von AJP und Moogie spielt den Cage. Okay. Ja. Cage von beiden Spielern jetzt hier auf dem Feld. Cage haben wir gestern auch sehr sehr oft gesehen. Morten hat auch in vielen Decks den Cage gestern gespielt. Mhm. Und mal schauen, was die beiden Spieler jetzt hier spielen. Okay. Eiswagier und der Ritter. Für die, die gerade erst reinkommen. Ihr habt nicht viel verpasst, außer das 2v2 Set und ein Start eines eventuellen Sweeps von MJP. 2v2 war sehr knapp, sehr umkämpft. Am Ende hat Produs einfach die besten Decks gepickt und hat damit 2 zu 1 gewonnen. Und im Team of the World hat MJP jetzt schon Reiki, Jones und, ähm, wen hat er gerade besiegt? Reiki, Jones und KK. Genau. Und KK besiegt. Und jetzt im entscheidenden Spiel hier, eventuell entscheidenden Spiel. Es ist Friedhof Murrow. Also Friedhof generell. Beide spielen Friedhof, aber Moogie hat es noch damage deck. Und MJP hat noch den Mega Ritter, Poison und dann noch den Friedhof natürlich. Matchup. Ich würde sagen, das Matchup ist gut für MJP. Weil er wird mit einem großen Push, den die Defense von Moogie durchbrechen können. Ja. Und Moogie wird extrem Probleme haben, mit der Offensive durchzukommen, mit Static Truppen, weil MJP die Hand raus. Und der Hunter einfach Bane deck, Eiswagier und diese Ritter einfach zerstört. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Auf der anderen Seite. Barbell von JP, um das ganze abzukehren. Jetzt kommt hier der Cage rein. Barbell kriegt noch einen Hit. Okay. So ein krankes Spiel. Zwei der krassesten Spieler in aller Zeiten stehen sich hier gegenüber. Und dann kommt der Ritter an. Ritter und Friedhof. Jetzt der aggressive Push von Moogie. Kann Moogie es trotz des Matchup-Nachsets gewinnen? Jetzt kommt die Mega-Ritter. Nee, kommt nicht. Okay, auch nicht. Ah, der Ritter wird drankommen. Nee, Moment. Ich komme rein. Die EU ist natürlich ein bisschen teuer. Gar keine Frage. Warum hat MJP dann nicht die Mega-Ritter gespielt? Er wollte ihn sich wohl aufheben. Er wollte... Ich glaube, er möchte einen großen Push von hinten aufbauen mit Mega-Ritter hinten eventuell. Ja. Starkes Barbell. Der Hunter hat gar nicht gemacht. Das ist das Gefühl. Das ist so gut für Moogie. Ja. Da hätte MJP den Mega-Ritter spielen müssen. Er kriegt es nicht verteidigt, so wie er es möchte, ohne den Mega-Ritter. Und er verteidigt die ganze Zeit ohne den Mega-Ritter. Das verstehe ich nicht. Er muss den Mega-Ritter dort spielen, um diesen Baby-Win zu tanken. Aber er will halt nicht, dass der King-To aktiviert wird. Aber das ist egal. Ja. Er muss jetzt die Mega-Ritter spielen. Er muss jetzt in Aktion treten. Das Problem ist halt einfach Ritter und Cage. Das kann er halt so geil klären mit Mega-Ritter. Aber er will ihn nicht spielen. Er wollte ihn nicht spielen. Ja. Und das ist ein Fehler. Und das ist halt jetzt schon Gefühl GG. Das ist jetzt schon Gefühl GG. Genau so ist es. Es sieht so gut für Moogie aus. Moogie kippiert hier einfach einen MJP, obwohl der eigentlich mit dem Mega-Ritter hier keine so schlechten Karten hat, würde ich sagen. Schaut sich an. Deft ohne Poison, was super stark ist. Weil jetzt kann der Ritter spielen. Jetzt kann er auch den Baby mit dem reinspielen. Oder Barbrow geht auch. Und dadurch jetzt einfach dafür sorgen, dass er jetzt wieder einen guten Kofferbush hat. Ich denke mal, er wird jetzt nicht unbedingt reingehen. Weil der Mega-Ritter fällt so. Okay, er geht doch rein. Was? Er muss halt jetzt ein bisschen Glück haben, ne? Wenn er jetzt kein Skelett connectet, dann äh... Okay, Poison ist da. Poison ist da. Ein Skelett connectet. Und noch ein Skelett connectet. Mein Gott. Das war's. Moogie gewinnt das Match super stark gemacht. Alter, wie flawless hat Moogie dieses Game gewonnen. Also MJP hatte ja gar keine Chance. Man muss aber halt auch sagen, MJP hat das wirklich verkehrt gespielt. Oh mein Gott, so geil. Guckt euch das an. Da kommt dann einfach sieben Leute in den Raum. Oh, jetzt ist sogar nur drei. Jetzt ist sogar nur drei. Und analysieren hier mit dem Wunderkind. Ich fasse es nicht. Aber... Man muss... Wie reaktionslos kann man sagen... Ja, Moogie reagiert einfach gar nicht. Jetzt kommen wir in den Wunderkind. In der Situation, muss man sagen, sind Morton und Moogie sich sehr, sehr ähnlich. Ja. Also, bei den meisten Spielern sieht man immerhin eine Reaktion. Bei Morton und Moogie sind wir gefühlt einfach gar keine. Ja. Einfach eiskalt. Was ich mich aber frage ist, warum hat MJP diesen Mega-Ritter nicht gespielt? Er hätte am Anfang so clean verteidigen können. Poison auf den Greyfaird, Mega-Ritter auf Ritter und Cage. Und dann... Babydang wird dann getankt vom Mega-Ritter. Klar, er hatte Angst vor dieser King-To-Activation. Aber... Ich glaube, das war ein Fehler, den Mega-Ritter nicht zu setzen. Weil er hat so viel Damage immer kassiert, weil er versucht hat, das mit einem Hunter zu verteidigen. Der Hunter wurde jedes Mal von Moogie predicted. Ja. Und dann diese eine Situation. Hier. Der Hunter hat keinen Hit bekommen. Guck dir das mal bitte an. Ja. Hunter wird komplett prediktet. Und ich sag's dir, wie es ist, wenn du der Babydang-Spieler bist und dieses Buffle spielst und der Hunter predikt ist, Satisfaction over 1000. Besser geht's nicht. Ja. Das geilste Gefühl, wenn du genau weißt, der Hunter ript deinen Babydang komplett auseinander. Und wenn er dann gecatcht wird mit dem Buffle und es dann praktisch predikt ist, dann ist es wirklich richtig nice. Ey, aber die Skelette sind aber auch anlackig für MJP. Ich hab's nicht gespawnt. Diese zwei Skelette, die da connecten, perfekt im Timing hier für Boogie. Da kann er leider nicht viel machen. Morten hat uns gestern schon gesehen, dass er sehr erleichtert war. Ja. Aber wir malen jetzt zwischen den Spielen. Ja. Wenn jetzt Morten zum Beispiel einmal gewinnt und es nicht super knapp ist, dann sieht man das nicht unbedingt so an. Bei Boogie, der sieht halt auch ein bisschen Emotionen, zeigt er auch, wenn er jetzt... Nach dem Spiel oder wenn er das Set gewinnt, dann wird er auch möglich sein. Dann würde er sich auch freuen. Jeder freut sich ja, wenn er das Set gewinnt. Aber es geht jetzt darum, dass halt ein Spiel gewonnen wurde mit Kim auf der Höhle. Und vielleicht vielleicht auch noch ein zweites und er hat überhaupt keine Reaktionzeit. Und erst wenn das Set halt vorbei ist, freut er sich quasi. Was ja auch theoretisch richtig ist. Genau so ist es. Genau so ist es. Oh mein Gott. Es kann halt wirklich sein, dass Mugi das Comeback, ne? Das wäre halt so eine Ansage. Was glaubst du? Sehen wir jetzt schon Ruben oder sehen wir zuerst Benihou? Wir sehen jetzt Benihou. Ruben immer als Nester. Weil stell dir vor, stell dir einfach vor, du bist Kuchiku und verlierst Kuchiku. Sie trauern sich tatsächlich den Packen Kuchiku ein. Nachdem der ja den Fehler gemacht hat und einfach den Freeturm nicht geholt in einem Match, wo er den Royal Giant, statt einfach auf den zweiten Turm zu gehen, auf den King-Tour gesetzt hat. Kuchiku hat jetzt hier etwas gut zu machen, denn er wurde ein bisschen gemimt in der CR-Szene. Tuka schreibt schon viel mit Flogugi. Alter, imagine Kuchiku besiegt jetzt Boogie, Junge. Kann ich mir aber gut vorstellen, kann ich mir gut vorstellen. Also Kuchiku ist eigentlich ein sehr, sehr starker Spieler. Aber das Problem war halt wirklich, dass er in diesem einen Spiel einen sehr krassen Fehler gemacht hat, weil er wahrscheinlich einfach überfordert war oder so. Und ja, mal gucken. Es ist so ein bisschen wie bei Sergio gestern, aber nicht so krass. Bei Sergio war es schon ein bisschen krasser, weil Sergio hat kein einziges Set gewonnen in der ganzen Season. Und Kuchiku war ja ein ganz normaler Spieler im 2v2, der dauerhaft gespielt hat. Und auch im 1v1, ja, ich muss es nicht verkehrt gespielt haben. Bis auf dieses eine Game, wo er wirklich einen riesen Patze hatte. Von daher, so überraschend ist es jetzt nicht. Aber es ist trotzdem überraschend, dass wir Kuchiku jetzt hier sehen und nicht Benihou. Nachdem Benihou gestern eigentlich auch rechts über die gespielt hat. Ich bin sehr gespannt, ob hier Kuchiku jetzt Boogie besiegen kann. Das wäre ganz, 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 ganz wild. Let's go. Kuchiku gegen Mugi. Auf geht's. Wir sind drin. Beide erstmal hier am Warten. Beide am Warten, beide am Chillen. Ja, Kuchiku hatte eine hundertprozentige Gewinnwert. Richtig. Er war besser. Ganz klar. Sollt ihr schon wach oder noch wach? Wir sind schon wach. Denn wir haben ein bisschen gepennt. Aber wir haben, also wir haben einmal nachmittags fünf Stunden gepennt. Und dann einmal noch zweieinhalb Stunden kurz vor diesem World Final. Also wir haben sehr verrückt geschlafen. Aber wir sind beide absolut gehypt auf diese Final, 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 Final Games jetzt hier. Ja. Das Finale vom World Final, das wird extrem krass werden hier später. Ganz, 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 ganz geil. Aber da haben wir ja noch ein paar Stunden hinten, ne? Also erstmal gleich, äh, das Team Gaming gegen Kane, dann das Spiel um Platz drei. Und dann kommt das große Finale auf das alle so... Dann sehen wir, wer der CFL Champions 2020 wird. Wer kann es schaffen? Wer kann es diesem Traum zum ersten Mal erfüllen? Denn keiner von diesen Spielern, oder besser gesagt auch keiner von diesen Spielern, hat bisher ein Titel gewonnen. Ja. Ja. Nova hat bis jetzt zweimal gewonnen und einmal Liquid. Das sind die drei World Champions in dem CL-Format. Es gab drei CL-Seasons. Nova, Nova und Liquid. Das sind die Gewinner. Moogi gegen Kuchiku. Von daher wäre das für alle hier, first time, first go. Und wie du? Und hier kommst. Er spielt Linnae, oh mein Gott. Oh mein Gott, der Freeze von Moogi, ganz, ganz close. Der Freeze kommt rein, es ist nicht. Der Freeze hat sich komplett genug, jetzt schon. Das ist so bitter für Kuchiku. Das Ding ist, Kuchiku hätte den King-Tor aktivieren können, aber er hat sich dagegen entschieden. Er hat den Exilgo im Spiel gegen den Bowler, ist das nice. Und da geht Moogi, er macht es perfekt, er geht direkt auf der anderen Seite rein. Einfach nur, damit hier der E-Blank nicht von dem Exilgo zu Boden werden kann. Aber jetzt der King-Tor aktiviert, das ist natürlich jetzt gut für Kuchiku. Ja. Boah, ich bin mir gar nicht so sicher für wen, dass der Matcher unbedingt hier besser ist. Auch nicht tatsächlich. Jetzt der E-Blank raus. Und jetzt kommt der E-Blank. Ich glaube, Kuchiku könnte Moogi jetzt rasieren. Oh mein Gott. Jetzt ein Tornado. Du kannst ja der beste Spieler sein, aber wenn der E-Blank gewinnt. Ich glaube, das gewinnt Kuchiku. Das war's. Das sollte Kuchiku gewinnen. Nee, noch nicht. Doch, guck dir das mal an. Die sterben nicht. Die Elixierkleckse, die sterben nicht. Doch, okay. Ja, jetzt erst. Und er hat zwei E-Blanks auf dem Feld. Und zwei Wielerinnen. Oh, kriegt er das irgendwie down? Das Backup liegt immer noch. Das war's. Ich glaube, Kuchiku gewinnt gegen Moogi durch Elixierkunde. Und Elixierkunde macht unmögliche Dinge möglich. Und damit tatsächlich einfach mal Keso das 1 zu 1. Es schafft Keso, sich hier mit Kuchiku gegen Moogi durchzusetzen. Der erste Moogi ist bestimmt ganz, ganz sauer, weil er einfach nichts machen konnte. Und das bedeutet, dass wir jetzt hier einfach mal das 1 zu 1 machen. Der Chat ist so happy. Ich lese hier in den Kommentaren wie Schmutz, Schmutzkunde. Die freuen sich alle so über Elixierkunde. Das ist so ein Schmutz. Unfassbar. So viel Freude hab ich noch nie. So ein Schmutz. Also wirklich. So ein Schmutz. Aber es ist halt das, was funktioniert bei den Hütchen. Ja. Also das Ding ist, Elixierkunde ist halt so ne Taktik, die ist risky. Weil sie teilweise halt sehr deutlich strafft werden kann. Wenn zum Beispiel man gegen Bomntonko spielt. Aber in diesem Matchup war es soo gut für Kuchiku. Weil er hat einfach gegen E-Dragon und so weiter, äh, Entfernung-Dragon und so weiter, ein Reset mit dem E-Dragon hatte. Und er konnte dieses Backup stacken. Und Moogi konnte dieses Backup nicht supplieren. Guckt es an. Er hat es fast geschafft. Aber er hat es am Ende nicht geschafft, dieses Backup zu supplieren. Trotzdem. Aber weißt du was mein Ding ist? Ja. Man kann es Kuchiku nicht übel nehmen. Weil ich glaube, Kuchiku saß da so und hat sich gedacht, okay. Welches Deck nehme ich? Er weiß, er ist schlechter. Er ist schlechter als Moogi. Es ist so. Ja. Ja, ja. Und da ist natürlich sehr schlau ein Deck zu nehmen, wo du einfach gewinnen kannst, ohne unbedingt so gut zu sein wie der Anlauf. Ja. Es ist ja einfach so. Ja, es ist halt ein sehr, ein sehr Matchup-attendinges Deck. E-Dragon und Elixir-Godem. Ja. Und, ja, wenn er, also Kuchiku weiß natürlich wie man Elixir-Godem spielen muss. Elixir-Godem ist auch nicht super easy zu spielen. Wenn man aber weiß, wie man Elixir-Godem sehr, sehr perfekt spielt, dann, ähm, ja, es ist trotzdem einfacher als natürlich viele Cycle-Decks und das hat er hier gezeigt, was beherrscht und er hat es gegen Moogi Go. Respekt an der Schild. Absolut. Absolut. Alles gut. Damit steht es, damit steht es hier 1 zu 1. Ja. Und jetzt kommen wir ins allererste One-Wir-On-Zent. Da werden wir Ruben sehen gegen Moogi. Und das wird jetzt ein so un- Wobei, vielleicht spielen sie nicht mit Moogi. Das ist jetzt die Frage. Weil Ruben wird 100% aufgestellt sein. Die Frage ist, was ist bei Ponos jetzt der Fall? Meinst du den Moogi spielst zweimal? Ja. Okay. Dann werden wir Ruben gegen Moogi sehen. Wir sind Moogi und dann sehen wir wahrscheinlich KK und dann sehen wir den Moogi. Ey, ey, imagine einfach. Ruben gegen Moobi, ein JP gegen KK, Ruben gegen Moobi. Was sind das für heftige Sets? Alter Lachs. Oh mein Gott. Das wäre krank. Das wäre ganz, ganz krank. Eine wichtige Frage. Ich möchte dir was zerkaufen, nämlich den neuen Season Pass. Kann ich dich beim KK unterstützen? Ja, Hammerpanz. Ja. Überraschend. Du kannst es tun. Du kannst den Code fixen im Shop eingeben. Oder auch gerne Code Floppy. Wenn du befreundlich supporten willst hier, ist das eine geile Sache. Einfach runterscrollen im Cash-Wartshop. Da unsere Code ergeben dann. Ich finde es gut. 5% von dem, was du ausgibst, ohne dass du mehr dazu zahlst. Ich finde es gut, wie die Statistiken exakt gleich sind einfach. Ruben und Moobi beide um die 80% und JP und KK um die 20%. Ja. Krank. Es ist komplett genau gleich aufgeteilt. Ey, es ist so sad, dass wir jedes Mal die Stage spielen. Aber halt einfach auf der Stage niemand ist. Wenn ihr in ein Team zusammenstellen müsstet, welche 5 Spieler würdet ihr nehmen? Sowohl von CA als Skills, auch wie sie privat drauf sind. Boah, das ist sehr schwierig. Man kennt halt so einen Lucas X Gamer, so einen Moobi. Da müsste man fast 2 Teams machen. Weil einmal geht es komplett um Skill und dann um Privat. Das ist ja ein riesiger Unterschied. Weil Privat könnte ich ja auch Loa einfach nehmen. Obwohl er gar keinen CA mehr spielt. Also Chemie spielt halt auch eine sehr große Rolle. Und ich weiß jetzt nicht, ob du, wenn du 4 Spieler, 4 der beste Spieler von 4 Teams zusammen würfelst, das weiß man halt nicht, ob deine Chemie so stimmen würde. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, ich sag mal so Clash Royale, Eifertiere in einem Team hast. Die halt alle auf einem Niveau sind. Das ist für mich auch nicht ganz so zutage für die Chemie. Für mich wären es Morten, Sam, Ruben, Moogi. Und wenn es nochmal 5. Spieler geben würde, AUK. Okay. Das wäre mein Team. Ich glaube, wie gesagt, aus den Chemiegründen her. Weil stell dir vor, du bist Moogi und du bist keine Ahnung, Ruben oder Morten und bist einfach dann gebencht, weil die anderen 3 noch ein bisschen besser sind. Ja, true. Einfach Ruben und Moogi in einem Team. Einer ist einfach gebencht im 1-2-1. Ja. In der normalen Team. Das würde gar keinen Sinn machen aus Teamkonstruktionstechnischen Gründen. Ja. True. Let's go. Ruben gegen Moogi. Let's go. Auf geht's. Ab die Post. Wir sind drin. Wir sind drin. Good luck. Ruben gegen Moogi. Kampf der Titanen. Oh mein Gott. Ja. Beide Teams haben sehr, sehr, sehr gute Set-Statistiken im 1-1. Ja. Pronus noch ein bisschen besser, weil Moogi einfach ultra krass gecarried hat. Und bei Team Keso etwas schwächer, aber auch einfach unglaublich krass. 63 und 72%ige Gründen. Die Jägere dahinten. Oh mein Gott. Moogi spielt Lava. Moogi spielt Lava. Moogi spielt Lava. Lava. Lava Miner. Wie sie aussieht. Der Eos macht einen phänomenalen Job. Wir waren doch mit zwei. Lava Hunt gegen Greyhurt. Mega weiter Greyhurt. Ruben hat Hunter und Eos hat. Aber reicht das aus? Hm. Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Okay. Meiner kommt defensiv heim. Frisch er nach vor. Okay. Oh, jetzt wird es aggressiv. Weil die Barbar nicht im Cycle sind. Ja. Deswegen gehen Moogi hier rein. Da dachte er, Ruben, da dachte er sich, dass er reingeht. Aber das war gar nicht smart. Da hat er diese gute Lage. Aber Cage und die Dragons haben es komplett weggedeppt. Und jetzt muss Ruben noch mal ordentlich nichts hinterverspenden, um das zu daffen. Ja, er muss es durchlaufen lassen. Er muss es durchlaufen lassen. Das ist das Spiel der Mensch. Aber er kann es nicht verteidigen. Weil hätte er da jetzt noch Elixier investiert, dann wäre es zu teuer gewesen. Ja. Da hätte er jetzt garantiert viel Sharp kassiert. So kann man ihn schon auf jeden Fall noch einigermaßen ertragen. Ja. Aber es war tatsächlich nicht so gut, um Ruben da reinzugehen. E.U. ist das. Okay, beide Truppen jetzt hier auf einen Fleck. Weil er genau weiß, dass Moogi nur Pfeile hat. Aber diese Pfeile klieren jetzt halt auch fast Hunter und E.U. zusammen mit den Truppen ab. Aber nur fast. Boah, ich glaube, das ist gut für Moogi. Die Situation ist echt nicht schlecht. Und er hat halt die Barbaren einfach. Er hat halt einfach die Barbaren. Und er hat so viele Truppen gegen diese Boot-Truppen von Ruben. Wobei er natürlich auch den Miner jetzt hier Defensive spielen muss. Was natürlich nicht optimal ist. Ja. Jetzt hat Ruben einiges auf dem Feld. Rubens, komm rein. Lava und in der Mitte. Lava und links platziert, damit der Hunter nicht diesen fetten Hit am Lava macht. Genau. Ja. Meiner Pfeile vermutlich jetzt. Ja, meiner Pfeile. Aber der Hunter wird Protected. Und das ist super stark von Ruben gemacht. Aber E.U. ist gedauert. Wo ist er zu? Naja, super stark von Ruben gemacht. Okay. Also das Problem ist halt einfach, dass Ruben überhaupt nicht offensiv gehen kann. Sobald er reingeht, da kommen halt Barbaren Defensive und Dragons. Und dieser Greyhound wird einfach abgeflüchtet. Und das Ding ist, Moogi macht es sehr gut. Er spielt nicht zu aggressiv. Aber spielt immer wieder mit diesem Lava-Hund und dem Miner und den Pfeilen halt. Oder kriegt er immer wieder ein bisschen Damage. Und macht immer wieder Pressure. Und verhindert halt, dass Ruben diesen richtig großen Push aufbauen kann. Und ja, das ist halt ein Problem gerade hier für Ruben. Nein. Meiner kommt wahrscheinlich gleich rein. Ne, er lässt es durchlaufen. Er lässt es durchlaufen. Er hat diesen Damage-Verteil. Er weiß, er muss gar nicht aggressiv gehen. Er kann theoretisch auch jetzt warten und dem muss ich spielen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung hier. Das ist hier gerade deutlich besser für Kollegen Moogi insgesamt. Aber dreifache Elixier-Phaser wird Friedrichsumann nochmal stärker. Wir kennen das. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt Barbaren spielt oder nicht. Er wird jetzt ohne Barbaren verteidigen. Aber ist das die richtige Entscheidung? Boah, das ist teuer. Das war viel Damage hier gerade vom Ruben. Oha, warte mal kurz. Barbaren kommt rein. Poison ist da. Trifft ihr die Hälfte der Barbaren? Wait. Jetzt kommt Greyfart rein. Das könnte ein Comeback hier für Ruben werden. Oh mein Gott. Zwei Handtaugen fällt. Wie lange hat er die ganze Zeit? 18 Sekunden. Aber Ruben hat ein übelst Damage-Verteil. Er muss noch blocken an der Brücke. Das ist gut für Ruben. Das gewinnt Ruben. Was gewinnt Ruben? Ich fass es nicht. Was ist das für eine Überraschung? Oh mein Gott. Ruben hat es geschafft zu Comeback. Das hat die ganze Zeit besser aus für Moogi. Aber Ruben schafft das Ding zu gewinnen. Und damit tatsächlich einfach mal hier einzeln für Ruben. Das Ding für Ruben ist halt. Er hat keinen richtigen Zauber gegen den Fischer. Gegen den Hunter. Und gegen den Eos. Da hat er nichts gegen. Er kann auch den Weiner nicht rausspielen. Weil er platzt die anderen. Da es einfach inzelt. Das Problem ist, dass der eine Labehund nicht ganz optimal war. Und er die Barbaren am Ende sehr schlecht platziert hat. Die Barbaren wurden komplett vom Megaretter gesplasht. Und dann konnte er mit dem Barbour die Barbaren super doll abfrühstücken. Und das ist die Situation, wo Ruben super viel Damage bekommen hat. Ich glaube, Moogi hat es nicht ganz perfekt gespielt. Aber Moogi ist glaube ich auch jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, Lava Miner perfekt zu gehaschen. Sondern er ist eher für Cycle Decks bekannt. Aber Moogi hat genau aus dem Grund hat Lava Hund gespielt. Weil man bei Moogi eher mit Cycle Decks oder Control Decks rechnet. Und nicht mit einem Lava Hund Beatdown Deck. Und ich denke deswegen hat Moogi sich halt für Lava Hund entschieden. Aber das war sehr stark von Ruben die Comeback. Absolut. Das war's perfekt. Das war's tatsächlich. Xylbross ist im elften Monat. Vielen Dank Xylbross für den Monat Nummer 11. Dankeschön für deinen Support. Hier sehen wir nochmal alles. Hier lag Moogi noch vorne. Und jetzt kommt eben dieses Dicke Comeback. Der Poison ist sehr gut. Ist mega der Kerber gekillt. Und jetzt haben wir hier Hunter und Ivo Song. Der nächste Hunter kommt schon rein von hinten. Und da kommt noch der Meile defensiv. Aber es war zu ihm schon ein Megaritter und... Dings an. Ein Megaritter Push an. Und ja, dann hat einfach auch... Ab der Situation hat Ruben komplett das Ding gedreht. Komplett. Ja, ich kann mir sogar auch vorstellen, dass Moogi die Barbaren ein bisschen missklickt hat. Also die Barbaren waren wirklich sehr fatal. Die Barbaren waren an der Stelle wirklich der entscheidende Punkt. Ich weiß nicht, ob er das... Also woran das lag, dass Barbaren so schlecht platziert wurden. Weil dadurch hat halt Ruben diesen großen Push am Ende bekommen. Und damit super viel Damage bekommen. Ja. Ist ja die Frage, was passiert wäre, wenn die Barbaren nicht gefällt... Gewor... Gewesen... Geworden... Gewesen... Wären... Geworden... Seien... Gewesen... Hätten... Seien... Wollen... Wollen... Seien... Aber wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat Ruben das Ganze sehr stark gespielt. Und Moogi hat trotzdem noch ein Lachen auf dem Gesicht. Das ist doch schön zu sehen. Und ja. Ja. Wir schauen da gleich rein. Let's go. Auf geht's, Abdi Post. Moogi gegen JP. Äh gegen Ruben. Zweites Spiel. Let's go. Habt ihr eigentlich geschlafen? Wir haben ein bisschen geschlafen. Zweieinhalb Stunden? Ja. Zweieinhalb Stunden haben wir gepennt. Ja. Und jetzt Moogi gegen Ruben. Let's go. Moogi, was glaubt ihr? Wer gewinnt das Ding? Gewinnt das jetzt Ruben oder gewinnt das Moogi? Das ist hier die Frage. Schreibt es im Chat. Eins für Ruben, zwei für Moogi. Abdi Post. Was ist eure Meinung? Moogi gegen Ruben. Wer? Relativ ausgesicht im Chat. Relativ lieb. Okay. Barbara kommt rein. Von Ruben. Und die Pfeile von Moogi. Alright. Alright. Okay. Und das Mega-Medien von Moogi. Let's go. Service. Okay. Ruben spielt das Royal Giant... Giant Scally Deck. Ja. Sieht danach aus. Und Moogi scheint wieder Laon zu spielen. Ja. Aber in einer anderen Variante... Wobei, ne. Vielleicht ist es wirklich genau dasselbe Deck. Okay. Deswegen hat Ruben sich geärgert, weil Ruben Erdbeben entdeckt hat. Er hat Hunter und Zappies, aber mehr nicht gegen Luft. Und das könnte ein Problem werden, da er eben nicht diesen Feuerball hat gegen das Backup. Und das kann er durchlaufen lassen. Wobei... Er lässt es doch einfach durchlaufen. Ich bin ganz sicher, ob er das... Er lässt es durchlaufen, aber ist das clever. Also Moogi geht davon aus, dass er jetzt ein Tor holt. Oder mehr Schaden macht. Tja, mehr Schaden, ja. Das ist ja basic gefasste Bundesland. Der Maier ist am Turm. Der Maier wird gezogen. Der war nicht am Hunter. Das war ganz fatal. Das kriegt Moogi, ey. Der Ruben super gut verteidigt. Oh mein Gott. Das war gar nicht, was Moogi sich vorgestellt hat. Überhaupt nicht. Ich komm die ganze Zeit mit Moogi und Ruben durcheinander. Was ist denn hier los? Ich komm komplett mit Ruben und Mugi durcheinander. Was ist das denn? Aber die sind beide so krass. Die sind auch einfach zu verwechseln ähnlich. Wobei man muss sagen, gerade performt hier unwirklich fast noch ein Stück besser als Moogi. Ja, wir sind ja gerade. Also Moogi ist halt eigentlich nicht so der Lava-Rundspieler. Ich finde es interessant, dass er hier Lava-Rund pickt. Klar, es ist unerwartet. Weil man rechtet halt nicht, wenn man gegen Mugi spielt mit Lava-Rund. Aber trotzdem ist es unerwartet, hier zweimal Lava-Rund zu sehen. Und wenn Moogi jetzt dieses Matchup verliert, das wäre krass. Und was hast du das für Käse? Der spielt JP gegen KK? Stark, starke Pfeile gerade. Er hat den Nilsbritt verdichtet. Aber da sind wieder Seppis. Und das ist wieder verteidigt. Pfeile bringen erneut rein gar nichts. Da kommt der Fischer an. Lava und davor. Und jetzt wieder das Giant Skelly. Ja, das ist perfekt. Der Lava steht in der Luft. Einmal Lupenschrauber. Man muss auch das Riedskelett verteidigen. Er lässt es durch. Was? Oh mein Gott. Er lässt das Giant Skelly. Das war's. Hä? Das war's doch. Der Erdbeam reicht. Der Erdbeam reicht. Das war's. Oh mein Gott. Ruhm dominiert hier mit Ruhm mit 2 zu 0. Aber auch einfach, weil Ruhm im Deck spielt, für was er absolut gar nicht bekannt ist. Und ich glaube, das macht Moogi auch gerade extrem sauer. Ich glaube, Moogi ist übertrieben sauer. Weil er hat zweimal jetzt den Lava-Rund gespielt. Und es waren beide Male, es waren keine gute Entscheidungen. Weil Moogi hat dieses kleine bisschen Erfahrung als Lava-Rund. Warum er so krass ist, gefehlt. Weil er mit diesen Zweigedecks, er spielt wirklich auf einem anderen Niveau. Und er kann auch Matchups, die teilweise nicht so gut führend sind, auch einfach gewinnen. Weil er so krass mit diesen Decks ist. Aber dieses Lava-Rund-Deck, das war einfach nicht... Ich glaube, er wurde von den Analysten dazu getrieben, Lava-Rund zu spielen. Ich glaube auch, die Analysten wollten, dass er Lava-Rund spielt. Aber ich glaube, Moogi selber hätte andere Decks gepickt. Weil das war kein... Das war nicht wie... Moogi war nicht eher selbst gefühlt. Ja. Alter Lachs. Das Ding ist, Moogi kann fast alle Decks perfekt. Aber diese Lava-Rund-Decks, die One-Trickler halt nicht so. Das ist halt nicht... Ja, weiß ich nicht. Ich muss sagen, das erste Match fand ich sehr komisch von Moogi gespielt. Er hat teilweise diese defensiven Miner immer sehr... Er hat das jetzt erst durchlaufen lassen. Aber er hat super viel durchlaufen lassen. Ja, also er hat sehr alternativ gespielt, was gut sein kann. Aber es war nicht gut. Das war das Problem. Ja. That's it. Ruben hat ja auch keine Frage. Ruben hat auch sehr gut gespielt. Das ist mir auch klar. Ja. Also das war eine Wacht-Emposition von Ruben. Und jetzt steht es 2-0. 2-1. Für Team Keso. So. Und das bedeutet, wenn jetzt K.K. hier von JP Rasid wird, dann ist Keso das erste Finalisten-Team. Ein Tom Lachs. Ja, vielleicht liegt es auch an Erfahrung in diesen entscheidenden Spielen. Aber ich denke, dass es wirklich damit zu tun hatte, dass die Analysten wahrscheinlich gesagt haben, dass Lava-Rund-Deckler-Rund-Deckler sein könnte. Am Ende war es jetzt aber keine gute Entscheidung. Und manchmal... Das Ding ist zum Beispiel bei Morten und Sam. Am Ende haben Morten und Sam und Ravi am Ende selbst in der Hand, ob sie das Deck spielen wollen oder nicht. Die Analysten unterstützen, helfen, geben Tipps und so weiter. Am Ende entscheidet aber immer der Spieler selber, ob er das Deck spielen möchte. Aber ich weiß nicht, ob das bei Kronos vielleicht anders ist. Es kam ja schon so vor, als die drei Analysten da reingelaufen kamen. Ja. Das ist ja immer so... Die laufen da rein. Ja. Und ich habe das Gefühl, Mugi wird so komplett von hinten umgarnt. Und vielleicht auch so ein bisschen dazu genötigt, dann die Decks zu spielen, oder so ein bisschen dazu betrieben, das Deck zu spielen, was die Analysten hat. Am besten natürlich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie es läuft. Aber so kommt mir das ein bisschen vor, weißt du? Ja, kommt mir auch so vor. Aber wir wissen es am Ende nicht. Aber das ist auch eine Vermutung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Mugi freiwillig zweimal Dava spielt in der Situation. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also... Nee, absolut gar nicht. Aus freiem Willen. Und wir gucken jetzt gleich rein. Let's go! Ja, das Deck hat bisher auch einfach komplett nicht überzeugt. Das ist ganz komisch. Braucht man so viele Leute als spielen. Fähst du gegen Kronos. Aber die Partie... Das Team, was jetzt hier vorliegt, das werden wir heute noch einmal sehen, nämlich den Spielplatz 3. Der Spielplatz 3 wird vorhin eine große Finale stattfinden. Und da sehen wir logischerweise das Team, was jetzt hier verliert, schon mal als Ersten. Keine Daten drin. Und hier nochmal die Tufel. Okay, es post... Es haben jetzt einige Leute geschrieben, dass Ruben der beste Spieler der Welt ist. Und dann hat Kiki, also das hat irgendwie Kiki, hat auf Twitter gepostet, to me light, an die Hater, aber Ruben ist der beste Spieler der Welt. Welche Entschuldigung gibt es jetzt? Und dann hat Kabi geschrieben, Kiki, das ist so ein Spieler von... äh... Chivas. Und... ähm... Oder... Connickwetter. Und Kabi hat dann geschrieben, Espero ver el ultimo set, Siti, Dillo la verdad. Also warten wir ab bis zum letzten Set, dann sehen wir die Wahrheit quasi. Dann sehen wir wie es wirklich ist. Okay. Ich bin gespannt. Wir könnten dann wirklich nochmal das gleiche Spiel sehen, mit dem letzten Set. Ja. Wenn jetzt hier, dann KK gewinnen kann. Das ist die Frage. KK gegen JP. Kann KK dieses Set gewinnen? Oh mein Gott, Alter. Ja. Let's go. Ruben ist halt wirklich auf so einem krassen Niveau, das ist... Ja. Ganz ganz toll. Und wenn Ruben hier weiterhin so performt, dann werden wir Team Kirso im Finale der World Finals nehmen. Ja. Wir sind dabei. Ruben gestern beide 1-1-Sets gewonnen. Jetzt hier das 1-1 wieder 2-0 gewonnen gegen Mugi. Also... Was will man mehr? Was will man mehr? Ruben ist so krass einfach. Komplett. Ruben ist zu crank. Aber wenn KK jetzt hier gewinnt gegen einen JP, dann würden wir das Duell nochmal sehen. Das wäre so insane. Okay. Wir haben den Eismagier. Steh ich ja. Komm schon. Willst du bitte das Spielfilm-Check geschrieben machen? Wieso steht JP? Team Kirso hat das so quasi wie bei den Spielen live on stage quasi weiterhin fortgeführt, dass sie vor so einem Pult quasi stehen und im Stehenspielen. Weil Team Kirso halt möglichst so, als wäre es quasi auf der Live-Stage genau so spielen wollte. Und genau das gleiche Szenario erschaffen wollte. Und das haben sie deswegen mit Kameras und Pult und allem gemacht. Es ist das Loom-Deck von JP. Das kennen wir. Da hat er noch Holz-Ferber oder E-Babs und die Bogies wahrscheinlich. Oder Hunter. Und Kekke spielt wahrscheinlich wohl im Giant. Ja. Sehr interessant. Dann macht Kekke auch ein bisschen Schaden direkt auf beiden Seiten. Ich glaube, MJP hat noch Fischer und Bogenschwitzen. Okay. Fischer stimmt. Du hast recht Fischer. Könnte auch Reli-Tuber-Bahn sein, aber ich glaube eher, dass MJP mit Fischer spielt, wenn ich mir das so angucke. Du hast recht. Ich habe mich vergessen. Zwei kleines Fels. Deswegen hat er hier wahrscheinlich noch den Fischer drin. Wobei man... Okay. Der Fischer ist da. Ich hätte nämlich gerade gesagt, jetzt würde der Fischer eigentlich kommen müssen. Wenn der Fischer jetzt nicht spielt, dann würde es mich wundern, dann hätte ich doch eher auf den Fußball-Bahn geschlossen. Aber der Fischer ist hier am Start. Okay. Kekke spielt Royal Giant wahrscheinlich, ne? Ja. Mit No Damage Variante. Mit No Damage Variante. Das ist interessant. Das sehen wir nicht allzu häufig. Ja. Du kommst. Oh. Barbar. Passt. Nein. Nicht so gut. Das heilt hier den Fernring da. Der heilt das trotzdem noch hoch. Du musst noch ein Eismaier kommen. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Das Barb fliegt auch noch nicht. Also das ist... Der Barb. Das ist ein bisschen damit. Da kommen jetzt drei Babs. Okay. Drei Babs gehen rein. Drei Gruden. Die sind ein bisschen elitär unterwegs. Also dass er Eis war hier, Tornado hat, das ist schon sehr sehr stark für Kekke. Ja, definitiv. Könnte Rufen Probleme kriegen später. Das ist kein Death Damage, oder? Ne. Oder? Doch. Doch. Ist es sogar. Krass. Ist noch connected. Damit geht ein DP hier auf der rechten Seite und der linken Seite auf Führung. Jetzt ist die Frage, wie kriegt er die Bogenschutz? Er spielt Graveyard Feuerball. Das ist ganz ganz wild. Was ist das denn? Und das ist total gut in diesem Match, glaube ich. Ja, weil er hat halt den Feuerball in die Bogenschützen. Ja. Und er hat die Feuerball in die Bogenschutz. Er spielt einfach Graveyard Barpath mit Feuerball. Das ist ja ganz verrückt hier. Das ist ja echt was anderes, ja. Ich glaube, je länger das Game wird, desto besser wird es halt für Kekke. Und das könnte langfristig wirklich Probleme geben für ein Repeat. Ja, das könnte. Das ist ganz ganz doll. Oh, der Ballon connected noch an der Hütte. Ah, ein Hit, okay. Ist auch wichtig, weil jetzt die Barbaren sterben, die aus der Hütte rauskommen. Die werden sonst nämlich nicht bestaucht. Also hätten keinen, nicht den Hit vom Todesschaden des Ballalongs abgekauft. Ja. Dadurch haben die Rakuten jetzt mehr Leben und vielleicht kann ein Jockey dadurch einen größeren Counterfish oder einen besseren Counterfish aufgrund. Mal gucken. Der Entferno, der gemacht hat Kekke so ein, solche Probleme. Das ist insane. Absolut. Guter Feuerball. Aber es ist wieder, die Rakuten sind dran, es ist wieder ein bisschen Damage. Ja. Es ist immer wieder Damage von JP hier. Aber jetzt ist es halt 3-Facher für Kekke. Da ist der Feuerball schlechter. Da könnte man einfach Poison auftaschen, jetzt als No-Brainer. Ja, er kann, er kann keinen, er stimmt, er kann hier keinen Feuerball werfen. Das stimmt. Aber das Ding ist, Kekke hat den Feuerball. Da kommt gleich noch einer. Oder? Kein Feuerball ist da. Ich hätte auch gedacht, dass er jetzt 100% Feuerball bekommt. Er hat halt beide Seiten. Beide Seiten sind komplett under pressure. Und der Bogenschütz ist dran. Zweites könnte wichtig werden. Nächster Punkt kommt, dann muss der Barbarth kommen. Ne, er hat Tiger zum Nado, Tiger zum Nado. Und das, ich glaube, das gewinnt Kekke. Das Feuerball, das gewinnt Kekke, ja. Oder? Warte, er hat kein Nado. Der Ball, oh mein Gott, war das close. Warte, warum gesagt? Warte, wie viel Schaden macht die Bombe? Der Nado war sogar noch schlecht, weißt du warum? Der Nado hat den Ballon früher gekillt. Ja, aber vielleicht wäre der Ballon am Turm gewesen. Er hätte aber den Nado deutlich anders schwingen können, ja. Warte, wie viel Schaden macht die Bombe? Der Nado war sogar noch schlecht, weißt du warum? Ja, aber vielleicht wäre der Ballon am Turm gewesen. Der hatte keine 311. Doch, 311. 311. Bist du dir ganz sicher? Es hätte nicht gereicht. Der Todesschaden ist nur 272, es hätte nicht gereicht. Der hatte 311. Und der Todesschaden vom Ballon ist 272, also es hätte nicht gereicht. Selbst wenn die Ballon rum beconnected wäre, es hätte Kekke gewonnen. Von daher, ja, so oder so ein Win für Kekke. Okay, 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 ganz, ganz. Aber was für ein knappes Match hier bitte. Was für ein knappes Match. Man muss sagen, extrem stark gespielt von Kekke. Es war kein einfaches Match von beiden Seiten sehr stark gespielt. Am Ende hat Kekke dann durch diesen Eingreifer-Push gewonnen. Und, ja. Hier sehen wir es nochmal. Hier sehen wir nochmal die Highlights. Bei der letzten Halbungen spitzt sich die Lage nochmal komplett zu. Können wir eigentlich kurz darüber reden, dass die Einführung der dreifachen Elixierphase Lokey eine der besten Änderungen in dem ganzen Spiel bisher. Ja. Die Einführung der XXX war so eine gute Änderung. Geil. Die ist wirklich, langfristig gesehen wirklich so eine gute Änderung. Alter. Ja. Und am Ende sind es 311 Seiten. Leben. Also es war so knapp, dass dieser Ballon Connected wäre. Ich glaube, Dino hätte er gar nicht anders spielen können. Was hätte er machen sollen? Ich glaube, der Ballon hätte Connecten können. Deswegen wollte... Also es war halt so ein Risiko, ihn nicht zu spielen. Wäre im Nachhinein sonst ein dummer Fehler gewesen. Und so hat es ja auch gereicht damit. Auch wenn es natürlich nicht vorhersehbar war, dass es dann mit irgendwie 30 AP oder so reichen würde, wenn die Ballon-Bombe Connected wäre. Es war so knapp einfach. Du hast recht. Da hast du auf jeden Fall recht. Der Penedo war vielleicht sogar perfekt, wenn die Bombe halt sonst dran gewesen wäre. Wenn der Ballon nicht Connected hätte, dann hätte er sich den Nado auch sparen können und offensiv spielen können. Aber im Nachhinein wissen wir nicht, ob der Ballon Connected wäre oder nicht. Ein JP natürlich jetzt hier in der Lage, in der er nicht unbedingt sein will. 0 zu 1. 0 zu 1 und KK weiß genau, ok. Er muss dieses Spiel gewinnen. Das war ok gespielt. Was? Das war ok gespielt. Das war ok gespielt. Das war ok gespielt. Ach, das Spielfeld. Es ist einfach 6.32 Uhr. Das ist doch schon hell, ne? Wir casten schon wieder seit eineinhalb Stunden. Wild. Draußen ist noch nicht hell, oder? 6.30 Uhr ist noch nicht hell. Ne, ich glaub nicht. 8 Uhr oder so ist hell. Ja, wir haben halt Winter, ne? Da war es noch nicht so früh hell. Ja. Ich hab dir gar keine Vorstellung, was hay wird, Alter. Ich weiß es absolut gar nicht. Wie läuft es eigentlich? Wieso weiß es nicht, was hay wird? Wir sind halt eher in einem Raum isoliert. Gardinen sind so, dass wir nicht sehen, ob draußen Licht ist oder nicht. Ja. 6 Uhr hell im Dezember, wo lebst du? Ja. Ok, nächstes Game. Ok, Spearkops hier von Claytory an der Brücke, das könnte auf Mortar hinbeuten. Oh wieder. Ok, let's go. Es könnte Mortar Skelett was sein. Sieht auch danach aus. Hier ist wieder die Offensive Raid. Was ist die Offensive Raid? Ist es die Raid, wenn man... Das ist die Rate, die oft man den First Play macht. True, das könnte sein. Das könnte die Raid sein, wie oft man den ersten Zug in einem Spiel macht. Das könnte sie sein. Ok. In dem Fall hat KK den First Play gemacht. Wann spielt SK nach diesem Match? Also es dauert nicht mehr so lange. SK steht praktisch kurz bevor. Ja. Es hängt auch davon ab, ob JP es jetzt schafft hier zu sweepen oder... äh zu reverse sweepen. Oder ob KK jetzt hier gewinnt. Und damit ist es nochmal zu einem Best of 3 zwischen Ruben und Woogie kommt hier. Ok, was sehen wir hier? Wir sehen Mortar Greyfart gegen No Damage mit Bombentum. Ja. Was ist das für ein Matchup? Was sagst du? Wer hat das Matchup hier? Ich frag den Greyfart Champion. Die Kanonenkarte von KK wird ein JP ganz doll zu schaffen machen. Ja. Vor allen Dingen jetzt wird der Ritter raus. Oh mein Gott. Guter Ruf von JP. Sehr stark. Er weiß genau, er muss die Kare loswerden. Er wird sie nicht los. Und jetzt hat JP ein ganz dinges Problem. Der Mortar ist am Turm. Ja, das ist so viel Damage. Und der Mortar lebt noch. Genau das, wovon ich gehört habe. Der Ritter ist aus dem Zeitpunkt, die Kare kommt rein. Und er bleibt schau. Ist es noch ein weiterer? Ne, ne? Wenn der Babylick einen macht, nein. Aber ansonsten wäre es einer gewesen. Ok. Jaja, klar. Das stimmt. Hunter jetzt hier um den Babylick zu clearen. Ja. Ja. Doppel-Lane-Treasure von MTK. Das war ein. Mortar war... Doch, doch. Oh mein Gott. Alter, Mortar ist so broke manchmal. Mortar ist echt so. Alter, KK macht das so krass gerade. Dauerhaft setzt er hier gerade MJP ohne Druck. Ja. MJP kommt überhaupt nicht zur Ruhe hier. Oh, das war nichts. Oh, das war nichts. Keine gute Kader. Turan-Rinkel. Ja. Mortar ist trotzdem dran. Alter, wenn das noch so ein Hit gewesen wäre. Ah, das ist der Babylick so dran. Der eine wird nicht fokussiert. Einer Sperrkode macht halt so viel Damage zu. Oh mein Gott, das gelte noch. Man muss sagen, bis jetzt KK flawless. Er hat keinen einzigen Damage gespielt. Er macht jedes Mal Opposite Lane-Treasure. Jetzt mit der Karre sogar an der Brücke. Oh Mann, das ist eine super gute Idee. Mortar ist dran. Ja. Einfach konstant der Counter. Oh, das war kein gutes Bubble. Oh mein Gott. Warte mal kurz. Es war auch viel Damage hier von MJP gerade. Ja. Da hat das Bubble ein bisschen... Das war nachlässig. Das war nicht so gut, die Karre rechts zu spielen. Dashings MJP... Ich meine, KK hat sich dabei glaube ich was gedacht. Ich glaube, er dachte, dass ein Bombenturm an der Brücke kommt. Und wollte deswegen diesen Bombenturm predikten. Aber der Bombenturm kam defensiv. Und dadurch war das gar nicht mal so perfekt hier gerade. Von KK. Und jetzt kommt langsam... Ja, aber wahr tatsächlich. Das ist gut für JP, aber jetzt der Mortar noch dran. Oh. Das ist Damage natürlich. Absolut. Wenn er jetzt der Eismar überlebt. Ja. Aber jetzt geht er rechts rein. Und das ist glaube ich ein Fehler. Weil das Problem ist... Diese Lane hat noch keinen Schaden passiert. Klar, er wird jetzt Namage bekommen. Aber das wird halt nicht so viel sein. Das ist ein One-Tower-Game. Also vielleicht war's okay. Weil jetzt kann er auch theoretisch rechts reingehen. Das ist dann die Wahl. Aber die Frage ist, ist es so gut die Wahl erst bei 40 Sekunden noch zu haben? Ich weiß. Jetzt ist halt das der letzte Vorteil. Er kann auf beiden Seiten reingehen. Ja, aber... Ja... Du hast es gar nicht so schlecht. Dann für das. Okay. Vielleicht hast du recht. Das wird jetzt so ein knappes Match werden. Es wird so ein knappes Match werden. Weil jetzt kann er immer auf das Bandletten Bridge auf der rechten Seite eingehen. Und er kann konstant Pressure machen. Den Mortar lässt er jetzt so durchlaufen. Weil er weiß, okay, er kann zwar jetzt passieren. Ich glaube, das hat KK gewonnen. Guck dir das mal an. Der Mortar kriegt auch noch zwei Hits raus. Jetzt kann er mit Greyfart reingehen. Ein JP... Falsche Seite projekte. Ein JP projekte auf der falschen Seite. Damit hat er verloren. Das war's. KK gewinnt das Spiel gegen JP. Eure 2 zu 0. Ihr führt KK. Ganz starkes Spiel für KK. Und damit geht es hier zu 10 Sekunden. Eih shit, wirklich 2 zu 2. Ein JP sweep das King auf der Hilfe. Wir haben nicht zu viel versprochen. Groob gewinnt das 1v1. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh mein Gott. Ganz kranker Schritt. Ganz krank, Freunde. Und jetzt sehen wir... Ruben vs. Mugi Nr. 2. Ich bin so gespannt, was jetzt hier gleich passieren wird. Also ich erwarte Ruben. Nicht, dass wir jetzt... Ich meine Mugi. Nicht, dass wir jetzt nicht überraschend sind und hier auf einmal wer andere spielt. Der wird ein Koppel-Mugi-Spiel lassen. Also ich werde ein Koppel-Mugi-Spiel lassen. Also ich werde ein Koppel-Mugi-Spiel lassen. Dann wird mich überfragt. Ja. Das muss... Also jeder auch... Jeder X-Fract ist das auch in der CL. Also in der... Auf Twitter meine ich. Aber das ist auch jeder X-Fract. Du hast ja vorgelesen. Ja. Das haben wir auch gesagt. Wir warten bis zum letzten Set. Weil es halt einfach allen klar ist, dass im letzten Set nochmal Mugi und nochmal Ruben einfach die beiden Team-Player, die ja nicht umsonst diesen Titel haben, bespielen werden. Ja. Matt Ryder hat auch getweetet. Ruben gegen Mugi, um den Pass für das Finale zu definieren. Gib mir CR mein ganzes Leben lang. Er hat so Bock auf dieses Match einfach. Er hat so Bock auf dieses Match. Ja. Jetzt könnte es die Revolume schon Mugi geben. Absolut. Jetzt könnte Mugi zeigen, dass er sich hier nicht von Ruben noch ein weiteres manipulieren lässt. Und vielleicht auch andere Decks spielen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch jemals in diesem Tunnel Laron von Mugi sehen werden. Ich glaube, der hat von Laron ganz dringend die Nase voll. Let's go. Ey, das ist wirklich so krass. Ja. Das ist wirklich so krass. Es ist insane. Es ist ganz, 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 ganz insane. Wir merken einfach Ruben gegen Mugi Nummero 2. Ich hasse es nicht, dass es wieder ins allerletzte in beiden Matches geht. Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Wir gehen gleich rein. Oh mein Gott. Also jetzt wird Mugi sehr wahrscheinlich in irgendeinem Zeigeletts spielen. Ich glaube, dessen können wir uns ganz sicher sein, dass er irgend so was auspacken wird. Und wir sind gleich dabei. Let's go. Let's go. Holy. Gleich geht es hier rein in das Match. Pass auf. Jetzt kommt nochmal Lava von Mugi. Als Überraschungseffekt und er wird gewinnen. Imagine einfach. Was passiert jetzt? Also wenn Mugi jetzt eiskalt nochmal Lava weg spielt. Wenn Mugi jetzt im ersten Spiel dieses Bestes auf 3 ist Lava und spielt, dann gebe ich dir 5 Sacklitz aus. Okay. Aber das Ding ist auch, also Ruben wird jetzt niemals, also ich weiß, es ist jetzt ziemlich dumm, aber Ruben würde wirklich nicht erwarten, dass er das nochmal spielen würde. Niemals. Ja. Aber Ruben hat auch zweimal so gewonnen. Und ich erwarte, dass er das allein zweimal spielen würde. Das wäre, das wäre. Ja. Es ist Mugi gegen Ruben. Es ist Mugi gegen Ruben. Ich hasse es nicht gesehen. Ein zweites Mal Ruben gegen Mugi, um dieses Game zu entscheiden. Es geht um so viel. Es geht um so viel. Oh mein Gott. Es geht um so unglaublich. Wenn man dieses Spiel gewinnt, hat man instant mindestens 70.000 Dollar gewonnen. Ja. Wenn man dieses Spiel verliert, dann gewinnt man entweder 40.000 oder 60.000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube es war so, Platz 5 bis 8 haben 30.000, dann 40 für Platz 4, 60 für Platz 3, 70 für Platz 2 und 100.000 für Platz 1. Ich habe ein Foto gemacht. Ich gucke jetzt, ob das stimmt. Wie viel Geld ist das? Das sind... Ne, es war nicht richtig. Platz 3 kriegt 50.000, keine 60.000. Also es ist 30, 40, 50, 70, 100.000. Das heißt, insgesamt ist das Preisgeld 120, 220, 290, 330, 380.000. 380.000. 380.000 Dollar Preisgeld hier in diesem CEL World Final. Das ist eine Menge, Menge Geld. Wir gucken gleich rein. Let's go. Das heißt, die Teams, die jetzt hier im Halbfinale sind, haben alle mindestens 40.000 gewonnen. Platz 4, 40.000, Platz 3, 50.000, Platz 72.000, Platz 100.000. Und das wird... Ja, das wird wild. Tomic, warum? Was ist los? Mugi gegen Ruben. Mugi gegen Ruben. Auf gehs. Jetzt die Revanche hier für Mugi. Kann Mugi jetzt Ruben hier oder sich an Ruben revanchieren? Mugi spielt Mauerbrecher, Freunde. Und es ist obvious. Mugi packt hier ein Cycleling aus. Er packt sein Spezialgebiet aus. Oh mein Gott. Und Ruben hat vielleicht Cage Megaritter. Ruben hat hier vielleicht Megaritter Greyfield mit Cage. Oder Royal Giant. Beides ist möglich. Oh. Das ist die Karre. Ist das entweder Ballon oder Friedhof? Es könnte wieder dieses komische Deck von Ruben sein, was er gestern gespielt hat. Da hat er doch so ein ganz verrücktes Deck gespielt. Ich glaube, das ist das. Das war doch mit... Was hat er da noch drin gespielt alles? Das war ein ganz verrücktes Deck, was Ruben da gespielt hat. Das ist, glaube ich, wirklich Ballon. Ja. Das kann durchaus sein. Ganz doll. Und Mugi hat Bogenschützen und Hunter. Oh, Meiner wollte jetzt die Cyclelinge vom Fischer. Aber nicht vom defensiven Meiner. Ruben hat wahrscheinlich Ballon. Genau. Der Meiner ist jetzt hier gezeigt. Das deutet sehr stark auf Ballon. Gar keine Frage. Das kommt rein. Und dort sind die Mauerbücher. Meiner defensiven ist sehr stark bedichtet. Diesmal hat es geklappt. Okay. Kann Ruben diesen Rucksack wirklich nochmal so weit aufmachen hier? Sehr zu krank. Sehr zu krank. Wir haben ja vorhin darüber geredet, ob er hier nicht vielleicht King of the Hill und beide Rony Rons gewinnt. King of the Hill musste ja nicht gewinnen, weil er einem Lupidas gewonnen hat. Aber Ruben kann hier heute wieder mit einer 100% Immunrate rausgehen in diesem Halbfinale. Ja. Aber dafür darf er jetzt hier nicht verdienen. Er hat Feuerball. Mugi hat Feuerball. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ja. Feuerball, Hunter, Bugenschützen. Das ist sehr wichtig für Mugi. Damit er genügend Anfragen hat. Oh mein Gott. Das hat ja komplett gebackt gerade. Das sieht gerade besser für Mugi aus. Ruben ist noch gar nicht durchgekommen. Ja. Absolut Null. Ruben bist ja auch zu Null gekommen und Null durchgekommen. Dieses Lundex spielt eigentlich niemand außer Ruben gefühlt. Also das hat Ruben gestern einmal gespielt. Das ist eine Überraschung. Und gefühlt spielt das kaum jemand. Aber das mag das nicht ganz gerne. Huh? Nein, nein, Ruben. Ach, Lost. Scheiße, ich bin Lost. Komplettverkackt. Ich dachte, du hast dich noch verwechselt. Ich hab's verwechselt. Nein. Ich war auf eine Stelle zu zu verwechseln. Ich hab's komplett verkackt. Lost. Aber die sind auch zum Verwechseln eh nicht, weil die beide so unglaublich starke Spieler sind. Fischer jetzt hier rechts hinten von Ruben. Karre dahinter. Das heißt peinlich. Das Ding ist, Mugi kriegt super guten Chip-Damage halt immer wieder mit meiner Mauer. Das ist ja logisch. Beziehungsweise vor allem mit meiner und den Spells. Die Frage ist halt... Boah, der Ego ist connected. Der Hunter wäre wahrscheinlich nicht mal unbedingt durch gewesen. Die Frage ist, kann Ruben hier immer durchkommen? Oh ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja jetzt, Junge. Das war echt riesig glücklich. Oh ja, nein. Aber das war's für den Besten. Oh, der hat den Mikofokus. Die Bombe ist am Turm. Aber auch nur die Bombe. Oh, die Karre liegt noch. Er muss jetzt die Bombe durchlaufen lassen. Das ist viel Damage von Mugi. Kann jetzt die Karre... Karre! Die Karre! Die Karre ist dran! Mugi ist ja nichts hier! Die ist dran! Die Karre! Das war's! Das ist was! Nee, warte... Feuerball reicht doch genau oder nicht? Mach den! Feuerball macht doch 172, oder? Aber der Ballon ist... Nee, der Ballon ist nicht dran. Der meiner aber... Nee, er pludiert den... Was ist das denn jetzt hier? Feuerball reicht exakt! Es ist dran! Feuerball reicht! Oh Ruben, wir werden das erste spielen! Oh mein Gott, die Karre! Der Ruben spielt so out of this fight! Das ging es nicht! Was ist mit Ruben los? Die Karre! Die Karre! Die war einfach so dran! Die Karre! Aber können wir nicht drüber reden? Wie krank! Wie satisfying die Spades heute sind! Es hat vorhin genau gereicht... Ach du Schande! Jetzt schon wieder... Ja! Es sind genau 172 Schaden! Was sind denn das hier heute für Statistiken? Ganz krank! Feuerball macht exakt 172! Wie kann denn das sein, dass heute die Spades immer exakt für den Turm reichen? Auf... Das haben wir genau! Das direkte Duell zwischen beiden zu entscheiden! Wahnsinn! Wahnsinn! Die Karre! Ruhm macht mir irgendwie Angst! Alter! Es ist wirklich so krass! Ruhm spielt wirklich... Die Karre! Ruhm spielt wirklich krass! Ruhm spielt wirklich krass! Oh mein Gott! So krank! So krank! So krank! Warum ist Ruben so krank? Ich fasse es nicht! Alter! Ruben ist einfach insane! Ruben ist einfach insane! Ruben setzt sich hier gerade so ein leichtes Denkmal! Also guckt es euch an Junge! Da hat er wieder seine vier Gehilfen, fünf Gehilfen einfach um ihn rum stehen und einfach mit ihm gucken welches Denk er jetzt spielt! Also! Ja! Oh mein Gott! Also Ruben kann einfach heute keine Fehler machen! Das geht gar nicht! Er kann keine Fehler machen heute! Jetzt sagen die alle wieder ja! Jungen! Muggi! Steh da! Und auf geht's! Dann ist gut! Also du kannst nicht erzählen, dass Ruben im Viertelfinale beide 1v1 gewinnt, dadurch das Game für sein Team entscheidet! Jetzt auch! Und heute wieder beide 1v1 gewinnt und deswegen das Game für sein Team entscheidet! Das kannst du keinmal erzählen! Das wäre zu krank! Alter! Das wäre zu krank! Wir werden es gleich sehen! Oh mein Gott! Wenn Muggi zeigen möchte, dass er hier der beste Spieler ist, dann muss er jetzt hier dann muss er jetzt hier performen! Er muss! Imagine SK Gaming gegen Queso im Finale als Revanche! Imagine einfach! Stell es dir kurz einmal vor! Das wäre die Revanche für SK! Wir sind drauf! Ruben gegen Muggi! Auf geht's! Moment! Frays! Warte! Okay! Es ist der Hunter! Der Defensive Meilen noch ein! Okay! Ruben arbeitet sehr sehr doll mit dem Defensive Meilen! Er schüttelt auch gerade den Kopf! Er schüttelt auch gerade den Kopf! Den hat er nicht gebraucht! Er schüttelt sich über das Matchup! Das Matchup! Das Matchup haben wir gestern schon gesehen! Das ist das gleiche Matchup wie gestern! Die Mauerbrecher Variante mit den Betts ging die Mauerbrecher Variante ohne die Betts! Und diese Variante ist deutlich besser für Muggi! Und vermutlich ist es wieder so, dass Ruben den Feuerball drin hat! Ich glaube, Ruben spielt die Variante jetzt mit dem Feuerball! Und Muggi hat Erdbeben womöglich in seinem Deck! Und das macht es unglaublich viel besser für Muggi! Weil er erstens die Schillerbezeige hat! Sowieso schon mit dem Deck! Und dann auch der Erdbeben viel mehr worthless als der Feuerball! Außer, beide haben jetzt Feuerball drin! Dann ist das quasi irrelevant mit den Zaubern! Aber das Matchup ist so viel besser für Muggi! Man sieht es jetzt hier! Er hat ihn komplett outcycled! Ruben hat direkt den Kopf geschüttelt! Und in der allerersten Situation, man wusste direkt, Ruben ist nicht zufrieden mit diesem Matchup! Und man hat es direkt gemerkt! Ja! Oh mein Gott! Das ist das Gefühl so gut für Muggi jetzt! Oh, warte mal! Warte mal! Der Witz! War aber nicht so gut! Hast du noch 3 Bubenschützen? Er musste aber irgendwas reinspielen! Er hatte nichts für 2 Legs hier gerade! Das war okay! Weil er hat dadurch verhindert, dass diese Wett gestorben ist und dadurch ist der Miner da umgegangen und dadurch dann auch die Bubenschützen vom Tower! Und er hat ja so einen riesen Schadensvorteil! Er kann es durchlaufen lassen! Das Game jetzt zu Comebacken ist ein Ding der Unmöglichkeit! Das kann Ruben eigentlich nicht mehr Comebacken! Vielleicht sehen wir hier ein Wunder jetzt gleich! Vielleicht sehen wir hier ein Wunder! Aber das jetzt zu Comebacken wäre ein Meisterwerk! Absolut! 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 Aber gegen einen Muggi das zu Comebacken ist halt... Ich hab Ruben auch noch nicht den Kopf schütteln sehen nach einer Interaktion! Er wusste halt genau worauf! Er wusste genau! Bats! Okay! Es ist genau so, wie ich es mir gedacht habe! Es haben beide Feuerball drin, weil beide nicht das Risiko eingehen wollen, dass sie von zum Beispiel Lava Spam zerstört werden! Deswegen haben beide Spieler hier die Feuerball reingenommen! Aber trotzdem ist dieses Matchup deutlich besser für Muggi, weil er einfach diesen schnelleren Cycle hat! Und die Bats können so viel Value kriegen, weil Ruben keinen Speck in die Bats hat! Genau so ist es! Feuerball reicht aus für Muggi! Turm aber wird ihm auch noch unter 1000 Leben! Oh, da gehen jetzt beide rein! Wait! Das war nicht gut von Muggi, oder? Er lässt den Turm fallen, okay! Aber dafür macht er so viel damage jetzt schon! Das war gut! Guck mal! Ja, okay! Ja, es war okay! Aber er hätte es auch safe spielen können! Er hätte es verteidigt bekommen! Ja, er hätte es machen können! Aber so ist es, glaube ich, tatsächlich hier! Ja, also ich glaube, es ist so oder so ein Win für Muggi! Also ich glaube, es ist egal, wie er es gemacht hätte! Er wird es wahrscheinlich so oder so gewinnen! Ja! Aber er hätte den Tower verteidigt bekommen! Weil wie will Muggi in... Ich meine, wie will Ruben innerhalb von 10 Sekunden einen Turm kriegen, der auf 600p ist oder so! Der Miner hätte den Turm auf vielleicht 600, 500 gehittet! Und den Turmherzeln niemals hinbekommen! Niemals! Ja! Aber ich glaube, er denkt an die Zuschauer! Er denkt an die Fans! Das Fantasy-Writing! Er will den Zuschauern den Kronen gönnen! Verstehst du? Ah ja, klar! Safe! Genau! Er denkt an dich! Das ist das, was er gerade hat! Er ist aufgestellert mit dem Gedanken, heute mache ich mal den Fans. Ey! Yo! Hallo! Warte mal! What? Was? Nein! Das kann Muggi nicht schocken! Das kann Muggi nicht schocken! Nein! Nein! Oh mein Gott! Was passiert hier gerade? Das war's! Das war's! Das war's! Das gewinnt Muggi! Aber was ein... Alter! Was ein krankes Spiel! Alter, Lachs! Du musst ganz doll auf Toilette! Also, ich glaube, Muggi hätte es lieber safe spielen sollen und hätte den Linkentau beteiligen sollen, weil er hätte den Turm 100% verleicht bekommen und Kuba hätte ihn nicht bekommen und damit hätte er 1-2 gewonnen. Aber, oh mein Gott! Okay, die anderen Spieler kommen direkt rein. Also, die sind alle so gehypt. Es ist ein einziges Spiel. Es ist ein einziges Spiel, auf das es jetzt ankommt. Das allerletzte Set. Ich habe Gänsehaut. Ich habe gerade so Gänsehaut. Es steht 2-2 zwischen Ponus und Tim Kiesel, das erste Halbfinale. Und im entscheidenden Set zwischen Ruben und Muggi, zwei der besten Spieler der Welt, steht es jetzt 1-1. Also, besser könnte es nicht werden. Besser wird es nicht mehr. Besser wird es nicht mehr. Aber Ruben hat es fast noch geklappt. Es war noch mal ziemlich knapp. Also, das Matchup war super gut für Muggi. Dafür ist das Match wirklich zu knapp gewesen. Samuel Basato tweetet auch, oh my heart, no he wants to kill me. Wants to kill me. Ich fasse es nicht. Sergio Ramos hofft auf einen 1-AP-Gang jetzt. Ich fasse es nicht, es wird so heftig werden. Ah, Pompeo steht auch. Wow, 2-2, 1-1, NL Ultimo Set, Elbeckron Cash-Raw, D20, also das beste Cash-Raw, was man hier zu sehen bekommt in diesem Jahr. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich glaube, wie richtiger Twitter so geht. Ich gucke halt immer mal wieder auf die Tweets und was auf Twitter so abgeht, weil mich das auch schon interessiert, wie die Postszen auf diese Games reagieren. Es sind halt die Leute, also alle Leute sind so gespannt auf dieses entscheidende Game, das ist insane. Alter, Junge, die stehen wieder alle um ihn rum. Oh mein Gott, das ist so geil. Es ist so wild. Letztes Spiel, letztes Spiel, Freunde. Seid ihr hyped oder was? Seid ihr pumped, es geht ins letzte Spiel. Auf geht's. Let's go. Entscheidendes Set jetzt hier. Entscheidendes Set. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es wirklich nicht. Das ganze Team steht hier wieder um die beiden Spieler rum. Ja. Oh mein Gott, es geht jetzt rund, Freunde. Es geht jetzt rund. Und hier nach sehen wir SK Gaming. Hier nach sehen wir SK Gaming. Es wird ganz, ganz wild. Ab jetzt. Es wird den ganzen Tag noch besser. Es wird so krank. Ich muss sagen, Ruben hätte sich absolut verdient, in das Finale zu kommen. Und vom Gefühl her hat Team Kiso hier auch den dominanteren Auftritt. Aber ich würde trotzdem irgendwie, für mich ist mein Traumfinale immer noch SK Gaming-Bonus. Das wäre irgendwie... Das wäre echt geil. Es haben sich beide, es haben sich beide so doll verdient. Ja, beide Teams. Es haben sich beide so doll verdient hier, Ruben und Ruben. Die haben sich beide so doll verdient. Es ist der Wahnsinn. Ruben, Ruben. Oh mein Gott, Ruben gegen Mubi. Entscheidendes Spiel. Das entscheidende Spiel. Oh mein Gott, Mubi spielt wieder Mauerwechler. Aber ich fass es nicht. Er spielt wieder Mauerwechler. Wieder sein Komfort-Deck. Oder Morte-Skelett-Fass. Aber ich denke Mauerwechler. Ja, das ist wieder Mauerwechler. Was spielt Mubi? Könnte nur Damage sein. Ja, ich glaube Ruben hat einen Counter. Ich glaube Ruben, ich glaube Ruben weiß, dass oder er hat sich darauf vorbereitet auf dieses Matchup. Es ist nur Damage-Deck. Aber die Frage ist, womit? Ist es mit der Bar-Path? Ist es mit einem Cage? Ist es mit Bob-Chops? Ich würde sagen Cage. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist die Bar-Path. Aber wobei es macht eigentlich... Oh mein Gott, ja. Nein, ich glaube es ist die Bar-Path. Weißt du warum Ruben die Bar-Path spielt? Ich glaube, Mugi hat, glaube ich, die haben den Predicted gegenseitig. Ich glaube Ruben spielt die Bar-Path, weil Mugi Feuerball gespielt hat im Deck. Und jetzt hat Mugi den Erdbeben drin. Nein, es ist der Bomb-Tor. Ey, imagine einfach, Ruben hätte die Bar-Path gespielt, aus dem Grund, weil Mugi Feuerball vorspielt. Und dann hat Mugi aber den Erdbeben drin. Aber der Erdbeben ist so oder so nicht schlecht. Trotzdem wäre Feuerball vielleicht gegen Baby-Ding oder so etwas besser. Das Matchup ist nicht leicht für Ruben. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht gegen den Mugi. Das ist nicht leicht für den gegen den Mugi. Weil der Bomb-Tor wird sie noch Carrying. Was macht der hier? Der Ritter-Werzer. Ne, wir haben einen Schlag-Baby-Ding im guten Weg. Jetzt muss es aufs Bierhaus eigentlich kommen. Er kann die Baby-Ding eigentlich connecten lassen. Macht es aber okay. Jetzt fällt es zu. Er lässt zwei zu. Krasse Predikt hier von Ruben. Ja. Und Mugi macht... Royal Giant! Gar kein Great-Fan. Das macht es, glaube ich, deutlich besser auf die Erdbeben da drin. Schätze ich. Ich glaube auch, dass das... Das macht es, glaube ich, deutlich besser für Ruben. Für Ruben? Ey, ich meine Mugi. Weil Mugi hat halt gegen Greyfart, kann er nicht verteidigen mit Bats und Swee-Bops in Triple-Xer. Aber gegen Royal Giant... Aber jetzt der Push. Wobei, ich weiß gar nicht... Er hat den Bats gefaked, der du konntest. Ne, ich glaube, das ist sogar noch schlecht. Ich glaube, es ist so oder so schlecht für Mugi. Das war's. Das war's. Das war's. Das kriegt er nicht verteidigt. Das kriegt er niemals verteidigt. Es ist noch schlechter. Es ist noch schlechter, weil er Royal Giant Erdbeben hat. Das ist so ein gutes Matchup. Ja. Ruben gewinnt das. Ruben gewinnt. Das Matchup ist... Oh mein Gott. Ruben gewinnt das Match. Ruben ist weg. Er ist einfach weg. Er ist einfach teleportiert. Alter. Oh mein Gott. Queso ist im Finale. Team Queso steht im Finale. Der Clash Royale League 2020. Queso hat es geschafft. Ruben hat sich zum zweiten Mal gegen Bronos durchgesetzt. Das ist absolut krank. Zum zweiten Mal gegen Mugi. Ich dachte, ich dachte, es ist schlimmer. Als Rayfart kann es nicht werden. Aber Royal Giant Erdbeben war noch schlimmer, weil das Ding ist. Mugi hatte überhaupt keine Tag-Einheit gegen Luffy. Man hatte nur Bad Spee-Bops. Das reicht nicht. Ja. Das reicht aber nicht. Alter. Das war richtig stark gemacht vom Ruben. Gut gepickt, stark gemacht. Das war gefühlt ein Snipe einfach. Aber das Ding ist halt auch, Ruben hat predicted, dass Mugi eventuell nochmal diese Variante spielt. Und hat deswegen die Stack gepickt. Und das war super stark gemacht. Und jetzt kommt SK Gaming. Jetzt SK Gaming gegen Pain, Freunde. Halt in den Chat. Ich will jetzt schon mal von euch hier 2007er Zuschauer der Zeit die SK-Mode im Chat sehen. Auf geht's, ab die Post, Freunde. Haut sie in den Chat. Ja. Mopio hat auch getweetet. Was für eine gute Wahl des Decks gegen den Komfort von Mugi. Ja. Und dann West über East. Es ist ein West-Final. Wir haben ein Full West-Final. Wir haben noch drei Teams aktuell drin. Und das sind nur West-Teams. Genau. Es sind nur West-Teams. Es sind nur West-Teams. Ja. Das einzige West-Team, was verloren hat. Viertel-Final hat tried. Und Ponus wurde jetzt zwar aber sehr, sehr, sehr knapp zerstört. Ganz klar. Alter Wesen. Oh mein Gott. Ruhm hier in der ganz dicke MVP. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Ponus hier einfach verloren. Wir gewinnen zwei Tage in Folge die beiden Only-One-Sets, um sein Team zu carryen. Das ist einfach unfassbar. Ja. Das ist einfach unfassbar. Oh mein Gott. Und jetzt SK Gaming. Jetzt SK Gaming gegen Payne. Gegen ein ganz, 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 ganz tolles Info-Payne. Payne ist komplett Info-Payne, muss man einfach sagen. Jetzt sind wir irgendein Showmatch. Anderband einfach. Anderband, Adrian, Peter und Rockstar. Let's go. Wir werden das ganze Mal machen die Musik an. Habt ihr irgendwelche Fragen? Irgendwas, was ihr verhärtet? Irgendwas, was ihr wissen wollt? Haut's gerne in den Chat, Freunde. Haut's in den Chat. Wait. Wait. Ja? Anderband und Rockstar gegen... Ah, gegen Adrian und... Und... Hä? Adrian spielt auf zwei Geräte gleichzeitig. Adrian spielt auf zwei Accounts. Was ist das denn? Adrian spielt auf zwei Geräte einfach gleichzeitig. Ist das live? Ja, ich glaub schon, oder? Ich kann's mir auch vorstellen. Ich glaube, das war live. Junge, Adrian spielt einfach komplett überfordert. Einfach auf zwei Geräte am Start. Oh mein Gott. Er hat sich damit strafft bekommen, Junge. Wie nice. Ja, also ich sag immer, wie es ist. Auf alleine 2B2 zu spielen, ist gar nicht mal so schlecht. Also, ich weiß noch, wir haben das mal gemacht in Practice in der ersten CL Season. Da haben wir ja sehr viel 2B2 probiert einfach, weil niemand wusste wie 2B2 funktioniert und wie stark das ist. Und da hat Goa einfach manchmal alleine gegen Morton und mich oder so gehofft. Also, for real, alleine 2B2 zu spielen, kann sogar manchmal gar nicht schlecht sein. Also, es kommt dann drauf an. Bei manchen Decks geht's nicht. Bei manchen Decks kann man's schaffen. Wenn man so ein Greyfart Boon Deck hat, dann kann man's schaffen, weil's nicht so ein schneller Cycle ist. Bei Cycle Decks alleine auf zwei Geräten, das wird wahrscheinlich unmöglich. Aber ansonsten 2B2 alleine zu spielen ist nicht unmöglich. Also, ja. Vor zwei Minuten der Tweet von Ruben, 2000 Likes. Also Ruben ist halt einfach ne Maschine, das ist insane. So krank. So krank. Ey, Wahnsinn. 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 Allerman Love alone, Junge. Guck dir mal den Namen von Allerman an. Allerman Love alone. Junge, wer ist er denn? Wer ist er denn? Allerman Love alone, it's dope. Da seh ich ihn. Ey, der Tweet hat nach 2 Minuten 3.000 Likes, 300 Tweets und 400 Kommentare. Was zum Teufel ist das? 3.000 schon, wenn wir nur 2.600 angezeigt. Hä? Bei mir wird nur 2.600 angezeigt, 2.700. Ja, 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 gleich. Also, es sind schon 2.750 oder so. Der Tweet davor hat er einfach 9.000 Likes. Hohoho. Ja, gestern hat er wieder 9.000 Likes im Rated, Alter. Das ist eigentlich ein Sane. Wahnsinn, Rubens profil ist durch die Decke. Ganz, ganz krank. Das habe ich mir jetzt auch schon gedacht. Oh mein Gott. Ganz, ganz krass. Ja, du kommst genau pünktlich. Genauso ist es. Es geht gegen Pain in 5 Minuten. Es wird wild. Mubi hat getweetet, es tut mir leid für diejenigen, die mich unterstützt haben. Danke. Echt? Ja. So richtig sad. Ja, er ist so sad. Wer ist denn? Ja, keine Ahnung. Wie ist denn Tag? N-N-S-A-S-K-46. Und dann hat Samu Basotto getweetet, You are still the best player in the world. Und dann schreibt irgendjemand da drunter, No words Ruben awarden. Das Ding ist, ich glaube, Mubi konnte einfach nicht das abrufen, was eigentlich sein Potenzial ist hier in den World Finals. Ruben hatte einfach ein bisschen mehr Erfahrung, glaube ich, auch in dieser Situation. Und Ruben ist auch einfach auf einem anderen Planeten gerade. Aber es ist wirklich insane. Ruben ist insane. Ruben schwebt komplett in einer anderen Dimension. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach du Sean, jetzt könnte das Finale... Rubis Thiel hat auch einfach 3500 Likes. Jetzt könnte das Finale... Das Finale könnte lauten... Keso gegen SK Gaming. Wenn SK jetzt hier gewinnt... Wahnsinn, Wahnsinn. Oh mein Gott, noch drei Minuten. Nach drei Minuten, dann ist es soweit. Adrian hat gewonnen. Adrian hat alleine gegen Anna von der Boxker gewonnen. Wie nice. Wie nice. Oh mein Gott. Ganz, ganz krank, was wir jetzt hier gesehen haben. Aber jetzt... Jetzt, meine Freunde... Jetzt wird es tatsächlich hier... Einen... Geilen... Bei Totenverlauf gegen... Wir sehen SK Gaming jetzt... Gegen... Ich kann es nicht fassen. Nein. Verliebt er. Gezaubert. Er hat gezaubert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kata tweetet... The only West-Team that got eliminated had two East-Player and an East-Coach. Das ist echt. Imagine einfach. Das einzige West-Team, was rausgeflogen ist, hatte zwei East-Spieler und einen East-Coach. Alle reinen West-Teams haben einfach gewonnen. Also, man muss wirklich sagen, West dominiert diese World Finals. Absolut. Alter, das ist hilarious, Alter. Das ist hilarious. Das ist krank. Oh mein Gott. Ganz, ganz heftig. Wir gehen gleich ins Spiel. Auf geht's. Zwei Minuten noch. Zwei Minuten noch, Freunde. Sagt einen Freund Bescheid. Denkt sie auf. Rufen sie an. Kriegen sie aus dem Schlaf. Jetzt wird es wild. Jetzt spielt SK Gaming um sieben Uhr in der Früh. Da kann man, glaube ich, auch noch mal wach sein. Das wird geil. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Alter Schwede. Und wir wissen jetzt auch, es gibt insgesamt vier World Champions in den CL-Seasons. Und wir haben zwei East-Champions gehabt. Zweimal war es nur bei eSports und jetzt zwei West-Champions. Letztes Jahr war es Liquid. Und dieses Jahr wird es Atleta Team Kezo, SK oder Payne sein. Ich bin extrem gespannt. Ja. Das wird jetzt insane. Das wird jetzt insane, meine Freunde. Holy Moly. Das Ding ist, wenn SK jetzt gewinnt, haben wir ein überkrasses, heftiges Finale. Aber selbst wenn SK verliert, also nur mal angenommen, SK gegen Ponos und dann Payne als Underdog gegen Kiso. Also egal, was jetzt hier passiert, das wird unglaublich krass. Die Games werden so spannend werden. Aber ich hoffe natürlich, dass SK in die Finals kommt. Und es gibt für SK auch keine andere Option. So, Morten und Sam, die wollen hier, natürlich auch Radio-Trash, die wollen hier unbedingt... Aber Keynes auch. Die World Finals gewinnen. Ja, natürlich, natürlich. Ich bin alle hungrig. Natürlich, aber Payne ist halt der Underdog. Das ist nur was anderes. SK hat diesen Druck, dass sie letztes Jahr als das beste Team der Welt es nicht geschafft haben, die World Finals zu gewinnen. Und dieses Jahr, wieder als vielleicht das beste Team der Welt, ja, das gewinnen wollen, müssen, sollen, überwähren. SK war letztes Jahr das mit Abschluss schlechteste Team der Welt. Die haben letztes Jahr alles gewonnen, waren so überragend gut. Das war eine Dominanz, die war insane. Aber dann haben sie World Finals halt mit einem AP gegen Liquid verloren. Das war halt, ja, bitter. Genau so ist es. Alter, jetzt geht's rund. Halt in den Chef, Freunde. Auf geht's, mixen SK rein da. Ganz, 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 ganz krank wird es jetzt. Jetzt geht's rund, Freunde. Oh mein Gott. Jetzt wird's wild. Let's go. SK gegen Payne. SK gegen Payne. Ich würd mich aber, ich würd mich so im Finale Team Kehre gegen SK sehen. Ich würd mich da so sehen. Morten gegen Ruten immer. Wir matchen das allerletzte Set. 2-2. Ruten gegen Morten. Oh mein Gott. Einfach nur mal drüber nachdenken. Ich dachte, da krieg ich jetzt sofort den Saut. Klöpst uns noch ein bisschen raus. Bei mir fehlt der Guide hier im Chat. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Hat der SK nicht damals im Halbfinale verloren? Ja, sie haben im Halbfinale verloren. Aber sie waren oder wurden von fast allen Teams und Spielern als das beste Team der Welt damals sozusagen. Weil sie, wenn ihr euch erinnert, irgendwie 9 zu 0 oder so in ihrer Liga stand. Also SK das allerletzte Spiel glaub ich verloren oder sowas. Und hatte vor alle Spiele gewonnen. Die haben so rasiert. Wurden 1. In der Fall Season. 2. In der Spring Season war das glaub ich noch. Aber in der Fall Season haben sie dann wirklich alles rasiert. Und dann haben halt viele erwartet, dass SK World Champion wird. Beziehungsweise SK oder Liquid. Das war quasi das Halbfinale. Das war quasi das entscheidende Spiel. Man wusste, der Gewinner wird eigentlich gegen WWE und die GM gewinnen. Weil Weston einfach so stark war. Und am Ende war es halt Liquid. Ja. Okay, die Predicts gehen hier alle auf SK. 3-1 SK, 3-1 SK, 3-0 SK. Okay. Das ist insane. Kimura trug und weint, ist das richtig? Ne, das ist so. Nein, das ist doch irgendwie so in dieser Spielzeit. Das ist definitiv nicht richtig. Ne. Alter, wir haben schon wieder 7.12 Uhr. Wir casten schon wieder seit 2 Stunden 12 Minuten. Das fühlt sich einfach an, als ob es ein paar Minuten wird. Diese Matches sind einfach so im Stay. Wir schauen rein. Let's go. Auf gehts. Es geht jetzt rund, Freunde. Let's go. Jetzt gehts rund. Das Ding ist halt so ein Wallace, ne? So ein Wallace, der ist in Form. Wallace ist komplett in Form. Und deswegen gucken wir jetzt mal. Moin, Bag. Okay. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. 50%, 50%, 52% zu... 82? 80, 60 und 55. Die Skepsis und juicy. SK soll jetzt wirklich dominieren. Aber Payne hat halt das Momentum. Und das darfst du nicht unterschätzen. Wir sehen hier Street. Mal gucken, ob Street vielleicht heute spielt. Vielleicht sehen wir den, ja. Ich weiß es nicht. Das ist Vitor. Der hat es gestern nicht so ganz günstig hervor. Ja. Das ist Lukas, der Key Player auf jeden Fall. Der gestern aber noch nicht so richtig zum Zug kam. Ja. Und dann haben wir Wallace. Das ist der absolute MVP der letzten Tage. Wallace komplett, komplett. Sowohl für den Einzug von Payne in die World Finals verantwortlich, als auch jetzt natürlich hier gestern. Super, super, super krasse Performance. Und wir gucken jetzt rein. Auf geht's, Freunde. Hier haben wir Javi. 6800 Trophäen. Let's go. Wir haben den guten Sandra aus. 8200 Trophäen. Dann haben wir Morten. 8600 Trophäen. Und dann natürlich noch Sam. Let's go. Bei Sam sind halt wirklich... Ich glaube, Sam hat einfach getrollt. Die haben gefragt, was sind deine... Ne, die haben wahrscheinlich geguckt, was er so zuletzt gespielt hat. Der hat wahrscheinlich irgendeinen scheiß Troll-Dack ausgepackt. Fass es nicht. Wie er das immer macht, die Letter. Sam ist einfach so ein Eins. Nein, ich glaube. Ein Troll. Let's go, Freunde. Auf geht's. Warum du so richtig bei Javi und Javi kein Letter spielst. Und hier sehen wir es. 83,3% Win Contribution von Lucas und Wallace, die war 88,100%. Und das eine Match bei Javi und Ward eben, was wir gesehen haben. Man muss wirklich sagen, Fang Gaming hat ein Comeback hingelegt in der Season. Das war krass. Weil sie haben wirklich am Anfang, sie stand glaube ich 0-4 oder 1-4 oder sowas. Irgendwie sowas. Und Sweep und Wallace haben alles verloren in 2v2. Und dann haben sie umgestellt, haben Sweep rausgenommen und dann haben sie Wallace und Lucas gespielt. Und seitdem haben sie so rasiert einfach. Also, jetzt geht's rund, Freunde. 2v2. Morten und Sam gegen Lucas und Wallace. Wir werden dabei sein. Heim in den Chat. Auf geht's. Reim da. Wir sehen Wallace. Wallace mit der Cam. Und dann natürlich Morten und Sam. Live aus Köln. Alter Schwede. Es wird anders. Es wird jetzt anders, meine Freunde. Seid ihr ready to rumble? Auf geht's. Oh mein Gott. Sam und Morten gegen Lukas und Wallace. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott, es geht aus. Ich würd jetzt losgehen. Fischer und Riesenskielett sind gebannt von Morten Sam. Ja. Fischer und Shanskay sind die Bankenkarten vorbei. Riesenskielett von Sam und Morten, Fischer von Payne. Halbfinale oder Finale, das ist das Halbfinale. Ja, das ist das Halbfinale. Queso ist das erste Team, was wir im World Finale haben, bzw. was wir jetzt in einem großen Finale des World Finals haben. Und jetzt kommt hoffentlich SK dazu. Wir werden bis jetzt 10. Wir werden bis jetzt 10. Möge, dass wir es auch 10 gewinnen, wie bei all diesen Spielen. Beide haben hier auf ihre eigene Art und Weise diesen Weg sich in dieses Halbfinale absolut verdient. Und jetzt sind wir drin, let's go. Morten und Sam gegen Payne und Elle gegen Lucas und Wallace. Let's go. Alter. Es geht einfach los. Es geht einfach los. Und wenn wir uns nochmal die Stats von SK angucken, das ist so in seinen 40 zu 18 Windskin Loses. Das ist wirklich so eine kranke Statistik. Okay. Und wieder Beträge wartet. Wieder sind beide, du sagst es, am Warten. Da kommt das Holz rein. Keiner spielt hier irgendwas. Beide mit dem Platz. Das ist das Finale direkt im Anschluss. Platz 3. Platz 3 und dann das Finale. Die haben den Emote, den es noch nicht gibt. Ja, schade. Ja. Da haben sie über das spezielle Account sind. Auf denen mal einige Emotes, die ja in Season 18 kommen werden nach morgen. Morgen ist es in 18, ja. Heute Abend, by the way, gibt es einen Season Endstream? Glaube ich. Glaube ich. Ich weiß auch noch nicht, wie es bei mir aussieht. Vielleicht auch bei mir spontan. Müssen wir mal schauen. Ich muss aber sagen, diese Season, die Meta, das ist wirklich nicht so mein Ding gewesen. Ich bin gespannt. Die nächste Meta, ich bin so geheißt auf nächstes Season. Das wird geil werden. Die Season ist ja angekündigt, aber die Season ist eher schwierig. Ja. Mal gucken, mal gucken. Let's go. Und morgen flinkt auf, also morgen flinkt auf, also morgen flinkt auf die, also morgen flinkt auf die Season Endstream. Ja, könnt euch noch freuen. Und heute Abend eigentlich auch, ja. Let's go. Das Lockymode anstatt. Lockymode und das Eisgräste-D-Mode. Beide sind am Warten. Beide sind am Warten. Und jetzt geht's rund. Jetzt, ready to rumble vor beiden Spielern. Ich, ich hab nur das Gefühl, wir sehen den Golem. Golem? What? What? Golem vom Wundenzer. Was ist das denn jetzt? Als ob sie Golem auspacken. Oh mein Gott. Golem, oh mein Gott. Damit hab ich ja gar nicht gerechnet. Der Prinz geht einfach down. Poison kommt. Gutes Spell Value. Und damit geht alles down. Einfach der Golem. Royal Giants Grinch. Royal Giants auf der anderen Seite. Sie haben, oh mein Gott, Doppelprinz mit Cage. Was ist das denn? Das ist ja so gut gegen den. Das ist ja so gut gegen den Royal Giants. Der Heatsbrot, der Heatsbrot, der Heatsbrot. Ohhhh. Connected. Halt ihn. Schreck nochmal. Aber da kommt der Wegerhutter rein. Golem Karre jetzt auch einfach. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's Wildholz. Kommt. Leicht gemisst. Ist aber nicht schlimm. Eowiz kommt noch dazu. Und das ist kein guter Nado gewesen. Nee, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Weil sie haben... Das war ganz gut davor. Aber sie haben einen guten Schaden gemacht. Eigentlich war es okay. Ja, aber hätten sie den Nado etwas früher gespielt. Oder wer hätte da etwas besser in die Truppe gezogen. Dann hätte das richtig gut werden können. Ja. Komplett. Da kommt der Hunter rein. Einfach Golem 2v2. Wahnsinn. Das ist insane. Dieser E-Spirt. Was? Der Prinz läuft vor? Das ist belastend. Das ist ganz belastend. Und vor allem dieser E-Spirt. Oh mein Gott. Der Prinz überlebt. Der Prinz überlebt. Das ist so wichtig. Den mir hat er gedauert. Oh mein Gott. Wir legen mit dem Prinz. Nein! Okay doch. Das ist schon so. Alter, das Match-Up wird... Das wird so schwierig. Oh mein Gott. Jetzt du oder drei. Das ist so ein bisschen die Szene. Wenn sie jetzt nicht den Turm verlieren, könnte es ganz, ganz krass werden. Haben sie einen Cage? Sie haben einen Cage. Sie haben einen Cage. Trotzdem sehr viel Schaden. Aber das Problem ist, Wallace und Lucas haben die Nado und die Feuerwehr. Aber guck mal, dieser Bomb-Tower. Obwohl er geleitet wird, der kriegt noch zu viel Value. Der Cage geht da und... Daniel Schmiergeratter kommt da rein. Jetzt müsste so ein Rage kommen. Oha! Neo am Start. Feuerball kommt. Der Prinz hat gepackt. Das sieht nicht gut aus zum Mord von Sam. Mit dem Golem ist ihm definitiv ein Überraschungseffekt gelungen. Aber... Der ist nicht nachhaltig. Der hat nicht die Wirkung, dass sie hier gewinnen. Das Spiel wird durch sein. Sie müssen Golem mal an die Brücke setzen. Ja. Golem an die Brücke. Brücke kommt auch. Warte mal. Der... Der Golem! Der geht an Tower! Okay, Nado. Alter. Das wäre krank gewesen. Warte mal. Aber geht der noch an die Tower? Ey, das wird übelst knapp. Das könnte sein, dass wir das noch holen. Oh, das... Was? Was? Das war's. Das gewinnt tatsächlich Payne hier. Das muss man sagen, war sehr stark gespielt. Sehr stark gespielt. Und damit einfach mal hier 1 zu 0 für Payne. Hans, man kann ja nicht spoilern. Man kann ja nicht spoilern. Das geht nicht, dass ein Tournament kommt. 1 zu 0 für Payne. 1 zu für Payne. Stark gespielt von Payne, muss man einfach sagen. Muss man ganz, ganz toll sagen. Aber alles. Alles noch offen. Alles noch offen hier. Lukas und Wallace haben das irgendwie gemacht. Alter Schwede, ich fass das nicht. Ja. Oh, was hast du denn? Ich bin mit dem Knie hier gegen die... Autostatte. Das ist so weird einfach, dass unter dem Tisch quasi noch so eine Dings ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. So eine Leitung ist einfach... So eine Leiste. Ja gut, dass wir da den Niederkreis haben. Der Niederkreis ist so wichtig. Hätten sie die Szene gezeigt ohne den Kreis, Freunde, wir hätten wieder nicht gewusst, was hier plan ist. Wir hätten es nicht gewusst. Einfach nicht geahnt. Ja. Sehr krass, ich werde nicht so wichtig. Timia Fee, es hat drei, ist im dritten Monat und schreibt, auf geht's Esker. Vielen Dank Timia, für den dritten. Auf geht's Esker. Genau so ist es. Dankeschön für den Support. Let's go. Wir hoffen, dass sich das Ding hier noch drehen können. Und wir werden es gleich sehen. Let's go. Wir werden es gleich sehen. Hans ist in der Börse. Hat Hans denn geschlafen? Hat Hans denn ein kleines Nickerchen gemacht? Oder nicht? Oha. Es ist kein so guter Start hier gerade für Skay. 1 zu 0 für Payne. Aber das hat natürlich noch nichts zu sagen. Okay, let's go. Let's go. Nice. Schale Hans. Dann ist Hans sehr müde. Okay, let's go. Auf geht's. Nächstes Match. Hier gibt es eigentlich diese Judo-Flasche im Hintergrund da. Die da richtig fett auf dem Geländer steht. Habe ich nicht gesehen. Wie. 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 Okay, let's go. Auf geht's. Auf geht's. Wir sind dabei. Let's go. Nächstes Match. Ab die Post. Payne gegen SK Gaming. Wer kann jetzt hier gewinnen? Wer kann jetzt hier gewinnen? Wer kann jetzt hier gewinnen? Kann Morten und Sam? Das kann wirklich hier gelingen. Alter, das ist echt so groß in die Schlappe. Was ist denn da los? Auf geht's. Let's go. Wir sind dabei. Morten und Sam gegen Lukas und Wallace. Ritter, Dark and Sim. Okay. Ja, schon mal kein Guder mehr. Wenig überraschend. Lightning ist gut. Okay, es kommt. Okay. Ja, Lightning trifft Hunter mega mit den Turm, das ist definitiv solide. Und der Mega-Ritter jetzt hier am Start. Mega-Ritter von Sam und Warden, ich bin echt aufgeregt. Ja, ich auch. Das ist krass. Wenn sie golen spielen, hätten sie doch 2-2 nehmen können. Klar, natürlich. Klar, selbstverständlich. Eigentlich hätten wir golem graveyard spielen können, big soon nicht, 2-2. Ja, gut. Golem graveyard. Machen wir nächstes Mal, oder? Ja, machen wir so. Auf geht's. Wer weiß. Okay, unsere Braz. Was spielt SK hier noch? Ist es vielleicht, vielleicht ist es sogar wirklich doppelt graveyard. Könnte ich mir vorstellen. Also normalerweise würde ich Loon graveyard haben, aber... Die Turm sehen schon sehr, sehr doll nach Loon graveyard aus irgendwie. Ja. Vielleicht ein Royal Giant. Vielleicht auch Royal Giant graveyard, ja. Stimmt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann auch sein. Grolem graveyard haben. Da sehe ich mich seit Rohrers. Ja, Rohr, könntest du mit해�leinenspielen. Da bräuchte ich nicht mal 16 Karten, sondern nur 8 in Grolem graveyard haben. Was? Was? Was ist das denn jetzt? Halsmaul. Halbsmaul, jetzt Golem. Paint spielt jetzt Golem? Was ist das denn? Was passiert denn jetzt hier? Okay, Lightning Pfeil ist wichtig, damit können sie halt Babylink killen. Ja. Aber irgendwie ist es uns gar nicht so perfekt für SK. Da kommt der nächste Ruhle rein. Es ist einfach das Deck... Ist das Deck irgendwie dekupiert? Wahrscheinlich ist es vielleicht sogar wirklich das Deck dekupiert, ich weiß es nicht. Ich finde es so krass, weil wir haben Golem gefühlt nicht ein einziges Mal in den letzten 100 2B2s gesehen in der CL. Und jetzt kommt hier einfach zwei miteinander Golem, ich fasse es nicht. Das ist ganz, ganz krass. Aber ich kann mir vorstellen, dass Golem hier wieder verliert. Also Morgan und Sam haben schon gute Antworten. Sie haben in den Fernbedenken, sie haben den Walk Tower und sie haben grundsätzlich halt auch einfach solide Möglichkeiten, die Golem zu beteiligen. Aber der Elektromagier ist die ganze Zeit mit dem Fernbedenken dran. Oh mein Gott, der Nalo. Das ist eine geile Nalo gewesen. Was machen sie jetzt? Wait, die Truppen leben alle durch den Moosebird. Aber sie haben zwei Babylinkons? Ei, ei, ei. Sie bekommen das mit der Bombe auf jeden Fall verteidigt. Aber NX-Hilvorteil ganz dick bei Payne. Irgendwie sieht das gerade nicht so gut aus für den Moosebird. Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Perfekter Lightning. Pfeile sind da, aber der Entferner hat er überlebt. Der Nalo war super stark, weil durch die Entferner-Tracking-Down gegangen ist. Starkes Lock. Bomben, die Golem-Explosion war nicht am Tor. Ja, ich weiß nicht, dass der Nalo so stark war. Der kam zu spät. Aber Payne liegt vorne, Payne liegt vorne. Aber jetzt kann SK reingehen. Jetzt hat Payne den NX-Hilvorteil genutzt. Hat dadurch guten Damage gemacht. Aber jetzt ist das NX-Hilvorteil wieder ausgeliehen. Und da machen SK... Aber das ist... Bisschen Schaden. Nicht viel. Nicht genug. Nicht genug in der ersten Linie, um erstmal den Mund zu holen. Sie gehen wieder rein. Sie haben gehofft, dass da jetzt ein Bodum kommt. Es kam kein Bodum. Aber die Pfeile kommen jetzt. Und das sind wichtige Pfeile. Und das ist sehr, sehr gut für SK jetzt hier. Sehr, sehr, sehr gut. Da kommt der Gold in meiner Brücke. Das ist der Move. Es war aber wieder kaum Damage. Es war wieder kaum Damage von SK. Oh, der Prinz ist gelockt. Der Prinz stirbt. Das war so wichtig gerade für SK, dass der Prinz da rumgegangen ist. Ja, absolut. Sie müssen jetzt gleich nochmal reingehen. Sie müssen jetzt richtig fett reingehen, SK. Leiten geblockt. Wichtig. Okay, 20 Kulten. Jetzt kommt Doppel-Greyfett. Es kommt gleich Doppel-Greyfett. Es wird jetzt Doppel-Greyfett kommen. Oder? Das ist gar nicht geil für SK. Schaffen sie es noch. Warte mal, warte mal. Drayford kommt rein. Baby-Win ist da. Leiten! Oh mein Gott, SK gewinnt. What the hell? Oh mein Gott, SK gewinnt das Spiel. Ganz, 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 ganz tot. Es waren die Pfeile. Es waren die Pfeile, die das Game entschieden haben. 50 HP. Wahnsinn! 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 Was sind denn das für Games? Oh mein Gott. Ganz, 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 ganz crazy, was hier schon wieder abgeht. Ach du Schande. Ganz, ganz verrückt. Oh mein Gott. SK Gaming sichert sich das 1-1. Und damit alles wieder drin. Ich glaube kein Team. Kein Team. Kein Team. Kein Team. Es ist richtig. Ich glaube kein Team wird jetzt, ähm, kein Team wird jetzt den Golem anpassen. Glaube ich nicht. Nein, der Golem ist auf dem Golem. Auf dem Golem. Äh, Fluch. Ich hab grad was so gekebert. Ach du Schande. So stark gemacht. Konzerro Morden hier. Perfekt. Phenomenal. Die kam, mate. Alter Lachs. Ich fasse es nicht. Da, sehen wir uns nochmal an. Sehen wir uns. Sie haben eigentlich eine gute Lage. Jetzt passiert's. Jetzt passiert's. Der Lightning kommt rein. Super gut erstmal. Backstrap Code Bigspin rein. Ja, Code Bigspin. It's Code Bigspin. It's Code Bigspin. If you... Ja, Code Bigspin. Lost Skeletons connected because of Code Bigspin. Ja? Frag gerne Code Bigspin und schaut mal, wenn ihr eine Auslösungskette haben wollt. Das lohnt sich. Ja? Let's go. Augen mit mir einfach knurft und dann sogar erst recht. Alter Wesen, es ist so krank. Es ist so krank. Immer in den letzten Sekunden kommt das Comeback einfach rein. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt geht's ins dritte Spiel. Jetzt geht's ins dritte Spiel rein. Anscheinend hat leider niemand Code Floppy eingetragen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Schade eigentlich. Das klappt nicht. Ärgerisch. Let's go. So. Und Krenner kommt Floppy für ein Golem-Buff. Perfekt. Spiel werden. Oh mein Gott. Gut gerettet, Spiel werden. Gut gerettet. Die Lage hier komplett, komplett, alles kann passieren. Alles kann passieren in diesem Halbfinale. Wahnsinn. Oh mein Gott, ist das so krank. Es ist so krank. Es ist so krank, was er hat. Geht schon wieder. Let's go. Die Ereignisse überschlagen sich. Ganz, ganz doll. Ganz, ganz doll. Die Ereignisse überschlagen sich komplett. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage, wann das kommt. Danke für die Ereignisse. Wir werden sehen. Okay. Wir hoffen, dass es heute, nicht im Laufe des Tages Eindruck, wo wir natürlich jetzt hier ausgehen, aber wir hoffen mal, dass... Wahrscheinlich am Dienstag, oder? Also meistens ist es ja am Dienstag, also nicht am Montag, sondern am Dienstag kommen wir meistens die Balance-Changes. Genau. Deswegen wäre das jetzt der Tag, wo ich mit rechnen würde. Ja, ich auch. Ich würde auch, genau mit dem Mortenort würde ich auch am Dienstag rechnen, ja. Alter, ich bin echt gespannt, was wir jetzt für Decks sehen. Also ich bin echt überrascht, dass wir hier zweimal Golem gesehen haben. Damit habe ich echt nicht geändert. Ja. Und ich glaube, jetzt werden wir kein Golem sehen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, beide Teams spielen jetzt hier etwas, was in eine andere Richtung geht. Let's go. Lukas und Wallace gegen Mortenort und Sam. Bogenschütze wieder am Start? Alright. Wir haben alles hier am Start. Ja. Bogenschütze, hier ist eine blödliche Skelette. Kein Golem. Kein Golem, das ist schon wichtig. Aber ansonsten haben wir noch keine weißere Information. Pfeile. Pfeile von Morten. Wait, die machen nichts, obwohl Morten Pfeile auf den Tower wirft? Ja, das ist interessant. Drei Elixier raus und sie machen beide nichts. Ich hätte gedacht, dass bei drei Elixier man sofort, dass sie sofort einen Trupp hätten setzen. Ja. Weil drei Elixier ist schon ordentlich, was? Aber okay. Wir warten weiterhin. Weiterhin wird hier gewartet. Weiterhin wird hier gewartet. Der Bowler, der eine Zuckerstange schlägt. Cooler Emot. Auch ein Emot, was für dieses Season wieder, oder was nächstes Season neu am Start sein wird. Ja. Das ist auch ein neues. Das ist mit dem Holzfäller. Äh, ja. Das Färbtnach in die Mode. Vielen Dank. Heightwür aktiviert. Kubi ist mit dem Unabitze. Er ist Deppinzeit. 3,2 Zuschauer. Sonntagmorgen um 8. Ja. Ist richtig, ist richtig. Ich komme richtig. Danke nur für die Unabitze. Und wir sehen jetzt hier, wie sich das Ganze jetzt langsam hier entwickelt. Doppelixierzeit beginnt in 7 Sekunden und damit wird das Game direkt eine andere Dynamik hier einigen. Beide spielen das gleiche hinten. Golem. Es ist wieder Golem. Es ist Golem. Das gibt's doch gar nicht. Lukas und Wallace können es nicht lassen. Es ist wieder Golem. Ich glaube aber, das ist gut. Weil Morten und Sam werden das, glaube ich, gewinnen. Golem hat zweimal verloren. Warum versuchen sie es wieder? Warum versuchen sie es ein drittes Mal? Ich verstehe es nicht. Warum spielen sie zum dritten Mal einen Golem? Ich hasse es nicht. Also ich kann es wirklich nicht verstehen, weil wäre das jetzt hier kein World Final, okay, dann meinetwegen. Kann man versuchen. Aber es ist das World Final. Die spielen einfach komplett Golem. Aber vielleicht funktioniert es ja bisher, aber nicht wirklich. Bisher liegen sie hinten. Morten und Sam haben Glück. Weißt du, was ich glaube? Was? Ich glaube, Payne dachte, dass es Kay hier Golems spielt. Ich glaube, sie wollten das Golem Error und haben sich dann überlegt, dass sie die besseren Backup-Karten haben. Aber ich glaube, so werden sie gnadenlos verlieren. Gnadenlos von Asch. Das war's doch schon gefühlt. Das war's Gefühl schon. That's it. Lightning Feuerball reicht, oder? Ja. Payne wird überrannt. Lightning Feuerball lockt. Der hat kein anderes Deck erwartet. Aber Morten und Sam lassen sich hier nicht spielen. Nicht ein weiteres Mal Golem. Aber Morten wird hier dreimal Golem gespielt. Dreimal hat Golem komplett kassiert. Warum spielen die Teams Golem? Das verstehe ich nicht. Das Ding ist durch. Damit 1 zu 0 für SK Gaming in diesem Spiel von Let's Go. Ganz wichtiger Auftakt hier in 2 gegen 2. Wichtige Nummer. Und jetzt hier back rein ins King of the Hill, Freunde. Auf geht's. Ey, das war als ob irgendjemand einfach kam und die Teams bezahlt hat dafür, dass sie Golem spielen. Ja. Alle drei Male hat Golem so auf die Schute bekommen. Ganz krass, ja. Alle Golems haben verloren, richtig. Es hat immer das Team mit dem Golem verloren. Spinny Wheel ist im 19. Monat. Schalt dazu. Go Escape. Vielen, vielen Dank Spinny Wheel für deinen neuen 10. Monat. Kuss geht raus. Und genau so ist es. Wir hoffen, dass SK es gewinnt. Aber das war schon mal richtig guter Start. Und jetzt bitte haut es in den Chat ab, die Post. Let's go. Ich will den Chat nochmal explodieren sehen jetzt hier. Bevor es in die Einzelpartie startet, will ich den Chat nochmal ganz, ganz doll ausfassen sehen. Auf geht's. Auf geht's, Freunde. Ihr habt jetzt hier die Konrolle. Ich glaube wirklich, dass Pain einfach darauf gehofft hat, dass SK auch Golem spielt. Und ich glaube, sie dachten, dass sie dann Golem gegen Golem gewinnen, weil sie das bessere Make-Up haben. Aber SK hat den Fehler nicht gemacht, sich darauf einzulassen. Sondern sie haben einfach einen Meta-Attack gepickt. Einen Royal Giant Grave-Attack. Ansonsten wurde sehr oft nun Grave-Attack gespielt. Aber aufgrund der Buns wurde jetzt hier auch einfach Royal Giant Grave gespielt. Krass. So will ich dich jetzt hier, Freunde. Genau so und nicht anders. Sehr, sehr schön. Genau so, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr wisst, wie es läuft. Seine 1987 hat 100 Bits raus. Vielen Dank für deine 100 Bits hier. Danke für den Support. Und wir gucken jetzt gleich an. Let's go. Auf geht's in die nächste Partie. Jetzt eins gegen eins. Wen sehen wir jetzt hier? Was glaubst du? Was glaubst du? Harvey oder Sam? Das ist die nächste Frage. Ich glaube, die Aufstellung wird sein Sam Harvey Morton. Sam Harvey Morton. Okay. Ich sage auch Sam Harvey Morton. Ja. Also ich glaube auch so in der Reihenfolge. Weil Sam oft auch gerne als Erster gespielt hat. Ja. Auf geht's. Wir gehen gleich rein. Let's go, Freunde. Let's go. Auf geht's in die nächste Partie. Also nochmal Sergio jetzt hier. Das wäre wirklich wild. Das wäre wirklich wild. Wenn ihr jetzt wirklich nochmal Sergio spielen sollt, dann wäre das absolut insane. Let's go. Let's go. Wir sehen hier Lukas, den Kickler natürlich. Contributed. Neunmal hier im King of the Hill. Hat er gespielt. Viermal gewonnen. Man sieht eigentlich eben bei Payton auf jeden Fall Morton im King of the Hill den größten Anteil. Zehnt danach. Und jetzt geht es hier runter, Freunde. Jetzt geht es hier runter. Seien es ab drei, ist die siebten Monate. Schreibt kein Witz, keine Sprüche. Auf geht's. Es ist eine klare Ansage. Vielen Dank für die Worte von uns lieben. Sehr, sehr geil. Danke für den Support. Und wir gucken jetzt rein. Auf geht's. Wir sehen Javi. Wir sehen tatsächlich Javi. Javi gegen Vitor. Auf geht's. Holy. Let's go. Javi gegen Vitor. Okay, es ist Javi natürlich. Es ist Javi und er spielt auch direkt als allererstes hier. Javi hat gestern gar nicht gespielt. Javi hat gestern gar nicht gespielt. Javi hat gestern gar nicht gespielt. Er wäre im allerletzten Set dran gewesen. Das allerletzt entscheidende Vitor-Set hätte Javi gespielt. Aber zudem kam es nicht, weil Wochen geklatscht hat. Ja. So ist es. Let's go, Freunde. Wir sind drin in der Partie gleich. 1 gegen 1. King of Vitor-Set. Das erste 1-spiel-Set. In diesem Match. Wer kann das Ding gewinnen? Das ist hier die Frage. Ich bin sehr gespannt. Ja. Daniel Trümpitz rausschreibt, SK holt euch die Sätze für den Einzug im Finale. Wir hoffen das Beste. Wir hoffen das Beste. Und wir werden gleich sehen, erfahren, wie es hier ausgehen wird. Javi gegen Vitor. Let's go. Javi ist einfach zu klein für die Camp. Schade einfach. Javi ist einfach zu klein. Javi ist einfach zu klein. Javi kommt. Javi und Fischer. Ja. Beide haben einmal gespielt. Ja. Was spielt Vitor hier bei Kyra Meiner? Das ist wirklich zu geil einfach. Kommt rein. Okay, es ist vermutlich mit Nado. Das ist nicht gut für Javi. Das ist die Nado Rocket Variante, I guess. Power ist an. Oh, er hat halt... Nein! Er ist nicht an! Er ist nicht an! Er ist nicht an! Er war ganz knapp nicht dran. Das ist ein Riesen-Fail. Er hat die Nado zu spät gespielt. Das hätte nicht passieren dürfen, ja. Das war natürlich ein Riesen-Fail von Vitor. Und sehr, sehr gut für Ravi. Ich meine, früher oder später wird der King-Tower aktiviert werden. Gar keine Frage. Aber... Es ist das Bag-Bag. Es ist das Deck von Bag. Ja. Er spielt das Deck, was Bag damals erfunden hat. Dieses Rekruten-Loon-Freeze-Deck mit Pfeilen. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Der letzte Card ist Freeze. Ja. Da muss doch ein Freeze rein kommen. Boah, das ist halt... Das ist halt teuer. Das ist nichts. Nicht das, was Ravi da spielt will. Das Ding ist, glaubst du Vitor hat Rocket als letzte Card? Boah... Das ist ja auch ein Team-Tower-Equation. Das ist ja auch ein Team-Tower-Equation. Die natürlich Vitor jetzt hier gebraucht hat. Ja, das war auch Well-Played auf jeden Fall. Muss man sagen. Das ist eigentlich Standard-Played, oder? Ja, klar. Aber ich meine trotzdem. Es war Well-Played. Das ist ja der Situation, dass er das dann so umsetzt. Finde ich trotzdem stark. Haben wir dich einmal bis jetzt gesehen in World Finance? Das stimmt. Wollte aber auch wirklich einmal in der Jungen gespielt. Also, boah, wobei. Der King-Tower... Ja, okay. Du hast schon recht. Ich denke mal, dass es sich oft halt nicht angeboten hat. Das stimmt schon. Aber, ja. Die Frage ist, also... Er könnte auch ein Erdbeben spielen, theoretisch gesehen. Aber anzunehmen wäre die Rockets. Ja. Von der Rockets auszugehen, er hat die Rockets. Jetzt spielt die Nero Rockets. Jetzt hat er wieder Nero noch die Rockets. Aber... Die Karre war außer Reichweite. Das war jetzt... Das war jetzt... Da hat jetzt Kavi einen ordentlichen Leakstil vorteil. Wir gruten an der Brücke. Bom-Tor kommt rein. Die Karre gegen die Bankführerin. Die Karre macht halt Probleme für Vitor. Ja. Da muss da manchmal auch ein Miner kommen. Oh, da hat Kavi ja gar nicht mitgelenkt. Oh, da hat er leider Gottes den Hunter gerade ein bisschen gefehlt. Das geht jetzt. Es war nicht so schlimm, aber das war ein bisschen... Komisch. Ja. Ok. Vitor hat exakt gleich viel Damage auf beiden Seiten jetzt. Und Kavi kriegt einen Hunter. Das ist auf jeden Fall guter Damage. Warte mal. Kavi hat die Karre gefehlt. Ja, er wollte dann mit dem Ballon... Äh... Den Bomben... Obst dann geht aber nicht. Aus der Position heraus. Ok, sie fliegt. Ja. Die Bombe könnte... So, ne ist nicht dran. Ne, vermute ich nicht. Auf der anderen Seite aber auch Schaden. Er muss eigentlich Pfeile werfen, ja. Ok. Standard-Play war natürlich jetzt ein bisschen... Ähm... Bisschen... Vielleicht ein bisschen... Übertrieben, klar. Aber... Tatsächlich... Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist so Standard-Unternehmen-Pros halt. Auf dem Level sollte man das können. Aber... Das Ding ist, ich fand's halt so... Ich wollte es halt erwähnt, weil wir das halt bis jetzt noch gar nicht gesehen haben, weil die Spieler sich oft nicht trauen, vielleicht in so einem World-Final so einen Move zu machen, weil sie Angst haben, dass sie failen. Und diesen Move zu machen zeigt auf jeden Fall oder zeugt von Selbstbewusstsein. Es sieht hier im Übrigen gerade deutlich besser für... Kabi aus. Und die Bombe ist auch dran, oder? Ist die Bombe... Oh, der Baurecher... Kommt nicht dran, kommt nicht dran, die Bombe ist dran. Kabi hat einen Schadensvorteil, einen großen. Aber das Problem ist, die Rocket ist im Deck. Kabi der Lune kommt da drauf, ne? Ja... Da kommt die Rocket rein. Das ist... das ist Freeze. Muss ne bekommen. Und jetzt kann dann Miner hinter Turm spielen. Na, macht er nicht. Ich verteile dich jetzt mal. Ja... War der Chip gut? Er muss nun an die Brücke spielen. Er muss nun an die Brücke spielen. Ja, ok, sehr gut. Er hat nun an die Brücke gespielt, damit er verhindert das Nadeau. Ok, wait. Nein. Er gewinnt. Ravi gewinnt. Oh mein Gott. Ravi gewinnt das Spiel. Ganz, ganz wichtige Nummer. Oh mein Gott. Habt ihr Ravi aufatmen sehen? Ganz wichtige Nummer. Ey, Nadeau hätte auch nicht gereicht. Nadeau hätte 70 Damage gemacht. Nadeau hätte 70 Damage gemacht. Ganz stark nach Ravi. Und damit tatsächlich zeigt er, dass er hier auf jeden Fall, dass es kein Fehler ist, wenn man ihn hier aufstellt. Oh mein Gott. Ganz, ganz close Angelegenheit hier. Aber Ravi geht sich gleich hervor aus der Partie. Und jetzt ist es natürlich richtig gut für Kollegen Ravi hier. Jengus Maximus ist in 16 Monaten schreit dazu. Wunderschönen guten Morgen. Let's go escape. Den wünsche ich dir auch Jengus. Vielen Dank für deinen Moment über 16 hier. Danke für den Support. Hielt mir viel wieder am Start. Man kennt sie. Und hier sehen wir noch die Highlights. Das Ding ist Ravi hat defensiv einfach sehr, sehr, sehr stark gespielt. Er hat kaum Damage zugelassen. Er hat zugelassen und hat immer wieder Damage gemacht mit den Bomben vom Ballon. Ja. Mit Freeze und Co. Und da hat sie insgesamt echt stark gespielt. Hier, diese Ballonbombe, dass die dran war, das war so wichtig. Ja. Richtig. Und dann kam er in die Rock und ich hatte echt Angst, dass er es verliert. Aber es hat dann nicht gereicht. Pfeile, Freeze hat insgesamt dann mehr Damage gemacht. Ravi hätte das Game etwas sicherer gewinnen können, wenn er ein bisschen früher den Lune an der Brücke gespielt hätte. Er hat den erst bei 11 Sekunden gespielt. Das war ein bisschen Risky, weil Bomb Tornado konnte dadurch verhindern, dass da ein Turm noch kam. Hätte er es früher gespielt, dann hätte er die Rocket nicht so einfach auf den Turm werfen können. Und dann wäre es nicht so knapp geworden. Aber ansonsten war es wirklich Flawless von Ravi. Okay. Wir gehen hier nicht so rein. Let's go. Auf geht's. Wenn Ravi das Set gewinnt, bin ich sehr confident nochmal kurz schlafen gehen zu können. Auf geht's. Auf geht's. Wir gehen rein. Ich hoffe, Ravi ist heute in Form. Ravi hat am Anfang dieses Season extrem stark gespielt, hat aber am Ende nicht mehr so stark performen können wie am Anfang dieses Season und wie er teilweise schon in Vergangenheit performt hat. Ja. Aber das ist egal, solange er jetzt hier im World Final und Point ist. Er muss hier heute in Form sein und wenn er hier in Form ist, dann... Ja. Let's go. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil und richtig wichtig. Wenn Ravi heute in Form ist und Sam auch in Form ist, dann ist das optimal. Weil alle Spiele, die Escape from 1 haben, lagen daran, dass Ravi und Sam mehr oder weniger nicht in Form waren und Watt uns dann auch nicht mehr retten konnte. Und jetzt gehen wir gleich rein. Let's go. Auf geht's. Auf geht's ins Spiel. Ravi jetzt gegen Wallace. Wallace ist gerade der krasseste Spieler mit Abstand. Er hat das krasseste Momentum. auf der Seite von Hank. Ganz klar. Ich liebe die C-Mode einfach so gut. Der ist so geil. Der ist echt so geil. Sehr gut. Beide Spieler warten. Ja. Ravi fühlt die Musik komplett. Die Hügelflasche ist übrigens jetzt versteckt unter dem SK Zeichen. Falls du nicht weißt, wo sie stand. Ja. Was? Die XX-Hügelflasche ist versteckt unter dem SK Zeichen. Ach so. Ja okay. Jetzt seh ich. Jetzt seh ich. Ravi's Cam ist übrigens auch besser geworden. Ja? Das hat Ravi's Cam wohl angepasst. Man sieht mehr als ein Kopf. Okay. Beide Spieler warten hier bis zur Doppelixierzeit, wie es aussieht. Ja. Keiner möchte hier einen Fehler machen, den ersten vielleicht falschen Zug hier zu machen. Javi E-Juant. Das wär. Das wär. Das wär. Das wär wild. Das wär richtig wild, ne? Javi jetzt wirklich E-Juant. Oh, wo ist die Willerreiterin? Wenn es hier jetzt wirklich E-Juant für eine Willerreiterin ist, das wär wild. Junge, er hat die ganzen E-Juant-Andeutung. Was soll denn das? Vielleicht ist es echt ne... Vielleicht will er wirklich, äh... Vielleicht will er wirklich den Alaban und zeigen, was er für ein Deck spielt. Ich kann es mir sogar wirklich vorstellen. Ja, save. Warum will er sonst so viele Doppelixieren machen? Was soll denn? Ich glaube, es ist wirklich oder es könnte wirklich E-Juant sein. Nein. Lava. Lava. Was? Oh, was? Carl, was sagst du dazu? Carl, wir brauchen deine Hilfe. Megamin und Skelettwaffe, okay. Okay, jetzt stehen sie. Wir haben ein bisschen geliebt jetzt. Er hat, äh... Es ist ein Mirror, es ist ein komplettes Mirror-Match. Oh mein Gott. Lava, und der nächste? Warte, das Megamin wird betampt. Das ist extrem gut. Oh mein Gott. Oh, Feile hat er halt, ne? Feile sehr. Ja. Feile könnten dann vielleicht nicht kommen. Vielleicht der Backup von Lava. Was ist das für ein Mäß? Was? Hey! Reconnect! Was ist denn das jetzt, Mann? Was? Okay, das geht wieder. Das gibt's nicht. Als ob wir uns jetzt hier ein Disconnect im Worldfriend reinknallen. Hä? Aber was war das? Warte mal, wie können die denn sofort wieder ein Game sein? Hä? Ich habe keine Ahnung. Man muss das Game auf Neustart normalerweise. Ich habe keine Ahnung. War das ein Bug oder so? Der Schreie. Hier sind auch gerade einfach alle wach geworden. Alle sind wach geworden hier. Oh, Uli. Was war das denn jetzt? Einfach... Das Game muss einfach extra, wenn ich in diesem Raum bin, extra Schalldämmung kaufen, damit sowas nicht passiert. Schade. Okay, Wallace führt bis jetzt. Und es ist einfach ein Mirror-Matchup. Es ist einfach ein Mirror-Matchup. Es ist einfach ein Mirror-Matchup. Ich fasse es nicht. Die Flying-Maschinen killt halt einfach das Megamin von Khabi. Das ist nicht gut für Khabi gewesen. Das sieht gerade sehr gut für Wallace aus. Guck mal, das ganze Backup, was von Wallace überlebt. Ja. Das sieht so gut für Wallace aus gerade. Wie er auch einfach diesen Lava-Rund in die Hälfte reinboostet gerade da in der Situation. Ja, natürlich schreie ich. Was denn sonst? Was ist denn sonst? Was ist denn das? Das ist der Todes-Trigger. Boah, der Cage reicht aber nicht ganz aus, um das hier zu verteidigen. Voll im Modus. Das ist Damage. Boah, das ist gerade eine Führung. Boah, das ist gerade eine Führung. Ja. Boah, das ist gerade eine bedeutliche Führung. Lava und die Zünden. Hm. Das Ding ist, es ist jetzt noch nicht so eine Führung, wo man sagt, er hat gewonnen. Aber es ist trotzdem eine Führung, die ein bisschen Angst macht. Ja. Ravi trifft immer diese Early-Pfeile und cygelt dann, ich weiß nicht, ob er versucht, zum nächsten zu cygeln oder so, aber... Alter, was ist das für ein Clown-Fiesta-Match? Warte mal, jetzt muss... Jetzt Ravi in Lava und das könnte gut werden. Das könnte extrem gut werden. Er hat... Guck mal, er hat zwei Mega-Manions. Das wird komplett alles Tops genommen. Aber jetzt werden wir nicht die Pfeile von Wallace reinkicken. Ja, aber auch von Ravi. Oh, er hat die Pfeile nicht so gut getroffen. Und warte mal, Ravi macht übel Druck, Ravi kriegt übelst viel Damage. Oh mein Gott, das Game ist so close. Der Dragon ist gewonnen! Das ist so wichtig! Das könnte das Game gewinnen! Er prädikt den Miner! Oh mein Gott, das war's! Ravi gewinnt das Spiel! Nein, ich weiß es nicht! Oh mein Gott! Ja, er hat gewonnen, er hat gewonnen! Ravi gewinnt das Spiel! Oh mein Gott, wie krank! Oh mein Gott! Let's go! Der Dragon geht an den Turm und Wallace hat verloren. Der Spieler mit dem größten Momentum der Zeit bei Pain Gaming wird einfach ausgeschaltet und damit einfach hier SK Gaming auf den besten Wege ein 2 zu 0 zu machen! Oh mein Gott! Alter! Ganz, ganz krank! Und jetzt ist das Momentum für Wallace Recker! Und das ist ganz, ganz wichtig! Ganz wichtige Nummer hier für Ravi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ganz wichtige Nummer! Ganz, ganz wichtige Nummer für Ravi! Ey, wenn der heute in Form ist, ne? Wenn der heute in Form ist! Wenn Ravi hier in Form ist, dann kann das hier heute ganz doll knallen! Alter Wesen! Ey, es sieht alles nach einem Team Kiesel in der Skale final aus! Also die Situation ist gerade so gut für SK! Das Ding ist, sie haben jetzt Mort und Sam und Kieh Ozil noch in der Hinterhand und danach haben sie 3 1v1 Sets! Ja! Also, die Ausgangslage könnte kaum besser sein für Skale! Sie könnte kaum besser sein! Ja, so ist es! Dass dieser Dragon Connected ist, hat ihm aber das Game gewonnen! Ja, richtig! Ansonsten hätte er wahrscheinlich verloren! Ja, ich glaube auch! Er hätte es sonst verloren! Er hat das Game gewonnen, weil der Dragon am Turm connected ist! Ja! Das ist insane! Das war so knapp! Das ist wirklich insane! Ganz, 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 ganz wichtiger Sieg für Ravi! Und das gibt ihm die Confidence! Er war gestern zu Recht enttäuscht, dass er nicht gespielt hat! Ganz, ganz klar! Wir wären das nicht! Aber jetzt einfach hier! Ravi, der Sieg! 2 zu 0! Das ist so geifig! Weil einfach ihm wieder... Einfach er zeigt wieder, dass er es kann, wenn er Bock hat! Wenn er Bock hat, dann kann er es! Wenn er in so einer Situation, Sergi spielt, Ravi spielt nicht! Ravi ist extrem enttäuscht! Und jetzt sieht man am nächsten Tag, macht er einfach hier eine phänomenale Performance! Und kämpft sich hier einfach wieder zurück in die Vertrauenszone der Mitspieler! Ja! Ich höre jetzt gut, wenn am Ende bei den Statistiken der benutzte Gregor angezeigt wird! Ja! Dann hätten wir hier definitiv den Code! Karl! The Deadlift gesehen! Ja! The Deadlift da! Richtig! Genau! Und Wallis hat dann wohl leider den Konforum gehabt! Der war aber leider bisschen out! Konforum ist dann seit zwei Jahren outdated! Schade! Leider bisschen outdated! Let's go! Wir gehen rein! Jetzt Lukas! Jetzt Lukas! Lukas ist kein schlechter Spieler! Keine Frage! Der kann hier, Ravi... Das Ganze... Wir muten die Kommentatoren nicht! Die sind jetzt in den Kingfeed gemutet! Ja! Also... Das ist nicht auf... Das ist nicht unsere Entscheidung! Dass die Kommentatoren... Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht unbedingt so hilfreich, wenn wir jetzt hier durch die jesussprechende Moderatoren reden hätten... reden würden... Das würde, glaube ich, nicht so hilfreich sein! Aber wir gehen rein jetzt in die nächste Runde! Auf geht's! Auf geht's! Let's go! Lukas wird schwer! Gar keine Frage! Lukas wird auf jeden Fall eine Herausforderung! Aber, Ravi, ist dieser Herausforderung möglicherweise gewachsen? Wir werden es jetzt sehen! Let's go! Auf geht's! Lukas gegen Ravi! Alter, Ravi, könnt ihr einfach... einen clean sweep im World Final raushauen! Oh! Give it to Daddy! Let's go! Ah, er ist haften! Es ist echt so! Okay, es lohnt sich komplett! Es lohnt sich komplett! Alle, die... Kein einziger von euch, der... früher aufgestanden ist, wird sich heute das... wird uns heute bereut haben! Okay, Lukas spielt X-Wogen! Lukas spielt X-Wogen! Lukas spielt X-Wogen! Lukas spielt einfach X-Wogen! Ravi spielt Graveyard oder aber im Orta mit Scalibur! Es ist... Es ist Mortal Graveyard! Es ist Mortal Graveyard! Ist das gut für Ravi? Er hat die Karre! Er hat die Karre! Er hat die Karre! Er hat die Karre, ja! Okay, das hat Ravi halt gut gemacht! Er wusste, dass es wahrscheinlich prediktet wird! Und jetzt kommt erst die Karre rein! Das war gut! Jetzt ist die Karre auf garas in dem X-Wogen! Und wird überleben! Das war sehr gut gemacht von Ravi! Das war extrem gut! Ja! Ein Halter-Hit! Hitte zur Belohnung! Warte mal! Oh mein Gott! Und da war sich Lukas ganz unsicher! Aber die Bogenschütze mussten eh kommen! Sie mussten so oder so kommen, wegen der... des Parvanfasses! Also das Ding ist halt, Graveyard wird dann in diesem Matchup nicht wirklich viel Value rausholen können! Ja! Lukas kann irgendwann Spell cykeln! Er wird immer wieder Feuerball aufklatschen! Ravi bringt doch einfach einen nackten Graveyard! Weil er weiß genau, er kann eigentlich... Er kann eigentlich nicht viel machen jetzt in der Situation! Und Bogenschützen sind nicht im Cycle! Deswegen ist ein nackter Graveyard okay! Er hat jetzt letztendlich die Elixiervorteile, den er hatte, genutzt! Um hier einfach einen nackten Graveyard zu spielen! Und hat dadurch schon ein bisschen Damage bekommen! Ja! Ich glaube es wird aber nicht einfach werden für Ravi! Weil am Ende wird halt Lukas die Feuerbälle rüberwerfen! Und ich weiß nicht ob... Weil Ravi hat halt eine Pause! Also das wird nicht... Also... Mal gucken! Alter! Es ist gerade etwas besser für Ravi! Aber es kann sich halt immer noch drehen! Das Geile ist halt wirklich der Segen! Es ist die Kanonenkammer! Ravi hat die Kanonenkammer im Deck! Das ist wichtig! Das hilft ihm enorm! Ichs-Bogen defensiv! Ichs-Bogen definitiv! Ichs-Bogen defensiv! Ichs-Bogen defensiv! Da wird gepräusend! Hallo Larry! Gäler-Kobix, ihr freundet ihr wisst bescheid! Ist hier auf jeden Fall eingetragen bei Ravi! Ohne Zweifel! Den Ska-Sids hätte kein normaler Spieler bekommen! Letzt die Kaross im Cycle Oh, Ritter auf der anderen Seite gesetzt? Ja, dann ist der Brotter defensiv. Kommt, damit der X-Bogen hier nicht an den Turm geht, weil der Ritter sehr weit außen war. Das sieht sehr gut für Javi aus. Ja, er hat die Kontrolle. Er kriegt jedes Mal den X-Bogen down. Und er hat halt nicht nur den Ritter, die ist bei den meisten Weltplexes, sondern er hat noch das Gebäude, er hat ihn gegen den Werfer und er hat vor allem gegen den Vikarre. Und jedes Mal, wenn Lukas die X-Bögen setzt, kann einfach Javi früher oder später einen Poise drauf machen, theoretisch. Und selbst wenn er es jetzt nicht machen würde, hätte er halt immer, die Wumlichkeit okay, den X-Bogen einfach stehen zu lassen und dann die Poise auf beide X-Bogen oder halt auf den X-Bogen, der gerade am Turm wäre zu hauen. Wir haben aber auch voll lange keinen X-Bogen mehr gesehen, den Competitive, so ehrlich. Ich habe immer so Angst, wenn zwei X-Bogen auf Spear-Gops schießen, dann geht das im Lue-Gumme nix. Oh, der Vorhaber tippt nicht, die Kader, das ist wirklich nicht für Javi. Javi, absolut, ja. Ja, genau da war, wenn der Tessler ausfährt. Ja, Kari hat sie doch nicht dran. Poise kommt rein. Oh mein Gott, das war ganz schön close gerade. Ja, die Spieloffs habe ich ehrlicherweise auch hier nicht vom X-Bogen attackiert. Werden sehen. Ah, das wird gerade alles ein bisschen knapper werden. Werden sie da X-Bogen? Greyfart kommt rein. Und Poison predikt hat die Bogen schützt. Oh mein Gott, der Poison ist so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so wichtig. Ich glaube, Lukas hat gerade versucht, die Mindgames zu spielen. Ich glaube, Lukas dachte, dass Javi den Poison prediktet hinten. Ja. Und Javi hat aber einfach nur die X-Bogen mitgenommen und die Bogen schützt und hat das komplett ignoriert quasi. Javi sweep die Junge. Das ist krank. Ja. Javi wird hier sweepen. Das sieht alles nach dem Spiel aus, ja. Sehr gut für Spielen. Mit dem Barbrell noch Druck gemacht, damit er noch den X-Bogen eigentlich beschützen muss. Sie hat einen 700er Scheidensvorteil. Ja, das sieht so gut aus gerade. Ritter kommt, Barbrell kommt. Alter, das sieht so gut aus. Das ist so, wie die Defense Poison kommt rein. Auch völlig in Ordnung. Jetzt wird Lukas den X-Bogen auf der anderen Lens spielen, keine Frage, genau. Oh, das ist es! No way! Was? Was passiert hier? Der eine spielt eine Karre zur Prediction Fail, der andere spielt einen Feuerball random irgendwo hin. Was ist das denn? Das hat einfach Javi gewonnen. Javi hat gewonnen, ja. Aber was war das denn? Der eine prediktet eine Karre, der andere prediktet einen Feuerball auf dem Mord. Schau, Fiesta. What? Das war's. Das Ding ist durch Javi sweepen im King of the Hero. Genau da brauchen wir Javi heute. Und damit richtig geil. Guckt euch an, er springt hier auf, er feiert sich übel und das mehr als zu Recht. Denn Javi hat sich gerade einfach im Alleingang komplett Paying Gaming auseinander genommen. Und er steht 2 zu 0 und jetzt kommt nur noch ein Set möglicherweise. Und wenn das 10 SK Gaming gewinnt, dann sind sie hier in den World Finals. Dann sind sie im großen Finale drin. Oh mein Gott. Lukas tweetet auf Twitter. So playing Dreifert alone is not only non punishable, but it does a lot of damage now. Really nice. Lukas ist übel toxic. Lukas. Direkt jetzt hier nach dem Match direkt auf Twitter gegangen. Er hat geschrieben, so playing Dreifert alone is not only non punishable, but it does a lot of damage now really nice. Er ist übel sauer. Er ist richtig sauer auf Supercell. Lukas ist so sauer auf Supercell, weil Dreifert so broken ist. Aber der hat halt auch Pech gehabt mit der Kamme, ne? Ja, und der nackte Dreifert hat auch einfach so viel damage gemacht. Obwohl er Ritter Lock gespielt hat. Ja. Da kommen wir mal der Preußen. Der natürlich hier ganz, ganz Krise war. Oh mein Gott. Und das ist tatsächlich einfach, dass ich noch habe. Jetzt 2 zu 0 für es gerät, meine Freunde. Und jetzt wird es für Payne natürlich enorm schwer zu kompeten. Ja, keine Frage. Jetzt, morgen, im nächsten Set, da wird Payne vermutlich nicht die unbedingt Besten, die beste Laune dann haben. Hey, MaryXX. Habt ihr es noch? Dankeschön für einen zweiten Morgen, Mary. Vielen Dank für den Support. Ihr könnt gerne, wenn ihr das Ganze hier feiert, und ihr denkt, yo, ich feiere den Typen hier, ich feiere die Typen hier, ich will das Ganze noch schützen. Ich will aber auch selber Vorteile, dass ich habe, keine Werbung mehr haben, gar keine Emotionen zu können. Dann könnt ihr ihr kostenfrei mit den Spanzen haben. Ist kostenfrei, könnt ihr ganz einfach aktivieren, dauert ein paar Sekunden nur, wirklich keine Arbeit. Und da habt ihr es immer, könnt ihr auch bei allen, wenn ihr vorwenden gar keine Frage, macht das gerne, wenn es euch hier gefällt. Ja, ansonsten das Ganze 499, das macht ihr bitte nur, wenn es euch wirklich das wert ist und wenn ihr es auch wirklich habt, weil ansonsten will ich euch jetzt nicht Kevin neu, das ist halt Kevin neu hier sein Geburtstag, zum Weihnachten, das ihr hier jetzt habt. Das will ich nicht, ja, deswegen macht das nur, wenn ihr es auch wirklich habt. Okay. So, wir sind gleich dabei in den nächsten. Ja, coole Namen, auch Moderatorinnen und sie sagen auch sehr gut, die Namen für die Leute schauen, richtig, die sind krass. Also, wenn ich so heißen würde, würde ich nicht blessen. Krass, 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 krass. Schauen, gleich. Ins nächste Match, let's go. Let's go. Wir gehen gleich rein. Auf geht's. Es wird wild. Krabben, sweet, einfach das ging auf wild. Ich fasse es nicht. Lukas hat sich wild gelöscht. Ja, ich hab's mir eigentlich schon fast gedacht. Weil Lukas, es hat nicht so zu ihm gepasst, was er sonst auf Twitter gepostet hat. Was? Was? Wir sind sweet gegen Morten? Was ist das denn jetzt? Ich will nichts sagen, aber... Das sieht sehr gut für SK aus. Das sollte Morten besser gewinnen. Aber ja, es war mir auch klar, dass Lukas diesen Sweet löscht, weil der war extrem toxic. Ja. Es ist sweet gegen Morten. Ja, ich weiß nicht. Sweet ist confident. Mal gucken, ob er das Ding gewinnen wird. Was? Hä? Seth Super-Say hat getweetet. Javi Javi at Javi. Can't you see? Sometimes your moves just hypnotize me. What? I just love your flashy place. I guess that's why they are broke and you are so paid. Er hat einfach ein Gedicht getweetet auf Twitter. What? What? Das ist eine Parodie auf ein Lied, aber wild. Was ist das denn? Okay, wir sind drin. Let's go. Wir sind drin. Pain gegen... Sweep gegen Morten. Let's go. Sweep gegen Morten. Kann SK Gaming jetzt hier den Einzug ins Finale? Okay, Sweep hat ja schon mehrmals gesagt, dass er findet, dass er besser ist, als viele ihn einschätzen. Und jetzt hat er die Chance, das zu beweisen. Jetzt hat er die Chance, das zu beweisen. Er muss jetzt hier gegen Morten gewinnen. Sonst ist Pain Gaming raus aus den World Finals. Und das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Er singt. Er singt einfach. Sweep hat die Heels böse. Sweep hat die Heels. Sweep hat gerade aufgehört. Nice. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Alter. Wie es weitergehen wird. Heute haben wir hier nach das Spielplatz 3, was dann zwischen Ponos und entweder SK oder aber den Jungs von Pain. Oder was gerade er aussieht. Und dann das Finale. Dann das Finale. Heute Abend, dann Season Endstream und morgen früh auch Season Endstream. Da jetzt eine Stunde ist. Das wird sehr wild. Ansonsten haben wir damit der neuen Season auch neue Bandstreams und eine neue Karte auskommen wird. Ja. Und danach haben wir am 10. Dezember ein Game, was neu rauskommt. Was wir auch mal testen werden. Richtig. Was wir nicht testen werden sollen, suchen werden. Aber gut. Das ist ja fast das Gleiche. Das ist aber nicht sehr gut. Die Testphase ist sehr lang, sagen wir es so. Ja. Schade. Sweep. Okay, es geht los. Es geht los. Was spielen die beiden Spieler jetzt hier? Sweep packt halt so. Also, das Ding ist, bei Sweep weiß man eigentlich, bei Sweep weiß man eigentlich, dass er ziemlich sicher kein normales Deck spielt. Ja. Das kann man recht safe sagen. Okay, Morton spielt, glaube ich, Riesenskelett nun. Ich glaube, das ist das Loom Deck. Das mag Morton recht gerne. Oh, wait. Nee. Was ist das? Was ist das? Ist das Friedhof? Was? Die Musketiere wird gezogen. Oh mein Gott, die Musketiere wird gezogen. Das ist so gut verboten. Und die hat sieht es anders gut aus verboten. Es ist Hawk Rider. E-Barbs. Das war ja so ein schlechter Fischer. Der Fischer war es gar nicht. Also, der Fischer war ja so schlecht. Der Fischer war es 0,0. Er hat die kompletten Wasted. What the hell? Ich glaube, aber er hat, ich glaube, Sweep hat versucht zu predikten, dass Morton eventuell Zack oder Snowball noch spielt. Oder ihn irgendwie den Feuer, den Inferno Dragon resettet. Weil für den Fall wäre der Fischer nicht schlecht gewesen. Fall von Igoo gewesen, ja. Weil dann wäre es smart gewesen. Aber so war er nicht los. Oh, brother. Der Zack hat man vor einem halben, dreiviertel Jahr gesehen. Da war das noch ein Meter kurz. Aber seitdem. hast du ein bisschen gesehen, wie es die Zeitpunkt geöffnet hat? Ja, ja, ja. Es ist insane. Das macht er immer, wenn er full focus ist. Wenn er full on fire ist. Jetzt kommt ein Fischer. Ja. Interessantes Deck auf jeden Fall von Morton hier. Aber die Nietzscheberbahn können Morton Probleme machen. Ja, das können sie auf jeden Fall. Warte mal. Das sieht gar nicht gut für Morton gerade aus. Oh, tatsächlich nicht. Morton hat nichts, oder? Der Nietzscheberbahn kriegt auch noch nicht, wenn der Ballon dran ist, hat er verloren. Alter, Morton hatte gar nichts. Morton hatte gar nichts. Das hat Sweep stark gespielt. Man muss aber auch sagen, dass Morton einfach extreme Probleme hatte gegen die Nietzscheberbahn. Er hat das Riesenskelett links rausgespielt, dann hat Sweep rechts die Nietzscheberbahn gespielt und hat dadurch den Hunter gekillt und ist dann mit dem Huhn reingegangen. Muss man sagen, stark gespielt von Sweep. Das Matchup, glaube ich, aber auch schlecht für Morton. Morton hatte Probleme gegen diese Nietzscheberbahn, wenn das Riesenskelett raus war. Gegen Ewabs hat er gar nichts so gut wie gar nichts. Das Problem ist halt, wenn die Rekruten auf dem Feld sind, muss Morton was machen. Und wenn er das Riesenskelett spielt, dann kann Sweep mit den Nietzscheberbahn auf der anderen Seite reingehen und dann hat er halt Probleme. Ja. Genau so ist es. Basti Moshi ist im dritten Grunderstand. Schauen wir mal, ob der Lukas Tüch die Toxic-Gelöne sind. Geil, dass Tüch noch weiter so euer Duo einweiliger lehrt. Danke Basti für das Kontinvent. Machen wir natürlich. Ich glaube, Lukas hat den Typ gelöscht. Ich glaube, Lukas hat den Typ gelöscht. Es ist halt, also es ist niemals so eine gute Idee, sowas zu tüten. Ja, Lukas hat den Typ gelöscht. Lukas hat den Typ gelöscht. Deswegen sagen wir, machen wir dazu nichts. Wären wir dazu nichts. Gable haut 100 Witz raus. Und schau mal zu. Sweep ist die weiße Frage von Payne. Na, gerade hat er gewonnen. Gerade hat er gewonnen. Und Rina Potschi ist auch mit der Nutz dabei. Vielen Dank auch dafür. Und hier sehen wir es nochmal. Hier sehen wir es nochmal. Das war die Situation, die Morton den Chaos gemacht hat. Aber Morton kann das Ding auf jeden Fall noch gewinnen. Deswegen alles andere als für mir. Alles noch möglich. Genau, Morton darf auf 2 beim 1 gegen 1 spielen. Genau so ist es. Wie die Wisse runden nehmen. That didn't age well, I guess. Okay. Wir gucken gleich rein. Let's go. Nächste Runde. Weiter geht's. Ich würde sagen, mein Call ist, Morton wird das Turnen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei diesem Set. Ich kann es dir nicht sagen, weil Morton habe ich, selbst gestern, habe ich komplett beliebt, dass er dieses Game umdreht. Aber irgendwie habe ich gerade ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht warum. Also nur für dieses Set. Können wir reingehen? Weil irgendwie strahlt mich diese weiße Wand komplett an. Alter, ich habe gerade eine Augenkräfte bekommen mit dieser weißen Wand. Weil auf meinem kompletten Bildschirm diese weiße Wand war. Let's go. Wir gehen gleich ins Spiel. Auf geht's. Die nächste Runde wird am Start sein. Sweeps Augenbrot sind dicker als Tobi und Tobi's Oberarmer. Sieht man das? Ravi einfach, er hat SK einfach nicht tweetet. Ravi einfach, einfach am, am Saubermachen. Zeig mal. Also sieht man dich so richtig. Ravi immer am Saubermachen. Nice. Also sind sie retweetet, haben sie das. Sweep gegen Morton. Let's go. Holy moly. Kann Morton zweimal Rolli-Bonn spielen? Nein. Weil er schon Tobi-Tu gespielt hat. Morton kann nur einen One-Wi-One spielen. Knoll. Stimmt. Ja. Das heißt, das ist das einzige One-Wi-One. Ja, dann auch Sam und dann Ravi. Oder Ravi und dann Sam. Morton kann hier nicht nochmal spielen. Das geht nicht. Ach, du hast recht. Wenn Morton das verliert, dann würde er, dann müssen Sam oder Ravi klatschen heute. Ja, Sam kann theoretisch natürlich auch spielen, aber... Spiel spielt Spark, ja, aber Morton spielt das Grafer Deck. Morton hat den EOS. Ja. Und man sieht von Streep an seinem Gesicht aus, dass ihm das gar nicht gefällt. Ja, auf den EOS hat er keinen Bock. Okay. Der Mini-Packer entscheidet sich dazu, nicht zuerst in der Hand zu fokussen. Das war so gut für Morton, dass der Mini-Packer nicht den Dings gepostet hat. Okay. Ich glaube, das ist mehr schön für Morton. Ich glaube, das ist mehr schön für Morton. Außer, das packt irgendwie so ein cheesy Kram wie Rage oder so aus. Dann könnte es schwieriger werden. Nee, er hat mir. Warte, letzte Karte Rage oder letzte Karte keine Sprening? Sepp. Ich glaube, Sepp, ja. Das ist noch Schneeball oder so. Er spielt nicht mit dem Rage. Ich darf ein Sparky nicht hinten spielen. Das weiß man. Ja, Sparky hinten wäre jetzt nicht gut gewesen. Jetzt weiß Morton, der hat einen fetten Brückenvorteil. Und dann kommt der Greypferd. Jetzt hat Sepp nichts im Zeichen. Das ist so gut für Morton. Das ist perfekt gespielt. Das hat perfekt gespielt. Das ist der genau da reingeht. Weil er weiß genau, okay, Sepp hat keine Antwort, keinen Darm, kein Mini-Packer auf. Er hat eine Hand auf Fische zu blocken. Er muss die Muskelsinn spielen, kann sie nicht reinspielen. Und damit er füßt in ihren Tunzen, spielt er dann einfach den Doppeljunt rein und der gibt nämlich Daumen. Ich glaube, das Matchup ist sehr, sehr gut für Morton. Also, er hat halt echt gute Antworten und vor allem defensiv mit Caged, Eos und so weiter. Er kann eigentlich immer diesen Spark beteiligen. Ja. Ich weiß nicht so richtig, was Street machen möchte in diesem Matchup. ist der reingegang, das war's. dass Morton gewinnt und damit, dass er wirklich diese Einszene auf diese Einszene kam, es hat uns einfach Morton gesehen hat, okay, Dark Prince ist raus, der Mini-Packer ist raus, Street hat keine Einheit, um Hunter-Fischer zu blocken, weil entweder Mega-Mini stört weg, Muskelsinn hat mit drei Bezogen, stört weg, also muss ich die Goblin-Jazz für sechs Beispiele rein spielen, der auch komplett von Hunter-Fischer bezogen wird und dann Dark Prince gewonnen, sehr stark. Es ist einfach Matchball, wenn Morton jetzt gewinnt, dann gewinnt SK Gaming dieses Spiel 3 zu 0 und rückt damit in das große Finale vor, das wäre auf jeden Fall eine extrem starke Leistung. Ganz, ganz strong, absolut. Ganz, ganz strong wäre das. Wir gucken gleich rein ins Spiel, let's go. Auf geht's. Wer hat bei SK gestreamt? Tavia hat bei SK gesweepst. Ja. Und wir sind jetzt hier gleich drin, let's go. Dann sehen wir's nochmal. Ah, das war nicht die entscheidende Szene. Das war am Ende auch perfekt, dass der Feuerball genau in der Milliliegründe, nachdem der Dark Prince der Schild noch verloren hat, connected ist und dann, ja, war's das. Absolut. Und jetzt gucken wir, ob Watten dieses Spiel gewinnen kann, ob es damit, das 3 zu 0 und damit der Einzug in das große Finale. Das wäre richtig, richtig, richtig geil. Es wäre richtig geil, wenn SK das jetzt schafft. Ja. Aber es ist nicht so, dass wenn man nicht im King of the Hill gespielt hat, dass man zweimal Manion spielt darf. Nein, leider ist es genau andersrum. Wenn man nicht im 2v2 gespielt hat, darf man zweimal Manion spielen. Deswegen spielen ja auch zum Beispiel Ruben und Mugi nicht im 2v2. Aber beim King of the Hill darf jeder spielen. Das King of the Hill ist quasi im Free Set, da darf jeder spielen und dann darf man in den anderen 4 Sets zweimal spielen. Und da Morten und Sam beim 2v2 spielen, dürfen sie beide auch nur ein Monion spielen. Das ist der einzige von SK, bzw. die einzigen beiden, während Krawi und Selc die zweimal Monion spielen können. Genau so ist es. Let's go, Morten gegen Sweep. Let's go, den Klon von Morten, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Die Musik ist episch. Die Musik hat einen Hauch von Epicness. Ja. Morten kann tatsächlich dieses Game hier beenden er kann. hier den Sack heute zumachen in diesem Halbfinale. Er kann genau das schaffen. Wir sind drin. Let's go. Sweep gegen Morten. Schafft Morten hier die Kompetenz von SK in diesem Spiel? Das ist hier die Frage. Beide Spieler waren wieder. Oh, Morten macht Barplatz für's Play. Und die Musketien positiv. Oh mein Gott, es ist wieder Sparky. Es ist wieder Sparky. Hast du Mons Reaktion gesehen? Ich glaube, er hat kein E-Wars. Nein, es ist kein Sparky. Es ist Sparky? Es ist kein Sparky. Ja, es ist kein Sparky. Nein, du hast recht. Es ist du. Die Musketien läuft vor. Und er hat E-Wars. Oha. Er spielt dein Deck. Ja. Morten spielt einfach Big Spin Scraper-Variante und das ist so gut, dass er den Eos hat gegen die gegen die Inferno bergen. Absolut. Das sollte er gewinnen. Das sollte er match-up-wise auf jeden Fall gewinnen. Oh mein Gott, Zubat hat ein Problem. Guck dir das mal an. Zubat hat ein riesiges Problem. Zubat hat ein komplexes Problem. Das Battle of the Witch geht komplett. Oh. Oh. Ah, der hatte den Vorteil. Das ist aber ordentlich Dämmig am Turm. Es geht. Ja, ja, ja. Du musst halt den Baby-Ding treffen. Und jetzt sieht es richtig gut aus für Morten. Er hat halt sechs links hier Nachteil auch einfach. Es ist halt jetzt schon so gut die Lage für Morten. Das gibt es gar nicht. Nee, nicht sechs. Das ist ja wichtig, wenn die Kerlin kommt. Oder der hat das ist, ich hoffe, er hat ihn vor dem Spiel eingetragen. Keiner hat gerne danach auch wieder austragen, aber Hauptsache er hat ihn vor diesem Spiel eingetragen. Die Situation ist so extrem gut für Morten gerade und dass das also ich sag auch wie es ist Sweep wird vermutlich keinen großen Spell haben. Er hat den Eowiz gegen den Inferno-Ding Morten und ich ich glaube wirklich dass Morten das gründet. Das sieht gut aus für Matchup. Ja, das sieht sehr sehr gut für Morten hier gerade aus. Das Matchup ist phänomenal. Das Matchup ist wirklich sehr 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 gut. Aber was heißt phänomenal wie die Lage ist phänomenal. Die Lage ist phänomenal. Sweep hat halt gar nicht damit gerechnet dass Morten die Stack spielt. Ey! Was ist das denn? Was war das denn? Hat den Morten missgeknickt oder was wollte er da? Ich glaube er hat komplett damit gerechnet dass die Musketierung von irgendwas getroffen wird. Aber ich hatte auch nicht gedacht dass er den Feuerwehr überhaupt spielt. Okay, das war irgendwie komisch. Das war irgendwie komisch. Er wollte er die Musketieren treffen? Er wollte die Musketieren treffen, ja. Oder er wollte was predikten. Aber so oder so das Matchup ist super gut geworden. Die Lage ist immer noch gut. Die Lage ist immer noch gut. Wie darfst du jetzt? Okay, wir müssen genädigt werden. Er spielt ja mit Elektromagier und trotzdem hat er genädigt. Stimmt. Das sieht man normalerweise nicht. Normalerweise hat man hier das Megalacca drin. Und das macht es nochmal besser eigentlich. Er wollte hundertprozentig gegen Sparky gut sein. Morten hat sich gedacht, gegen Sparky verliere ich ja. Ja, gegen Sparky werde ich nicht verliere. Das ist vielleicht gegen Lunga nicht schlecht. Ja, ganz toll. WTF hat Egos, er hat alles. Er hat halt das Mega-Winne nicht. Ja, aber da hat der Ego schon besser. Der gleicht schon mehr als aus. Auch gegen die Rekruten und so. Er hat da zwei Truppen, die machen nichts gegen den Egos. Ja. Egos macht einfach alles. Egos geht einfach alles wirklich. Ja, das Matchup ist sehr, sehr gut gebraucht. Sehr, sehr gut. Egos politik glaube ich nicht, weil der Feuerwehr war sehr mittig gespielt. Wir reden über den Teil, wir reden über den Teil, wir reden einfach nicht. Ja, wir können später mal drauf gucken. Vielleicht können wir morgen auch fragen. Ja, wieder rein, okay. Pfeil reicht nicht, Pfeil reicht nicht. Ist der selbst nicht ist es nicht. Aber jetzt wird auch beiden sein Druck. Okay, jetzt kommt er nur auf der anderen Seite. Also er hat jetzt ein Feuerwehr, ein richtig geiler Feuerwehr jetzt, ja. Genau der. Ja, und Streep wird in 19 Sekunden normalerweise nicht mehr durchkommen. Nicht so gut, aber komplett auf die Hütte. Das war's. Morgen gewinnt und damit ist SK Gaming im Finale der CEL. Sie sind im World Final Finale, wie auch man es nennen will. Sie sind dabei, Morten gewinnt das Ding und damit tatsächlich einfach hier der Sieg. Let's go. Wichtig ist, es ist im Finale. Und damit ist SK Gaming einfach im Finale. Wir sehen sie hier später am Start. Es wird richtig, richtig geil werden. Verdienter Sieg, hochverdient mit 3 zu 0 einfach hier. Wir träumen von Pellende in dem Gesetz. Pellende gegen Tonos werden wir jetzt als nächstes im Spielsatz 3 sind, aber ganz, ganz wichtig, dass SK Gaming dieses Spiel gewonnen hat. Super, super. Aber das ist auch nochmal ein Statement von der Dominanz von West. Weil jetzt sehen wir hier SK und Kezo, die beiden Teams, die beiden Top-Teams aus der CEL West im Finale und eine Revanche für SK, sich hier im großen Finale den Sieg zu holen. Das wird so unglaublich heftig werden. Wie lange haben wir uns für dieses Spiel? Kann ich euch nicht sagen, wir haben jetzt das Spiel Platz 3 und dann haben wir das Spiel äh, das große Finale. Dann haben wir das große Finale. Genau. Jona E. Stregersen, das ist im siebten Monat. Danke Jona E. Stregersen für deinen Monat. Nummer 7. Vielen Dank für den Support. Sehr, sehr geil. Und wir, genau, Poulos hat verloren. Ja, Poulos hat 3 zu 2, also 2 zu 3 gegen Käse verloren. Auch ein ganz, 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 ganz krankes Matchballers. Und wir sind gleich dabei. Let's go. Äh, Javier. Javier hat King of the Hill gespielt. Javier hat King of the Hill gespielt. Javier hat King of the Hill gespielt. Absolut verrückt. Absolut verrückt. Let's go, ja. Absolut verrückt. Und jetzt sehen wir das Best of 2. Äh, das Spiel Platz 3. Jetzt sehen wir das Spiel Platz 3. Er hat, äh, Not my best game. Not my best game. Really excited to meet the cheesy boys again. Let's go. Und wir sehen jetzt, wir payen die Followern. Au. Hey, er hat Wort, E. Tweeted? Ja. Mit den cheesy boys? Ja. Hier war ein Tweet gemacht. Ein kleines Mean, wird gepostet. Sorry, hey, du bist richtig, du bist ein richtiger Twitter-Grind. Ja, holy shit. Das ist wie bei das Bild. Juppie, richtig. Ich muss auch in die Twitter-Grind rein. Bild, 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 bild. Ich hab einfach ein Meme-Bild gepostet. Das ist wichtig. Wo ist es denn? Flobby. Flobby, CR, wir gucken auf Twitter rein, was der Junge gepostet hat. Hm. Hey, du hast gar nicht gepostet. Doch, gleich. Bei mir nicht. Doch. Nein. Wie? Du weißt bei, wie jetzt die Pause ist. Ähm, ja. Wie ist die Preise? Ähm, 50 Sekunden. 70.000 für die Zweiten, dann wird es sich angezeigt. Back. Alter, krzypst du so 2.000 Pits raus und schreib ich nur regelmäßig hoch und eben das nichts abzettet. Vielen Dank. Ich nimm nur jetzt nicht, ich sage ein fettes Danke. Richtig geiles Support. Kuss, geht raus, krzypst du es. Ey, ich bin so von mir da. Ja. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen was mit dem Feuerwehrbruch. Nice. Wahrscheinlich tust du das. Alter, jetzt ist es wirklich wild wert, Mann. Es wird richtig geil. Jetzt haben wir das Spielplatz 3, was auch immer sehr, sehr interessant ist, zwischen Ponos und Pain. Und dann natürlich das große, große Finale zwischen Käse und SGG. Heute Abend gibt es ein weiteres Spiel, an dem wir bescheitert das Season-End. Werden wir ein bisschen pushen, werden aber heute mal wieder hauptsächlich in einer Season-End zuschauen, weil wir gerade nicht ganz hoch sind. Wir haben uns ein Geil. Und dann haben wir tatsächlich morgens früh auch wieder das Season-End zu schicken. Kennt ihr? Da schauen wir da wer von den Deutschen am besten zu. Das ist auch richtig geil. Dann haben wir morgen Abend wieder zu schicken zu neuen Season. Und am 10 Dezember da kommt bald noch raus. Wir sind ganz kurz schon. Ja, ganz klar. Aber das soll jetzt ja auch nicht Thema sein. Zu großartig. Das werden wir dann sehen, wenn es rauskommt. Und ja, es wird ganz geil. Es wird ganz, ganz geil. Wir hören wahrscheinlich kein YouTube-Video, weil ich es leider nicht schaue. Also morgen kommt das erste Video auf jeden Fall und dann formen wir feine. Der erste Komplett-Stream. Und dann zweite Komplett-Stream dann kommt. Was ist dein Plan soweit? Trotta ist am 8.00 Uhr und statt 4.00 Uhr mit uns wieder ISK. Danke, ihr Freunde, für den 8.00 Uhr. Und das werden Sie auch hoffentlich haben. Das werden Sie hoffentlich haben. Wir werden uns das Ganze reinziehen. Was hat es heute jetzt gepostet? Ich glaube, ihr habt denn gar nichts gepostet. Wot the fuck? Ah, jetzt hier. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht, das Bild. Das muss ich sagen, ist so ein Mienbild. Das finde ich nicht. Welche wollen wir euch sagen? Das finde ich nicht. Da kann man auch kreativer sein. Da kann man kreativer sein. Da kann man kreativer sein. Let's go. Wir gehen gleich rein. Ich bin so übel, der halt dieses Jahr absolut kein Fest im Winter ist das immer rein. Absolut. Es wird ganz, ganz geil werden jetzt hier. Let's go. Auf geht's. Abgepost. Fünf Minuten noch. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Zeit, Fragen zu stellen. Haut alle Fragen, die haben in den Chat. Habt ihr irgendwas, was ihr wissen wollt? Was ihr schon immer mal wissen wollt, was ihr schon immer interessiert habt? Jetzt habt ihr Zeit, Gelegenheit, das zu erfahren. Auf geht's. Hat Moby Twish? Ich weiß zumindest von nichts. Wer macht über die Tülle? Sehr gute Frage. Ich weiß es. Ich weiß gar nicht, wer weiß die Tülle. Wer ist eine Zeit, das zu sagen? Hier. Ich hab eine Idee, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich trinke hier Wasser. Wer ist die Tülle? Wer ist die Tülle? Jonas wird in diesem Spiel gewinnen. Kannst du dich an dein erstes Spiel? Ganz doll, klar. Ganz, ganz doll. Machst du uns dein Homeworkout? Ja, war ich. Wollen wir uns das mal recht? Wer kriegt denn den Pokal? Die Leute, das ist schwierig, weil der Pokal ist in China und es ist kein West-Team mehr drin, das heißt, die werden den wahrscheinlich dann über die Kumpel bekommen. Aber die Pokal kommen sie, Das gewinerte Mokum die Pokal. Wie viele sind tausend in Schockkosten? Gute Frage, kann ich dir leider nicht sagen. Hab ich keine Ahnung. Selbstvollbespielen hier hast du eh. Safe. Hat Mubi Seid seine einzigen Erzten gefunden? Nein. Die Gruppe hat den Weiß bis jetzt einfach gesiegt, wie das es wirklich bemerkt wird. Skateson manchmal? Nee, gerade nicht. Vielleicht irgendwann wieder auch wieder nostalieren sehen, aber gerade nicht. Ich habe da, für die, die ich das auch früher gemacht habe, eine Katze sehr gut, die eine habe ich keinen Kontakt mehr. Weiß auch gar nicht, was der macht. Aber, der eine Kumpel habe ich auch sehr gut in Kontakt. Aber das geht nicht mehr. Auch nicht mehr. Also, er kann es noch, aber er macht es nicht mehr regelmäßig. Was wird es da? Lederkumpel von uns an die Barbot? Na ja, ich hatte ja auch schon ein gutes Season tun, die Barbot, das ist es jetzt nicht. Die wird weiter gut sein. Die wird weiter, weiter, weiter gut sein. Die Season jetzt gerade habe ich irgendwie nicht den Drive, also was heißt so ein Drive-Card, es gab zu viel anderes. Habe es nicht geschafft, so konzentriert zwischen und mitzuspielen. Und ich muss sagen, ich war auch noch, ich hoffe, dass der letzte Ziel ist erstmal satt. Aber jetzt bin ich irgendwie nicht. was ist dein Schätzchen, ein bisschen Mundstecken, aber ja, das ist mein Call. Was haben wir noch im Chat? Was haben wir noch im Chat? Hier rutsch, bitte ruhig mal komplett dominiert. Wie geschah? 5 plus, oder 4,5 plus 2. Nein. Kombiniert 7, aber leider kann man das nicht so kombinieren. Was hat es, was hat es Kelsen-Levelos bekommen? Nein. Hoffentlich ein Sieg jetzt in der CEL. Das würde mich schon erreichen. Ich bin da nicht so anspruchsvoll. Ich bin nur ein Sieg in der CEL. Nein, es spielt Chivas. Jetzt ist er raus. Und das nicht erst er gestern. Der hat jemand gefragt, wann Chivas spielt. wie ist es, ja. Achso. Also, ich will kurz was bringen. Mach das. Ich denke. Mach das. Morten hat übrigens gemistigt. Also, er wollte den Feuerball eigentlich ganz woanders entwerfen. Es war einfach ein, es war einfach ein simpler Mistling von Morten. Was natürlich unmöglich ist, dass es jetzt hier passiert ist, aber er hat ja trotzdem gewonnen, von daher ist es fein. Ansonsten, Fabi meinte noch, er wäre sehr nervös heute Morgen, also vor dem Spiel, weil er halt auch gestern noch gespielt hat. Und, ähm, jetzt fühlt er sich aber sehr confident und sehr happy, logischerweise. Hat er ja gerade mit King of the Hill gespielt. Und, ja, ich habe ihn auch noch gefragt, was er glaubt, er jetzt das Spiel von zwei gewinnt. Er meinte, ein paar wie, äh, Ponos, weil, Ponos hat auch eine ganz andere Art und Weise, das Halblin hat vorhin noch als Play, Kangaroo hat komplett rasiert. Und Ponos hat halt echt, extrem Kurs verloren. 82% sagen, Ponos gewinnt. 82% sagen, dass Ponos dieses Spiel gewinnt. Ja. Das ist so. Rich Slayton hat auch gepostet, I love this final. At Team Kiso vs. SK is so perfect and I'm so excited. Das Ding ist, es ist auch einfach so eine lange Geschichte, die diese Teams verbindet. SK kann sich auch einfach revanchieren für die allererste CL Season. Da hat SK ja im Finale gegen Kiso verloren. Jetzt hat SK gegen Kiso verloren. Jetzt kann SK im großen Finale, im World Final, sich einfach revanchieren. Ja. Wir werden das gleich sehen. Let's go. Wir werden das jetzt gleich sehen. Auf geht's. Auf geht's. Ich muss auch sagen, Sam und Morten waren so fokussiert. Also, die sind die Gang, die waren so fokussiert. Also, ich bin da reingekommen und Ravi und so war auch richtig happy, Masin und so weiter und Kivi. Aber Morten und Sam waren schon wieder sofort on focus, on fire, bereit, die sich fürs nächste Game vor sind. Mega fokussiert. Und, ja, Ravi war erstmal ein bisschen erleichtert, weil er halt sehr nervös vor dem Game war. Aber jetzt ist er halt mega, na jetzt auch so. Ja, auch so. Siehst du mal. Alles gut, ich hab das noch nicht so gut genommen. Alles gut. Ist ja gar kein, gar kein, äh, gar kein Thema. Es war jetzt auch gar nicht, die Diskussion haben wir zwar ja auch gar nicht jetzt irgendwie böse gemeint oder so, sondern, ähm, ja, tatsächlich, einfach, agorata. Diskussion. Ich wurde gezogen. Der Chat war nicht so, das war für mich nicht sehr wichtig. Ich wusste, der Chat hat mich gezogen. Ich wusste, ich wusste, ich wurde gezogen. Der Chat hat mich gezogen. Wir wüxten Künchen in den Chat. Krieg, alle Subs mit dir jetzt einmal wüxten Künchen in den Chat. Bitte. Alle Subs mit dir wüxten Künchen in den Chat. Ich wurde gezogen, okay, ich konnte mich nicht dafür. WTF, der Beste. Was warst du da? Ich hab's mir angehört. Es klang gut. Es klang eins zu eins wie, äh, der Soundtrack aus dem Game. Vielleicht bin ich ja auch der Soundtrack aus dem Game. Bekommen wir davon wieder einen Clip? Bekommen wir davon wieder einen Clip, Freunde? Bekommen wir davon wieder einen Clip? Wieso hat der Kopf geraucht? Einfach nur so. Weil wir hören den Sound, wir hören den Ding aus. Wir hören alles, was ihr hört, hören wir auch um die Kopfhörer. Ja. Und wir wollen ja auch ein bisschen, was ihr hört. Dementsprechend ist das... Achso, hast du den Game Sound an? Also, hast du das Ding an, wenn die... Also, das klingt wie den Ton, klingt wie dann, ja, ne? Ja. Ja, okay, cool. Weil das hattest du ja, aber hattest du ja teilweise auch mal nicht. Naja, das war auch, ja. Das war aber nicht so. Let's go. Spiel um Platz 3 startet gleich. Wir springen rein. Auf geht's. Weil teilweise ist ja auch hier Musik im Clean Feed, ne? Dann machst du dann, pausierst du das dann bei dir? Nein. Achso, das ist dann doppelt halt. Achso, ja, die Spotify-Musik pausierst du. Ja, das ist dann auch okay. Okay, okay, okay. Let's go. Ich muss sagen, auf Gerada kann ich mit dabei recht gut. Echt, kann ich sehr gut imitieren. Da bin ich fast Profi, der könnte man behaupten. Mühe, okay, eigentlich geht's tatsächlich. Ich bin nicht so mühe. Hier nach noch schön zweimal den Garnelensalat. Da sehe ich mich. Binz und ich gucken an verschiedene Bildschirme. Ja. Also wir sind ja an zwei Setups quasi. Ja. Genau so ist es. Let's go. Jetzt hier Ponos gegen Pain. Ich glaube Ponos wird Pain von Naschen. Kann ich mir auch vorstellen. War auch mal Hans, ja Hans hat einfach das Patent auf die 1, 2, 3 und die 7. Nee, Hans hatte, wer ist da denn? Hallo. Hallo. Was geht? What, ne? Ja. Ja. Easy sagt er. Ravi ist back. Ravi ist absolut back. Also das war echt eine starke Leistung. Die Matchups waren auch echt nicht so einfach von Ravi, aber er hat echt sehr, sehr stark gespielt. Muss man schon sagen. Ja. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob Pain heute hier sich noch zumindest ein bisschen retten kann, weil das war gerade eine ziemliche Zerstörung auf jeden Fall. Absolut. Im Gegensatz zu gestern, wo sie absolut überrascht haben gegen Nora eSports, aber Nora eSports war auch nicht überzeugt gestern, logischerweise. Ja. Und ja, mal schauen, ob Pain jetzt hier gegen PONOS was anrichten kann. Das wäre überrascht, ob wir so. Wer ist im Finale? SK und KESU. SK und KESU, ihr seht das Finale der CAE West, jetzt auch nochmal hier in den World Finals. Da muss man sagen, haben auch viele Predictive. Ich hab gesagt, PONOS-Divit, aber wir haben ja gesehen, dass Wubi sich mit seiner Qualität einfach hier gegen Moobie. Zweimal hat natürlich gewählt, das war Martin, das war Martin, der Manager, muss man sagen, von SK, was man ganz einfach ausdrucken will. Und wir haben jetzt hier Tengon und Yakitori. Oh, Tengon und Yakitori haben vorher nicht gespielt in 2B2. Ja, true. Die spielen mit einem anderen 2B2. Let's go, auf geht's. Stolk, es wieder gibt es, was ist das Finale? Das Finale findet unmittelbar nach diesem Match statt. Unmittelbar nach diesem Match wird es das Finale geben. Das Ding ist aber, PONOS hat jedes 2B2 gewonnen mit ihrem Duo. Ich glaube, sie haben einfach gechanged, weil es in Anführungsstrichen nur das Spiel um Platz 3 ist. Weil, ich glaube, im World Final hätten sie wieder mit ihrem Top-Dur gespielt, weil sie haben jedes 2B2 gewonnen, PONOS. Sie haben so stark gespielt. Raky Jones und sein Kollege, die waren so mega solide. Mit Red. Red und Raky Jones, die haben so die waren ja auch die das beste 2B22 in der CLB-Stack. Ja. Da haben sie auch ein Wort für bekommen. Aber vielleicht... Oh, Bomb Tower, Fave, und Lukas, was denn da passiert? Es ist einfach... Es ist einfach... Okay, es war ein Hit. Es war ein Hit. Ich dachte... Es ist halt ohne diesen... Ohne diesen... Frees am Ende wäre es eventuell noch kritisch gewesen. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Finde ich trotzdem komisch spielen und vielleicht echt viel Geld. Ja, die Spieler sind ja trotzdem nicht schlecht. Also, Tenbot... Du hättest keine B-Elf oder so. Ja. Naja, nee, nicht B, aber halt auch nicht die S-Plus. Also, es ist trotzdem überraschend, dass wir nicht Raky Jones und Red sehen, weil das wäre jetzt zu erwarten gewesen, dass die beiden hier spielen. Aber... Aber... Ehrewert. Das ist nice. Sehr, sehr geil. Alles gut, alles gut. Alles gut. So. Riesenskelette klären sich... Die Riesenskelette klären sich hier gegenseitig. Rechts... Der Eos, der noch überlebt. Hawk Rider haben wir des öfteren in der CL-Season gesehen, aber ich finde es trotzdem krass, dass wir jetzt hier doppel Hawk Rider sehen. Hat vermutlich auch damit zu tun, dass Fischer und Nado halt gebannt sind. Oh ja, wahrscheinlich. Ja. Genau so ist es. Sehr gut. Der Bomb Tower mit dem Hunter zusammen sollte das verteidigen können. Es ist aber noch ein Hit. Weil der Hawk Rider geraged, weil kriegt der Hawk Rider trotzdem noch nicht am Turm. Ja. Und damit geht hier Bonus in einen kleinen Damage-Vorteil. Ich glaube, mein Sato geht's. jetzt. Jetzt. Okay, sie haben. Der Hawk Rider kommt wieder rein, ist geraged. ich frage, was haben sie dort dagegen? Wer haben sie? Ja, gut. Das ist halt einfach das reine Hawk Rider gespammer. Das ist echt so. Können wir eigentlich drüber reden, dass ich gerade eben Hawk Rider gerufen habe? Jetzt sind wir mit zwei O-Rex? Du hast diesen Sport. Dein Hawk Rider schnabmer so laut ist bis nach Asien und Amerika gegangen, Junge. Ich fass es nicht. Wir sehen einfach, die haben meinen Ruf einfach gehört. Ich fass es nicht. Bis jetzt sind es allerdings besser als ich weiß. Du hast halt einfach recht. Du hast einfach recht. Das ist crazy, man. Darkpix connected jetzt hier am Riesenskritt und am Lamberjack. Das ist kein Zufall. Nein. Das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Nee, kann das wirklich nicht. Wir haben echt das große Finale. Es geht nicht hier so. Das wird so krass werden. Ich bringe den Casting jetzt ungeschnitten auf YouTube. Ja, weil ich würde fünf Stunden oder so daran sitzen, das erste zu schneiden. Und zweitens wünschen sich auch sehr viele Leute, dass die Anker hinladen, weil sie ja das Film so ein bisschen mehr haben. Und deswegen wäre ich jetzt beides an der Keturin. Wird aber eine Beile dauern. Morgen wird das erste Video bekommen. Heute kein Video. Sehr schade, aber ich bekomme es ja nicht hin. Und morgen wird dann das erste Video von dem Gäste gespielt. Und dann übermorgen das von heute. Der Freeze war nicht so gut. Gar nicht geil. Das war ein bisschen gefällt von der Keturin. Und kein Freeze rein von Pain. Obwohl da jetzt ein Ding ist. Es ist ein extrem knappes Game. Stand jetzt ist Pain. Oh, der Schweine hatte eben die Worte. Sie dachten, der Spinner war. Also das sind jetzt aber Fehler, die dürfen nicht passieren. Die dürfen nicht passieren. Anfängerfehler. Das sind Fehler, die darf man nicht im Wurzwein machen. Die darfst du vor allen Dingen auch nicht in 2-2 machen. Das sind auch Fehler, die hängen jetzt gar nicht zusammen, dass sie vielleicht irgendwie nicht das erfahren zu tun wie 2-2 sind. Sondern einfach Dinge, die man ein bisschen muss so. Ja. Auch als 1-1-Ging-1-Spieler, meine ich. Das ist einfach ein individueller Fehler, den du nicht machen darfst. Ja. Das wiederum ist jetzt sehr, sehr gut. Wait. Warte mal, ich glaube, das war's. Was war's. Das gewinnt Ponos, oder? Du weißt, du hast ja den Poison ab. Das war's. Das Ding ist durch. Ich glaube auch. Gewinnt tatsächlich hier Ponos. Ja. Trotz des selten Schweine-Reiter. Ja, beide. Beide. Also man muss sagen, ich glaube, dass es beide vielleicht auch, also bei Ponos klar, dass die sind jetzt nicht tilted, aber Pain ist glaube ich immer noch ein bisschen tilted auch von dieser Niederlage gerade gegen Escape. Weil die ja gerade zu vernichten war. Ja. Ich glaube, ich glaube, Pain ist nicht so zufrieden über die Situation, logischerweise. Gar nicht. Allein, dass Lukas nach seinem Game ein Rage-Streak macht. Ja, das ist auch gar nicht seine Art. Das ist halt, ja. Das ist absolut gar nicht seine Art. Let's go. Ich erst mal die Banane hier. Willst du die? Ja, ja, nee, du kannst sie haben. Ich frage mich, was hat Lukas X hier mal eigentlich sonst noch so gepostet? Über Gott, der ist sehr gläubig. Ich finde aber, das macht ihn, also die Art, wie er das fühlt, macht ihn sehr sympathisch. Er ist für mich immer noch sehr sympathisch. Lukas. Lange war er das nicht. Lange habe ich ihn leider echt nicht gefeiert, so als er in der Ränder gezaubert hat, aber er ist mir sehr sympathisch. Ich bin sehr gespannt, wer jetzt hier das Ganze gewinnen wird. Ich könnte mir sogar wirklich vorstellen, dass Bonus jetzt hier auch 3-0 gewinnt. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie Payne jetzt mit dieser Niederlage umgeht. Ob sie jetzt trotzdem nochmal sich aufraffen können und hier rasieren können, oder ob Bonus jetzt hier wirklich komplett rasieren wird. Ich bin mal gespannt. Ja. Bonus könnte wirklich damit enden, hier jedes 2v2 gewonnen zu haben im World Final. Drei von drei 2v2s und trotzdem nur Platz 3 oder 4 geworden zu sein. Etwächstes, du isst deine Banane wie vor wie sein Eis ist. Bevor das passiert, ist... Ey, stopp, aber das Eis hat, das war auch, das ist mindestens, mindestens sieben Jahre, dass ich das Eis gegessen habe. Mindestens sieben Jahre, als du das letzte Eis gegessen hast. Ja. Ich habe echt saulange kein Eis mehr gegessen. Wirklich saulange nicht mehr. Das letzte Mal im Sommer. Ja. Ey, ein Eis hab ich schon gemacht. Ein Eis. Das letzte Eis habe ich in Dänemark gegessen. Ich gönne mir jedes Jahr ein Eis. Echt? Ja. Du gönnst dir jedes Jahr ein Eis. Das ist ja ein Witz. Nein, das ist wirklich ein Witz. Das war echt ernst. Wahrscheinlich nur ein Eis. Ey, das war echt ernst. Ich esse kein Eis. Okay, dann sag mir, was für ein Eis du dir gönnst jedes Jahr? Spaghetti-Eis. Was? Spaghetti-Eis. Ein Eis. Das ist wirklich kein Topf. Jedes Tag noch ein Eis. Du bist so ein komischer Mensch, habe ich dir schon mal gesagt. Welcher Mensch isst denn ein Eis pro Jahr? Das ist ja so eine komische Regel. So. Der Bruder gönnt sich eine Zuckerstange und wir gönnen uns jetzt das zweite Match im 3-2-Set. Ja. Weil wenn ich eigentlich erst einmal mehr esse, habe ich den Geschmack für ein Jahr. So, weißt du? Und dann brauche ich erst im nächsten Jahr den Geschmack wieder. Klar. Ja, klar. Klar. Ja. Klar. Der Geschmack für einen. Ja, stimmt. Ich esse auch immer eine Pizza pro Jahr, weil ich ja den Geschmack dann eh für den Rest des Jahres... Habe ich ja dann eh gehabt. Das ist schuld. Okay, was haben sie jetzt gegeben? Das ist was anderes. Nadeau ist gebannt. Sie müssen es noch... Was? Sie lassen den Good Item connecten? Nein, alles gut. Und wieso hat Payne nicht die Bats gesappt oder so? Jetzt haben sie kein Spell in die Bats? Oder wollten sie den Stubo nicht rausspielen, weil jetzt Lava-Fisch kommt? Das kann auch sein. Ich denke, für Payne war es so oder so gut, weil es eh ein Hit war. Ja. Oh, warte. Wait, das ist Klon. Das ist einfach Klon. Oh, verweil mich! Ja, das war Damage. Aber Bonus hat auch schon viel Damage kassiert. Von daher geht es, denke ich, klar. Für Payne. Die Frage ist, was spielt Payne eigentlich noch? Ich denke, Payne könnte Loon Greyfair, äh, Loon Greyfair spielen. Könnte aber auch Doppel-Loon sein und Loon Freeze. Aber es sieht eher nach Loon Greyfair aus. Ich glaube, Payne spielt hier Loon Greyfair und Bonus wird, denke ich, halt ein Lava-Klon, denke ich, mit Doppel-Lava spielen. Let's go. Fischer wurde nie in East gebannt. Äh, nee, das ist nicht nie in East gebannt, sondern nie von dem Team, glaube ich, gebannt, oder? Sind das Overall-Stats von den Bands? Kann natürlich auch sein. Hä, wie viel Sinn würde es denn machen, wenn es nicht Overall-Stats wären? Naja, von dem Team, die ich jetzt... Ah, nee, du hast recht stimmst. Wie oft das Team, die ich gerade gebannt habe, das habe ich jetzt gedacht. Du hast völlig recht. Aber, ja, weiß ich auch nicht, 100%. Doch, du hast völlig recht. Du hast komplett recht. Okay. Ich glaube, dass Wallace und Lukas das Spiel gegeben werden. Die Frage ist halt jetzt, ob Bonus hier diesen Turm holen kann mit diesem Push. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube gar nicht. Du kommst. Warte mal. What? Der Turm ist da unten? Wir tun komplett den Turm. Oh mein Gott. Und bei einem 1-1 könnte es eventuell problematisch werden für Payne. Aber Payne hat schon guten Damage auf den King-Thor gemacht. Ich denke, Payne wird jetzt auf den King-Thor gehen. Payne kann jetzt sehr defensiv spielen und vielleicht versuchen, dann mit Lumballoon irgendwie auf den King-Thor hinzugehen. Aber es ist auch schwierig, in dieselbe Lame zu pushen wie Lavaclone. Ja, eine hört. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich mir gar nicht so sicher. Für wen es gerade besser aussieht. Dann ist da jetzt eine Bombe vom Bombe-Turm, eine Bombe vom Riesgebet. Und alles ist dauernd. Ich habe das Gefühl, dass es je länger es gerade dauert, desto besser wird es hier für Ponos. Ja, für Payne wird hier ein Bombe-Turm. Genau so ist es. Das Problem ist halt für Payne, sie haben keinen Päusen. Sie haben absolut keinen Gift-Zauber. Oh, der Lumberjack! Der Lumberjack! Das Riesenskletzer-Turm! Ja, komplett! Das war's! Das war's! Oh mein Gott! Das war gar nichts! Also ich muss sagen, irgendwie passiert ein komisches Misplett. Die Spiele sind durchsetzt vom Fehler gerade. Also die kann man in einem Lumberjack failen gegen den Riesensklet. Also von Ponos ist das wirklich nicht gut gerade. Nee, das ist für mich nicht gut. Ich gehe mir mal wieder Wasser holen, weil... Ich gehe mir mal wieder Wasser holen, weil... Ich gehe mir mal wieder Wasser holen, weil lieber ich mir das Wasser reichen kann. Es tut mir leid. Let's go! Wir gehen in die nächste Runde rein. Ich fand, das war ein Quality-Joke, muss ich sagen. Ich fand, das war ein Quality-Joke. Was riecht du da? Ich trinke glaube ich wieder meins. Sissi. Das war ja nett von Martin, dass er mir Wasser eingekostet hat, aber... Das war mit Kohlsäuble. Meinst du eigentlich, dass mehr Prozent... Ich glaube, es trinken mehr Leute stilles Wasser, oder? Oder trinken mehr... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Fan von so... Also ich trink's, ich trink's, aber ich bin jetzt kein... solcher Fan von so hartem Sprudelwasser, weißt du? Ich mag es Medium oder halt ganz ohne. Ich frage mich halt, wie viel Prozent der Gesellschaft... Es brunzelt so auf der Zunge und so, es weht so oft, also... Es ist Spielballzrei, ja, das ist Spielballzrei. Das ist Spielballzrei. Aber dieses 2v2 alleine hat schon so viele Fehler, das erinnert mich ein bisschen an WEDGM im letzten World Final. Da waren auch so Plays, wo ich dachte, was passiert hier gerade? Was ist das für ein Niveau zwischen Liquid und WEDGM, beziehungsweise West und East? Aber das jetzt hier gerade ist von beiden Teams nicht gut. Bei PONOS, klar, es ist das 2v2-Duo, was absolut nicht eingespielt ist in 2v2. Und warum auch immer sie jetzt spielen, ich weiß es nicht genau. Pain... Ja, bei Pain war es gar nicht so viele Fehler. Ich glaube, es ist eher bei PONOS gerade. Es ist aber auch sehr interessant, dass ihr tatsächlich PONOS nicht mit ihrem Top-Duo spielt. Es ist so krass, wie die Meinungen da auseinander gehen. Zum Beispiel Jana sagt, entweder still oder mit viel Kohlensäure. Da gibt es viele, die sagen, ich trinke nur selten, aber dafür nicht so viel Kohlensäure. Je weniger, desto besser. Es ist so krass, wie die Meinungen auseinander gehen. Je weniger, desto besser. Ich hasse... Ich finde auch, je weniger, desto besser. Ich hasse Wasser mit extrem viel Kohlensäure. Aber das ist das Statement. Aber mittlerweile ist es wirklich... Also mittlerweile kann ich... Ich trinke halt so alles. Würde es zum Beispiel nicht wegschütten oder so. Schade, ist viel komisch, ja. Schade, Jana. Du bist auch jetzt sehr komisch jetzt. Schade. Okay, let's go. Wie mögt ihr euer Wasser? Stimmt mal alle ab. Jetzt hier die Lifestyle-Frage. Stimmt alle ab. Stillen, Video oder Klassik, was ist eure Meinung zu Wasser? Was ist denn jetzt Medium und Unterschied zwischen Medium und Klassik? Hä, Klassik ist normal. Normal Sprudel, normal Sprudel. Ja, und Medium? Medium ist wenig. Hä? Auf welchen Menge bist du denn? Es gibt Medium und Klassik ist das Gleiche. Nein. Es gibt doch viel Sprudel, das heißt doch da nicht Medium. Medium ist wenig. Medium ist doch nicht wenig. Dann steht da wenig drauf. Nein. Dann steht Medium. Klassik ist normal viel Kohlensäure. Also, okay, ich trinke nie Grundsäure, da kenne ich mich damit nicht so aus. Aber ich dachte, dass Klassik und Medium eine und dasselbe sind und es dann halt... Krass. Okay, ich hätte nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass... Hey, guck mal. Hier ist der Gerottschneider, ne? Und dann steht da hier nicht Sprudel oder Klassik, sondern steht da einfach weniger. Ich hätte gedacht, Medium ist halt so die Mitte. So... Wie... Also, einfach so Klassik. Normal. Einfach weniger. Ja, weil ich dachte, Medium ist Mittel. Also, so Mitte viel so. Mittel... Mittelstark. Und Klassik ist ja mittelstark. Deswegen dachte ich, dass das das Gleiche ist. Nee, Klassik ist stark. Nein, Klassik ist Klassik. Das Normale. Das ganz klassische Normale. Ich bin kein Stark. Doch, tatsächlich gibt's Stark. Nein, Klassik ist Stark. Also, fragt Rony Stark, der sagt was anderes. Ach, okay. Wir sind drin. Pink und Ilektori gegen Wolf und Lukas. Okay, was sehen wir jetzt hier für Decks? Ponos spielt hier Rekruten, Riesenskelett und Geragert. Ja. Was spielt jetzt hier... Hey. Nee, warte, okay. Ich glaube, kein medischer Wasser. Okay, still sagen die meisten. Sehr interessant. Aber, wenn man jetzt die Klassik und Medium zusammennimmt, sagen mehr Leute... Mit Schwule. Mit Schwule, ja. Ja. Ich nehme mal drauf. Ich hätte gerne den Klassik-Bürger. Medium. Das ist doch genau das Gleiche. Der Klassik-Bürger ist doch der Medium. Medium ist doch Klassik. Das Normale, jeder möchte ein Bürger-Medium haben. Was heißt Wasser mit Bürgern? Was ist mit dir? Natürlich. Hä? Es geht um Klassik und Medium als Wörter so. Das ist doch... Das ist doch... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Was? Ich verstehe das nicht. Was ist das für ein Vergleich? Ich verstehe das nicht. Das ist doch das Fleisch, oder? Da geht es doch um das Fleisch. Ah, okay. Der Vergleich ist schlecht, aber... Aber... Trotzdem finde ich, dass Klassik und Medium das Gleiche sind. Oder zumindest sollte es das Gleiche sein. Auch wenn es das nicht ist. Alter, wie wild war der Blick gerade? Hast du den Snow-Blick gerade auf die Skelette gesehen? Der war wild. Ja, ich habe mich zu sehr gut drauf. Pain gewinnt komplett. Pain gewinnt einfach komplett dieses Game. Pain gewinnt komplett. Pain gewinnt komplett. Aber man muss auch sagen... Also man muss auch sagen, dass es fast schon ein bisschen peinlich gewesen ist, der Outdoor-Blick-Ponos. Es war... Es gab so grobe Fehler in diesem Game. Ja, absolut. Alter, Floi, weißt du, was wir bald machen? Wir waren bei den Wasser-Tasting-Streams. Alter, wir waren bei den Wild-Tasting. Oder so. Und wir waren bei den Wasser-Tasting-Streams. Das sehe ich uns tatsächlich. Doch, das sehe ich uns wirklich. Das sehe ich uns doch. Ja, mach den. Das machen wir. Wie... 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 Wie pointe es während du da einen Wasser-Tasting-Streams. Wasser-Tasting-Streams. Wir sitzen da und probieren ein Wasser-Tasting-Streams. Und auf dem anderen. Und mir schmecken keine Unterschiede. Das ist ja geil. Ja. Ja, es hätte Steals. Es hätte Steals. Es wäre so pointless, dass ich so wieder was hätte. Ja. Also ich muss sagen, ich bin wirklich... Ich bin wirklich überrascht, dass Ponus hier nicht mit ihrem Tocto rauskommt. Das sind wir nicht überrascht auf jeden Fall. Let's go. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist echt überraschend. Ja, in der Tat. Ja, okay. Stimmt. Ihr habt recht. Was ist das? Ja. Ich sage mal, wenn es ist, ist es zumindest nicht zu vergleichen mit einem anderen Getränk zum Beispiel. Okay, ich bin mal sehr gespannt, ob Ponus jetzt hier zumindest im One-E-One wirklich serious an die ganze Sache rangeht. Aber Pain hat auf jeden Fall hier einen starken Einstand geliefert. Das hast du gewonnen, sehr stark. Aber Ponus hat wirklich einige böse Fehler gemacht. Also so Mistkicks wie ein Numberjack zu weit vom Riesenskelett weg entfernt, dadurch ist das Riesenskelett Atom-Connected. Dann ein Hawk Rider in die Riesenskelett-Bombe platziert. Also andere Sachen gemisst. Also das sind so Fehler, die dürfen hier nicht passieren. Das war... Das war zweifelsohne sehr 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 so Fehler. Ja. Ja. Aber gut. Nur wie ich nur zuerst gekämpft habe, S-K-Game wird hier nachspielen. Und wie viel gut das sein wird, kann ich dir leider nicht verraten. Oder kann ich dir leider nicht sagen, weil das noch nicht ganz klar ist. Das hängt sehr davon ab, wie doll S-K, äh, wie schnell dieses Mess spielt. Wenn ich zum Beispiel hier, Pain, jetzt noch die nächsten zwei Sets gewinne, wovon ich jetzt ehrlicherweise nicht ausgehe, weil immer noch Movie ist immer noch Movie, dann wäre es tatsächlich jetzt recht schnell. Aber kann auch sein, dass es hier zum Beispiel Sets gibt und dann draußen, leider. Wir werden es jetzt sehen. Kannst du hier dranbleiben, dann wirst du es live sehen, dann wirst du auch nicht verpassen, wenn S-K hier spielt. Wir gehen rein, let's go, auf geht's. Wir gehen jetzt hier in das nächste Spiel. Ich bin mal gespannt, wenn sie jetzt aufstellen, weil ich habe immer das Gefühl, dass sie, also, okay, das ist Raiky Jones, wenn ich das richtig sehe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Entweder Red oder Raiky Jones, ich bin mir nicht sicher. Ja, einer von den beiden. Nee, wait, das ist, das ist doch einer vom 2v2-Berader, oder? Nee, vom normalen 2v2? Mach ich mir mir nach unsicher. Ich glaube, Raiky Jones. Ich glaube, das ist der, einer von den normalen 2v2-Spielern, also der normalerweise 2v2-Spieler. Weißt du, was ich glaube? Ja. Okay, jetzt pass auf. Ich meine die jetzt alle. Also, ich glaube, Pronus hat sich gedacht, dass sie, Mugi hat gesagt, er ist so unkonfident nach diesem Sieg, dass er nicht mehr spielen möchte. Beziehungsweise, er wollte, glaube ich, den anderen Leuten einen Vortritt lassen, weil er halt zweimal gegen Ruhm verloren hat. Ich glaube, Mugi hat gesagt, dass die anderen Team mit spielen sollen. Sie wollten aber trotzdem im 1-1 ihre besten Spieler aufstellen. Und die nächstbesten Spieler nach Mugi und KK, beziehungsweise KK wird vielleicht trotzdem abgestellt sein, werden dann die 2v2-Spieler sein, nämlich Raiky Jones und Red. Und die waren aber im 2v2-Upgestellt. Das heißt, vielleicht haben sie deswegen jetzt einen 3v2-Duo genommen, damit Raiky Jones und Red quasi im 1v1-Upgestellt werden können. Vielleicht sogar zweimal, ich weiß es nicht. Vielleicht machen einfach Mugi und KK jetzt sogar Pause. Ich weiß, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden uns gleich sehen. Gleich, wenn sie losgehen. Dann wird es will. Dann endlich 1v1-Jungel. Dann geht es los. Let's go. Pfeifel, Pfeifel, ja Jungs. Ja, Pfeifel. Es ist wieder soweit. Pfeifel, die kennen es. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Let's go. Gute Zwiebel. Alter, ich mir war das, was mir da so viel ist. Das sagst du. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass Mugi echt Hilde ist, beziehungsweise den anderen Spielern jetzt ein Vorteil lassen möchte. Mal schauen. Ja, das werden wir jetzt sehen. Let's go. Wir sind jetzt dabei. Welchen Preis wir bekommen? Platz 1. Platz 1 wird sagen und schreiben 100.000 Dollar Preisgeld bekommen. Also eine hübsche Stadion gelten, in der man auf jeden Fall was anfangen kann. Und wir sehen Red gegen Vitus. Es ist einer aus dem 2G2, also Red. Kann man im 2v2 mit Tornado und Magie schützen den King zu aktivieren. Nicht ganz stumpf, also du kannst nicht einen Magic Archer an King zu ziehen, nur mit Nado. Aber du kannst super easy mit Nado und Magic Archer an King zu aktivieren, über verschiedene andere Sachen. Das ist doch frei. Was hast du denn eine Frage gemacht? Ich bin nicht Stahlberater. Was weiß ich, wie das in den verschiedenen Ländern ist. Besser als du von der Overlamping auf willst. Okay, es ist tatsächlich Red. Es ist nicht Rakey Jones, es ist Red. Es ist einer von den 2G2-Spielern, die eigentlich im... Dafür musst du hier auch nicht... Eigentlich spielen. Wenn du auch nur zwei Stunden spielst und nicht sieben Monate. Musst du auch mal sehen. Okay. Red hat viermal auf erster Position gespielt, hat aber nur einmal gewonnen und dreimal verloren. Vitor hat zweimal auf zweiter Position und zweimal auf dritter Position gespielt. Und Vitor hat elfmal auf der ersten Position gespielt. Was? Vitor hat elfmal als Erster am King of the Hill gespielt? Die haben nicht immer auf der ersten Position gehabt? Ne, wir sagten dreimal. Also, passt nicht mal. Wait, 14 Spiele. Woher haben die 14 Spiele? In der CL waren doch gar nicht 14 Spiele. Playoffs. Wie viele Teams warst du insgesamt? 12. Playoffs und jetzt, hä? Ne, zehn. Zehn Teams, oder? Ja. Das heißt, neun Games. Neun Games. Elf. Zwei Playoffs. Oder drei Playoffs. 13 und 14. Und gestern, ja. Und war auch hier das Game. Ja, okay, krass. Er hat wirklich jedes King of the Hill gespielt, Vitor. Ja. Und der Ton ist da. Vitor führt 1-Dill. Jetzt die Frage, kann er diesen Push verteidigen? Kann er diesen Push von Red verteidigen? Ist das das Finale? Nein, das ist das Halbfinale. Er, das Spiel wird drei. Das ist das Spiel wird zwei. Finale wird gleich kommen. Keine Sorge, Finale ist gleich im Start. Haben Morten und Samma nicht 2-0 oder 2-1 im Team Team gewonnen gegen Peng? 2-1. Okay, also Morten ist dann um 2-1 geworden, weil die gerade einer fragt, wie die Akzenten ausgegangen sind. Dann hat Kavi 3-0 gesweept im Game of the Hill. 3-0 ein. Und dann hat Morten gegen Sweep gespielt, ist 1-2 in Rückstand gegangen und hat dann 2-1 gecomebackt. Also Morten hier zum zweiten Mal das Ganze noch zu einem Sieg führen können. Okay, Red könnte hier comeback geben, er tut den Tauern, aber das wird schwierig. Der nächste Hunter kommt rein. Der nächste Hunter ist ein Start, richtig. Der Hunter macht so einen guten Getier. extrem gut von Vitor gespielt und dieses Deck ist auch einfach so stark gegen Lava. Und weil er hat Hunter Speargobs mit Delivery. Und diese Delivery ist so wichtig gegen Lava Nightwitch. Normalerweise hat er gar nicht so mega viele Karten gegen Lava. Aber diese Delivery ist so wichtig wegen der Nightwitch und das hatte ich mir einfach nicht gegengebunden. Genau so ist es. Das war's. Täh, der Hesbridge. Das Spiel gewinnt tatsächlich hier Vitor. Und jetzt geht's hier in das zweite Match und es könnte hier Pain, und man sieht, die sind deutlich, deutlich appetitierter irgendwie gerade unterwegs. Und es könnte Pain insgesamt dieses Set gewinnen. Und dann wird es schon 2 zu 0, die für Pain stehen. Erinnerst du dich an die Predictions? Ich hab das nicht gesehen. Was haben die Caster prediktet, wie das Game ausgeht? Chad, wie seht ihr das? Was haben die Caster, die chinesischen Caster gesagt? Was haben die gesagt, wie das Game ausgehen wird? Ich glaub, die haben alle 3-1 oder 3-0 prediktet für Konos. Aber ich hab auch gar nicht erwartet. Also, Konos, Trojt gefühlt, die packen übelst. Also, meint war das erste Line-Up. Aber da zählt auch die Matches 2 zu drüben rein. Man könnte wirklich davon sprechen, dass ihr ihr B-Line-Up, M22, spielen habt, bespielen lassen. Was super weird ist. Und Mugi will anscheinend nicht mehr spielen. Und, ja, jetzt müssen sie die anderen Spieler reißen. Aber ich weiß nicht, ob sie ohne Mugi hier das Ganze gewinnen können. Der Chad hat gesagt, 83% Konos. Okay, krank. Alter. Ja, es ist ja noch nicht durch. Es ist ja auf keinen Fall noch durch. Ja, man muss halt sagen, Konos war sehr eindrucksvoll bis jetzt in diesem World Finance. Hat auch gegen Keso einen super krassen Kampf abgeliefert. Und es ging wirklich bis ins allerletzte Match. Und Pain Gaming hat halt komplett kassiert heute. Man muss aber auch sagen, SK ist einfach in Form. Ja, absolut. Absolut, ich habe es gesehen, Phil. Wild. Ich werde jetzt mal alles richtig bedenken. Hoffentlich alles richtig. Letztes Schwert, habe ich gesagt, SK gewinnt. Da würde ich dir sogar gönnen, Phil, dass du alles richtig gedippt hast. Ich habe mich auch sehr reinkommen. Warten um die Heils, es werden keine Heils kommen. Es werden keine Heils kommen, es werden die ganzen Spiele hochgeladen werden. Danke, du bist so. Zusätzlicher Heils wird es nicht geben. Einfach, weil ich denke, dass, wenn sich wirklich Leute das anschauen, wollen die meisten keine Heils, sondern eben auch die gesamten Spiele sehen. Und deswegen wird das Ganze verbittert wieder. Das ist echt genial. Finde ich auch. Ich mag immer noch diese Statuen einfach sehr gerne. Ich finde die Megaretter-Statuen, diese goldene, echt so. Ich finde die so sexy. Vieles nett. Vieles nett. Genau so. Das ist ein Maschallah, sagt Maschallah, einfach der goldene Megaretter. Einfach der goldene. Der Megaretter hatte aber auch so schöne Augen in diesem Trailer für die World Finals. Erinnerst du dich an den Trailer? Da sind die Truppen so durch China gelaufen, durch Shanghai. Schöne Augen bleiben, wenn du bist beim Megaretter nicht, um meine Erinnerung. Nur ein Joke. Und dann haben die den gefilmt, die Megaretter. Und die Augen von Megaretter haben mich einfach umguckt. Die haben mich sofort gecatcht. Also, ja. Das war ein animierter Ort, Augen. Ja, aber es war lit. Es war lit. Nee, das hat ein Problem, dass ich hier gelandet bin. Können wir sagen, ob wir ein Fringe in Chat bekommen, wäre das auch geschwildert. Nein, ist wirklich blit. Jeder, der es gesehen hat, den Trailer oder das Video, jeder, der es gesehen hat, der wird 100% mit mir übereinstimmen. Die Truppen, das war auch voll geil animiert einfach, dass die Truppen da durch Shanghai gelaufen sind, einfach auf den Straßen. Das war lit. Das war echt gut animiert, aber die Augen, nein. Können wir uns, glaube ich, was geschehen. Ja, ich werde dem Boden fern, wenn es tut mir leid. Alright, wir gehen gleich die Spiele vorne. Gleich geht's los, let's go. Gleich geht's los. Guck mal, ich stimme Floppy zu, die Augen waren wirklich wild, die waren wirklich nice. Oha, mhm, ah ja, mhm, ah ja, mhm, ah ja, mhm, na ja, let's go. KK gegen Vitor, auf geht's. KK? Kann KK jetzt gewinnen? KK hat heute bis jetzt am besten gespielt von Bonus. Der hat sein 1v1 gegen einen GP gewonnen. Und war auch der Einzige, der Kezu quasi im 1v1 bandigen konnte. Im King of the Hill wurden sie rasiert. Und 1v1 hat Ubi beide verloren. Und ja. Okay, KK hat 100% gewinnert auf Platz 2. Im King of the Hill. Jedes Mal, wenn KK auf Platz 2 aufgestellt war, hat er gewonnen. Jedes Mal. Einfach 100% mit Raid, holy. Okay, dann brauche ich rein. Das ist mit Mugi. Es kann halt sein, dass Mugi nicht spielen wird. Nach dem Match gegen... ...gegen Jesus. Das ist ein Royal Giant Hit. Wobei, vielleicht packen sie Mugi trotzdem noch ein Skin of the Hill oder so. Ich weiß es nicht. Ich mach gut. Je nachdem, wie Mugi sich anfühlt. Werden wir sehen. Das sieht nach einem guten Start hier für KK aus gerade. Ja, definitiv. KK spielt wieder die... ...Riesenskelett Royal Giant Variante mit dem Erdbeben. Oh, gut mit dem Hunter hier gearbeitet. Mit dem einen gearbeitet. Von Vitor. Ja. Da hat KK den Hunter auf der Firestone Seite platziert. Ja. Jetzt geht es nochmal. Okay. Ja, der zweite Hit von Royal Giant, der war gerade extrem gekauft. Aber das sind wir leider schon gewohnt irgendwie. War gerade Essen, als ob Painless 227 gewonnen hat. Ja, aber sie haben mit der B11 gespielt. Also, dem B-Duo. Also, das Ding ist halt, dass sie nicht mit Raky Jones und Red gespielt haben, sondern mit zwei anderen Spielern. Und das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Die beiden Spieler haben einige Fehler gemacht, die sie nicht hätten machen dürfen. Okay. Weißt du, was schickst du im Geil für den bei dir? Was? Dass du einfach immer wieder so richtig dumm Scheiß-Tot meinst. Da hinter so... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, das hast du zusammen mit der B11 gespielt. Ich weiß nicht, was du meinst. Das mach ich gar nicht. Bogenschützen killen den Hunter. Okay, wir sind im Stil. Und das ist ein Stil, habe ich gegessen gesagt. Es sieht extrem gut hier gerade für KK aus. Aber vielleicht kann sich das bald auch noch wenden. Okay, Lansky geht zurück. Also, das deutet gerade alles auf den Sieg für KK hin. Aber... Oh, er wollte unbedingt den Fischer killen. Aber er kriegt es nicht hin. Das hat es nicht geschafft. Ja, das sind zwei Jenskeles und ein Whole Giant. Ich glaube, das ist ein Stil. Was zum Gläufe kriegen. What? Zwei Rieseskelette, zwei Whole Giants, zwei Fischer. Was ist das denn? Was war's? KK gewinnt. KK gewinnt. Die Satisfying. Einzel, ja, absolut sind zwei. Der hat vier dicke Truppen auf so einem kleinen Space gehabt. Was war das denn? Das war krass. Das war in der Tat ziemlich, ziemlich krass. Und wir gucken gleich in die dritte Runde. Dritte Runde im King of Will. Wir sind gleich dabei. Let's go. Johnny der Beste, das stimmt, natürlich. Pain hat auch ein gutes G2, aber trotzdem war, oder sagt es ja in dem Fall jetzt nicht, dass Pain und Link gewonnen hat, weil sie super krass gespielt haben, sondern ist eher aufgefallen, dass halt die beiden von Ponos halt einige Fehler gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob Pain gewonnen hätte, wenn sie gegen Reiki, Drossel und Red gespielt hätten. Das weiß man. Aber das werden wir auch nicht herausfinden. Und ich bin jetzt mal gespannt, wer hier von Pain als nächstes auf dem Feld ist. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier Wallace kommt und als letztes dann noch Lucas aufgestellt ist. Vielleicht sehen wir auch Sweep, aber ich glaube eher, dass wir Wallace und dann als letztes progressieren werden. So wird es vermutlich ja aussehen. Fischer Tod machen dürfen. Nee, nicht Tod, aber schwächer. Schwächer auf jeden Fall, aber nicht Tod. Man merkt, man merkt, dass der weniger Leben mehr hat, ganz klar. Aber Tod würde ich das nicht nennen. Tod würde ich das nicht nennen. Wir schauen gleich irgendwie nicht so dran. Let's go. Auf geht's. Jetzt geht's rein ins dritte Set, beziehungsweise dritte Spiel, ins zweite Set. So rum. Was ist bei Mugi passiert? Mugi hat zweimal gegen Ruben verloren. Also sie haben gegen Team Keese im Halbfinale gespielt und Mugi hätte das Game für sein Team gewinnen können, aber beide 2-2-2s gegen Ruben verloren. Man muss aber auch sagen, dass Ruben auf einem so krassen Label gespielt hat und gegen Ruben zu verlieren, ist überhaupt keine Schande. Aber Mugi war trotzdem sehr unbequittet mit dem Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Zweimal zu verlieren, ist halt, wenn du als einer der besten Spieler gehandelt bist, auch so eine Sache. Weißt du, wo ich uns sehen würde? Wo? In einem, in einfach einem, also ich würde es darin sehen, dass wir ein richtig geiles Finale haben, SK World Champion wird und wir uns danach so richtig geil enjoyen und so einen Salat wiedergönnen können. Ich hätte da so Bock drauf. Mit so einem richtig positiven Gefühl, weil Morten, Sam, alle happy sind. Alle auf dieses Ziel, worauf so lange hingearbeitet wurde, was einfach dann, was theoretisch dann erreicht worden wäre, aber dafür muss der SK natürlich das Finale gewinnen. Es wird so hängt. Da würde ich mich wieder an Autos sehen. Es wird so krass werden, das Finale. Es wird so krass werden. Absolut, genau so ist es. Hat der SK eine Chance? Ja, SK ist im Finale. SK ist komplett im Finale. Wir haben natürlich schon eine Chance. Die lohnt sich das Ding auch nicht gleich. Nice, Frothalo, schade. Oh, Frothalo, was? Das ist natürlich ärgerlich. Frothalo, an der Stelle. Ja, ja, aha. Da war es wieder. Haha. Ach, 18,800 wird aber auf einem Topf hier so einen richtig beschissenen Witz reißt, dass er dann immer... Haha, was? Ich bin das ohne Witz, so geil. Hast du dir geschrieben? Ich kann nicht schreiben. Oder? Danke dir. Hauptsache, ich bin aber auch ohne Witz, übelst halbsten Salat. Aber, ja, ich hab übelst... Ich hab... Wir haben jetzt in den letzten 14 Stunden halt einmal eigene Mahlzeit gegessen irgendwie. Das ist halt nicht so viel. Aber die war extrem geil. Und das World Final ist quasi unsere zweite Mahlzeit jetzt hier. Allerdings werden wir die auf eine andere Art und Weise zerben. Alter, das World Final wird so krass werden. Das wird so heftig werden. Okay, Wallace gegen K.K. jetzt hier. Mal gucken, ob Wallace hier anschließen kann an das, was er gestern unter anderem schon geleistet hat. Ja. Gegen K. lief es leider nicht für ihn, aber er hat auch nur ein einziges Spiel in One-Y-One gespielt, beziehungsweise King of the Red halt. K.K. spielt Friedhof. K. spielt Greyfart. Und Wallace hat wahrscheinlich den Ballon auf Start. Vermutlich Ballon, den von Wallace. Ja. Das sieht nach Dreyfart gegen Lune aus. Ja. Die Frage ist, für wen ist das Match-Up besser? Wallace hat halt... Das soll doch P-L jetzt sein. Ja, aber Royal Hox glaube ich nicht. Royal Hox? Royal Hox haben wir nicht ein einziges Mal gesehen. Ja, das Vlog, doch haben wir öfter gesehen. In den World Finals? Ja. In den World Finals? In One-Y-One Royal Hox? Ja. Nein? Nicht ein einziges Mal, oder? Ja. In diesem World Finals haben wir Royal Hox in One-Y-One gesehen. Oh, nicht. Wer hat denn... Welches Royal Hox-Deck? Welches Royal Hox-Deck haben wir denn gesehen? Wir haben nur... Gerade eben auch. Warum gehst du? Da können Royal Hox gespielt werden. Ich wurde komplett hops genommen. Komplett. Und ja, okay. Wir haben Barbaran-Hütte-Royal-Hox gesehen. Klar. Kade. Barbaran-Hütte-Royal-Hox haben wir gesehen. True. Ja. Aber ich meinte halt Rekruten-Royal-Hox. Also diese Deck-Variante mit den Royal Hox haben wir kaum gesehen. Oder sehr, sehr wenig. Ja, aber jetzt... Das sind halt einfach jetzt die Royal Hox. Das sind halt auch die Royal Hox. Schon belastend für dich. Du warst nicht so sicher. Vergessen wir es einfach. Vergessen wir es einfach. Und kein guter Graf-Gay, meiner Meinung nach. Kein guter Graf-Yard. Das wird eine gute Tiefe zu Wallace. Und Wallace könnte jetzt hier gleich mit einem Counter-Push ordentlich Damage bekommen. Er wird jetzt wahrscheinlich die Rekruten hinten splitten. Und dann gleich mit den Royal Hox reingehen. Du wurdest komplett Hox genommen. Ja. Direkt. Schade. Eine Schweigemühle. Eine Schweigemühle hat der Stelle für mich. Oh, der Magic Archer. Ja, zwei Hits. Kann man, glaube ich, machen. Er hat den Magic Archer geopfert für zwei Hits am Turm. Das ist die Frage, wie gut das jetzt war. Oh, ja, das ist loggekommen. Mit den Magic Archer. Mit den Magic Archer. Oh, der ist er toben und das war es. Der Magic Archer ist zu spät. Das Ding ist noch nicht ganz durch, aber kein Zweck, ne? Ja, aber er wird jetzt gleich Royal Hox oder so in die Bucke spielen. Wenn Greyfurt kommt, dann sollte es das gewesen sein. Ja, das reicht, ja. Also das Problem ist halt jetzt, eigentlich kann Kekke nicht offensiv gehen. Er muss eigentlich, er muss halt Flores verteilen und das ist eigentlich auch schon wieder fast so möglich. Der Magic Archer war halt an einem Turm und das hat halt Rolles hier gerade so viel Damage beschert. Da hätte... Der Rolles ist ja wieder bedient. Der kommt schon wieder, aber der kommt gar nicht. Ja, da hätte Kekke das gerade bedicken wollen. Der Magic Archer trifft doch einfach die Musketiere durch die Maid. Jetzt kommt die Bucke jetzt rein. Ja. Lock kommt auch noch an den Turm. Ja, Rolles 2 erreichen. Es fehlt nur noch ein einziger... Müsste Kekke jetzt reingehen. Aber es reicht nicht aus, Piggels sind dran und Wallis gewinnt. Wallis gewinnt jetzt so 2 zu 1 für Payne Gaming in diesen King of the Hill. Jetzt kann er das Ding tatsächlich jetzt für sich entscheiden. Er kann für Payne entscheiden in diesem King of the Hill Set, wenn er jetzt hier gewinnt. Das ist ein ganz doofes Wert. Ja. Kann man mir sagen, was bisher passiert ist? Natürlich, selbstverständlich doch. Wir haben das erste Halbfinale gesehen. Das war Team Kiesu im Bonus. Ein extrem klappes Spiel, was am Ende Team Kiesu 3 zu 2 für sich entschieden hat. War sehr, sehr spannend. Ruby hat zweimal gegen Rube verloren. Und Rube hat wieder sein Team komplett gecarried. Und damit Team Kiesu zum Sieg geführt. Das heißt, Team Kiesu war da jetzt erster Finalist. Dann haben wir das nächste Halbfinale gesehen. Das war SK gegen Payne Gaming. Das war das Game hier vor. Und dort hat SK 3 zu 0 gegen Payne Gaming gewonnen. M2B2 2 zu 1 gewonnen. Dann hat Javi 3-0 gegen Kiesu hin und dann hat Morton 2-1 gegen Sweep gewonnen. Extrem stark von SK gespielt. Und jetzt haben wir das große Finale hier nach. SK gegen Team Kiesu. Das wird mega heftig werden. Und das ist das Spiel um Platz 3. Die beiden Teams, die heute verloren haben. Payne und Ponos. Und dort haben 2v2 tatsächlich Ponos mit dem B-Doo quasi gespielt. Also es waren zwei Spieler gespielt, die irgendwie 10% in der Season gespielt haben. Und ihr starkes 2v2-Doo und die alles gewonnen haben im World Final bis jetzt. Haben wir ja auch nicht gespielt. Ich weiß nicht. Wir wissen nicht genau warum. Vielleicht weil sie sich denken, Spielplatz 2 ist jetzt nicht so mega wichtig. Da können wir auch anders spielen lassen. Oder weil die anderen nicht spielen wollten. Ich kann nicht hinter die Kulissen schauen. Aber das vermute wäre halt, dass Mubi nicht spielen wollte. Dass dann die 2v2-Spieler ins 1v1 gezogen wurden. Weil das sind die nächstbesten 1v1-Spieler. Und dadurch haben sie mit einem anderen 2v2-Doo gespielt. Aber das war tatsächlich ein bisschen Fail. Die haben nicht so gut performt. Und jetzt sind wir hier im King of the Hill Set. Und da führt Payne Gaming jetzt 2v1. Und es könnte 2v2 für Payne hier werden. Wenn Wallace, wo der letzte Spieler, was für Ludwig Lukas sein wird, ein Game hier noch gewinnt. Denkt ihr, dass Serge im Finale spielt? Nein. Nach dem Sweep von Krawi nicht. Also es kann man 100% genauso spielen. Wie Morton und Sam, dann Krawi, Sam, Morton und dann Sam, Morton, Krawi, Morton, Sam, Krawi. Wie auch immer. In den 1v1-Sets. Also ich denke, das große Finale wird genauso angesetzt werden. Weil Krawi halt absolut nicht so rasiert hat gerade. Dieser Lukas ist Lukas X-Gamer. Ja, das ist Lukas X-Gamer. Der Lukas, den wir hier sehen, das ist genau der Lukas X-Gamer, den ihr kennt. Der 2v6 im Leather rasiert, hat einige Seasons. Der allgemein sehr starker Leather-Spieler ist. Und ja. Man muss wirklich sagen, Payne ist halt ein komplett neu besitztes Team. Die Spieler haben alle, oder zum Teil, das erste Mal, die ersten CL-Seasons hier gespielt. Oder vielleicht sogar alle. Also Sweep hat das erste Mal gespielt. Lukas hat das erste Mal gespielt. Wallace und Vitor. Okay, Mugi wird eingewechselt. Okay, Mugi spielt. Mugi wird eingewechselt. Das ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass Mugi am Start ist. Haben alle Payne-Spieler zum ersten Mal diese Season CL gespielt? Spielt die alle zum ersten Mal CL? Oder haben Vitor oder Wallace schon mal eine Season gespielt? Nein, 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 nicht. Alle spielen zum ersten Mal. Ich glaube, alle zum ersten Mal. Das ist ein komplett neues Team. Und dafür, dass Payne hier diese Season das erste Mal so spielt, es ist wirklich eine krasse Performance. Und wenn sie jetzt hier Bonus rasieren, im Spielplatz 3, das wäre auch nochmal ein Statement auf jeden Fall. Absolut. Ich glaube, wir haben aus dem Grund, wo du keine Erwartung auf einmal Sergio spielt. Ja, aber es geht in dem Moment da nicht mehr um den Überraschungsfaktor, sondern sie wollen gewinnen. Und sie wollen mit den besten Leuten und der besten Aufstellung spielen. Die Überraschung ist zwar manchmal auch ganz gut, aber jetzt im großen Finale werden sie, glaube ich, eher wenige mit Überraschung. Habt ihr gesehen, dass die Decks auf dem Zettel hatten? Die hatten einfach Decks. Ja. Die hatten einfach Decks auf dem Zettel. Ja. Moin, guten Tag, was geht? Oh, gebe zu Daddy. Na, es ist ein 32. Mal. Es scheint das 32. Mal vollkriegt. Adachi. Mach heute so. Vielen, vielen Dank, dass du das machen. Das werde ich machen. Und direkt dahinter kommt Funky SP mit dem 24. Kurs von euch bei dir raus. Vielen, vielen Dank für uns. Wollt schön, dass ihr das so würdigt hier. Kuss. Und wir sehen Moogie gegen Wallace. Let's go. Wallace hat wahrscheinlich, was ist das? Wahrscheinlich ist das... World Giants. Das könnte... Was ist das? Ja. Ich glaube, das ist ein interessantes Royal Giant Deck. Also entweder ist es ein sehr interessantes Royal Giant Deck oder... Oder ein interessantes Greyfart Deck. Aber ich bin mir auch nicht so sicher. Royal Hawks. Okay, es ist Royal Hawks. Das ist das... Yo, da war das am Tor. Mein Gott, die Pickets haben mich getankt. Ja. Das ist... Das ist vermutlich das Deck mit Cage und Erdbeeren noch. Ja, stimmt. Richtig. Nein. Äh, Cage und... Barthard und Feuerball, hä? Stimmt, Barthard und Feuerball. Stimmt. Ähm, die Variante mit Cage wird ja auch mit Delivery gespielt. Mit Delivery. Und hier haben wir ein Barthard drin. Das heißt, wahrscheinlich ist es tatsächlich sogar Barthard. Aber das würde mich wundern, dass er die Barthard noch nicht gespielt hat. Vielleicht spielt er doch den Cage. Er spielt doch den Cage. Okay, er spielt doch den Cage. Er ist wirklich Cage, okay, krass. Er ist wirklich Cage, Erdbeeren wahrscheinlich. Aber dann wundert es mich auch, dass er den Erdbeeren noch nicht gegen die Morte gespielt hat. Vielleicht hat er da doch ein Feuerball drin. Ich, äh, weiß nicht genau. Also Wallis, letzte Karte, 100% Mord, äh, Feuerball oder Erdbeeren. Und Mugi spielt Mordagraithers. Interessant auf jeden Fall. Der Wachter rein am Turm, ja. Bis jetzt sieht es sehr, sehr gut für Mugi aus. Ja, definitiv. Guter He-Sprit von Wallis. Ja, sehr gut. Okay, er hat den Erdbeeren sogar. Hat er sogar Predicted hier. Hm. Bis jetzt sieht es besser für Mugi aus, aber noch ist das Ganze natürlich nicht vorbei. Jetzt kommt hier wieder Royal Roads rein. Ja. Kein Erdbeeren, wie es noch von Wallis ist, weil der Mord also hoch platziert wurde. Was halt Wallis Probleme macht, ist diese Karre. Weil diese Karre, ähm, ist nicht so einfach für Wallis zu verteidigen. Ja. Aber das ist, das ist gute Damage von Mugi gewesen. Definitiv. Und das Ding ist, Wallis kann ihn auch nicht so richtig punishen, weil die Royal Hawks werden fast immer durch einen defensiven Mord ergeleert. Ja. Und das ist Barbara von Mugi. Das sieht sehr, sehr, sehr gut hier von Mugi aus, was er macht. Auf jeden Fall. Ganz toll. Das müsste Mugi eigentlich Dongton gewinnt. Dreifache Wix hier passen. Sollte du mir hinten mal etwas besser von Grafer, das ist dir. Und Klammer, du bist noch mit Moin. Moin, Klammer. Da geht es für die 100 PC. Vielen, vielen Dank. Und jetzt wird die Kanonenkarre gezogen. Okay, das war jetzt vielleicht nicht der Kahn. Da können jetzt den nächsten Piggels an der Bucke kommen. Ja, Piggels kommen auch. Und der Mordor ist in der Defensive am Start. Erdbiden. Das wird Mugi gewinnen. Das wird Mugi gewinnen. Ja, das sieht nach einem Sieg für Mugi aus. Außer, er passiert jetzt im Moment. Außer Anlass. Warte mal. Warte mal. Päuzen reichen noch nicht. Jetzt, 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 das war's. Das gewinnt Mugi und damit tatsächlich hier 2 zu 2 in diesem King of the Hill. Imagine, Mugi reverse-tripped. Also, naja, das wäre kein reverse-tripped, aber holt hier die letzten beiden Siege. Und es steht einfach 1 zu 1. Das wäre auf jeden Fall eine Ansage von Mugi, der wahrscheinlich noch ein bisschen mad ist oder ein bisschen zent ist, dass er gegen Team Keso nicht gewinnen konnte. Aber dennoch, die starke Verformnis von Mugi. Wichtig für die Krohnen. Ja, eben nicht. Nice. Gin Tonic, haupt ihr für Ypsenburg und Zappos, viel, viel nach Gin Tonic, viel Zappos Ypsenburg, der würde sich freuen. Und Rhea Panschi hat auch noch Witz drauf, ebenso wie Colin Love Smile. Und, guten Tag, schreibt heute jemand auf Schlau, vielen Dank, guten Tag, auch für die 100 Witz hier. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Hat noch, hat noch nicht. Aber ich denke mal, 5% sind wir vor. Und jetzt kommt wahrscheinlich das erste Aufnahmetreffen zwischen die beiden Kieflern, Lukas und Mugi. Was glaubst du, Lukas oder Mugi, der gewinnt? Schwierig zu sagen. Sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich würde behaupten, ich glaube, irgendwie Lukas macht das. Ich glaube, irgendwie Lukas macht das. Ich glaube, Lukas fängt sich jetzt und gewinnt dieses Game. Was mir übrigens rückwirkend nochmal auffällt, warum hat Tribe eigentlich so eine komische Aufstellung gewählt? Sie haben mit Jupiter King und TNT ja in 2-2-2 gespielt, okay, das ist jetzt noch okay. Und dann Asylis in 1-1 aufgestellt. Das ist so, das ist überraschend gewesen. Überraschend. Wobei, hat Asylis King of the Hill oder Mugi gespielt? Asylis hat King of the Hill, oder? King of the Hill gespielt. Und 1-1 war dann Jupiter King gegen Mugi? Ja. Ja. Aber das war auf jeden Fall eine krasse Versur. Ich muss sagen, ich finde es interessant, dass Tribe halt so eine Aufstellung gewählt hat. Und da wurden sie auch bestraft. Aber jetzt scheint hier Paint Gaming eventuell gegen Bronos einfach gewinnen zu können. Das ist so. Genau, so ist es. Wir werden sehen. Wir werden es jetzt sehen. Mal schauen. Ring of the Out of the Hill, vielen lieben Dank. Auch kurzes für den Out of the Hill, war schon kein Wun. Und Ring of the Out of the Hill, vielen, vielen Dank Freunde. All bestätigt. Und wir sind gleich dabei. So geil, wie jedes Mal die Arena gezeigt wird und jedes Mal einfach niemand da ist. Die haben einfach diese Arena für Clash Royale, für die World Finals gebaut und dann kam einfach Corona. Ja, schade. Ja, schade. René hat schon ein bisschen rausschreibt, Flory, erzähl mal eine gute Witze, bitte. Hallo? Was? Gute, gute Witze, Cowboy kommt zu Kusör Pony weg. Ich habe jetzt schon 500.000 erzählt und der wird auch nicht besser. Der wird aber nicht besser. Hast du dich noch mal falsch erzählt? Ich habe einmal erzählt, geh ein Pferd zu Kusör Pony weg oder so, wie sie das eigentlich sehen. Ah! 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 Ah, Junge, schade. Ich denke, wir jetzt in die nächste Runde rein. Auf geht's! Wie viel hat Ponos gegen Team Kiaso gespielt? Team Kiaso hat 3 zu 2 gewonnen. Ja. Zweimal hat Oben gegen Mugi gewonnen. Zwei gewonnen in One-Sets. Plus Team Kiaso hat auch das King of the Hill gewonnen. Da hat IMJP ein 300-Sweep rausgehauen. Ich finde es krass, wie oft wir ein 300-Sweep einfach nur World Finals sehen. IMJP gegen Ponos, Kabi gegen Pain. Das ist, äh, interessant. Also, wir haben den Start und Skelette und Ritter von Lukas, okay. Oh, gib it to Daddy. Dann haben wir noch ein Schneeball am Start. Moody Cycle in Erdbeeren. Ist das Royal Giant Erdbeeren vermutlich? Es müsste, oder? Eigentlich schon. Es könnte das nicht sein, was Oben gestern gespielt hat, ja. Das ist Royal Giant Erdbeeren vermutlich. Und jetzt gestern, Oben? Ja. Oben hat, ähm, oder heute. Das ist aber nicht das Deck, weil ich bin Skelette. Ja, das war doch das Deck, oder nicht? Äh, nee. Oben hat er Ritter drin. Ritter? Ritter Royal Giant? Ritter Royal Giant Erdbeeren hat er drin? Weil wir haben die ganze Zeit gedacht, es hat Greta, aber dann haben wir Royal Giant. Ah, okay, okay. Das kann gut sein. Oh, das sieht für Moody sehr, sehr, sehr gut vom Matchup aus, würde ich behaupten, oder? Ja. Also, war das nicht sogar fast so ein ähnliches Matchup, nur dass der Gegner von Uben noch Hunter hatte und jetzt hat er nicht immer einen Hunter. Ja, da haben wir nur einen Bogenschützen, Ritter und Co. Gut, er hat einen schilderen Cycle dafür. Richtig, er hat einen schilderen Cycle. Ist gar nicht nur so wett. Äh, Jules, die später etwa 20 Euro und schreibt, gönnt euch davon eine richtig schöne Saat. Vielen Dank, Jules. Sie sehen wir ganz schön. Dankeschön. Echtes? Ja. Holy shit. Einfach auf Weihnachten. Vielen, vielen Dank. Geil. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alter, diese Statistik von Ruhm, das App und Movie ist so krass einfach. Ja, das zählt. Ganz, ganz heftig. Ja, einfach so krass in der vollständigen Performance. Oh, der Royal Giant war am Turm. Das war ein Hit. Jetzt kommt der nächste Royal Giant und jetzt kann Lukas Probleme kriegen. Dieses Bambi-Dring-Gespam ist halt so problematisch für den Hog Rider Spieler. Absolut. Es ist ein weiteres, der jetzt lebt Timo mittlerweile mit 500 Schaden in Führung. Ja, der Kugis hat jetzt Kinoxen hilft 13 zu 6 und 1 zu 1, 10 zu 3. Alter, die BM sich ja fast schon. Okay, Movie lässt es komplett durchlaufen. Das ist aber sehr viel Schade. Er ist ganz viel Schade zu. Ich glaube, das war nicht gut. Auf einmal fühlt du das hier. Ich glaube, der nächste Royal Giant ist nicht so gut. Auf einmal war ich schon gut vor Movie. Genau in diesem Hinblick. Ja, das sind zwei Häls. Drei so weit. Ja, es wären drei Häls und damit reicht es noch nicht ganz. Es war gut, das durchlaufen zu lassen. Und das ist der Sieg für Mugi. Ja. Ne, du reichst. Oder? Ja. Aber du meintest 48 oder sowas, ne? Ich glaube, ich weiß es mittlerweile gar nicht. Das war's. Mugi gewinnt damit, schafft Mugi den University. Und damit ist hier alles wieder offene Schicht. 1 zu 1 hier. Ganz, ganz stark gemacht. Es ist schade, dass die Statistiken nicht aktualisiert werden. Das ist falsch, Herr Derring. Das waren die Fall-Season-Statistiken. Also von der ganzen Fall-Season. Das heißt, das World-Final war in der Statistik gar nicht betroffen. Von daher war die Statistik aktualisiert, aber es war halt nur die Statistik von der Fall-Season und war nicht auf das World-Final bezogen. Sie legten hier immer wieder verschiedene, sehr viele Statistiken ein. Und die Statistik war auf die Season bezogen und nicht auf das World-Final. Ja, genau so ist es. SteveL1901. Das ist ein 13 Monat. Vielen Dank, Steve, für deine Nummer Nummer 13 hier. Und der Hingel 2 ist wieder mit dabei. Dann noch mal Hingel für deine 100 Bits hier. Und wir sind gleich dabei. Let's go. Auf geht's. Ins 1 gegen 1. Na ja, also... Die Jungs lagen 2. Das war jetzt kein kompletter Stream, aber es war halt ein Comeback. Comeback, kann man sagen. Moin, was hab ich erst verpasst? Du hast verpasst, dass Queso einfach mal 2x, also 2x Movie zerstört von Queso. Queso hat 3 zu 2 gegen Ponos gewonnen. Jetzt haben wir gerade das Law, also das Law-Valitation, das Spielplatz 3 zwischen Queso, Ponos und Pay. Und SK hat sich komplett mit 3 zu 0 gegen die Huston und Pay durchsetzen können. Und jetzt ist das Finale Queso gegen Pay. Queso gegen SK. Ich find's gut. Ich geh auf Twitter, seh Chef Strobl und postet, wünsche euch einen schönen Nikolaus und soweit es geht einen angenehmen 2. Event mit der Familie. In meinen Socken waren viele Twitch Primes für den heutigen Stream versteckt. In meinen auch. In meinen übrigens auch. Ja. Da waren viele Twitch Primes drin. Für heute dieses Ding, richtig. Ja. Das hätte von Obata kommen können. Ja. Das war... Das war... Ja. True. Junge, 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 Junge. Er ist jetzt so. Padex ist der Erste hier, der in dem Stiefel tatsächlich gefüllt hat. Im 29. Vielen Dank Padex. Du hast nochmal 29. Kuss. Geh raus. Das... Du warst in deinem Stiefel. Ja. Ich geh auf Twitter, seh auch Fan of Final Form, der wieder in der Top 200 ist und geflext hat auf Twitter. Schau. Schau doch eigentlich. Er spielt doch. Er spielt doch. Er pusht gerade leider einfach Fan of Final Form. Auch sein. Wer kommt mit dem Meister pusht gerade einfach leider. Let's go, Freunde. Das ist immer Fan of Final Form. Er ist einfach... Fan of Final Form ist einfach der Gegente. Einfach geil. Genau. Außer mit seinen Primes. Wenn ihr auch immer im Socken sein wollt, dann außer mit seinen Primes in den Chat. Bielefelder ist mit zweimal Witz dabei und schreibt dazu. Weil meine Freundin das Finale... Meine Freundin das Finale hochgegucken will, lege ich dir seit 5 Uhr haltet in der Englischwelle. Als ob, Junge. Bielefelder, es tut mir leid. Als ob, Bielefelder. Es tut mir leid. Aber egal was passiert, merke dir eins. Du bleibst... Das ist geil. Bielefelder. Ja, als ob du dich enjoyst, Junge. Doch klar, aber er ist so wie bei dir gestern. Er ist... Er ist am Limit. Er ist am Limit. Er ist am Limit. Stimmt, die Gerüchte sind, dass voll mit meiner Frau war. Ja, natürlich. Klar. Selbstverständlich. Wir gehen in die nächste Runde rein. Auf geht's. Jetzt Wookie. Wookie eben als gegen eins. Also ich versteh nicht, wie man immer auf solche Sachen kommt. Das ist... Ja, dir geht's ja wieder. Geil. 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 Geil einfach. Sagt der Typ aus Bux de Hude. Ja? Ich bin jetzt der größte Streamer Bux de Hude. Das ist so klingig. Das ist einfach geil. Wer hat der größte Team aus seinen Kappjürgen? Wahrscheinlich bin ich auch der größte Team aus dem Kappjürgen. Wahrscheinlich bin ich auch der größte Team aus dem Kappjürgen. Ja, aber Bux de Hude ist... Es ist Bux de Hude, okay? Bux de Hude. Bux de Hude. Es ist nicht so, dass sie hier auf Mugi verzichten würden. Aber ich verstehe trotzdem wirklich nicht... Ich verstehe nicht, warum sie im 2B2-Duo einfach nicht ihr starkes Duo aufgestellt haben. Sie haben im World Final jedes 2B2 gewonnen. Und dann spielen sie jetzt mit diesem B-Duo. Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, warum sie das gemacht haben. No one knows, exactly. Gesundheit, by the way. Gesundheit. Perlektion. Okay. Wir sind... Wir sind wieder bei Jan von Mugi. Der Eos ist der Babain für außerhalb der Range, ich meine. Die Katze, die CL-Mazone, ja. Ja klar. Wir haben... Und Lukas hier jetzt halt mit... Ich glaube, das ist auf der Seite vorne nicht gut was. Ich glaube auch. Ich glaube, Lukas hat den Vorteil. Er hat halt Barbarenhütte. Eismagier und Co. gegen Rollerinehütte. Das ist schon... Das ist schon... Das ist schon fett. Ja, das hört sich ein bisschen schaden. Zwei Hits. Und Lukas kann auch nicht reingehen. Das ist gut. 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 Ja. Ja, sauber. Gerne. Aber Max, denke ich, wird da nicht dabei sein. Wobei jetzt vielleicht bei der Hexenmutter? Meinst du, er macht mal wieder einen Stream? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass das jetzt sein Plan ist. Das war guter Damage hier von Lukas. Und normalerweise ist es meistens so, dass der Royal Giant Spieler im Stand jetzt ein Vorteil ist vom Damage her. Ja. Und dann ist die Lande gerettet. Genau. Aber jetzt ist es einfach... Lukas ist jetzt schon ein Vorteil. Also ich glaube, dass das früher oder später Lukas gewinnen wird. Ja. Das denke ich ebenso. Da kommt jetzt der Barbarenhütte. Und jetzt hat Ruby glaube ich gleich ein Problem. Ja. Was war das für ein Nado? Ja, Nado war jetzt nicht so gut. Ich glaube, Lukas wollte mit dem Nado eigentlich den Hunter prädiken, aber den Hunter überhaupt nicht getroffen. Ja. Er hat keinen Nado und keine Barbarenhütte. Ja, das sind zwar jetzt. Mugi hat ihn gerade komplett zerstört. Das ist ein bisschen witzig. Aber das gewinnt trotzdem. Das gewinnt trotzdem Lukas, glaube ich. Feuerball kommt. Okay, aber gut. Aber es ist viel Schaden. Es ist ganz viel Schaden. Jetzt hat er auf der rechten Seite deutlich mehr gewonnen als links. Ja. Ich glaube auch, dass Lukas was trotzdem noch gewinnen wird. Oh, war zu tief die Barbarenhütte? Ja gut, er kann den Royal Giant theoretisch schnell tun. Okay, so. Aber war das so gut? Nee. Ich weiß ja nicht. Und der Babylip fügt mich jetzt nach rechts. Und die Barbaren gehen auch in die rechte Lane. Das war nicht so perfekt. Lukas muss jetzt zusehen, dass er gleich nochmal Offensive geht. Drei Fischung! Das ist Raubfischung! Oh mein Gott, was ist das? Was? Könnte doch gut gewesen sein. Lukas muss jetzt in Greyfart spielen. Er muss jetzt ganz dringend Greyfart spielen. Wird er jetzt auch. Greyfart und jetzt Poison. Und dann könnte es sein, dass Lukas das Tier gewinnt. Jetzt noch Nado. Ich glaube, das gewinnt Lukas. Er braucht Feuerball, oder? Nee, er hat kein Elixier von Feuerballball. Doch, 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 oder? Oh mein Gott, Mugi gewinnt das Game. Mugi gewinnt das Spiel. Ganz, 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 ganz knapp. Und tatsächlich jetzt hier einfach mal, alter. Ey, es ist so ein krankes Spiel auch. Lukas X Gamer gegen Mugi. Lukas X Gamer hat geschrieben, ich wollte unbedingt auf Mugi treffen. Schade, dass es nicht in den Finals ist. Aber er hat, er ist, er war... Ey, aber ich sag's, wie es ist, wäre das das Halbfinale gewesen, ich glaube, Lukas hat das Game gewonnen. Aber Lukas hat so ein paar individuelle, kleine Fehler gemacht. Beziehungsweise Lukas hat nicht perfekt gespielt. Und Mugi hat das ausgenutzt. Ich glaube, Lukas hat nicht perfekt gespielt, weil er zu viel Respekt vor Mugi hat. Ja, kann auch sein. Weil er Mugi so würdigt. Ja, das kann auch sein. Also Mugi hat das sehr, sehr gut gespielt. Ähm, aber Lukas war nicht perfekt. Aber ein sehr geiles Game. Ich find's auch super chillig einfach, wenn Royal Giant gegen Greyfart Barbad gewinnt. Aber guckst du mich so an. Weiß ich, wo du bist. Weiß ich auch gar nicht eigentlich. Das war halt die entscheidende Situation. In der Situation hat er, glaube ich, drei Hits am Turm bekommen. Und das hat Lukas das Game verloren. Und da hat Lukas einfach schlecht gespielt vor. Da hätte er normalerweise den Nado so nicht spielen dürfen offensiv. Diese ganze Situation. Der Grund, warum Lukas verloren hat, ist einfach, er hat das in einen Nado gespielt. Wo er irgendwas prediken wollte. Er wollte wahrscheinlich den Hunter prediken. Hat das den nicht getroffen. Da hat Lukas auch World Paid geschrieben. World Paid wahrscheinlich. Und dann ist er mit Royal Giant reingegangen. Royal Giant hat drei Hits bekommen. Und das war das totes Urteil für Lukas. Ja, genau so ist es. Rackenhaus noch jetzt raus. Toll wie die Grüße aus Himmelpforten. Buxu geschockt. Ja, Himmelpforten ist in der Nähe tatsächlich. Grüße gehen raus. Himmelpforten, Alter. Ich habe gegen Himmelpforten früher Fußball gespielt. Mit Alt Kloster damals. Boah. Ich habe bei TSV Alt Kloster gespielt und wir haben gegen Himmelpforten gespielt. Himmelpforten war aber immer sehr, sehr gut, glaube ich. Die haben uns immer geklatscht. Glaube ich. Die waren ganz gut damals. Hallo. Glaubst du eigentlich? Hä? Glaubst du eigentlich? Ob ich rauche? Glaubst du? Wie glaube ich? Du hast eigentlich jeden Satz gerade glaube ich das. Ach so, 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 ja. Ja, glaube ich. Ich dachte auch so, was fragst du mich denn jetzt, ob ich rauche? Das weißt du doch. Klar, ich brauche jeden Tag fünf Schachteln, was? Nein. Natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Ey, das ist wirklich krass. Gibt es eine Statistik, wie oft du dir in deinem Stream... Genau. Gibt es da für eine Statistik? Ach so, dass du gewinnst. Ich glaube ich kenne keinen Streamer, der sich so oft die Nase schnieft im Stream. Wirklich nicht. Kenn ich nicht. Gibt Glückwunsch an der Stelle. Danke. Wir brauchen einen Zähler. Wir brauchen einen Schuh im Spielfeld, so einen Countdown einfach. Einfach so einen Countdown. Let's go. Wir gehen jetzt. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Bei dem SK. Genauso ist es bei dem SK. Mugi gegen Lukas. Das nächste Spiel. Wait. Bei Ausruzzeichen Flobby ist eigentlich nur noch clean. Hier kommt ihr zu Flobby und nicht mehr mein Brüssel-Clip? Das war immer so. Ach so, ja. Nee, das ist klar, dass ich den Clips auch schon misse. Guten Tag, Konnechtet Amibus. Ja. Komm rein. Und der andere. Und jetzt noch die Bats. So, jetzt ein bisschen schnie. Okay. Stillfährt wegen dir jetzt einen Countdown gemacht im Stream. Wie oft ich Nase putze. Echt? Wie nice. Junge. Sick. Geil. Wie geil. Sick einfach. Okay, wir sehen wieder Royal Giant. Diesmal von Lukas. Und Mugi spielt hier Mauerbrecher mit Erdbeben. Gute Feuerball. Ist aber nur ein Hit. Oh mein Gott, die Mauerbrecher. Was hat er? Oh, gar nichts. Problem. Ein Mauerbrecher Connected. Das ist viel Dammish. Das war sehr stark von Mugi gemacht. Außer die Stief könnten die Moss waren. Wenn jedes Verlierer in der Command kommt, wird er nämlich alle anderen zugezählt. Das heißt, wenn er jetzt einfach ein Motti-Command machen würde, würde es sich zutragen, dass einmal unberechtigterweise ein Nase-Putz noch zugezählt wird. Okay. Ich bin so gespannt, einfach in ein paar Monaten nach auf diese Statistik zu gucken. Da wird so eine hohe Zahl stehen. Ich werde mich wundern. Vor allem bei den Wild Rift Grinds, Alter. Wo wir die ganze Zeit nach unten gucken. Ich glaube, Mugi wird dieses Spiel gewinnen. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Es sieht sehr, sehr gut für Mugi aus. Und ich glaube auch das Match-Up ist in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, sehr, sehr gut für Mugi. Ja. Sehr starkes Lock. Hunter ist komplett, der war einfach gefreeßt. Er konnte nichts mehr machen. Ein Hit. Zweite World Giant. Die Royal Delivery war nicht ganz perfekt gerade. Ja. Und jetzt ist tatsächlich die Situation richtig gut fliehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das denn? Einfach connected. Einfach connected. Das war stark gemacht. Wahnsinn. Mugi gewinnt das Spiel. Und dann steht es hier. 2-0 gegen Mugi. Er gewinnt das. Und dann wird 2-1 insgesamt. Für Ponos hier. Das war so flawless, wenn Mugi gespielt. Das war so flawless. Absolut. Mugi, comebacked hier. Nachdem er gegen Ruben komplett kassiert hat, zerstört er hier komplett Lukas. Das ist echt. Kein Einzelner Match gegen Mugi geworden. Lukas hat dreimal gegen Mugi gespielt und dreimal verloren. Was? Nochmal? Ja. Achso, Lukas hat dreimal gegen Mugi gespielt. Er hat getweetet, could have done way better. Not happy with my 1-1 performance so far. By the way, Mugi is amazing. Ja. Absolut. Und jetzt kann theoretisch Ponos das Ding schon gewinnen. Wenn jetzt im nächsten 1 gegen 1 der Ponos spiel das Ding gewinnt. Also wenn das nächste 1 gegen 1. Sieg gut ist sozusagen jetzt im Matchball. Satzball. Ähm. Ja. Was sind die Fickern und Hütten? Stehen wir das mal dazu? Weißt du, Fickern und Hütten? Ach, die Hütten, die auf dem Feld hier. Das sind die, äh, die Podeste für die Spieler, wo die Spieler eigentlich sich abwirken, zocken drauf dann sollten. Wenn es dann live wäre, ruckst du was meinst. Ich fühl mich gleich mit Hütten da einfach. Ja, Frohe Nikolaus. Richtig. Frohe Nikolaus wünsche ich auch. Auf das in eurem Stiefel nicht wie eine Rute ist. Wah. Ja, ich wünsche euch auch einen Frohe Nikolaus, meine lieben Freunde. Der weiß nicht. Wie unbelohnt muss es eigentlich sein? Wie unbelohnt muss es eigentlich sein? Denn damals, hat damals irgendein Kind zu Nikolaus von der Rute im Stiefel gehabt? Bestimmt. Bestimmt, klar. Er ist ja richtig unbelohnt. Er ist ja richtig. Ich glaub, meine Eltern haben mich mal geprankt. Ich glaub, ich hatte mal irgendwie nichts im Schuh oder so. War ich voll sad und dann war der Schuh nur woanders. Aber es ist ja richtig unbelohnt sein. Ja und bestimmt, wenn Kinder sich irgendwie richtig schlecht verhalten haben oder so. Bestimmt und dann glaub ich das nicht. Aber... Aber es ist schon ziemlich böse eigentlich. Es ist schon... Das ist doch so eine leere Drohung oder nicht? Ja. Ich hab noch was drin. Tschüss. Der war's. Weird flex, Bro. Weird flex, ja. Aber du hast auch immer gut geputzt, oder? Was? Immer gut die Füße geputzt. Äh, die Schuhe geputzt. Füße, ja. Die Schuhe. Ich hab mir mal den Fuß rausgestellten. Fuck. Ich hab einfach meinen Fuß rausgestellten. Den Fuß rausgestellten. Ganz richtig. Okay, let's go. Wir sehen... Was? Sweep schon wieder? Oh mein Gott. Alter, der Typ, der wird ja hier... Das ist schlau. Ich bin gespannt. Ist schlau, fliegt auch selbst. Also wenn Sweep jetzt hier verliert, dann hat er, seitdem er gesagt hat, dass er deutlich besser ist, als alle anderen über ihn denken, einfach jedes Spiel verloren. Ja. Dann hätte er im entscheidenden Spiel in den Playoffs verloren. Dann hätte er gegen SK verloren und jetzt hier verloren. Ja. Ich mein, gut. Seine Gegner sind krass. Er spielt gegen Morten. Er spielt jetzt hier gegen... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Glückwunsch. Glückwunsch, dafür. Du hast eine phänomenale Fehlentscheidung getroffen. Vermutlich, ja. Let's go. Ja, SK ist noch drin. Die sind im Pinale. Die sind im großen Pinale des World Finals. Ja. Da spielen sie gleich... Wieso hab ich jetzt Schluck auf? Du hast mich so angestickt. Heute Nacht. Wichst du schon wieder Late Night Schluck auf gehabt? So ein... Sackgesicht. Ich krieg dann immer Schluck auf am nächsten Tag, wenn ich... Wenn er in der Nacht vorher spielen, Late Night Schluck auf hatte. Ich hasse das. Weil er... Okay. Okay, Sweep spielt... Wait, wieso schreibt der One Plate? Ja, weil er gegen Bomnton wahrscheinlich spielten, da auch nicht so Bock hat. Sweep spielt einfach Elixirgorde mit Barpat und er spielt gegen Hawk Rider. Ja. Und... Das... Könnte sehr schwierig werden für Sweep. Ich meine, es ist egal, ob die Feuerwehr jetzt gesprochen hat oder nicht. Ja. Der macht eine Barbarenarmee an der Bucke. Ja. Okay. Keke hat bis jetzt extrem krass performt. Muss man sagen. Ähm. Ist jetzt sehr solide gespielt. Auch gegen Team Keh so vorne gewonnen im One-U-One. Die Frage ist, kann er jetzt hier wieder sein One-U-One-Set gewinnen? Äh. Guck dir mal, was hat denn das Süd da für eine Beleuchtung? Wie nur gut. Guck mal auf sein Gesicht. True, das... 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 Die ganze Zeit unterschiedliche Farben. Einfach Disco-Licht irgendwie. Rot, Blau, Weiß. Das würde mich ganz so irritieren. Und das Man-Job in die Nixierung, wie gut ist das für Sweep? Äh. Das Man-Job ist nicht so gut für Sweep. Ich glaube ich auch nicht. Das Man-Job ist auf jeden Fall besser für KK. Ähm. Ich weiß nicht, wie gut es am Ende ist, aber ich glaube, es ist sehr eindeutig. Das heißt, ich glaube, Sweep kann nur gewinnen, wenn KK einen groben Schnitzer macht hier. Ja. Ja. Das ist so. Ich würde so nehmen. Okay, das sind irgendwie zehn Babas. Da ist der nächste und noch ein guter Nedo an sich. Da ist doch der nächste Punkt, Tom. Jetzt ist die Frage, wenn der E-Din überlebt, könnte es noch Probleme geben für KK. Ja, du hast recht, aber die Bombe ist auch sehr gut. Jetzt ist die Dage gut, jetzt ist die Dage gut. Jetzt kann er easy den Rest verteidigen. Fört und vertreibt er eventuell etwas mehr aggressiv. Aber es sieht noch recht ausschließlich aus, also noch ist es nicht verloren für Sweep. Trotzdem, jetzt kommt halt, jetzt kommt dann die Situation, wo er keine Truppe mehr umfällt hat und wo jetzt Sweep halt zusehen muss, dass er möglichst verloren ist, verteidigt. Er muss eigentlich versuchen, das Ding in Triple X zu gewinnen. Er muss eigentlich jetzt defensiv weiter spielen und muss versuchen, in Triple X dann irgendwie das Game zu gewinnen. Das ist die einzige Chance, wie er das, glaube ich, noch gewinnt. Ich bin sehr gespannt. Triple X beginnt. 50 Sekunden sind es noch zum Spiel. Er hat jetzt zwei Dixier geholt und noch auf dem Feld, aber... Na, auf beiden Seiten. Aber...reicht das, um das Game zu gewinnen? Der Hunter hat mal ein bisschen Fail auf der rechten Seite, aber ich gucke jetzt so viel Dixier. Guck dir das an, wie viel Dixier... Aber der Nelo ist gut. Oh, wait. Oh, die Channing durch. Aber der Eden geht down. Feuerball, warte mal, der hat viel mehr Damage. Sweep hat mehr Damage, guck mal auf die Damage. Sweep gewinnt das Ding. Ich fasse es nicht. Sweep hat einfach gewonnen. Oh mein Gott. Sweep gewinnt das Spiel. Damit steht es hier 1-0 für Sweep. Hätte ich gar nicht mit gerechnet gerade irgendwie, aber Sweep hat komplett gewonnen. Sweep hat tatsächlich komplett gewonnen. Mit die Dixierhule. Kann man jetzt nirgends hassen. Ich bin eher auf der anderen Seite. Auf der Hassseite. Aber... Er hat gewonnen. Und damit... 1-0 für Sweep. Kekei hat es halt überhaupt nicht geschafft, in Single Elixir durchzukommen. Normalerweise muss man mit Hawk Rider in Single Elixir den Elixir-Spiel out cycle und dort punishen. Hat er überhaupt nicht geschafft irgendwie. Ja. Ist aber auch nicht so einfach. Und das war das Problem danach. Weil später im Late Game hat Sweep immer wieder Damage bekommen durch diesen großen Push. Und ja... Mal gucken. Vielleicht kann Sweep jetzt hier das Set für sich entscheiden gegen Kekei. Wir werden es jetzt sehen. Das wäre krass. Dann würde es ins fünfte Set gehen. Ja. Dann würde es ins fünfte Set gehen. Kekei hat die letzten beiden Only-One-Sets, die er gespielt hat, beide verloren. Einmal gegen Morton und einmal im Playoffs. Ja. Wenn er jetzt hier aber gegen Kekei gewinnt, wäre es auf jeden Fall... Das wäre strong. Definitiv. Also bei Elixir-Guder müssen sie... Also wenn sie irgendwo Feine machen, auf jeden Fall nicht bei Elixir-Guder, weil da müssen sie echt nichts erklären. Ja, das Problem ist halt wirklich, dass Kekei den Erdlebenzauber hatte. Ja. Also er hatte halt gar keine Möglichkeit diesen... Kein... 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 Dann geht es ins fünfte entscheidende Set. Wenn Kekei gewinnt, dann haben wir tatsächlich hier einen Gewinner. Also dann haben wir ein weiteres Spiel. Und dann, wenn Kekei nochmal gewinnt, haben wir hier Promos auf Platz 3. Und Payle auf einem... Mehr als für diesen Erdlebenzauber auf jeden Fall. Also Payle wäre hier definitiv. Warum haten alle Sweepen? Nö, nicht alle. Aber es ist halt, dass Sweepen einen sehr komischen oder abgehobenen Sweep gemacht hatte. Ja, weil Degubi halt seine Meinung geäußert hatte über seine Spieler. Also ihr kennt ja diese Tierlist. Und wenn Spieler nämlich eine Tierlist posten, dann ist das ja quasi nur eine Meinung, wie gut man denkt, dass die Spieler sind. Degubi hat das ja auch gemacht. Und Degubi hatte halt Sweep irgendwie als Rang B eingestuft oder so. Was sogar recht gut war. Also es gab da drüber nur noch A und S glaube ich. Und einmal S plus. Aber es gab auch noch zwei oder drei Ränge darunter. Von daher war es eigentlich vollkommen fein für dich. Und Sweep hat dann aber irgendwie gepostet und sich übel beschwert, dass er viel höher eingerankt gehört musste und so. Dass er niemals Tier B gehört und so weiter. Er hat irgendwie ein Bild von seiner Runerate gepostet. Was aber problematisch war, weil er halt viel weniger Games als andere Spieler hatte. Und dadurch eher recht weit oben war in der Runerate. Und ja, das war einfach ein bisschen fragwürdig damals. Also sich über Tierlist zu beschweren und sowas. Allgemein. Man postet eigentlich nicht und sagt, man ist besser als andere ihren Einschnitt. Und man ist besser als andere sagen. Oder man ist einfach besser als andere. Das ist so ein Ding, das zeigt man mit seinen Ergebnissen. Und das postet man nicht mit Worten auf Twitter. Das wirkt halt sehr peinlich nach außen so. Okay, wir haben Sweep mit Magic Archer und Pekka. Wahrscheinlich klassisches Pekka Bridge Spam. Könntest du dir das vorstellen. Pekka first play in die Brücke. Das ist auch interessant. Ja. Oh ne. Fischer, okay. Boah, ich glaube, es gibt gerade ein dickes Problem hier in der Brücke. Ja, was hat er jetzt? Der Hunter geht auf den Fischer. Das ist der Turm einfach. Das ist einfach fast der Turm. Und auf der linken rechten Seite haut. Übertrieben viel Damage. Das Ding, Sweep spielt halt immer sehr alternative Decks. Und die sind dadurch auch teilweise sehr risky. Das heißt, bei Sweep ist es oft so, dass ein Match nach einem Push einfach verloren hat. Oder nach einem Push schon gewonnen hat. Ja. Weil er einfach so komische Decks spielt, was ihn auch teilweise unpredictable macht. Also man weiß oft nicht, was er spielt, weil er sehr verrückte Decks spielt. Aber es sind auch sehr riskante Decks. Und ja. Deswegen wirkt es oft sehr simpel oder dumm, wie er verliert. Weil er teilweise einfach nach einem Push fast seine beiden Türme verliert. Wie zum Beispiel hier jetzt. Aber es liegt einfach daran, dass sein Deck sehr riskant ist einfach. Ja. Und vielleicht, dass er auch wilde Pace macht. Ja, das stimmt auch. Wenn der Gerard spielt, dann Pekka davor. Nachdem Heiges Pekka holt zum Fischer. Ja. Jetzt werden halt wieder gleich Coop reinkommen. Wait. Tank die Widerreiterin. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Das ist gar nicht gut. Wäre die Widerreiterin hinter dem Pekka gewesen, dann hätte wenigstens die Widerreiterin von beiden Seiten. Der Magic Archer holt den Turm rein. Fast ja. Achterbein. Doch. Nein. Ja, das hat Sweep verloren. Das hat Sweep komplett verloren. Also Sweep hat den kompletten Counter gegen Royal Giant herausgepackt. Mit Pekka, Fischer, Hunter. Widerreiterin. Also hätte er gegen Royal Giant gespielt. Er war auch so confident. Er hat so gedacht, dass er die ersten drei Karten für das Royal Giant, aber das war überhaupt nicht Royal Giant. Ja. Er war übertrieben confident. Ja. Und damit? Alles klar. Und jetzt kann KK das Ding klären, dann würden wir direkt schon aufs Finale sehen. ACCR, also den 10. Mannschaft, SK. Vielen, vielen Dank für den 10. Es ist gleich ganz, ganz wild. Es ist wirklich ganz, ganz wild. Das große Finale. Dieser Clash Royale, Freunde, zwischen SK Gaming und KESO. Ja. Wahnsinn. Das wird wild werden. Ja. Und Shario, es gibt 23 Monate. Vielen, vielen Dank Shario. Auch für deinen Monat Nummer 23. Danke für den Support. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Ja. Ich bin mal gespannt, was Sweep jetzt hier wieder aufs Feld bringt. Also Sweep spielt immer sehr interessante Decks. Unterhalten ist es auf jeden Fall, aber das sind teilweise sehr komische Decks. Man denkt teilweise nicht, dass es ein World Final wäre, was hier gerade stattfindet. Aber das liegt einfach an der Spielversion Sweep, die er halt hier irgendwie irgendwie durchweg weiterhin macht. Wir schauen gleich rein. Let's go. Auf geht's. Diese Kreise sind einfach so wild. Oha. Zwei Kreise auf einmal. Aber man muss sagen, es ist sehr krass, wie schnell sie jetzt editieren. Dass sie nach dem Match schon direkt das haben. Ja. Stimmt. Ja, das Bild von der Widerreifung ist einfach das alte Widerreifungbild. Das ist auch sehr wild. Das Bild ist los. Wo bekommt man diese Figuren her, wenn du die von den Caster da meintest? Die gibt es unter anderem im Clash Royale Shop, glaube ich. Aber ich weiß nicht, welche man da aktuell kriegen kann. Also es gab mal im CR Shop, gab es mal so Schatun und so weiter. Ich weiß nicht, ob man da aktuell überhaupt welche kaufen kann. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht. Wenn, dann muss man mal im Super Caster Shop gucken. Okay. Zu denk nach. Zu denk nach. Denk nach und denk nach und denk nach. Geht gleich los. Herr, steu ich jetzt bitte? Okay, was gibt's da? Was ist gerade jetzt da? Flash Royale ist gut. Ja, wie zu groß. Schlotzi spielt auch mit, cool. Ne, das ist nicht Schlotzi. So, entscheidendes Game hier im 4. Set. Wenn jetzt hier KK gewinnt, dann würde es hier vorbei sein. Dann würde Bonus Platz 3 in der CL sein und Pay. Bekommen Platz frei Preisgeld, ja. Alle bekommen Preisgeld. Platz 3 bekommen die Mehrpreisgeld als Platz 4. Platz 50.000. Platz 4 bekommen 40.000. Platz 5 bis 8 bekommen 30.000. Platz 72.000. Platz 1. Das ist nämlich auch der Unterschied. Platz 5 von Messer von Messer. Auf den Riesen FBI. Jah-er. Platz 4? Platz 4. Und KK spielt jetzt hier die Barpass. Wraith hat Barpass. Das war ein guter Start von Sweep, wenn er das jetzt verteidigste bekommt. Aber ich frage, was kriegt er das verteidigste? Barbrill ist sehr gut, Healsbrill ist sehr gut. Der Nato war nicht so gut. Das war interessant. Ich glaube, das war gut für Sweep. Er hat sogar einen Elixiervorteil und der Hunter muss eigentlich noch verteidigt werden. Ich glaube, der Fischer war nicht so gut. Hätte er den Fischer nicht gespielt, hätte er den Hunter eigentlich noch verteidigen müssen. Dann hätte Sweep ein riesen Elixiervorteil gehabt. Oder er hätte den Hunter bekommen. Und so wurde es jetzt durch diesen Fischer mit Ritter, Barbrill, Flores verteidigt. Okay, er hat keine Barpass. Jetzt hat KK nichts. Er muss mit Barbrill ganz dumm reinquetschen. Man schwarzt ihn drei Hits. Das ist sehr gut für Sweep. Ja. Okay, ich denke, das ist ein bisschen wie ein B, B, Halt. Okay, ich denke, das ist ein bisschen wie ein B, B, Halt. Ich glaube, dass dieses Spiel Street gewinnen wird. Ach ja, nee. Superstar hat gar keinen Shop mehr. Ich bin los. Zum Beispiel der Shop ist schon vor einem Jahr geschlossen. Das hätte ich nie wieder aufgemacht. Aber ich war mir da gar nicht so sicher. Das sieht sehr, sehr gut für Street aus hier gerade. Das sieht sehr, sehr gut für Street aus. Ja. Hunter, Barful, Zeppis. Guter Heelspurt. Sehr, sehr guter Heelspurt. Der hat die Hunter und Heelspurt hier nochmal hochgehalten. Und jetzt sieht es sehr, sehr gut hier gerade für Street aus. Aber er spielt weiterhin defensiv. Er will hier kein Risiko angehen. Er bleibt am Boden. Genauso wie bei seiner Bewertung des Rankings. Ja. Ja. Aber es wäre trotzdem für Street einfach nochmal ein schöner Abschluss, denke ich, wenn er hier zumindest mit einem Sieg endet. Weil, ähm, er bis jetzt halt noch kein Game gewonnen hat im World Final. Aber, äh, kein Z gewonnen hat. Aber wenn er das jetzt hier gewinnt, wäre es, glaube ich, für ihn nochmal ein schöner Abschluss einfach. Und natürlich noch schöner, wenn Peng hier das Spielplatz 3 gewinnt. Das stimmt. Wait. Das Wingswert ist dran. Ich glaube, das gewinnt, äh... Hallo, der Damage! Er hat's überhaupt nicht gecheckt. Er hat gedacht, er kann das Ding durchlaufen lassen. Aber dann hat er noch drei Einheiten dahinter. Das war's. Das war's. Das war's. Das hat Street gewonnen. Ja. Das Gewinnstil. Und dann geht's hier ins letzte Set. Es geht ins entscheidende Set rein, Freunde. Entscheidende Set zwischen Ponos und T-T. Und... Kollege... Pain. Pain. Und ich denke, wir werden tatsächlich... Ähm... Wieso geht das immer runter? Der, der nicht zu Hause hat, das hier ist ein anderer. Ist ein bisschen kleiner. Passt mir jetzt nicht so gut. Aber der, der nicht zu Hause hat, ist super geil, ja. Der ist unbeschädigt zu Hause. Ach, das ist ein anderer, als die wir zu Hause haben? Du hast, glaube ich, auch den. Ja, das ist ein anderer. Ne, das ist ein anderer. Ich hab auch... Ich hab zu allem ohne Löcher. Der hat hier keine Löcher hinter. Ja. Der, der nicht zu Hause hat, ist super nice. Der ist ein bisschen... Der ist ein bisschen... Ich will den zu Hause... Ich will den zu Hause auch besser. Der ist ein bisschen zu... Hart hier auch, oder? So ein bisschen hart. Ja, ein bisschen hart. Stimmt, der ist sehr hart. Der ist so ein Racing-Stuhl, wie ist ich? Der ist sehr hart. Der, der zu Hause hat, ist sehr geil. Der ist volle Empfehlung. Also der, der im Shop ist, das ist auch der, den wir zu Hause haben. Das ist der mega chillige, nice. SK-Chat, der ist mega geil. Wirklich sehr, sehr geil. Und das hier ist noch ein anderer. Das ist so ein spezieller... Der Schlunzi ist ja echt am Start, Junge. Mein Schlunzi, das geht. Jetzt hier gleich das finale entscheidende Set. Mugi wird auf jeden Fall spielen, denke ich. Also das wäre jetzt zumindest meine Erwartung. Die Frage ist, wen wir dann von Payne sehen würden. Es könnte sein... Es könnte sein, dass wir jetzt hier Wallace gegen Mugi sehen. Mal schauen. Also, ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass die SK-Chairs, die im Shop sind, also die, die wir auch haben zu Hause, die sind mega, die sind wirklich mega, mega chillig. Also, es sind halt Nobel-Chairs, klar. Aber die sind, ähm, die sind super, super, super bequem. Also, das ist wirklich insane. Ich hatte vorher einen anderen Gaming-Stuhl und vorher auch einen anderen Schreibtischstuhl und hatte immer irgendwie Rückenschmerzen oder immer wieder auch Probleme. For real jetzt. Und, ähm, seit ich den Skate-Share habe, habe ich echt kaum Probleme gehabt. Das ist wirklich krass. Gefühlt kannst du leben mit dem Chair einfach. Nach der Performance, du dich Wallace spielen lassen? Ja, true. Ich denke auch, dass Wallace spielen könnte. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt hier gleich Wallace sehen werden. Hashtag Werbung. Ich habe den Stuhl auch, der ist super, ja. Richtig, stimmt. Äh, wie viel der genau kostet, habe ich gerade gar nicht im Auge. Also, das ist nicht günstig, klar. Aber dafür ist es auch eine gute Qualität. Ähm, ja. Ihr müsst ja noch mal aus dem Shop eingehen, wenn ihr zum Shop kommen wollt, glaube ich. Oder unter dem Stream & Bixby gibt ihr diese Banner da. Wenn ihr seht, diese Banner. Und dann könnt ihr theoretisch gesehen einfach auf, äh, in den Shop gehen. Einfach auf, äh, in den Shop gehen. Einfach auf, äh, in den Shop gehen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie Bugi jetzt hier gleich performen wird. Das wird, denke ich, eine sehr interessante Angelegenheit werden. Hätte ich dir nur noch mal erklären, wie du das hier gemacht hast. Das ist voll sick. Das ist ein Ellon. Hä? Das ist ein Ellon. Das ist ein Ellon. Kannst du dir erklären? Ja, genau, genau. Das war ich. Müssen wir nur mal schreiben. Ich kann dir das nachher erklären. Wow, Alter, Schieger, schnell Papier, Digga. Was ist das? Wir sehen Mugi, by the way. Wir sehen Mugi in Wallace. Das war auch meine Erwartung. Nachdem Wallace hier gestern so stark geformt hat. Und Mugi, der jetzt hier sein Team eventuell noch mal carryen kann. Ja. Wir werden es sehen. Sagt schon eurem Freundeschein, wir sehen gleich SK Gaming. Wir sehen gleich SK Gaming. Gleich gibt's SK Gaming. Der S wird wild, ja? Mugi gegen Wallace jetzt hier aber erst am Spielplatz 3. im entscheidenden Set. Die beiden Tipps haben sich hier nicht viel nachgestanden. Man muss aber, wie gesagt, im Flüchern zu sagen, das ist halt das erste Set von Bruno, das ein bisschen unterbesetzt war. Da müssen wir wohl noch ehrlich werden. Dementsprechend. Und sehen. Mugi mit der Überbahnhütte. Ja. Hm. Vermutlich Graveyard No Damage Deck mit der Überbahnhütte von Mugi. Die Frage ist, was Wallace jetzt hier noch im Deck hat. Könnte das Rekruten Deck sein? Ja. Es ist Rekruten. Es ist Rekruten Lunen. Ja. Das Match-Up haben wir, glaube ich, vorhin gesehen. Bei... War das bei Sam? Oder gestern? Ich glaube, das Match-Up hat No Damage... Das hat No Damage gewonnen. Ganz knapp. Wir haben das Match gesehen. Das war übelst close. Da hat der No Damage Spieler gewonnen, obwohl er nichts gegen Inferno Dragon hatte. Das war übertrieben knapp, das Match. Ich weiß gar nicht mehr, das war nicht Sam. Nein, das war ein anderes Match. Aber genau dieses Match haben wir schon in den World Finals gesehen. Und er hat ganz, ganz knapp dieser No Damage Spieler gewonnen. Obwohl er mega Probleme hatte mit dem Inferno Dragon. Weil... Ja. Mugi hat kein Reset gegen den Inferno Dragon. Er hat übelst Probleme in der Gegend. Aber er kann Lunen halt immer wieder an die Barbaren unternehmen. Ja. Javi war das. Ach, Javi war das sogar. Javi war das. Javi hat das sehr gespielt. Das war Match-Up wichtig, glaube ich. Das Ding ist halt, Graver kriegt immer irgendwie Damage. Ähm. Ähm. Aber Lunen könnte Probleme kriegen, halt durchzukommen gegen Nade und Co. Ja. Ja. Ja, Mugi hat das 1v1 gewonnen 2-0. Das erste 1v1 von Mugi, äh von Pain hat Konos hat Mugi gewonnen. Zudem hat Mugi bei dem Stand von 1 zu 2 im King of the Hill sozusagen reverse sweeped. Und ähm. Ist jetzt im Weiteren gewonnen. Also wenn... Wenn Konos dieses Spiel gewinnt, dann hat Mugi das Game gewonnen. Also das hat dann nicht Konos gewonnen, eigentlich war es Mugi dann. Weil er hat einfach alleine quasi King of the Hill 1v1 und dann das letzte 1v1 auch gewonnen. Das wäre der komplette Hard-to-Carry von Mugi hier in diesem Spiel. Ja. Jetzt ein Mal hier hinten von Mugi. Okay. Dann werden wir hier verfallen. Das ist ein sehr guter Push hier gerade von Mugi, das könnte sehr viel damit werden. Rollitz hat überhaupt kein Leaks hier gerade. Der Babyring ist auch am Turm, beide Babyrings, das war's. Das ist es gewesen, da kommt gleich ein Push und der Turm ist fast down. Also das Match-Up war vorhin auf jeden Fall nicht so eindeutig, da war das Match-Up sehr sehr knapp, der Lundenspieler hätte fast gewonnen, aber am Ende hat Grave das Ganze gewonnen. Hier hat Wallace jetzt anscheinend leider nicht so perfekt gespielt. Das Ding ist, viele haben auch auf Twitter getweetet und so weiter, ich habe irgendwelche Tweets gesehen, wo sie meinten, ich weiß nicht, Wallace wäre mit Abschnitt der beste Spieler von Payton und so weiter und wie gut Wallace ist und so weiter. Das Ding ist, Wallace hatte gestern ein extrem krasses Streak und hat richtig geil performt. Aber, ja, aber Lukas ist für mich mit Abschnitt der Kickspieler von diesem Team. Also wenn man Oberheil... Ja, das ist ja auch ein B2-Wall-Boas auch. Ne, alles gut, ich habe das gesagt. Also wenn man die ganze Season halt vergleicht so und auf die Season guckt, dann muss man wirklich sagen, dass Lukas sein Team extrem gecarried hat. Und Wallace hat zwar immer wieder Schlüsselspiele gehabt und hat jetzt hier im World Final auch richtig krass gestern performt, aber für mich ist Lukas immer noch mit Abstand der Kickspieler von Fan Gaming. Ja. Und Wallace ist extrem stark, ja, Respekt an ihm. Und das Tututo mit Lukas ist super super stark, aber ich würde trotzdem Lukas als Viehspieler bezeichnen. Ich glaube Lukas und danach Wallace sind halt die entscheidenden Spieler bei Payton. Ja. Aber ich finde, ja, man darf nicht übertreiben bei Wallace. Also Wallace ist für meine Meinung nach nicht auf so einem Niveau wie Moogie, einen Morten oder einen Ruhm. Das ist für mich noch ein Ruhm. Das nicht, nee, das ist auf keinen Fall. Necfintus007 heißt frisch dabei Prime. Danke Necfintus für deinen frischen Prime. Ich hoffe, dir gefällt es dir. Ich weiß nicht, ob er so gefangen ist, wo du es haben kann. Danke für den Zimmort. Und wir sehen jetzt nochmal das Thema. Der überlaubt so aggressiv. Den lässt er hier. Genau, spielt Dale drauf. Und dann kommt das Zähne. Jetzt hier. Zwei verbaren Ritter und Baby Jack. Fischer kommt rein. Bogi ist am Start. Aber jetzt der Pulsenswert knallt hier rein. Beziehungsweise das Baby Jack. Erst und dann der Pulsenswert. Ja, Ritter ist komplett dran, weil der Barbar eben gezogen wurde. Und damit Sieg für Kollege Moogie. So wie ihr. Wer euch das ganze gefällt, dann lasst hier gerne mal oben den Followers. Lohnt sich hier letztendlich jeden Tag Streams. Und heute Abend auch wieder zu streamen. Heute Abend Season End Stream plus morgen früh auch Season End Stream. Da kommentieren wir über die letzten Stunden der Season 2. Und das werden wir morgen auch wieder machen. Das ist zu eurer Information. Und genau. Wenn euch das ganze gefällt, ihr wisst Bescheid, könnt ihr gerne das haben. Kostenfrei mit Prime. Falls ihr noch nicht euer Twitch-Konto, wiederum Amazon-Konto verbunden habt. Und ihr Amazon Prime habt, solltet ihr das dringend nachholen. Könnt ihr euch den Modus haben, dann könnt ihr euer Völkings haben bei allen Leuten, die es auf diese Modus geht. Ist kostenfrei, ist geil. Ihr habt da auch sehr viel von. Und wir freuen uns so. Ja? Ganz einfach drüber. Wollen wir jetzt sagen? Hat Zeit schon gespielt? Nein, ist ja nicht. Ist ja nicht. Und hier sehen wir wieder die Decks. Die Plakate mit den Decks, die hier aufgezeigt werden. Das ist echt so wild. Man sieht auch einfach die Decks durch das Papier durch. Ja, ja. Seid ihr müde? Ich bin überhaupt null müde gerade. Also wirklich nicht. Ich bin gar nicht müde. Null. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Ja. Also ich weiß, dass irgendwann natürlich so ein Kicken sollen, aber gar nicht. Ja. Same. 38 BK. 0,8,9. Es sind sechste Mannschaft. Zervis zurück. Zervis zurück hier. Und dann gibt es wieder den sechsten hier. Und wir sind gleich drin. Let's go! Alter, gleich einfach das Finale Spiel. Gleich das Finale Spiel. SK Gaming gegen Keso. Oh mein Gott. Das wird wild. Das wird wild. SK Gaming zum ersten Mal im World Finale. Also im World Finale Spiel. Ja. Keso eigentlich auch, oder? Ja. Wer war denn beim Finale gegen Nova damals? Vivokit. Im allerersten World Finale. Da hat Nova gegen Vivokit gespielt. Da hat Rabia gegen Nova verloren im Finale. Ja. Das zweite World Finale weiß ich gerade gar nicht. Wer da gegen Nova gespielt hat. Welche zweite World Finale meinst du eigentlich? Das zweite halt. Wie ist es los? Wo war das, wenn ich jetzt sage? Also Nova hat gegen Vivokit gewonnen. Und dann hat Nova ja nochmal. Nova war ja zweimal World Champion. Wo bin ich jetzt los? Es gab ja nur zwei Seasons. 2018, 2019 und jetzt. Ich glaube, Nova war doch zweimal World Champion, oder nicht? Wieso habe ich das so im Kopf? Oh, das ist falsch. Also klar, letztes Jahr war es Liquid gegen WDGM. Nova gegen Vivokit war die erste Season. Aber hat Nova nicht zweimal? Hat Nova nicht zweimal World Champion? Einmal nur? Ne, nicht zweimal. Nova hat die ersten beiden gewonnen. Hä? Irgendwie ist die Meinung komplett auseinander. Manche sagen ja, manche nein. Es gab doch in 2010. Ja, es gab 2018 an der Season. 2019, 2020. Drei World Finals. Nova, Liquid und jetzt hier das. Aber, aber ich habe übel in Erinnerung, dass Nova irgendwie zweimal World Champion war. Ja, vielleicht weil du 2017 jetzt den SGS noch Sancho Ramos im Kopf hast. Ah, war das vielleicht auf das gezogen, dass Nova quasi Sancho Ramos für Nova vertreten hat? Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, nein. Das ist das Spielplatz 3 und das Finale kommt gleich. Ja, also entweder war das zweimal darauf bezogen, dass Sergio gewonnen hat und dann Nova World Champion war in der ersten Season. Oder es war darauf bezogen, dass Nova damals... Die letzte ganz doll am Turm. Das sieht ultra-battlesvoll aus. Ja. Das hat doch keinen Schaden gemacht. Gar kein Nichts. Oder dass Nova beide Seasons damals gewonnen hat und China. Das kann ja sein Spring Season, Fall Season, dass sie beide gewonnen haben und das deswegen... Ich weiß nicht, irgendwie ist es mir im Kopf hängen geblieben, aber du hast recht. Es gab 3 CL Seasons 2018, 2019, 2020 und Nova hat die erste... Können wir ganz kurz darüber reden? Sorry. Ja. Das Mugi sind hier komplett... Ja, Mugi carries hier komplett. Ja, Mugi carries hier komplett. Alle 3 Sets. King of the Hill, Z2 gewonnen. 1 gegen 1 gegen Lukas und jetzt hier gegen One gewinnt der Auge. Man muss sagen, proben wir heute einfach nochmal ein kleines Stück besser als Mugi, aber hier sieht man diese Klasse von Mugi. Er gewinnt 6-0 in diesem Spiel. Er hat 6-0 gemacht. 2-0 im King of the Hill, er hat 2-0 im One-E-One und wieder 2-0. Er gewinnt, er spielt 6-0. Das ist so eine krasse Leistung. Mugi ist so ein starker Spieler. Das war's, das Ding ist durch. Krass. Mugi gewinnt 6-0 gegen Pain, das ist echt krank. Das ist wirklich krank. Mugi gewinnt das Spiel und damit geht es hier tatsächlich jetzt hier ins Finale. Damit gewinnt einfach Konos den dritten Platz. 40.000 Dollar ist für Konos sicher auf jeden Fall ein guter Wettbewerb und nimmt. Und jetzt, Freunde, geht es ins Finale. Auf geht's. Jetzt wird es wild. Jetzt wird es ganz, 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 ganz wild. Ich will es hier im Chat sehen, Freunde. SK Gaming zum ersten Mal im Finale. Das hat es noch nie gegeben. SK Gaming letztes Jahr hier rausgeflogen gegen Nick wird ganz, ganz an Lucky. Jetzt aber hier im großen Finale gegen Kisu. Und das wird richtig, richtig geil, Freunde. Da könnt ihr euch extrem drauf freuen. Ich will in den Chat. Es brennt ihr Freunde. Bixen SK in den Chat. Auf geht's. Ab die Post. Rein da in die Spiele. Wir gehen rein. Ich habe ultra Bock. Ich bin halb. Da steigt auch ein bisschen der Puls, muss ich sagen. Es wird ganz, ganz krass werden jetzt. Und es geht gleich los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? SK Gaming gegen Kisu. Das hatten wir schon einmal. Und da hat Kisu gewonnen. Das hatten wir aber auch davor schon einmal. Und da hat SK gewonnen. Ey, ich finde Mugi auf Twitter nicht mehr. Wie heißt der? N.N. Hast du irgendwas? Ah ja. Ich hab's. Ich hab's ja. N.N. Sass. Alter Lachs. Es wird wild. Es wird wild. Auf geht's. Es geht gleich los. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. KARDIS 8 ist im Spiel. Ist im 18. Worscht. 3x in SK. Vielen Dank KARDIS. Genau das richtige. Dankeschön für deine 18. Let's go. Wir gehen gleich in die Spiele. Sind wir die Highlights? Ja, keine Frage. Hier gibt es auch unsere Highlights. Und dann werden wir aber auch gleich reingebunden. Wir werden gleich reingehen. Let's go. Und KRAPTOR ist im 16. Worscht. Guten Morgen und SK. Vielen Dank KRAPTOR auch für deinen Worscht. Nummer 16. SK halt ist anders real. Alter Lachs. Oliver. Hau einfach 1000 Bits rasschreibt. SK let's go. Moin Gigi, moin Tommy. Moin Oliver. Und danke dir für die 1000 Bits. Jetzt geht's rund. Ja. Alter. Es wird wild. Es wird ganz, ganz, wild werden. Auf geht's. Er hat einfach 6-0. 6-0 gegen Pell gespielt. Das ist krass. Das ist halt so krass einfach. Das ist krass. Das zeigt auch wie der Bugis Klasse. 16-0 Niederlagen. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es endet auch Platz 3 der Welt. Aber ich bin froh, dass ich das letzte Spiel mit einem 6-0 beendet habe. Das ist halt wirklich eine krasse Leistung. Ja. Absolut. 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 Yo. Äh. Ne. 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 Das... Hä? Hören wir uns mal nicht an. 7 Minuten. Let's go. Acht Minuten noch. Auf geht's. Lass den Chat hier. Acht Minuten brennen. Ab die Post. Let's go. Und wir sehen Drew gegen CWA. Was haben wir jetzt hier? Der Klon ist drin. Der Affirmative ist gebannt. Und bei Drew ist die Pumpe drin und der Golem gebannt. Das ist interessant. Was genau ist das jetzt hier? Drew gegen CWA. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss sagen, Drew ist extrem sympathisch, dass er die Pumpe spielt. Ja. Sehr sympathisch. Aber sehr unsympathisch, dass er Golem gebaut hat, persönlich. Achso. Wait. Haben die beide eine Karte gebannt und gebannt? Gepickt? Also. Ich weiß es nicht. Eine, die sie spielen müssen. Und eine, die da. Also eine, sie bannen Karte gegen den anderen. Und eine, die sie spielen müssen. Was ist das denn? Es könnte sein, dass sie eine Ausrufe haben, die ihr Gegner spielen muss. Und eine Gegner gebannt haben. Ja. Das sieht da noch aus. Ja. Da siehst du aber, dass CWA noch den Klon hat. Ja. Die Frage ist, für welche ist der Kanzig Du jetzt hier entschieden? Ja. Einfach Drew in einem Oney Run. Ja. Einfach Drew in einem Oney Run. Let's go. Er spielt Feuerball. Und jetzt Klon hat's letzte Karte? Really? Krass. Alter. Sag mal, wer kastet das Game? Ist das irgendein Chineser scheinbar? Welche asiatischen Kompensatoren? Die ich nicht verstehe. Ob die es gibt. Oh, Junge. Der Miner. Ash. Elektro-Giant. E-Dragon. Ja, ich mein E-Dragon. Was ist denn das jetzt hier? Das ist jetzt wild. Oh, ich muss hier drauf. Hä, gar nicht mal so bad grad von Drew. Ist echt so. Alter, Ash darf... Oh, man könnte meinen, der macht das mal so was sein. Ash, Ash darf... Was ist das denn? Der 2016-Play, Hilfe! Oh, die Pumpe war ja so schlecht. Ash darf hier nicht verlieren. Das kann nicht sein. Er darf nicht verlieren. Jetzt muss... Drew muss eigentlich jetzt einen E-Giant reinbringen. Na, das war kein guter Cage. Na, das war nicht gut. Drew braucht halt den E-Giant. Boah, kein gutes Scannable. Alter, wie Ash mitfiebert. Wie Ash mitfiebert. Jetzt hat er keinen Single-Tunkel-Dimage, oder? Na, bei Kyra, aber die reicht nicht, oder? Okay, okay. Okay. Er muss halt den E-Giant spielen, aber er spielt den wir nicht. Ja. Ah! Was ist das denn, Ash? Das geht besser. Was ist das für ein Klo gewesen? Aber warum, um alles in der Welt, packt Ash uns eigentlich einen Erdbild, wenn er den Dieter die Pumpe spielen lässt? Ich glaube, dass es... Ja, true ist irgendwie weird, ne? Ja. Ich glaube, er gewinnt, oder? Ich glaube, Drew gewinnt. Oh, Kloon! Ist das nicht genug? Der Pfeifelegar, der macht den Hint, oder? Ne, mach er nicht. Nein, mach er nicht. Was ist das denn? Game, Alter? Drew gewinnt einfach. Ich fasse es nicht. Das reicht ja nicht. Pfeil, oder? Ne. Wait. Du hast recht. Pfeil reicht, glaube ich, nicht. Ah, Hilfe, Drew! Oh mein Gott, Ash. Nein! Als ob er das schon... Drew! Don't you dare! Catchy! Nein, das war's! Bringt es durch! Oh Mann, was? Oh mein Gott! Drei-Gerabe! Was ist das denn? Als ob das gescriptet wäre, Junge? Ich fasse es nicht! Junge, das war einfach spannender als das Spiel für uns drei gerade. Was ist das denn jetzt hier? Junge, als ob das einfach Drew gewonnen hat. Ich fasse es nicht. Drei-Gerabe. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Das wird uns doch einfach dabei sein. Das ist eine gute Vorbereitung an das du siehst du! Lass uns die geistet werden. Warte, hör auf! edayherbe, Drew! Fass uns! Alle diese Leute die CRL-world-Final schauen. Also, danke dir, dass ich das machen darf. Ich möchte nur sagen, Kekreien an alle Welt-Finalisten zu ihm, und gute Glück für die Tateien zum Spiel. Es ist wirklich richtig cool, sich alle diese Spieler zu den ganzen Spielern übersehen und es wird eine fantastische finale. Und es wird ein ganz fantastisches Finale. Oh, jetzt wurde das geleakt hier. Es wird dicke Changes im Jahr 2021 geben, oha. Ich hoffe, ihr seht euch das Show. Nichts besser als die Clash Royale und die mobile E-Sports-Community. Also Hats off zu all of you guys. Und hey, enjoy, sit back, relax and may the best team win. Let's go. Wir werden es gleich sehen, Freunde. Wir werden es gleich sehen. Es geht gleich in die Runde. Auf geht's. Jetzt das World Final. 2 Minuten und 3 Sekunden. Dann geht es los. Lasst den Chat nochmal ganz, ganz doll eskalieren, bevor es los geht. Das erste Finalspiel, in dem ist Kay, ist befindlich in der Choral. Und es wird absolut wild werden. Das wird so ein krasses Welt jetzt werden. Ja, absolut krass. Das wird so krass werden jetzt. Das wird so krass werden. Zermusche ist im 31. Monat. Vielen, vielen Dank, Zermusche. Für Monat Nummer 31. Dankeschön für deinen Sport. Das ist eine gute Idee. Und gut, dann ist es gut. Eskalation genauso. Es ist genau das passiert jetzt. Let's go. Auf geht's, Freunde. Auf geht's. Es wird ganz, 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 ganz wild werden jetzt. Let's go. Wir gehen gleich rein. SK Gaming gegen Queso. Das große Finale. Kann SK das gewinnen? Können Morten, Sam, Harbi und Sergio Ramos das Ding wir holen. Es ist ein B3, äh B5, B5, B5. Das ist der B5. Und Team Queso mit Kuchiku, mit Beniku, mit IJP und mit Ruben hier am Start. Es wird sowas von spannend werden. Das erste große Finale der WM in dem SK Gaming einfach steht und das gegen Queso. Wahnsinn. Wahnsinn. Zwei-und-swahnses Tor. Alter, es geht jetzt rund. Alter, ich bin so gespannt, ne? Das große Finale und es hätte kaum schöner werden können. SK Gaming gegen Queso. Wir haben uns beide gewünscht, dass wir heute hier SK im Finale sehen und es ist einfach so ein geiles Finale. Es ist ja so ein geiles Finale. Wir machen Musik an. Wir machen Musik an. Also Shanghai habe ich mich schon. Was? Shanghai habe ich mich schon. Perfekt. Wir gucken rein gleich. Let's go. Wir sind gleich dabei. Tobos96. Satz hier verschreibt. Die redet Englisch. Englisch? Die rechte redet Englisch. Es ist immer Chinesisch und Englisch. Okay. So settle in and get ready to say the history in the making and the rise of the newest CRL World Champagnes. 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 So geil wie sie Englisch mit Chinesisch im Akzent spricht. 4.0 so gut. Das ist schon sehr gut. So geil wie sie in der Zukunft gegangen sind. Lecker wie sie in der Zukunft die Jägeredeitern haben. Lecker wie sie in der Zukunft 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 der Welt behauptet. Ja, klar. Das ist schon so weit. Deshalb wissen wir, dass ich evidente die beiden Stoffer mit Chiriken in der Zukunft der Welt bin. Jetzt ihre Sierenskunde an, klappen sie jetzt ihre S-Brettchen hoch. Ich wollte sie ein bisschen jagen. Wo oben ist sie was? Ich glaube, dass sie was nicht mehr dauernden. Oh, ist das schlimm. Ey! Oh, hast du ja auch verraten? Nee, ne? Ich bin da sehr sensibel. Ich bin da sehr sensibel. Sehr, sehr sensibel. Ich muss wieder sofort aufschlemmen. Aber das Problem ist sofort immer gelöst. Vielleicht hältst du es einfach. Sie sagt immer Champagne. Ich will die Champagner eigentlich. Ich will sie der neue Champagner werden. Na gut, das passiert natürlich, ja. Kurz geht raus und wir sind drin. Let's go. Auf geht's, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Die Musik ist geil. Real. Die Musik ist richtig geil. Die Musik ist richtig geil. Let's get Champagne, let's get Champagne, let's get Champagne. Das ist richtig geil. Die Arena ist so geil, ne? Die Arena ist so geil. Normalerweise wären alle da, aber dann musst du dieses doome Corona-Virus alles verrufen machen. Mann, bin sauer. Das ist richtig geil. Let's go. Let's go. SK Gaming. Gap in den Chat, Freunde. Jetzt geht es rund. Wir können nicht mehr so rum. Klett-Poller mit dem SK Gaming. Weiß es. Wie ist es? Der Anpass ist so geil. Der Anpass ist so geil. Der Anpass ist so geil. Wer wird das mit der Zeit der Welt zu verbringen? Der Anpass ist so geil. Das ist wirklich krass. Ich würde die Schwanger wirklich kennenlernen. jetzt gleich sehen. Auf geht's. Ja, die Spieler. Wo ist Sergio Copeland? Bin lost. Nice. Liquid ist in West, in dieser Serie West, tatsächlich fast letzter. Sind die letzter geworden? Letzter oder vorletzter? Also sind auf jeden Fall extrem, ich glaube sogar letzter geworden, extrem gescheitert. Also Liquid ist einfach vom letzten, sie hat letztes Jahr besten Team der Welt zu jetzt dem schlechtesten Team in West. Wir sind drin, Freunde. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind dabei. Ist Mort nicht nebenan? Nee, unter an. Also unten in der Facility. Komplett unten. Wir könnten... Wir sind unten in der Facility, wir sind oben im Ort. Also... Ja, das ist schon eine weite Strecke. Sergio Sondom ist aus Eskalation Go to World Championship. Genauso ist es. Wir hoffen das Beste. Wir hoffen das Beste. Und wir sind jetzt ganz gleich dabei. Ich glaube auch Mort und Sam werden nach dem Spiel so... Die wollen dann nicht noch Interview führen oder hier groß hinzukommen. Wir werden wahrscheinlich das Ganze dann, ja, danach irgendwann beenden und dann zu den Jungs wahrscheinlich runtergehen, weil die... Ja, das wird sehen, wie es laufen wird. Ja. Wir hoffen natürlich, dass Eskalation gewinnt. Gar keine Frage. Aber es ist wie immer. Möge der Beste auch gewinnen. Ja, auch hier natürlich, wenn gleich wir zu Mort und Co. eine Verbindung haben, ist das natürlich eine Sache, das Bessere. Und wir gönnen es jetzt auch Käso genauso. Raketenornisse ist im zweiten Sondom. Auf geht Eskalation. Liebe an die Spitzung oder den unorthodoxen Floddy. Danke dir für den zweiten. Geht's uns zurück. Geht's uns zurück. Es geht los. Let's go. Es geht los. Oh mein Gott. Auf geht's. Ihr wisst sowieso, was Mort und Sam sagen würde. Also wenn der Eskalation das Finale gewinnt, und wir Morten hoch... Also in Kiel zu verlieren wäre schon eine Stande gewesen. Also das wird alles sein, was Morten sagen würde. Das ist richtig. Und wir sind dabei. Let's go. Oh mein Gott. Wenn Ero und Kuchiku sind am Start, bereiten sich jetzt hier vor. Und... SK Gaming mit Morten und Sam natürlich am Start. Keine Frage. Da müssen wir jetzt nicht lange überlegen, dass das Spiel wird oder dann mitpassen. Das ist ja mittlerweile relativ klar, wer hier jeweils in der besten Aufstürme des Teams am Start sein wird. Ich finde die neuen Trikots von Kiel sogar eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ja. Eigentlich gar nicht so schlecht. Das stimmt. Und jetzt sind wir gleich dabei. Let's go. WTF seine Fingernägel? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Was ist das mit Fingernägeln? Ich habe seine Fingernägel schwarz zackiert. Echt jetzt? Ja. Kuchiku? Ne, ich bin hier hoch. Echt? Ja. Okay, krass. Schaut auf. Wenn er das so möchte, kann er das gerne machen. Die tragen auch Ohrringe. Das ist einfach eine andere Kultur. Das ist eine Frage des Hält zu. Er hat einfach schwarz lackierte Fingernägel. Das ist ja alles. Das ist ja alles. Können Sie sagen, ja, gestanden. Das ist im vierten Monat schreibt Escape for Champagne. Danke dir, für den vierten. Genau so ist es. Und Philipp Schofert ist im vierten. Schreibt Hoffe Escape gewinnt Adflauvi SoftEis ist und bleibt das beste Eis. Ja, vor mir gar nicht zugehalten. Gar kein Problem. Danke dir, für den vierten. Was? Philipp Schofert schreibt Adflauvi SoftEis bleibt das beste Eis. Ja, 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. ist besser als 100%. Keine Diskussion. Wer da diskutiert, ist ein Loser. ist ein Loser. Und wo ist das? Auch im vierten Monat. Vielen, vielen Dank. Alter, es geht gleich hier rund. Ganz, ganz doll. Es wird wild. Wir sehen es hier. Benni Kuh und Kutschikuh gegen Morten und Sam. Ihr wisst Bescheid. Wir sind dran. Let's go. Oh mein Gott. Der Hype ist real. Der Hype ist real. Morten und Sam. Es geht los. Das große Finale. Das erste Set. 2w2. 2w2. Alter, ich bin so aufgeregt. Let's go. Ich bin so aufgeregt. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Ich dachte nicht, dass ich so aufgeregt sein werde. Und der Ritter am Start. Biergops. Und der Bienenwerfer. Fischer ist am Start. Morten und Sam hier mit Laber und. Laber und Sam hat in der Vergangenheit generell schon sehr, sehr gerne gespielt. Und war noch immer sehr, sehr stark damit. Und ja, deswegen wundert es mich nicht, dass wir jetzt hier am Abend sind. Lava ist hier Letfass. Das ist interessant. Könnte das Lava Klon sein, Angel. Könnte sein, ja. Der Morten ist jetzt am Tor um zu 2. Ja. Den Morten lassen sich tatsächlich durchlaufen. Der Weg kommt rein. Also, wenn jetzt noch irgendein Zuschauer falsche Seite in den Chat schreibt, dann köpfe ich den einfach. Was? Oh. Was soll ich hier jetzt? Bitte. Was interessieren Sie sich? Nein, also es ist ein Clean-Feed, wir können die Seiten nicht ändern, Chat. Wir können die Seiten nicht ändern, okay? Es ist ein Clean-Feed, wir casten das so und wir können das nicht ändern. Warte, was dran? Da hast du einiges vor dir. Ja. Okay. Ja, es sieht nach Lava-Klon aus, mit der Nightmatch ja auch. Mit der Nightmatch ist es meistens so, dass Lava-Wund tatsächlich mit Klon gespielt wird. Von daher könnte es wirklich sein, dass sie hier Lava-Skelett-Fast-Klon spielen. Und das gab es auch in der Vergangenheit schon mal. Und das ist auch ein super starkes Deck. Allerdings wird das eigentlich nur gespielt. Oh mein Gott, der Mini-Feed hat. Rann, sie haben komplett gefaned, was ist das denn? Oh mein Gott, Vorteil für Motto-Sam, komplett, sie haben zwei einen komplett gefaned. Das war ein Riesenfehler von dem Käse. Ganz, ganz doll. Und das noch nicht mit einem großen Lava-Push, das war einfach nur ein Mini-Packer. Das ist in Tui-To eigentlich, das gibt es eigentlich gar nicht. Also, es kommt eigentlich nie einfach ein Mini-Packer in Tui-To. Also, vor allem nicht in so einer Situation. Mal gucken, ob jetzt vielleicht ein zweiter Lava-Wund vielleicht sogar kommt. Ne, sie spielen es einfach auf Nummero sicher. Aber Team Kiso hat die Poison. SK muss jetzt nur sicherstellen, dass sie den Tower kriegen, rechts. Ja. Der Morton war auch überhaupt nicht gut. Der Morton war auch überhaupt nicht gut. Sie müssen halt das Klettersvoraus verteidigen, aber das sind alles nur Notdösungen gerade. Das sieht nachher nicht sehr... Das sieht sehr, sehr gut für SK aus. Ja, das sollte normalerweise gewonnen sein. Der Miner ist dran. Sie können diesen Miner nicht voraus verteidigen und damit sollte das Game vorbei sein. Das war's. Das war's. G-G. Morton und Sam gewinnen das erste Spiel. Sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Super wichtige Nummer. Und das ist geil. Schöne, einstellte Spiel. Das kann genau so losgehen. So kann es genau losgehen. Perfekt. Besser geht es doch gar nicht. Schönes 1-0. Super gespielt. Das war stark. Ich muss aber auch sagen, ich finde es sehr komisch, dass sie jetzt Morton auspacken. Team Kiso hat das schon mal in... Ich glaube, das war letztes Jahr, in den Playoffs gemacht und da haben sie auch Morton ausgepackt und sie wurden so rasiert. Also Team Kiso hat schon mal Morton ausgepackt, auf einmal in einem Finale von den Playoffs, glaube ich, war das. Und sie wurden komplett zweifel rasiert. Ich glaube, das war damals sogar von SK oder sowas. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben sie damals Morton ausgepackt und wurden zerstört. Und seitdem habe ich Kiso auch fast nie wieder Morton spielen sehen. Deswegen sehr interessant, dass sie jetzt hier Morton auspacken. Das war in dem Fall aber keine gute Entscheidung, tatsächlich. Ja. In dem Fall hat es jetzt nicht für sie gelohnt. Und wir sind gleich im nächsten Match. Vielen, vielen Dank für eurem Support. B30.15 im siebten Monat, let's go, SK. Vielen Dank dafür, für den siebten Klammer auf und auf geht, SK. Alle, ihr seid im selbten Monat, Morton, müsst ihr eine liebende Gurke haben, perfekt. PS, falsche Seite, alles klar. Maro 035 im Monat, danke dir mal auch für den fünften Monat. Und Borusse 008 schreibt Moin, danke für den Streams. Ich danke euch für eure Support im Streams. Vielen, vielen Dank. Der Nack ist ganz auf meiner Seite. Und wir haben jetzt hier das nächste Match. Alter. Man kann nicht mit Morta gegen Morton gewinnen. Schade, ich bin nicht. Wild. Wild. Ein ganz wilder Gold. Ich glaube, Morton ist mal wieder gar nicht aufgeregt. Also, aufgeregt würde er bestimmt ein bisschen sein, aber sehr fokussiert, konzentriert und wir wissen, wenn Morton ein bisschen aufgeregt ist, dann macht ihn das nur noch stärker. Und das ist das Problem für die Gegner. Und das ist das Problem für die Gegner. Ja. Das ist das große Finale. Alter. Das ist das Problem. Das wäre super geil, wenn Morton und Sam jetzt direkt im Zweigen 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 einfach mal schon ein Zeichen sitzt und direkt gewinnen. Das wäre ganz, ganz geil. Ich glaube, das ist auch key. Also, sie müssen das 2-2-2-Set gewinnen, weil ein Ruben, also der Ruben, der gestern Mugi zweimal in Rony-One rasiert hat, wenn der Mugi heute so spielt und Morton nur ein Rony-One-Set spielen kann. Der Ruben, aber nicht Mugi. Du bist gerade komplett weg, also komplett verfahren. Nein, mich nicht. Du hast gesagt, wenn Mugi heute so spielt. Nein, wenn Ruben so spielt. Habe ich doch gesagt, oder? Aber das ist ja überhaupt nicht. Wir verstehen nicht. Nein, wenn Ruben so spielt, also wenn wir den Ruben heute haben, wie er gestern gegen Mugi spielte, dann wird es sehr gefährlich für Scar. Und Morton kann auch nur ein Rony-One-Set spielen, weil er im 2-2-2 spielt. Das heißt, es wird sehr wichtig sein, dieses 2-2-Set zu gewinnen, weil sonst wird es sehr, sehr, sehr gefährlich für SG Gaming. Das war auch heute morgen übrigens. Ritter und der Totalenstart. Mega-Ritter kommt rein. Mega-Ritter und Nightwitch. Es kommt mir auch wieder gar nicht so vor, dass wir schon seit 5,5 Stunden casten. Das ist gar nicht. Sechs passen. Wahnsinn. Poison ist wieder am Start. Ja. Tim Kiesel scheint jetzt eine Greyhound. Ich würde vermuten, dass es Greyhound doon ist, aber könnte auch Doppel-Greyhound sein. Aber vermutlich Greyhound doon, weil das mittlerweile so meta ist einfach. Kommt rein. Ne, wieder Morton. Ne, wieder Morton. Wieder Morton. Aber warum? Klo kommt. Klo geklont. Die Frage ist, wie gut ist die denn? Oh, die Frage ist, ist das ein Hit? Es ist nicht ein Hit. Ne, ne, ne. Ja, kommt Feuer. Aber viel Damage von den Bomben, von dem Hunter. Der noch sehr undindexiert von dem Hunter. Aber das ist auch einfach voll lost von dem Kiesel. Also ich frage mich wirklich, was sie da erreichen wollen. Also wie gesagt, damals war es auch so bei dem Kiesel. Weiß ich nicht. Das passt irgendwie nicht so zu denen. Ja. Ich helfe sie mal. Was geht? Also das sieht sehr, sehr gut für Skale aus. Aber dass sie wirklich Morton widerspielen, das ist echt eine Überraschung. Mega Ritterky springt hier auf den Ritter. Loon kommt rein. Loon killt den Eos. Aber das Gute ist jetzt, dass der Hunter den Loon kaum damage, weil der Hunter weit entfernt ist. Und das könnte auch wieder Todesschaden von dieser Bombe werden. Und ja, das wird es. Ja, das gehört Todesschaden. Genau, Todesschaden. Jetzt kommt der Grafer rein. War das die richtige Entscheidung zu spielen? Mega Ritterky, die müssen den Bär wieder blockieren. Die Karte ist am Turm. Oh mein Gott. Wo ist es noch? Die Loon dürfte da rein? Das war nicht ganz der Plan von SK. Okay, da wollten sie glaube ich nicht, dass der Hunter hinter den Turm läuft. Aber trotzdem haben sie noch eine Führung. Trotzdem sind sie noch in Führung hier. Ja, wenn jetzt Greyheart reinkommt, dann wird es eher... Oh mein Gott, sie hat mir failed. Sie hat den Flonny gemacht. Und das war's. Das war's. Das war's. Die Bombe ist am Turm. Dazu der Greyheart, dazu die Spales. Und das wird hier... Nee, noch nicht. Das wird hier damage werden. Und das wird jetzt super schwierig werden, zu Kamek für Tinkesu. Sie haben nach dem Feuerball so gespielt, dass der nicht mehr auf die Morta geflogen ist, der Ballon. Ich hab aber ehrlich gesagt gedacht, dass es mehr damage ist. Ja, das hab ich gemerkt. Hm. Das sah gerade irgendwie schon nach nem GG aus, aber es ist noch nicht GG. Es ist noch... Es ist noch nicht GG. Ne, 100% GG ist es noch nicht. Also es sieht sehr, sehr gut aus, aber noch ist es nicht so richtig gefallen. Mega das jetzt rein. Der Morta war vor allem auch noch mal so dick am Turm gerade hin. Oh, sie gehen mit Luhn rein. Die Frage ist, wie gut ist dieser Luhn? Und sie haben kaum Elixier, aber der Gäste. Der Morta wird wieder am Turm. Oh, die Bombe ist dran. Die Bombe ist dran. Welche Spells haben sie jetzt noch? Ich hab aber keine großen, oder? Ähm... Warte mal. Das ist gar nicht geil. Das war's. Keso gewinnt. Keso. Oh mein Gott. Keso Comeback komplett. Das Game. 1, 1. Ey, ich hab so gedacht, dass es K das Ganze holt hat. Ach du Schande, Junge. 1, 1. Das war gar nicht gut. Ey, der Ballon war nicht gut. Ja, aber das Ding ist, es sah so gut aus in dieser einen Situation, wo der Luhn geklont wurde, die Bombe am Turm war, zu dem sie mit dem Greta Damage gemacht haben. Aber da kam kein Freeze, kein Snowball. Da kam nichts mehr zum Supporten. Und dadurch sind die Skelette nicht connected. Und, ähm... Dadurch haben sie nicht mit dem Greta Damage gemacht. Hätten sie dort einen Freeze noch gehabt, dann wäre es das gewesen. Also in der Situation. Der Mortar ist auch einfach so oft noch connected. Das war ein... Das war der Start von dem Comeback. Das war die Key-Situation, warum Keso überhaupt ein Comeback schaffen konnte. Weil sie hier so viel Damage gemacht haben. In der Situation. Dann am Ende dieser Lune, der leider nicht optimal war. Der war zwar am Turm, aber es hat nicht gereicht. Ja, genau so ist es. Und da hatten sie nicht genug Elixier. Und da haben wir gesehen die Power von Doppel-Greta hat natürlich auch eine 3-4-100-X-4-Fase. Wie im 1 gegen 1. Die Skelette hat auch im 2 gegen 2 sehr stark. Und das ist der Sieg für Team Key-Situation. 1 zu 1. Bruder Langsdorff jetzt am Start. Schreibt Klara an den Dingen der Escape. Wir hoffen es mal. Wir hoffen es mal. Erstes Spiel war es. Jetzt die gerade Key-Situation. Comeback. Reelsmacher und LukeHimmy091. Beide frisch dabei. Dankeschön für Eurofish-Pripes. Und jeden Tag für den ersten 5. Schaut. Habt mir mein Abo-Video bis jetzt gespart. Let's go, es geht. Vielen Dank Ihnen für den 5. Und jetzt wollen wir hier natürlich den Sieg in 2 gegen 2 sein. Das wäre super, super wichtig. Also das muss ich sagen, war gerade ein sehr überraschendes Comeback. Ich dachte wirklich, dass SK das Ganze holen würde. Aber am Ende hat Team Kiesel das sehr, sehr stark gespielt. Und SK dann überrannt mit dem Push. Und SK hat halt so ein Clondeck, was eher auf so einen großen Push hingearbeitet hat. Und nicht auf so einen Chip-Davage am Ende. Und es hat einfach ein bisschen Schaden gefehlt. Ja. Und das war das Problem, warum sie die Tower nicht down bekommen haben. Genau so ist es. Genau so ist es jetzt hier. Kuchiku und Benehu im Fokus natürlich genauso wie Mordprozent. Let's go. Trophäe ist aber echt Blitz, muss man sagen. Entscheidendes drittes Spiel. Es wird ultra, ultra spannend. Ihr seht, dieses Match wird nicht in eine bestimmte Richtung gehen. Es ist ein Kampf von Teams auf einem Niveau. SK hat in der Gruppenphase der CEL, Vollseason, das Match ganz, ganz knapp gewonnen. Durch Javi am Ende der gegen Ruben gewonnen hat. Dann aber in den Playoffs hat SK gegen Kiesel verloren. Dann hat Kiesel und SK gezeigt, wo der Hammer hängt. Und jetzt sind wir drin. Im entscheidenden Spiel zwischen SK und Kiesel im ersten Set. Oh, ist am Start und der Mega Ritter jetzt hier hin. Okay, Mega Ritter haben Mordprozent schon sehr oft in dieser Season gespielt. Öfter auch mal mit Lockbait. Das ist jetzt aber kein Lockbait hier. Nee, das ist was anderes. Das sieht nach Graveyard, äh Loon Graveyard aus von SK. Also wir haben auf jeden Fall einen Lama-Jig dabei. Das heißt, einen Loon werden sie wahrscheinlich haben. Oh mein Gott, doppelt Loon. Ganz klein so bisschen. Da ist ein ganz bisschen wenig NX hier gegen den Loon. Der Loon ist dran. Nee, du hast gebanzt. Sie kamen gar nichts dagegen. Loon ist nochmal dran. Das ist der Turm? Das ist der Turm. Oh mein Gott, was empfiehlt Graveyard von Kiesel bitte. Und SK bestraft das komplett. Kiesel ist viel zu aggressiv reingegangen. Und das hat SK komplett bestraft. Das ist jetzt das komplette 1 zu 0. Da zurück zu kommen. Das wird nicht leicht werden. Ja, also das wird ein sehr schwieriges Comeback werden für Kiesel. Wenn sie das noch gewinnen wollen. Und ich würde behaupten, dass SK Loon Graveyard spielt. Sieht mir so aus von der Deckvariante. Sie haben auch die Burgenschützen wieder drin. Das ist ein sehr klassisches Loon Graveyard Deck. Aber SK wird auch wahrscheinlich gar nicht mehr so aggressiv gehen. Sondern wir werden versuchen vor allem das ganze jetzt defensiv runter zu spielen. Und Team Kiesel könnte einen Klon dabei haben. Sie spielen auch mit der Night Witch. Aber mal schauen. Also das war ein sehr, sehr, sehr guter Start für SK. Perfekt. Es war ein phänomenaler Start. Das hätte ich jetzt gar nicht laufen können. Ja, es ist Klon. Es ist auch Loon Graveyard von Team Kiesel. Aber mit Klon. Da hat er die Hand drüber getroffen. Oh mein Gott. Es war kein Hit zweimal. Oh mein Gott. Es ist aber viel Damage gewesen. Ja, das stimmt. Es war viel Damage. Dieser Klon könnte SK noch ganz gefährlich werden. Das will ich noch mal kurz sagen. Ja. Wenn jetzt Loon Klon kommt. Und der Bird kommt. Es wird zu 100% kommen. Alter, dieser Heels Bird auch. Kriegen sie das verteidigt? Ich wage es zu bezweifeln. Der Loon ist dran. Der Loon ist dran. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Nein, mit dem Klon. Weil Team Kesu hat ja den Klon am Start. Und SK nicht. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und SK hat auch kein Poison, weil die letzte Karte wird vermutlich Grafax sein. Das heißt, Team Kesu hat einfach den Klon im Deck am Start. Und SK hat kein Poison, um diesen Klon zu verteidigen. Und das kann so ein Problem werden in diesem Game noch. Das sieht nicht gut aus für SK. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt gar nicht gut aus. Allein, wenn sie da gleich einen Klon drauf werfen. Klar, Feuerball haben sie, aber wenn der Nightwish und Klon noch am Start ist, sie haben keinen Poison. Das ist so bitter. Genau so ist es. Das Problem war einfach, dass SK nicht mal... Du bist noch nicht falsch gespielt. Sie haben nicht mal wirklich Fehler gemacht. Das Problem ist, sie konnten es einfach nicht verteidigen. Man konnte diesen riesen Klumpus nicht verteidigen aus der Sicht. Sie haben es nicht geschafft, diesen Push zu verteidigen. Und jetzt wird gleich nochmal wahrscheinlich ein großer Klon-Push aufgebaut werden. Ja, das ist gerade extrem krasses Blatt-Damage. Derzeit führt der SK noch. Das musst du sagen. Derzeit vom Damage her. Und Bili-Hu und Kuchiko hätten jetzt mit Feuerball und allen Sprints nicht genug Schaden, um das zu finishen. Aber das ist eben noch nicht zu Ende. Aber das ist Null-Damage. Und jetzt, das könnte ein Fehler von der SK gewesen sein. Das Problem ist einfach, sie kriegen Null-Damage mit diesem Push. Und ich glaube nicht, dass sie es so flawless verteidigen können, wie Team Keno verteidigt hat. Es wird irgendwo ein ganz Wüste-Klon kommen. Da kommt ein Wüste-Klon. Oh, warte. Das ist ein guter Defense. Das ist ein guter Defense gewesen. Sie haben es fast flawless verteidigt. Nicht ganz, aber fast. Und der nächste Loon. Haben sie einen Boom-Thor im Cycle? Freeze. Feuerball. SK hat auch einen Feuerball. Der King-Thor. SK hat gewonnen, oder? SK hat gewonnen. Oh mein Gott, SK hat das Spiel gewonnen. Ganz, ganz krank. Das war eine Hals-über-Kopf-Aktion. Aber Morten und Sam gewinnen das Spiel. Ach du Schande. Oh mein Gott, das Ding ist durch. Ich glaube, der Klon hätte nicht auf der linken Seite kommen müssen, sondern hätte auf der rechten Seite kommen müssen. Ja. Von Keso. Aber das Ding ist durch. Nämlich gewinnt hier SK-Game. Ach und Krach, kann man wirklich so sagen. Das erste Set. Ey, du musst wirklich sagen... Wichtige Nummer, Alter. Die haben uns zittern lassen. Die haben uns zittern lassen. Das war ein extrem knappes Match. Ja. Ultrakloser Angelegenheit. Aber es ist der Sieg für SK. Und genau das ist wichtig. Die Kronen wurden aber auf jeden Fall gegönnt. Ja, die Kronen wurden gegönnt. Stimmt, die Kronen wurden gegönnt. Richtig. Bei der Jukai Justen, 36. Monat, hat richtig Bock auf die Szene. Viel Spaß mit Carsten. Wir auch. Wir auch ganz, ganz doll. Vielen Dank für den Support. Ohne noch ein Tüter-Bits-Fakt, sage ich doch. Ah, that almost didn't age well. Und Imperatus mit den Kronen am Start schreibt. Kann nicht da jetzt jemand sagen, dass sie jetzt zwei lassen sollen und Ruben gegen Morden sich die Köpfe einschlagen sollen? Hey, Stefan ist gegangen wie nice. Ja, das wird jetzt passieren. Das wird jetzt gleich passieren. Das wird jetzt gleich passieren. Also, das war so knapp am Ende. Aber sie haben es geschafft, es sehr gut zu beteiligen. Und dann haben sie einfach nur einen Feuerwehr auf den Turm geworfen. Das hat ihnen das Gegengeworden. Alter Schwede. Hey, no joke. Hätten sie da am King-Tor geklont, statt in der Mitte. Imagine einfach, der King-Tor wäre noch lower gewesen als der normale Tor. Aber man weiß es nie. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das ist richtig. Das ist richtig. Alter Lachs. Das war's Tom. Ich denke, die Ausstellung wird jetzt lauten. Krabi, Morten, Sam. Beziehungsweise Krabi, Sam, Morten. Wahrscheinlich von der Reihenfolge her. Nachdem Krabi heute schon gesweept hat, wird Krabi auf jeden Fall aufgestellt werden. Das heißt, wir werden vermutlich keinen Zercho sehen. Auch wenn Zercho Ramos sehr interessant zu sehen wäre. Aber mal schauen. Vielleicht werden wir überrascht. Ja. Wir werden es gleich sehen. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Kann mich nicht daran. Wird es Sergio, nee, Javi. Also nach der Form uns heute wird es auf jeden Fall Javi sein. Javi mit dem Streampoint im Halbfinale. Das wird, wenn das der Sergio wäre, das wäre ja unbelohnt sein Urgroßvater für Javi. Und der Score, wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Auf geht's. Wir sind alle Sancho jetzt schreiben. Sancho wird schon nicht spielen. Sancho wird komplett nicht spielen. Das könnt ihr vergessen. Ist es das endgültige Finale? Ja. Das ist das Finale des Finals. Das Finale des Finals des Finals des Finals. Das ist das große, große Finale. Das Finale Spiel im Finale. Der Gewinner aus dieser Partie ist der CEL Champions League. Von der gesamten Welt. Ja. Ja. Wir sehen Javi gegen einen JP. Und wir haben es schon mal gesehen. Wenn JP einen guten Tag hat, JP hat tatsächlich zuletzt immer gut im King of the Hill performt. Und er hat es auch gegen SK Gaming, den letzten King of the Hill, einfach gesweeped. Und er hat auch gegen Purnus heute gesweeped. Einfach 300 gegen Purnus. Nein. Doch. Das ist richtig. Er hat einfach heute 3-0 gegen Purnus gemacht. Hat aber das 1v1 gegen KK verloren. Also gegen off the Hill heute. Extrem krass performt. 1v1 hat er heute verloren. Äh, bei mir leens. Bei Gau. Digga. Halt's Maul, Alter. Das geht aber noch mal. Das ist hier komplett im Kling-Fies. Ja, ja, klar. Lass uns hier einfach irgendwas gucken. Bei irgendeinem England oder so. Oh nein, das muss laufen. Das muss funktionieren. Digga, nein. Wir gucken jetzt hier rein. 13 Kabutsch in Englisch. Hä? Weiß? Digga. Mach doch keine Faxen jetzt. Oh, die sind so lost, Mann. Warum denn? Ist auch der Englische nicht. Guckst du jetzt auch nicht? Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Junge. Einfach, es hat alles, Schleuner, das funktioniert. Und es geht wieder. Ist das auch im Klin, ist das auch im Englischen so? Also doch, die reden gerade auch. Die reden gerade auch. Englisches Team reden gerade auch. Es ist nichts, alles gut, alles gut. Es wird gleich wieder gehen, alles gut. Es wird gleich wieder gehen, Freunde. Es geht los, es geht wieder. Es geht los, jetzt sind wir drin. Macht doch Großbild jetzt, auf geht's. Das denke ich an uns. Wir haben Großbild, wir haben Großbild. Das ist der Runde. Jetzt, let's go. Wir haben Großbild, ja, ja, die haben wir nicht. Geil, 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 jetzt geht's auf geht's. Jetzt geht's, jetzt sind wir drin. Jetzt macht nichts. Alles entspannt. Ey, ich glaube, Soking hat den stärker gezogen. Ja, Soking war's. Ich glaube, Soking war's. Wir schieben einfach die Schleuner auf Soking. Let's go. Soking war's. Heils für den Elektromagia, let's go. Oh mein Gott, da sieht man, die King of the Hill-Stats von SK sind nicht so gut. SK hat ein bisschen gestruggelt am Anfang des Season im King of the Hill. Wurde zum Ende hin aber immer stärker. Und Team Keso hat sehr, sehr gute Statistik im King of the Hill. Aber das hat natürlich nicht zu bedeuten, SK kann das hier heute auf jeden Fall mit einer sehr starken Prozess. Ja, wir haben JP, er hat den Mega-Rettor rein. Ich glaube aber... Okay, es kamen Nachrichten in der... Okay, jetzt ist es gut, now again. Jetzt ist es halt bei 5. Okay, alles gut. Nachrichten ist draußen. Es sollte wieder stabil sein jetzt. Ja, let's go. Alles gescheit. Das war leider sehr, sehr viel Start. Aber das ist ein sehr, sehr guter Start für JP. Das Problem ist halt einfach, er schreibt Good Luck, Krawi ist sauer über den Start. Ich glaube, das Good Luck war darauf bezogen, dass das Lucky war für JP. Weil das Problem ist in diesem Match-Up, da hat eigentlich Krawi eine ganz gute Defense, aber in Single-Lixer gegen Riesenskelett Royal Giant zu verteidigen, in der Situation, in der sich Krawi befunden hat, war super schwierig. Aber auch ohne den Cage wäre es so oder so schon viel Schaden gewesen. Also auch ohne den Cage wäre es trotzdem eine schlechte Situation gewesen. Der Start war leider unglücklich für Krawi. Ja, das war er. Im Kontrollen, okay. Weitrum sterben nicht. Jetzt hat die Frage, ob Krawi Comeback kann. Ja, Cage-Fail ist natürlich bitter, aber... Vielleicht kann Krawi das Game noch Comebacken. Noch ist hier nichts durch. Jetzt ist der Graefat. Seppis, komm, weil das ruhig ist mit Graefat. Jetzt kommst du nicht wirklich durch gegen das Deck. Zumindest nicht, dass du so einen Nachteil hast. Das war auch so ein guter Heelspirt von einem JP. Dadurch ist der Hunter noch am Leben, trotz dieses EOS-Hits. Und es wird jetzt so schwierig. Ja, Fabi weiß genau, dass es gerade keine gute Situation für ihn... Das sieht gerade nicht gut aus für Krawi. Ne, das sieht gerade überhaupt nicht gut aus. Cage ist auch nicht mehr am Start. Hunter wird projectet. Ja, das wird vielleicht nur ein Hit, wenn du brauchst. Oh, er hat zum Vorteil gekommen. Okay, starker Fischer von Krawi, aber langfristig ist es trotzdem nicht gut, die Situation. Okay, Megaretta hin. Kann er damit was aufbauen? Kann er damit was aufbauen mit dem Megaretta? Kann er das irgendwie hier nutzen für seine... Zu seinem Vorteil? Der Fischer hat komplett AFG. Er ist heilig in den Erdbind. Er ist heilig in den Erdbind. Er ist heilig in den Erdbind. Krawi kann aber nicht reingehen. Das Matchup ist so oder so auch... Es ist so oder so auch super schwierig. Die Situation am Anfang war natürlich unglücklich, aber auch... Selbst wenn das Game jetzt noch eben wäre, auch dann wäre es super schwer Krawi, weil das ist einfach super schwer für ihn durchzukommen. Ja, da hat er jetzt einen guten Zeitpunkt erwischt, aber auch da... Ja, da hat er jetzt einen guten Zeitpunkt erwischt, aber es ist trotzdem nicht viel Damage. Er musste jetzt einen defensiven Erdbind spielen, das war jetzt nicht optimal, aber trotzdem kriegt er es halt einigermaßen verteidigt. Es läuft in die Bombe, Alter. Es ist halt so schwer für Krawi mit einem Push durchzukommen, weil alles immer an dieser Riesenskledetbombe stirbt. Krawi schafft es nie, einen großen Push aufzubauen. Das ist das Problem, deswegen ist Scraker zu schlechten, wie das Deck. Ja. Und der Royal Giant ist dran. Ja. Das war's. Das Spiel ist durch. Ein GP gewinnt das erste Match. Ganz, ganz belastend, aber alles noch möglich. Ich muss ganz kurz mal aufhören, ne? Schade. War aber auch ein schwieriges Matchup und man muss sagen, dass ein GP das sehr, sehr stark gespielt hat. Der Cage am Anfang, der gefailt wurde, das war natürlich sehr bitter, aber auch ohne den Cage-Fail glaube ich nicht, dass Krawi das gewonnen hätte. Also es wäre so oder so verloren gewesen. Aber, es ist alles fein. Escape führt 1-0. Von den Sets her. Und jetzt haben wir noch Morten und Sam in diesem King of the Hill. Das heißt, noch ist hier nichts durch. Und mal schauen, ob jetzt hier Morten vielleicht sogar ein Sweet-Mosso kann. Wobei ich glaube, dass zuerst Sam spielt durch. Da sehen wir die Wiederholung. Der Cage dort gefailt, das war natürlich super, super bitter. Aber ohne den Cage wäre das genauso schlecht möglich gewesen. Der Ton wäre so oder so auf 1700, 1600 Leben gewesen. So war er jetzt auch auf 1200. Und langfristig wäre es trotzdem super, super schlecht für Krawi gewesen. Das Venture war super, super schlecht. Von daher, der Cage fällt natürlich bitter, aber hat vermutlich trotzdem in dem Venture nicht so viel ausgemacht. Also, ja. Wie hat Bonus gespielt? Bonus hat gewonnen. Moogi hat sein Team komplett getarriert. Moogi hat im King of the Hill von einem 1-Zer-Hückstand auf einem 3-2, auf einem 3-Zer-Führung das umgedreht. Hat dann sein 1-2-1 gewonnen. Und hat dann im allerletzten fünften Set auch nochmal sein 1-2-1 gewonnen. Hat dadurch insgesamt 6-0 gemacht. Und sein Team hat 3-2 gewonnen im Spiel in Platz 3. Also Moogi heute nochmal sehr doll sein Team getarriert, nachdem er gestern ja gegen Ruben gar keine Schnitte gesehen hat. Aber Ruben ist halt auch einfach komplett on fire. Und es kommt halt wirklich drauf an heute. Kann Ruben das Ding hier machen? Oder würde es Morten machen oder Sam? Oder Ravi? Wer wird hier das 1-2-1 später gewinnen? Und darauf wird es ankommen. Das wird extrem, extrem wild werden. Ich bin so gespannt auf die 1-2-1-Sets, weil Ruben wird wieder in Set 3 und 5 aufgestellt werden. Und es kommt wirklich darauf an. Ich weiß noch nicht, wer von der Skank in 3.Z aufgestellt sein wird. Kann sein, dass es Sam ist, kann sein, dass Morten ist, kann sein, dass Ravi ist. Wir wissen es nicht. Und ähm... Ich bin sehr gespannt. Ich weiß es nicht gestern, er warte aber nichts. Ähm, Saft war überhaupt. Ja, das war heute. Es kommt ja auch schon so lange her. Aue ist im 32. Monat. Vielen Dank Aue für den Monat Nummer 32 hier. Und klar, ob du noch willst raus schreiben, ich glaube, da war ein Puls höher als Sam Mortens. Ja, es ist wild. Es ist ganz, ganz krass. Also der Puls ist hier, ähm... Der ist hier ordentlich hoch. Der ist hier ordentlich hoch. Hüpp! Jetzt bitte, jetzt kannst du noch drauf. Ruben gegen Mugi, ähm, war natürlich, ähm, war natürlich voll. Aber das ist halt schon fünf Stunden her oder so. Ja. Nee, das war das erste Mal. Es ist sogar sechs Stunden. Sechs, ja. So ist es. JP wartet hier auf seinen nächsten Liedner, auf Sam. Das wird eine kranke Partie, das wird eine ganz, ganz kranke Partie. Nochmal alle Wix für den SK in den Chat, Freunde. Auf geht's. Wir brauchen die auch sofort. Ab die Post. Wie geil wäre es jetzt, wenn du die Zähne absweepst? Wie geil wäre es, einfach den Zähne absweepst? Das wäre zu geil. Das wäre so krass. Das wäre zu geil. Oh, gebe zu, Daddy. Escape Box. Auf dem 17. 14. Monatschein, pünktlich Optionale, let's go Escape. Vielen Dank, für den 14. Genau so ist es. Auf geht's. Wir gehen jetzt gleich hier rein. Let's go. INJP gegen OP Sam. Wir sind dabei. Ja. Let's go. Sam gegen INJP. Kann Sam das Ding gewinnen? Das ist die große Frage. Die Reihenfolge beim Kick-Off-The-Hill wird immer vor dem Kick-Off-The-Hill festgelegt. Also die Reihenfolge wird vorher abgegeben. Man kann nicht spontan entscheiden, wer da noch spielt, sondern das ist vorentschieden. Und bei SK ist es jetzt so, dass er es selbst spielt und danach noch Morton als letzter am Start ist. Und bei Kezo ist vermutlich hier nach Kuchiku oder Benniku und dann noch Rune. Ja. Beide hier am warten. Beide hier am warten. Wir haben es gerade gesehen oder die letzten Decks, die genutzt wurden. Einfach das Royal Giant Deck. Gerade ging Rauw wieder vor das Lune Cycle Deck oder das Cycle Deck das Lune Rekruten Deck und dann das Nordemisch der Klassiker. Beide warten. Beide warten. Keiner will hier irgendetwas im Zufall oder der Start nicht überlassen. Beide sind hier ganz, ganz doll am warten. Boah, ich bin echt gespannt, was die beiden jetzt hier spielen werden. Kann da wirklich alles möglich sein. Es kann halt echt alles sein. Es kann alles sein. Du kannst, theoretisch kannst, FSS ist vielleicht kein Cycle Deck, aber es kann halt echt noch alles sein, was über das Cycle Deck hinausgeht. Alles möglich. Ich finde es aber krass, wie Sam sich gechanged hat, weil er war damals 2018 ja der komplette, der komplette Barbarenhütten One-Trip oder der hat super viel Barbarenhütte gespielt und in der zwei Barbarenhütte aber auch voll Meta ist aktuell in dieser Season, hat er kaum Barbarenhütte gespielt. Damals hatte ja Sam sowieso die krasseste E-Giant. E-Giant fürs Play auch einfach. Lightning, Lightning, so viel Wände. E-Giant, Nightwitch einfach voll. Beide damage kam, okay. Sam spielt das Gravehütte, musst du für JP selbst. Warst du JP? Ich glaube, wir haben das zu JP gesehen. Er, nee, verschaut los. Ist noch nicht freigeschalt, leider. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist genau das Deck haben wir schon mal gesehen heute. Und das Deck ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, das hat Sam sehr, sehr gut verteidigt. Und jetzt ist die Frage, kann Sam hier gegen einen JP und seinen E-Giant bedingen? Das ist halt so untypisch, aber auch einfach interessant. Ritter, Karre, Muskelsier und Hunter in einem Deck. Das ist halt so wild einfach. Ich weiß nicht, was JP jetzt so großartig hat gegen den Graveyard. Okay, erstmal der Deft Anjörn perfekt. Ja, Sam hat extra kein Bomben-Tor gespielt, um keine Lightning-Value zu geben. Das Problem ist, der Lightning wird so viel Value kriegen in diesem Matchup. Das ist insane. Ich würde behaupten, wenn ich mir das Matchup so angucke, dass es leider nicht so gut für Sam ist. Er hat schon viele Truppen, also er hat schon eine Hunter, eine Karre, eine Busketierin, die alle jetzt nicht direkt vom E-Giant betroffen werden und geliked. Wir müssen die Karres dran. Wobei, stimmt, er macht auch extrem guten Druck hier. Das ist schon nicht schlecht für Sam. Das ist schon sehr, sehr gut, du hast recht. Das ist schon sehr, sehr gut. Weil er jetzt einfach wieder reingehen kann. Ja. Jedes Mal, wenn der E-Giant kommt, bestraft Sammy einfach mit einem Counter-Push und das macht er extrem stark. Einfach einfach Bomben-Tor oder so. Da kann Sam nicht durchkommen. Da kann eigentlich E-Giant nicht durchkommen. Ja. Wobei, jetzt ist er Sam muss halt weiter sehr, sehr guten Druck machen auf der rechten Seite, sobald E-Giant hingespielt wird. Und okay, MJP wechselt jetzt die Seite, weil er genau weiß, er muss eigentlich in die Lane pushen, wo sein Tower-Low ist. Oh, jetzt macht Sam das gut. Sam macht das gut, geht auf der anderen Seite rein, spielt den Ritter nach vorne, jetzt auch die Blätter bringen. Das ist so gut, weil MJP schafft es nicht, das gut zu verteidigen. Er muss so viel E-Giant kommen eigentlich. Es ist jedes Mal so teuer, die ich finde. Die Karre ist dran, es ist so viel Damage. Ja. Oh, die Saturn! Das ist doch mal E-Giant vor uns. Das ist doch mal gefährlich. Das muss eigentlich Sam. Das ist so gut für Sam. Das ist untermutig für Sam. Zieht beide Drucken dran. Ja, Antrielle Sekunden. Super gut, ich weiß, es wird Sam gewinnen. Ja. Also ein E-Giant wird nicht mehr in den Turm kommen. Er geht nochmal mit Grave-Watt rein. Das gewinnt Sam. Das ist so ein wichtiger Sieg hier gegen einen DP. Ja, wichtig. Wichtig, den Kollegen zu stoppen, damit es hier nicht einen Züb gibt. Ja, das war sehr, sehr wichtig, hier einen DP zu stoppen. Sehr, sehr wichtig. Sam gewinnt das Spiel und dann steht es hier in diesem Klofte 1 zu 1. Lieber, bist du vorne? Bist du vorne? Vor mir? Du bist vor mir. Du bist komplett vor mir. Oh, ich bin vor dir. Komplett. Alter, wachs. Okay, fixe mir nachher. Fixe mir nachher. Ich weiß gar nicht, warum. Burning Series ist im 11. Mäuerstein, halbem bisschen und Fabian ist ins Finale live. Ganz doll ist das live. Ganz doll. Ganz doll. Natske ist im 6. Mäuerstein, Bukku. Vielen Dank, Natske, für den 6. hier. Und haut da noch zwei Sätze raus. Und zwar für Kollege Maren, 1,956, 9,0 und für Top 97. Kurz genau, Natske, für den Support. Fabi, 24, 26, 97, ist frisch dabei. Prime, äh, frisch dabei sogar so. Vielen Dank, Fabi. Und Festung ist im 5. Schat, hey, ihr beiden. Wurden alle Spiele direkt hintereinander ausgetragen? Oder warum ist das das Finale? Ja, ist es. Wunderlich sehr auf jeden Fall immer wieder gut in der Heilung gehen. Seit 5 pro Casting und alle Spiele wurden hintereinander ausgetragen. Alter, 8300 Zuschauer, ob ich fang, Alter, what the hell. Schatten wir vielleicht 10.000. Eventuell, aber ich mein, SK Gaming ist auch im großen Finale. Also wer jetzt hier sein Freund nicht Bescheid zeigt, der hat doch einfach... Wer jetzt nicht sein Freund Bescheid zeigt, der macht nachher einen Fehler. Karadoss noch zogen. Ja. Das war halt so, das war halt so, das war so key, die Situation, dass Karadoss so viel Damage gemacht hat, weil dadurch, musste IMGP die Seite wechseln und dann hat Sam halt diese Chance genutzt und ist mit einem mega großen Push auf der linken Seite reingegangen und hat super, super gut hier IMGP gestraft. Ja. Das war wirklich Fälle mit der für Sam gespielt und ein hochverdienter Seht ihr. Muss man einfach sagen. Er hatte gute Karten, er muss, man muss aber auch erkennen, wie man spielen muss. Und deswegen ist das Wichtige hier für Sam natürlich gewesen, dass er hier einfach erkennt, yo, ich muss halt immer versuchen, irgendeinen Druck aufreißen zu erhalten und dann kann ich auch gut laufen, weil dann kann ein Elektrochall gespielt und das war sehr, sehr stark. Niklas Ebel ist mit 2 Euro dabei statt. Nice, Bart from me. Perfekt. Wir geben Floy bitte in der Bartleife. Nee, das machen wir nicht. Ich komme zwar auf die Idee, aber da gibt es 2 Euro. Wir sind gleich dran. Herz von oh mein Gott. Das wäre halt so. Kannst du vielleicht sogar so ausführen? Man's dem jetzt ist sweet. Ey, das wäre so krass. Das wäre so krass. Wir haben es gerade immer angesprochen. Jetzt kommt Kutschikun. Kutschikun kommt tatsächlich wieder rein. Wann haben wir das schon mal gesehen? Kutschikun hat doch schon mal einen Sieg geholt. Gegen wen war das? Kutschikun hat doch... Heute gegen Mugi. Mit Exegulum. Aber ich dachte, dass IMGP hat gesweept. Wer hat zum richtig bescheuerten Sieg mit Exegulum geholt? Das war Kutschikun. Das war Kutschikun, aber wann war das? Heute. Und wann hat IMGP dann das Game of the Hill gesweept? War das gestern gegen Fafgaming oder wie? Ja. Ja, dann war der Sweep von IMGP gestern... Er hat wohl 2 gewonnen. Er hat wohl 2 gewonnen. Er hat auch gespeept. Ja, okay. Aber gestern hat er auf jeden Fall gesweept dann. Also IMGP hat in einem der beiden Game of the Hills heute oder gestern gesweept? 100%. Okay, also dann war das wirklich heute, wo Kutschikun den Sieg geholt hat gegen Mugi. Das heißt, da hat Kutschikun mit Exegulum gewonnen. Ja. Aber dann war das gestern das, wo IMGP die sweepst hat. Superdome spielt auch Exegulum gespielt. Aber heute hat Kutschikun gegen Mugi Exegulum gespielt und hat ja verloren. Also Kutschikun hat gewonnen mit Egolem. Und jetzt haben wir Kutschikun gegen Sam und wir gucken mal rein, was jetzt hier passieren wird. In welchem Kutschikun spielt jetzt wieder Exegulum? Ja. Das wäre... Ich werde dir einfach noch vor, bitte. Ja. Ich gehe um... 41, 40. Würde ich ziehen. 31, 8 Mal. Wir sind gleich. Sehr schön. Wundervoll. Okay, vielleicht... Ich weiß auch nicht. Vielleicht er erst... Da sehen wir jetzt, das ist der Egole. Das hat er zuerst gespielt. Ja. Damit hat er gegen Mugi heute gewonnen. Genau, dagegen hat er gegen Mugi gewonnen. Das war auf jeden Fall ein Same. Dann war das anscheinend wirklich kein Sweep von IMGP, sondern er hat nur zwei Leute weggeholt. Dann habe ich das falsch in der Niederung. Ich weiß nur, dass Ruben gestern beide 1-in-1-Sets gewonnen hat, heute beide 1-in-1-Sets gegen Mugi gewonnen hat. Ruben hat zweimal sein Team komplett zum Sieg gecarried und beide Male hat Team Kiso 3-2-Gewonnen. Das war wirklich insane. Also Ruben, beide wieder am warm. Alle Achtung, das ist wirklich insane. Beide wieder am warm. Beide am warm. Das wäre so krass, wenn Sam jetzt hier einfach diese Sets wept. Das wäre so wichtig. Absoluten Same. Gerne auch umfordern lassen, hier oben, falls es nicht getan hat, drück jetzt schon auf das Herz. Da haben wir kostenlos immer dabei. Aber da haben wir auch wieder streamt, morgen full stream season end. Kuchikur hat einfach von 4 Matches im Game of the Hill 1 gewonnen und das war das im World Final. Das deutsch auf Greyfair, Greyfair Freeze. Ja, das sieht wirklich nach Greyfair Freeze aus, ich fasse es nicht. Die Frage ist, was spielt Sam? Sam spielt das Royal Giant Sech. Ja, das sieht nach Royal Giant Riesenskelett gegen Greyfair Freeze aus. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das kritisch werden könnte für Sam. Wobei, wenn die Seppis halt viel Value rausholen, er hat das Riesenskelett. Diese Bombe vom Giant Skelly wird alles vernichten. Ja. Und die Seppis hätte auch, der andere wie komplett dauernd ist, jetzt macht es ja einen riesigen Push. Dort ist es ja einen riesigen Push, auch davor kommt einfach jetzt ein Royal Giant. Oh mein Gott. Zwei Hunter einfach. Das ist nicht gut gerade. Das ist gut für die andere Seite der Royal Giant Riesenskelett. Er hat auch keinen Greifen Fies. Das spielt Poison. Die Seppis. Da kann sie ein Fries kommen. Oh mein Gott. So gut für Sam. Das ist übertrieben wie Damage. Das ist so gut. Das hat Sam geführt. Guck mal, das ist durch. Das war es. Das war es einfach. Sam gewinnt einen Push. Oh mein Gott. Sam gewinnt einen Push. Genau was du gesagt hast. Auf der linken Seite hat er absolut Truppen gesteckt. Einen riesigen Push aufgebaut. Einen reingegen auf die linke Seite hat Kuchikou. Ja, und dann musste Kuchikou alles elixieren. Wisst ihr in der Verseilung auf der linken Seite und dann kam rechts. Und einfach rasiert. Kuchikou wurde auseinandergenommen. Ein einziger Push im ganzen Spiel. Und Sam hat komplett rasiert. Damit einfach hier Sam mit zwei Siegen in diesem King of Dill. Oh mein Gott. Jetzt nur noch Ruben. Jetzt nur noch Ruben. Ja. Nur noch Ruben. Nur noch Ruben. Kuchikou wurde komplett auseinandergenommen. Einen einzigen Push. Ja, die Seppis in den Fähigkeiten auch reingespielt. Super, super stark gespielt. Nur noch Ruben ist natürlich eine Aussage, die in sich schon keinen Sinn macht. Weil Ruben ist gerade der Spieler. Gar keine Frage. Ruben hat gegen Mogi gewonnen. Ruben hat das Potenzial, auch wie auch heute wieder zu rasieren. Wir werden es jetzt sehen. Alte Schwede. Ruben muss es wieder richten. Ja. Ruben muss es wieder richten. Das könnte man meinen, kam schon häufiger vor. Ich weiß nicht, die Seppis haben komplett in den Fähigkeiten auseinandergelochen. Was waren eigentlich die Predictions von den Castern? Wie bitte? Ich hab keine Ahnung. Ich hab da nicht drauf. Chat, habt ihr das gesehen? Was haben die chinesischen Caster prediktet für dieses Finale? Wer das gewinnen wird? Let's go. Warum ist das Caso P? Warum ist das Caso P? Man weiß es nicht. Warum ist das Caso P? Schreibt ihr in den Chat. Man weiß es nicht. Keine Frage. Also bis jetzt… Dann gehört ihr an das Team Contemplator. Das stimmt. Also man muss sagen, bis jetzt extrem krasse Performance von SK hier. Ja, absolut. Und Mort und Sam haben auch wieder jedes 2v2 gewonnen. Das ist einfach… Das ist strong. Oh, gib mir die. Ostfriesel sind 33 Monate. Moin zusammen. Go SK Gaming. Fehlfliegern Ostfriesel sind 33 Monate. Ganz, ganz heftig. Und genauso ist es Go SK. Let's go. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Immer am Kiffen und schreibt. Hab for real geträumt, dass Floppy heute spielt. Einfach ein Albtraum. Einfach ein Albtraum. Du warst froh, dass er vorbei war. Einfach ein Albtraum gehabt. Ich weiß es nicht. Let's go. Und wir sind zurück. Jetzt rum. Jetzt rum. Jetzt rum. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es hoch. Hoch, hoch, hoch. Spannend. Hochspannung gegen die Gefahr. TVD. Heute für Lucas 08 05 00. Vielen, vielen Dank TVD. Schön, dass du hier bist. Dankeschön für den Support. Ich werde euch alles weiter aufholen. Und wir sind jetzt zurück. Rufen gegen Sam. Let's go. Alter. Wir sind schon dringend zu spielen gestartet. Ja, der Warburg ist direkt connected hier. Einfach, ob ich überlegt jetzt. Gehst du? Wie ist der connected? Es ist Minenwerfen. Minenwerfen von Sam. Damit rechnen wir erstmal zumindest mit der Kombination. Rechnen wir nicht. Ja, Mortar von Sam. Das ist auf jeden Fall ein Pick, den Ruben nicht prediktet haben kann. Ja. Aber wenn Ruben jetzt hier Erdbeben in seinem Deck hat, dann könnte das schwierig werden für Sam. Die Frage ist wirklich, hat Ruben Feuerball oder Erdbeben im Deck? Feuerball wäre für Sam vermutlich besser. Kuss geht raus, Mann. Ich werde jetzt gar nicht alles holen. Es ist Friedhof. Es ist Friedhof. Es ist Friedhof. Ja. Aber die Frage ist, welchen Spell hat Ruben? Feuerball oder Erdbeben? Ja. Das wird ein sehr entscheidender Anteil daran, oder das wird ein sehr entscheidender Anteil sein, wer das Game hier gewinnen wird. So, das habe ich recht. Feuerball. Feuerball. Das ist besser oben. Okay, Feuerball ist da. Das Ding ist, ich glaube, grundsätzlich... Ja. Oh, der Feuerball ist viel besser, weil Sam die Royal Hawks spielt. Er spielt kein Greyfurt, sondern Mortal Royale Hawks. Mortal Royale Hawks. Da wurde Ruben im ersten Moment etwas überrumpelt, weil das ist sehr viel Schade, damit hat er nicht gerechnet. Von Sam natürlich niemals den Bombturm. Alter, Dominator, Junge, BTF. Das ist natürlich deutlich besser für Ruben, weil er hat Feuerball-Bombturm gegen Royal Hawks. Das könnte sehr, sehr schwierig für Sam werden. Ganz, ganz toll. Das wird sehr, sehr schwierig für Sam hier. Und er hat ja gerade auf jeden Fall eine gute Situation gehabt, weil der Bombturm wurde gegen den Mortar gespielt. Das hat er schon wieder gegen den Mortar gespielt. Und jetzt könnte Sam auf der rechten Seite, aber er hat den Feuerball. Jetzt ist der Feuerball im Cycle. Ja, und Sam hat vor allem auch mit dem Erdbeben auch nicht damage gemacht, aber jetzt kommt der Feuerball. Das wird trotzdem aber ein bisschen damage werden. 4 Hits sogar. 4 Hits waren das. Das ist nicht wenig. Komplett noch alles möglich in Sam. Komplett noch alles möglich. Ja nochmal, das wird es aus. Ja, die Erlösung. Das wird jetzt kurz mal aus. Erdbeb ist wieder dran. Sam führt hier mit dem Damage. Das könnte ein Sweep von Sam werden. Sam hat so viel Damage hier gerade mit dem Royal Hawks dann wieder mit dem Erdbeben gemacht. Und der Mortar macht immer so einen Druck. Das ist stark. Das ist deutlich besser als für Sam. Das ist deutlich besser als für Sam. Mortar einfach 2 Hits bekommen. Das ist ja sehr wichtig gewesen. Ich hab's nicht überkommen, das ist zu kommen jetzt. Ich sitz nicht hin. Ich kann's gut ausbilden. Alter, Sam hat fast gefühlt mehr Schaden als auf dem rechten Tor. Aber auch nur gefühlt. Mortar ist dran. Oder Mortar kommt rein. Setter am Start. Das muss halt dieser Bombentum kommen. Und jedes Mal spielt Sam dann den Erdbeben und hat dann theoretisch Royal Hawks auch im Nachhinein. Gute Defense. Sehr, sehr gute Defense. Jetzt werden Royal Hawks kommen auf der linken Seite. Oder? Also im Menschen sind komplett Käse. Das wäre so insane. Das wäre ganz, ganz krass. Royal Hawks von Vayne. Erdbeben ist da. Ja. Das war's. Das könnte es sein. Das könnte es gleich sein. Die Begel sind dran. Die Begel sind dran. Die Begel sind dran. Das Ding ist durch. Sam sweep komplett Käse. Und damit 2 zu 0 für SK Gaming. Oh mein Gott. Ganz, 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 ganz krank. SK Gaming geht hier mit 2 zu 0 in diesen Finale in Führung. Und jetzt... Hat Sam nicht auch heute gegen Payne 2 zu 0 gemacht? Nachdem Sergio 1 geholt hat, dann war es 1-1. Und dann hat Sam noch die nächsten 2 gewonnen, oder? Haller, Haller. Haller. Sam hat einfach heute 5-0 overall im King of the Hill gemacht. Ja, ganz krank. Oh mein Gott. Sam ist komplett in Form. Nee, Javier hat drückt gesweept gegen links. Javier hat drückt gesweept gegen links. Du bist auf die komplett falsche Maßstelle. Javier hat drückt gesweept gegen Payne. Und wo war das mit Sergio? Gestern. Das war gestern mit Sergio und Sam. Ja. Aber das heißt, Sam ist trotzdem... Weil Javier gesweept hat. Das heißt, Sam hat trotzdem insgesamt 5-0 im King of the Hill im World Final. Ja. Und im 2v2 haben sie auch gewonnen. Das heißt, Sam ist einfach so on fire. Komplett im Modus. Jetzt steht 2 zu 0 für SK Gaming. Und das ist richtig, richtig geil. SK ist so nah dran, diesen Titel zu holen. Sie sind so nah dran, einfach um die World Champion zu werden, Freunde. Das ist insane. Du musst es mal fassen. Krabi im World Final 3-0 im King of the Hill. Sam 5-0 im King of the Hill. Das ist so insane, wie stark die SK Spieler performen. Ganz, ganz heftig gerade. Und das gegen Kisu. Wir kennen, wir kennen Kisu. Kisu hat Ruben, Kisu hat Chip. Die beide wollen hier von Sam von 6 herum. Das ist so Wahnsinn. Absolut krass, was hier gerade abgeht. Noch ein, der ist noch frei. Vielen Dank, dass du auch mit deinem 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich werde nachher alles vorlesen. Dankeschön für die Unterstützung. Und wir haben jetzt nochmal hier die Kollegen Moderatoren anstatt. Und dann geht es gleich zwischen Morten und Ruben zusammen. Wenn Morten gleich hier dieses Best-of-3 gewinnt, dann gewinnt insgesamt SK Gaming einfach mal diesen Wettbewerb. Und dann wäre SK hier einfach World Champion in der CAF. Ganz, ganz heftig. Ey, das Ding ist, Morten hat alles in der Hand jetzt. Morten hat alles in der Hand. Morten hat alles in der Hand. Er kann es gewinnen oder das Ganze geht nur in weitere Sets. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Egal in welchem Set Morten spielt, es kann auch sein, dass er jetzt nicht in Set 3 spielt, aber ich vermute, dass er sogar in Set 3 spielt. Egal in welchem Set Morten spielt, Morten hat es in der Hand. Oder Javi oder Sam. Alle drei haben es in der Hand. Sie müssen ein 1-1 gewinnen hier. Jemand nutzt, willst du doch schon weiter? Du musst Hausaufgaben machen? Schade. Da musste der Vater so aufsichtig nachdenken. Naja. Und wir sind jetzt die Welt dabei. Alter, es ist krass. Es ist absolut krass. Es ist absolut krass. Es ist absolut krass. Kann Morten jetzt gewinnen? Also wenn jetzt Sergio Ramos spielt, immer an jemanden, dann muss ich aber, also dann, dann weiß ich auch nicht mehr. Das wird nicht passieren. WTF? Was ist das für ein Call? Was ist das für ein Random Call? Du sagst Sergio Ramos spielt jetzt. Nein, nein, sag ich nicht. Ich meine nur, würde er spielen. Krass wäre das. Würde jetzt ein Meteorit auf dieses Gebäude fallen, wäre es auch krass, oder? Nein, aber es ist ja theoretisch möglich. Der Chat hat mich dazu genötigt, davon zu philosophieren. Wir sind gleich so. Let's go. Jetzt geht's los. Jetzt. Oh, okay. Javi ist zuerst. Oha. Vermute ich Javi, Morten, Sam oder Javi, Sam Morten. Ja. Jetzt hat es Morten nicht in der Hand, jetzt hat es Javi in der Hand. Javi kann jetzt hier gewinnen. Alte Musik, geile Musik, geile Musik. Oh mein Gott. Javi hat es in der Hand. Wir haben den Glauben in Javi. Wir haben das verbraucht in Javi. Ja. Javi kann das jetzt hier beenden. Gerade hat er schon eins gefunden. Gerade hat er schon hier im ersten Set. gegen Payne 3-0 gescript. Ja, da auch, genau. Da auch, ja. Oh mein Gott. Boyster schreibt so schlau, das heißt Morten gegen JP und nicht gegen Ruben. Das war eigentlich echt feilfett. Weil dadurch umgehen sie, dass Morten eventuell gegen Ruben verlieren könnte. Ah. Verstehst du? Weil Ruben und Morten so an der Ebene sind. Und jetzt aber JP ein bisschen schlechter ist. Packen sie Morten gegen JP, weil Morten schon mal gegen JP. Weißt du noch damals, als Morten gegen einen JP gewonnen hat, wo ein JP so übel tiltet war, weil er da mit X-Punkten so riesen Fehler gemacht hat oder so. Erinnerst du dich noch an dieses Spiel? Nein. Nee. Da wo alle MJP geflankt haben, wie schlecht er wäre und so, weil er übelst Fehler gemacht hat gegen Morten. Da hat Morten mit drei Musketieren gegen X-Punk gewonnen. Das war eben krass. Das ist ewig her schon. Das ist ewig her, ja, ja. Aber ich glaube, das ist immer noch so im Hinterkopf einfach. Und du hast recht, glaube ich. Auf beiden Seiten macht die Rabi guten Schaden. Ich glaube nämlich, du hast absolut recht mit deiner Theorie. Morten gegen einen JP, das ist das Ziel von SK gewesen. Deswegen wird Morten im vierten Set sein. Ja. Und Krabi kannst du jetzt hier gegen Ruben schon fertig machen. Ich bin sehr gespannt. Wer sagst du an das Matchup? Es ist halt die Kanonkarre drin. Die Kanonkarre wird Ruben extrem doll nerven. Ja. Jetzt die Karre einfach hinten, genau. Morda, Greyfart gegen Greyfart, Barbarenhütte. Ja. Hätte ja eh was ein mega-lager, ich weiß was anderes, aber sie muss das, äh, glaub ich gut für Rabi. Oder ganz gut. Aber Ruben kann auf jeden Fall gewinnen. Ja. Das ist wichtig, dass die Karre dauert. Jetzt war Ruben. Das ist guter Damage. Oh mein Gott. Das ist guter Damage. Oh mein Gott. Wenn der Karre tankt jetzt so lange, bis der Greyfart down ist, dann kann er eine Feuerwehr hochwerfen. Ja, weil Krabi hat eine Feuerwehr nicht bei den Preußen. Das ist auch so gut, weil er die ganze Zeit das Backup spielen kann. Ja. Das ist einfach nur Bigspin gewesen. Krabi hat Kurt Bixen eingetragen. Wichtig. Ey, die Skelette sind ja echt so gespawnt gerade eben. Das gibt's gar nicht. Ja. Komplett. Auch hier zwei gute Bigspin-Skelette. Jetzt ist die Frage, kann Krabi das zu Uliwilu bringen? Kann Krabi das zu Uliwilu bringen? Schafft er das? Das sieht sehr, sehr, sehr gut für Krabi aus. Der 2 ist ja okay, ich muss nicht mehr so viel Schaden machen, ich kann jetzt ja anfangen Feuerwehr rüber zu werfen. Die Spielbox könnten jetzt eine Feder gewesen sein. Die rauszuspielen wir vielleicht nicht so smart. Das ging doch klar einigermaßen, aber dann muss man die Spielbox auf jeden Fall behalten, den Match ab. Ich glaube, Ruben spielt auch Feuerwehr. Ja. Das werden Sie bei den Boys drauf fallen. Das war's. Krabi gewinnt im ersten Match gegen Ruben. Oh mein Gott, Krabi könnte das Ding jetzt hier finischen. Es könnte ein 3 zu 0 gegen den King Swap von SK. Es ist wirklich unfassbar, wie stark SK gerade spielt. Also es ist wirklich extrem, extrem krass. Ganz, ganz nütz. Oh mein Gott. Also klar, keine Frage, das von Sam, der Sweep, das war undocken. Das war richtig krass. Aber auch Krabi spielt jetzt hier gerade. Auch slapstark, komplett broken, alter. Ja. Schon im ersten Tisch, die hätten so viel Schaden gemacht, und dann einfach nur vorbeidet, und dann sich den Sinn für den zweiten Graf hat, oder einen wichtigen Graf, einen dritten Graf hat hier geholt. Und nachdem, und nachdem Morten das Viertelfinale und das Halbfinale gefinisht hat, oder gesaved hat für SK, kann es jetzt sogar sein, dass ohne dass Morten hier das Game finischen muss, oder überhaupt im One-Wand spielen muss, SK gewinnen kann. Und das wäre... Das wäre auch sehr, sehr geil, weil dann endlich noch nicht Morten hier tragen müsste. Und das einfach... SK komplett rasiert. Alle rasiert. Alle. Ja. Das wäre einfach ein richtig geiler, richtig überzeugen. Das würde einfach nochmal die Dominanz von diesem Team unterschreichen. Ja. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott. Es kann jetzt hier... SK Gaming... zum World Champion werden. Das ist der CL 2020. Sie können das schaffen. Sie können das schaffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Absolut crazy. Absolut. Komplett. Ruben muss jetzt hier mal wieder ganz, 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 ganz doll den Rucksack aufmachen, wenn er hier sein Team noch retten möchte. Ihr müsst euch das vorstellen, Zuschauer. Er hat im Viertelfinale beide One-Wand-One-Sets gewonnen und somit sein Team mit einem 3-2-Sieg zum Halbfinale geführt. Hat im Halbfinale zweimal gegen Woogie im dritten und fünften Set wieder das One-Wand-One gewonnen. Also im Halb- und Viertelfinale beide Male beide One-Wand-One-Sets gewonnen und somit sein Team zum Finale geführt. Und das wäre das erste One-Wand-One-Set, was er verliert hier im World Final und es wäre gleichzeitig auch die Niederlage im Finale. Guckt euch das an. Wie diese Spannung. Die Musik ist genau richtig gewählt. Die Musik ist genau richtig gewählt. Ey, es ist, es ist so krass, wie stark SKA gerade ist. Das ist wirklich unfassbar. Absolut. Kommt jetzt. Okay, wir sind drin. Auf geht's. Den Rabi jetzt gewinnt. Dann ist es das. Dann ist es das. Oh mein Gott. Das vielleicht. Das vielleicht. Letztes Spiel. Das vielleicht. Letztes Spiel. Das vielleicht. Letztes Spiel der CL 2020. Und Javi hat es jetzt in der Hand. Wenn Javi jetzt gewinnt, dann ist einfach SK Gaby der World Champion 2020. Ja. Spielgops kommen rein. Das sieht nach Mortar oder Mauerbrecher von Fabios. Oh ne, es ist mit der Kanonkarre. Das könnte... Okay, es könnte Mortar Graveyard sein. Ja, es ist Mortar Graveyard safe. Mit Bubble. Ja. Ah, der Hunter ist dran. Macht doch guten Schaden. Ja. Die Kanonkarre belegt noch. Da hat er aber oben das Bubble. Und spielt vermutlich die Megadatta, Hunter, Cage, Graveyard-Balanty. Sehr, sehr guter Schadensvorteil für Mauerbrecher. Megadatta Graveyard gegen Mortar Graveyard. Uiuiui. Also ich glaube, das könnte grundsätzlich gar nicht so verkehrt für Javi sein. Aber die Situation ist natürlich gerade deutlich besser für Javi. Definitiv. So, noch kein Hit mehr. Der MS-Viergott ist noch dran. Ja, ganz guter Schaden noch. Also ein bisschen. Da kommt die Kabel rein. Kabel vom Javi hinten. Ja. Oh, gib it to Daddy. Oh, gib it to Daddy. Oh, gib it to Daddy. Okay, die Spearrobs kommen. Die Spearrobs sind natürlich sehr gut. Poison kommt instant. Hunter, Barbara. Wie gut cleart das jetzt den Graveyard? Relativ gut. Ja. Aber der Hunter ist erneut dran, das gleiche im ersten Daylight. Ja. Der Hunter ist einfach dran und macht sich Javi schwer. Ja. Das Geiche wiederholt sich hier wie am Anfang. Wieder kriegt er den Graveyard zwar gut gecleart, aber der Hunter macht am Ende noch unfassbar viel Damage auf Turmen. Und der Mord auf der rechten Seite könnte noch zwei weitere jetzt machen. Ja, das ist noch einer. Jetzt wird sich hier der Schadensvorsprung geschmolzen. Ja. Das war sehr guter Damage von Mord auf der rechten Seite. Ja, Feuerball auf den Eros. Ich find's krass, wie oft wir heute tatsächlich Great Hat Feuerball gesehen haben. Das ist wirklich heftig. Kann er erst jetzt verteidigen? Nein! Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Boah, das ist super viel Damage schon rum gewesen. Jetzt ist die Frage, kann Krawi jetzt... Krawi geht nicht darum, muss noch Eros kommen, Riffel schon. Es ist ein Graveyard für Poison. Ein Graveyard für Poison. Ruben lässt es gar nicht anbrennen lassen. Er wird uns anbrennen lassen. Ne, er wird uns anbrennen lassen. Er wird uns anbrennen lassen. Normalerweise ist Feuerball gar nicht gut mit Graveyard. Das war zum Beispiel... Das war zum Beispiel... Ja. Sobald Spam-Truppen wie Skelettarmee und sowas gespielt werden, dann ist es sofort kritisch. Nein! Jetzt! Jetzt waren die jetzt dann! Das waren die jetzt! Aber hier im World Final können diese Teams jetzt den Feuerball spielen, weil kein Team will hier ein Risiko eingehen und wird hier eine Skelettarmee in ein Deck reinpacken oder irgendwelche Spam-Truppen spielen. Richtig. Und von daher können sie sich hier erlauben, den Feuerball zu spielen, der gegen Bogenschützen, Ice My Baby Drink und so weiter teilweise sogar besser ist als der Poison. Richtig. Feuerball ist sehr, sehr belohnen. Einen Meter zum Beispiel auch mit den Bogenschützen. Da ist der Feuerball einfach mit vielen Situationen besser. Und deswegen macht es auf jeden Fall auch Sinn, dass der gespielt wird. Jetzt haben wir 1 zu 1. 1 zu 1 zwischen Ruhm und Habi. Alter Schwede. 9003er-Leute sind hier mit unserem Start und schauen dieses World Final. Absolutes Same. Spannender wird es ja auch nicht mehr. Ja. Das ist ganz krank. 1 zu 1 ist das dritte Set. Wenn jetzt hier Ruben gewinnen sollte, geht es ins nächste Set. Wenn Habi gewinnt, ist er SK Gaming World Champion. Ja. Dann sind wir World Champion. Absolut letztlich. Followt. Followt im Kanal. Keine weiteren. Zuerst streams. Verpasst nicht, wenn ihr den Kanal followt. Followt auch gerne im Vlog. Da könnt ihr die Bots mal gerne den Link reinsenden. Der streamt heute Abend. Äh ja. Vermutlich heute Abend. Ich weiß noch nicht, wie genau ich, wann ich heute zurückfahre. Muss ich mal schauen, wie es passt. Aber ich hätte auf jeden Fall noch Bock, heute Abend zu streamen. Ja. Heute Abend auch im Videostream. Season End. Wird fett. Da könnt euch noch freuen heute Abend. Also wir wieder streamen. Und ansonsten. Wisst ihr. Das hier. Das hier sind wir noch mit den Highlights. Bekommt ihr auch schon Preis? Nein. Wir bekommen nichts. Haben wir auch das nicht beigetragen? Ne. KV bekommt aber was. Echt? Krass. Oh mein Gott. Let's go. Ravi gegen Ruben. 1 zu 1 in Set Nummer 3. Wer wird jetzt dieses Game für sich entscheiden? Das ist so ein wichtiges Game jetzt hier. Ja. Das ist so ein wichtiges Game. Wenn Ravi gewinnt. Dann gewinnt. Dann gewinnt tatsächlich die SK Gaming das Preisgeld. Und den natürlich nicht das Preisgeld. Das ist eh schon gut. Sondern eben die Titel. Bobby bekommt was. Der schüchtert immer die Gegnerin. Was? Ah. Danke dir Digga. Let's go. Da sind wieder die Kompetenz am Start. Ja. Haben die gerade Discord geleakt? Ja. Okay. Die Menschen blicken irgendwelche andere Gegner. Aber ich meine es ist alles live. Da können Fehler passieren. Ich verzeih dir das. Ja. Aber trotzdem. Sollte man dann besser in den richtigen Schaub treffen. Das hast du sehr schön so beschrieben. Geil. 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 Platz 1 bekommt 100.000 Sonnabend. Platz 2 70.000. Ja. Also es ist schon auch ein Unterschied. Aber es ist sowieso so viel. Ja. Beide Teams kriegen ein sehr hohes Preisgeld. Ja. Sorki haben beruht. Die ist wieder gewechselt. Ja. Es wäre halt noch so anders geil, wenn die einfach in der Arena spielen würden. Und gegen Kabi. Und gegen Kabi. Und gegen Kabi. Wer wird jetzt hier gewinnen, Freunde? Wer wird das Ding holen? Ja. Ja. Das war alles schön, oder? Gefällt dir der auch so wie mir? Ja. Geil, oder? Ich finde es sehr geil. Also die letzte Trophäe fand ich nicht so krass, muss ich sagen. Die letztes Jahr, die war ein bisschen low. Aber die Trophäe jetzt, die ist echt sick. Und gegen Kabi. Wir sind dabei. Also gegen Kabi. gegen Kabi. Und Ruben spielt Mortar, Greyfart und Cannon Cards. Ja. Hm. Ja. Für wen ist das gut? Boah, schwierig zu sagen. Ich würde behaupten, dass das ein Recht ausgemissendes Matchup ist. Ja. Das Ding ist, Kabi hat halt den Erdbeben gegen die Mortar und Cannon Cards, das ist natürlich fein. Gegen Greyfart hat er auch gute Antworten, aber hat teilweise natürlich auch Probleme irgendwann. Aber ich weiß auch nicht, wie Ruben so einen richtig großen Push verteilen möchte, mit einem Riesenskelett in Co. Ich glaube, das kann Kabi gewinnen. Ich glaube, das kann Kabi gewinnen, ja. Ich glaube auch, das kann Kabi gewinnen. Okay, Hunter kommt jetzt hier hinten. Was macht er jetzt hier gegen diese Riesenskelett rein? Der Hunter macht noch einen dicken Hit und dann geht er down. Sehr guter Healsprit von Atrawi. Jetzt hat Atrawi eigentlich auf dem Feld. Er hat dann einfach noch Feuerwirkung, genau. Kommt auch. Okay. Ganz, ganz wild. Mord er hinten. Äh, Mord er wahrscheinlich. Jenskelett hinten. Riesenskelett hinten. Fischer zieht jetzt den Glitter. Ja. Fischer Hunter. Aber was hat er jetzt konkret? Erdbeam. Erdbeam. Okay. Erdbeam ist immer nicht so optimal. Erdbeam ist immer nicht so optimal. Es sind noch viele Skelle, die der Spokesponsor hat, aber der Hunter macht noch nicht. Mhm. Von daher passt das. Jetzt kommt der Royal Giant rein. Der hat kein Erdbeam. Der hat kein Erdbeam. Der hat kein Erdbeam. Ich weiß nicht wie gut dieser Royal Giant war. Letztendlich pidet er gerade eher die Kanonkarre. Und die Karre überlebt jetzt und muss auch noch verteilt werden. Ja, da hat er erwartet, dass da eventuell ein Graefer kommen könnte. Jetzt kann der theoretisch nichts kommen sogar. Er lässt es bleiben. Er geht keine Graefer rechts. Boah, das ist nicht einzig zu beteiligen. Die Seppys... Er hat den Feuern, aber er kann einfach auf die Seppys. Und das ist so viel Damage. Er hat das Barper jetzt so spät und das trifft kaum Skelette. Die Skelette sind alle außen gesponnt. Das sieht echt gut aus. Boah, das sieht gar nicht gut aus für Javi gerade. Boah, das Ding ist... Der Verlauf des Matches ist bisher leider nicht so gut für Javi gelaufen. Absolut gar nicht. Ich glaube, Javi kann das Matchup gewinnen, aber... Die sind so gesetzt natürlich sehr, sehr schlecht. Ich glaube, Javi kommt rein. Der Mortar geht down. Oh Leute, er macht einen. Es ist ein Hit. Aber es ist nur eine. Der Mortar ist dran. Der Mortar ist dran. Der Mortar ist dran. Oh mein Gott, wie belastend. Er kann ihn nicht versetten. Er kann ihn gerade nicht versetten. Das war's. Das Spiel ist durch. Damit gewinnt tatsächlich. Er braucht nur noch einen Mortar oder Feuerball. Das war's. Oh mein Gott, es geht wirklich ins nächste Set. Und jetzt sehen wir vermutlich Morten gegen IMJP. Ja. Jetzt sehen wir vermutlich Morten gegen IMJP. Genau so ist es. Ey, Huben hat noch kein 1v1 gewonnen. Er verloren. Der hat fünf 1v1s im World Final in drei Spielen gespielt. Und hat jedes 1v1 gewonnen. Wahnsinn. Der gewinnt zweimal gegen Konos heute. Der gewinnt zweimal gegen Fuff Gaming vor. Und jetzt gewinnt er gegen Krabi. Ey, der Typ ist insane. Morten muss jetzt gewinnen. Sonst haben wir einen Ruben, der on fire ist. Im letzten Set. Das ist ganz, ganz krass. Das ist was, was ihr seht. Oh mein Gott, wir schauen gleich rein. Jetzt werden wir sehen. Ist es Morten? Und dann hat SK wirklich diesen taktisch terrorruf gemacht. Und gesagt, yo, wir packen Morten jetzt rein. Du kannst mir aber auch nicht erzählen, dass SK Gaming drei Spiele im World Final gewinnt. Und Morten alle finisht. Morten alle... Also Morten hat jedes Game das letzte Set gewonnen. Ja. Absolut. Gestern beim 3-1 das vierte Set. Die Frage stellte ich Morten jetzt auf. Ging Payne das dritte Set. Und wenn Morten jetzt spielt und das gewinnen würde... Oder Sam. Oder Sam. Ja. 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 Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich werde alles haben. Falls ihr das Ganze hier fällt, falls ihr es unterstützen wollt, die Fisch fallen können, die kostenlos haben. Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Preis übrig. Macht das gerne nicht mehr. Macht es woanders. Macht es auf jeden Fall. Und wir... Ja. Das ist jetzt die Frage. Ist es Morten oder ist es Sam? Ja. Aber Morten ist für die Situation auch perfekt geeignet. Also immer wenn es wirklich um diese entscheidende Situation geht, wo man auch das Game finischen kann, wenn man Match Point hat, da ist Morten so unglaublich krass. Und das hat er im Viertelfinale gezeigt. Das hat er im Halbfinale gezeigt. Und das kann er jetzt hier heute auch im Finale zeigen. Genau. So ist es. Macht doch mal ein bisschen Energie. Auf geht's. Für wen auch immer jetzt... Für wen auch immer wer jetzt spielt, jetzt eine Aufgabe... Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der taktische Move, von dem du besprochen hast, dass sie Morten gegen MGP haben lassen spielen wollen. Dann wird Morten jetzt spielen. Oder sie haben sich nichts dabei gedacht, jetzt wirklich Morten gegen MGP zu forcen. Und dann werden sie ganz normal Sergio spielen. Äh, Sam jetzt spielen meine ich. Und dann Morten im entscheidenden letzten fünften Set theoretisch. Ja, das sind die Optionen. Das sind die Optionen. Also, ich muss sagen, ein fünftes Set mit Morten gegen Ruben wäre extrem episch. Das wäre das Finale vom Finale. Aber, ich glaube, taktisch schlauer wäre, wenn Morten jetzt gegen MGP spielt. Auf jeden Fall. Das wäre es ganz toll. Die Tafeln sind noch nicht sichtbar. Die Tafeln sind noch nicht sichtbar. Doch, Sam. Es ist Sam. Es ist Sam. Sie haben einfach gedacht, wenn es zum fünften Set kommt, welchen Spieler haben wir, der, wenn es zum fünften Set kommt, gewinnen kann. Und das ist Morten. Und jetzt bin ich so gespannt. Ich hätte diesen Move so gesehen. Ich glaube auch, der Move, den du sagst, ich glaube, der wäre der smarteste gewesen. Ich glaube, Morten gegen JP, das würde Morten gewinnen. Sam kann natürlich auch gewinnen, aber ich finde es interessant. Ich finde es interessant, dass sie es nicht gemacht haben. Hätte ich jetzt auch erwartet. Aber es ist Sam. Das Ding ist, entweder gewinnt jetzt Sam und es ist KS World Champion oder wir haben ein unfassbar krasses letztes Set. Da hätte ich gar keinen Bock drauf in meinen Nerven. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also, ich hätte schon Bock drauf irgendwo? Ich hätte gar keinen Bock drauf. Auf Ruben gegen Morten hätte ich gar keinen Bock. Das wäre halt das... Nicht als fünftes Set. Von mir aus als drittes, wenn es KS 2 nur in Führung liegt. Aber nicht als fünftes. Das wäre halt das... Das Spiel der Könige einfach. Das wäre ein Rube gegen Morten. Sam is on fire, ganz klar. Sam is on fire. Sam macht das jetzt. 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 Sam... Es ist so Samstag. Heute ist zwar eigentlich Sonntag, aber heute ist auch Samstag. Heute ist auch Samstag. Sam... Samstag. Ach du meine Güte. Sam spielt Lava Miner. Sam spielt das Lava Miner Deck und MJP spielt Mortar Graveyard mit Feuerball vermutlich. Ja. Was hat MJP gegen Lavahund? Er hat Hunter, er hat Feuerball und Speargobs. Er hat nur Hunter und Speargobs, wenn ich das richtig sehe. Hunter, Speargobs und Feuerball gegen Luft. Ja. Und dagegen hat Sam die Pfeile. Ja, er hat die Pfeile gegen die Speargobs. So, das heißt letztendlich ist es nur der Hunter. Aber der Feuerball ist halt so entscheidend. Weil der Feuerball ist... Oh, der Meider catcht den Hunter wichtig. Aber das... Das Ding ist, dass MJP diesen Feuerball hat, ist so entscheidend. Und Poison wäre so viel schlechter auch gewesen. Auf jeden Fall. Der Feuerball kann halt so key werden für MJP. Ne, man darf nicht zweimal einander spielen. Das habt ihr richtig erkannt. Die Pfeile und das Megadakai sind die letzten beiden Geraden. Alle spielen dasselbe Jahr. Das liegt natürlich daran, dass die Meter gerade sehr stay ist. Aber die Meter wird sich ändern. Und zwar ab Dienstag. Neue Meter. Alles ändert sich. Alles ändert sich. Das wird ganz krass. Da kommt völlig nur in der nächsten Fragen. Okay, Graverd kommt rein. Die Dragons und die Barbarne flieren das ganz gut. Der Hunter geht jetzt down. Boah, Blutmaschine. Super guter Damage von Sam. Und was macht jetzt einen Repeater gegen ihn? Auf jeden Fall keine Speargobs. Oh mein Gott, er hat ein gutes Problem. Jacky Joe komplett? Oh mein Gott, das ist so gut. Der Graefead war überhaupt nicht gut. Jacky Joe komplett gefällt. Er hat das Börbel zu spät gespielt. Die Spiel war dann schlecht. Und Sam ist komplett dran. Das war's. Sam hat gewonnen. Sam gewinnt das erste Spiel. Oh mein Gott. Das Ding ist der Feuerball von einem GP war überhaupt nicht gut. Der Graefead war auch nicht gut. Er war sehr aggressiv und er hatte kaum Damage bekommen. Ja, das hat Sam. Das hat Sam. Ernst, es geht an Sam, Freund. Let's go. Aber ich glaube das Matchup war auch nicht gut für... Also ich glaube es war auch ein Vorteil für Sam, muss ich sagen. Weil er hat nur den Hunter. Er hat nur eine Karte so richtig gegen Luft. Ja. Weil die Speargobs halt durch die Pfeile gefehlt werden können. Alter, wir haben wieder die Situation. Krabi hat auch 1-0 geführt. Aber Ruben hat zwei einzelne Comebacks. Wie bitter wär's eigentlich für Ruben? Er gewinnt jedes einzelne 1-1. Jedes einzelne. Aber sie verlieren trotzdem das Finale. Das wäre bitter. Das wäre bitter. Oh mein Gott. Kann Sam das jetzt schaffen? Es wäre Sam's Tag. Ja. Es wäre Sam's Tag. Es wäre Sam's Tag. Ja. Es wäre Sam's Tag. Einfach in King of the Hill gestreamt. Gestern in King of the Hill zwei Siege geholt. Und kann jetzt hier wirklich finishen. Das wäre insane. Hier haben wir die Heatmap. Es ist krass, es ist krass, es ist krass. Das ist ne... Nein. Wie Mensch. Also wieder hoch. Wahrscheinlich wie Mensch. Da siebel ist. Erstes Spiel of the Hill. Da, zack. Komplett Fail. Dann das Bubble zu spät für die Flugmaschine und für den Dragon. Alles vom Turm. Und dadurch gewinnt Sam komplett. Da hat JP einfach zwei große Fehler gemacht, die Sam nicht komplett bespannen wollte. Ja. Sam stört 6 zu 1. 20. Fast 10 gab es wieder. Vielen, vielen, vielen Dank für den krassen Support hier. Einfach fast 10.000 Leute schauen uns das gerade an. Wir sind euch dafür extrem dankbar, dass ihr das so abfeiert. Aber so Finale ist natürlich auch auf jeden Fall nicht so zuschauen sein würdig. Gar keine Frage. Sam gegen AJP. Wir gehen rein. AJP ist nervös. Verständlicherweise nervös. Junge, wenn ich da merke, ist das einfach zusammenklappen oder so. Klaus Tafrioli. Oh mein Gott. Auf gehts jetzt. Auf gehts jetzt, Samuel. Let's go. Ihr wisst, was du tun hast. Die Frage ist halt, kann ein JP diesem Druck jetzt standhalten oder wird er an diesem Druck zerbrechen? Das ist genau die Frage, die wir uns jetzt hier stellen können. Oh mein Gott. Wir haben es heute schon zweimal gesagt. Aber das könnte das vielleicht letzte Game der World Finals werden. Das könnte das letzte Game der World Finals der CRL 2020 werden. Hier kommt mal wieder die wilde Offensive Rate. Eine sehr wilde Statistik. Das ist ja bei 36,4% deep. Mhm. Beide spielen da extrem gute Statistiken rollen. Ja, ganz klar. Sand Statistiken wären noch ein bisschen krasser, wenn das das King of the Hill eingerechnet wäre von heute. Und von äh, von gestern. Weil das sind nur die Fall Season Statistiken. Ja. Die Offensive Rate ist vermutlich, wie oft ein Spieler die erste Karte spielt. Ja. Mauerbrecher gegen Grave. Gegen dieses Grave und extra JP. Feuerball. Das Ding ist halt, MPP hat den Bombenturm. Und Hunter, Feuerball, Barber. Also, man muss sagen, MPP hat sehr gute Antworten gegen Sam. Ja. Die Frage ist noch, welchen Spell hat Sam? Hat er Erdbeben oder Feuerball? Feuerball wäre halt deutlich besser gegen das Backup. Erdbeben wäre gegen den Bombentower. Zwar nicht schlecht, aber vermutlich ist ein Feuerball overall besser. Hier für Sam. Ah, jetzt. Boah, das könnte leider wieder, das könnte leider ein Matchup, das Matchup für einen JP sein. Er hat halt so viele Antworten gegen diese Mauerbrecher. Und auch super gute Antworten gegen die Miner. Ja. Miner kommt rein auf der rechten Seite. Also, hinterm Turm. Guter Hunter. Ist dir keinen Raum, Start. Uh, der Hunter killt den jetzt. Hör, er muss in Miner-Rekensiv setzen. Ja. Jetzt kommt Greyheart auf der linken Seite. Wieder Greyheart Feuerball. Das ist wirklich ein Sam, wie oft wir das hier World Final sehen. Das ist leider super guter Damage für einen JP. Das ist ultra gut. Hier musst du jetzt auch noch dran sind. Noch zwei, zwei, zwei Muskelchen. Drei sogar. Drei Hits. Und jetzt mit einem Mal liegt Sam. Und Sam spielt ein Control Deck. Sam kann nicht einfach sagen, jo, jetzt kann wirklich das. Sondern er ist hier. Ey, das ist, das kann nicht sein, dass es Vita in das entscheidende Gang geht hier. Aber das sieht leider danach aus. Das sieht ganz danach aus. Feuerball auf Hunter. Und wieder connecten die Skelette. Und das sieht gar nicht gut leider aus für Sam. Turm auf 332 HP. Und wie möchtest Sam wie durchkommen? Die Mauerrecher werden nicht connecten. Er hat Bomntower, er hat Hunter, er hat Feuer, er hat alles mögliche. Der Miner reicht einfach nicht, der Miner reicht einfach nicht. Er muss noch einen Ritter setzen. Es wird so viel Graver gespielt, ja. Es wird so viel Graver gespielt, das stimmt. Aber Graver kriegt einen kleinen Nerf. Plus die Mother Witch wird es bald geben. Das war's. JP gewinnt. JP gewinnt. 1 zu 1. Leider nicht gut für Sam. 1 zu 1. Das Ding ist halt, Morten gegen Ruben wäre extrem krass. Aber... Gegen Ruben willst du nicht spielen. Gegen Ruben... Wir wollen Ruben eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit geben... Ich will das gar nicht sehen. Ich will das gar nicht sehen. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich will das nicht. Ich will einfach, dass Sam jetzt gewinnt. Alter, fast 10.000 Zuschauer. 9.900. Ich will einfach, dass Sam jetzt gewinnt. Holy shit. Einfach nur Sam dieses Spiel gewinnen zu lassen. Wäre wirklich wundervoll. Das wäre wundervoll. Wir werden es sehen. Ich stehe es dann noch kurz weiter vor. Um auf andere Gedanken zu kommen. Ostfrieser. Heute raus für Ray's Twist. Für Mr. Petrin. Für El Samo. Für 95. Wir rollen 24. Wir rollen 24.01. Und die entscheidenden Szenen. Das... Äh... Wir hatten zuletzt. Wir hatten zuletzt. Anfang diesen Nervs von der Cashflow-ABM. Bei der... Nationen gewerbt. Ja. Heftig. Vielen, vielen Dank, Freunde. Ganz was krass. What a newbie. Flybox. GhostX18. Folk & Fast. Fakers. TV. Und Ritter. Und Ritter. Da kommt noch mal raus aus. Das ist ein krasses Tor. Ein alten 15 Plöp. Der erste Tor. Der absolut 10. Der erste Tor ist. Fakt. Fakt. Hatten wir das schon mal jemals, dass... Dass in DoubleXer, beziehungsweise TripleXer am Ende, die Türme, die am lossten waren, gleich viel AP hatten. Nein. Bei den zwei Spielern. Imagine einfach mal der Gedanke, dass die Türme gleich viel AP haben und dann der andere Türme entscheidet, wer gewinnt. Der andere Turme entscheidet, nicht zu Rölen schieben, oder? Wenn sie die Türme gleich viel haben vom lossten, ist es dann unentschieden? Ja. Ich habe es noch nie gesehen. Noch nie. Ich habe es noch nie gesehen. Stell dir vor, das passiert hier gleich. Es ist ein Draw. Es ist dann ein Draw? Ich habe das noch nie erlebt. Alter. Ey, das ist so krass. Es ist kein Draw. Es ist kein Draw. Es ist kein Draw. Es ist kein Draw. Sagen alle. Zwei Türen scheinen. Krass. Imagine. Das hatten wir noch nie im E-Sports oder... Overall habe ich noch nie gesehen, dass ein Zwei Türen scheinen würde. Weil es auch so unwahrscheinlich ist, dass in TripleXer dann die Türme am Ende noch gleich viel leben. Das ist so gering. Ich weiß nicht. Wir sind drin. Wir gehen rein. Bitte, Sam. Finische dieses Spiel einfach. Bitte. Tu es. Finische dieses Spiel. Tu es jetzt. Auf geht's. Bitte. Please, Junge. Das ist so ein... Das ist so ein... Das ist so ein großes Niveau hier. Ohhhh. Give it to Daddy. Ohhhh. Ok. Wir haben die Dragons. Von Sam. Schneeball Dragons. Könnte Loon sein? Könnte Tioot Lava Hund sein? Äh. Ich meine. Lava Hund. Aber ich glaube es ist Loon. Ne. Lava Hund von Sam. Was spielt hier an JP? Ist das was Royal Diantic? Eines sieht danach aus. Ja. Eines ist Royal Diantic. Skami? Ja. Weißt du warum? Er dachte, er wollte... Sam wollte... Jetzt hat genau das, was ich gerade vorm Spiel angesprochen habe. Sam wollte predikten, dass wieder Feuerball gespielt wird. Great Night Feuerball. Und die Skami wäre so geil gewesen. Das ist Lava Klon. Lava Klon. Lecker wie. Was ist das denn? Und es ist trotzdem übelgut für Sam. Weil JP hat keine Einheit dagegen. JP hat nichts gegen Lava Klon. Junge. Was soll er denn machen? Er hat heute Erkrank. Er hat für real nichts gegen Lava Klon. Wie will Sam Lava Klon treffen? Sam mit Lava Klon das entscheidende Spiel in den World Finals gewinnen. Das ist übelgut für Sam. Das Matchab ist gut. JP hat nur zwei Karten gegen Luft. Und das sind keine Splashelheiten so richtig. Alleine die Flying Machine. Was will bitte ein DIP in die Flying Machine machen? Das ist komplett das Matchab für Sam. Oh mein Gott. Ja. Das kann er gar nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, er kann es verlieren. Aber wie will er das verlieren? Wie würde das funktionieren? Gar nicht. Da muss ich fast schon lachen. Das ist ein 10. Guck mal. Der World Finals macht ein bisschen Schaden. Da kommen Dragons. Die Dragons waren jetzt nicht mal gut, weil die eigentlich eine Wombe gehen. Weil da noch ein Dings war. Warte mal. Das war irgendwie... Okay, James waren vielleicht nicht so geil. Oh warte mal. Das war gut verteilt von IMDb. Aber... Das Ding ist die Flying Machine. Wie will er die daumen kriegen? Gar nicht. Okay, die Flying Machine nicht daumen. Ich krieg nur eine defensives Garmin. Also klar, er hat gegen den Dings. Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus gerade. Flugmaschine war nicht in Reichweite. Flugmaschine. Royal Giant muss kommen gegen die Flugmaschine. Das sieht so gut aus. Das ist so ein guter Push von Sam. Und er hat so viele Truppen auf dem Feld. Er hat so viele Truppen. Da muss das nächste Giant Skating kommen. Oh, der Klo. War es der Klo? Ich weiß nicht. Die sterben doch alle an der Bombe, oder? Ja. Außer der Anbande. Warte mal. Jetzt wird ein Royal Giant an die Brücke kommen. Ne wird nicht. Okay. Warum spielt er Fischer? Was hat er jetzt erwartet? Es ist nicht so bei mir, wenn du mal hast, die ich mir erst vorgestellt habe. Oh mein Gott, was ist das für ein Match? Was ist das für ein Match? Was ist das für ein Match? Diese viel Todbereichweite. Das ist so wichtig. Das ist so bitter. Das ist so wichtig. Der Klon ist so gut, weil der Royal Giant geht so down. Der Royal Giant geht so down, der wäre normalerweise nicht gestorben. Was? Der Royal Giant. Wieso? Nein. Das war's. Das kann er nicht verteidigen. Das kann er nicht verteidigen. Das kann er nicht verteidigen. Das war's. Oh nein. Oh nein. Morten gegen Ruben. Mist. Morten gegen Ruben. Morten gegen Ruben. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Oh mein Gott. Da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf, Alter. Was ist das denn? Oh mein Gott. Morten gegen Ruben entscheidet die World Finals. Hätte Sam nicht einfach gewinnen können. Oh mein Gott. Morten gegen Ruben entscheidet die World Finals. Sam hat nicht schlecht gespielt, aber es war einfach nicht einfach am Ende. Es war nicht einfach durchzukommen. Es war nicht einfach durchzukommen. Es war nicht einfach durchzukommen. Ich hab zwei Mal Matchball nicht genutzt. Ja. Zweimal Matchball. Und sie hatten in beiden Matchball-Sets zwei Matchball. Es hat zwei Matchball, ja. Beides. Ja. Vier Matchball. Ja. Vier Matchball. Ja. Stimmt. Vier Matchball. Zwei Matchball. Vier Matchball. Ja. Stimmt. Vier Mal Matchball war's. Und sie haben es leider immer wieder nicht geschafft. Und ich hab jetzt ehrlich… ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ey, das ist das schönste Finalspiel, was es überhaupt geben kann. Das ist gar nicht schön, weil der hat kein Tor. Ja, aber es ist das geilste Spiel, was es geben kann. Die beiden Spieler, die jeweils ihre Teams komplett gecarried haben, die beiden Key-Spieler von den beiden besten Teams der Welt. Sam, äh, von SK und Team Keso. Die beiden besten Spieler aus beiden Teams, die Key-Spieler. Ruben und Morten. Im letzten Set, bei einem Stand von 2 zu 2, die beiden Spieler entscheiden jetzt hier, wer World Champion wird. Das ist das krasseste Spiel, was es überhaupt hätte geben können. Krasser hätte es hier nicht werden können. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Wir sitzen hier seit siebeneinhalb Stunden im Cast und jetzt kommt sowas. Jetzt kommt wirklich sowas. Ja, klar, es hilft. Ja, er ist speziell so, klar. Ja, er ist speziell so. Klar. Dominator, haut hier einfach Sachs raus. Ganz, ganz süß. Für Bade God's Night, für FC 91, für Chef Stummel, für Schweinebisse 41, für 1, 1 AM, I am 10 years old, and official, dirty, und deckt David. Vielen, vielen Dank damit, für die Sackgis. Und wir sehen natürlich Morten in den Gruppen. Wir sehen natürlich Morten in den Gruppen. Wir sehen natürlich Morten in den Gruppen. Wie soll es anders sein? Und wie soll diese CL anders zu Ende geführt werden, als von diesen beiden Spielern? Sam hat getweetet, I fight up. Das würde ich so nicht beschreiben. Klar, Sam hat die Chance verpasst, aber er hat trotzdem nicht schlecht gespielt. Deswegen ist, wenn manche Leute schreiben, es kann einfach nicht sein, dass man die beiden Only One Sets nach einer einzelnen Führung verliert. Doch, das kann sein. Weil das Niveau zwischen diesen Spielern so unglaublich eng ist. Diese Spieler sind alle so unglaublich krass. Und den Ruben einfach mal eben so in einem besseren 3 zu besiegen, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Und deswegen kann es hier auch sein, dass wenn man eins so fühlt, man das Set auch verliert. Und das ist Sam und Rabe jetzt hier passiert. Und jetzt muss Morten wieder mal das Game entscheiden für das Game. Das ist so krank. Lass das Ding bitte einfach Morten gewinnen. Kann Morten einfach dieses Spiel gewinnen? Kann Morten einfach dieses Spiel gewinnen? Es hätte nicht krasser werden können. Morten gegen Ruben. Das krasseste Spiel überhaupt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. 33-13 Morten Swindle 32-14. Ey guck dir diese Spieler 33. Was ist denn das für eine Statistik? Diese Spieler sind viel zu krass. Diese Spieler sind zu krass. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Die Statistik, ne? Schweinereiter. Schweinereiter von Ruben. Barbarenswit von Morten jetzt hier. Schweinereiter gegen zwei Hits. Lavahund von Morten. Lavahund mit Cage und Barbarenswit Was genau hat da gegen jetzt Ruben? Das sind die Pfeile. Das sind die Pfeile von Morten. Hat ich gekannt? Scheibe nicht. Nee, die Variante ist doch auch mit Cage. Cage ist doch nicht die Flying Machine Variante. Das heißt, er spielt eine klassische Lava-Bing-Variante nur mit dem Cage. Scheinbar. Ja, Inferno-Dragon. Die letzten Karten sind Feuerball und Sepp. Karl? Oder Pfeile-Sepp. Aber ich denke Feuerball-Sepp. Was sagt Karl dazu? Also es muss Feuerball-Sepp oder Pfeile-Sepp sein. Was anderes kann es nicht sein. Morten führt nicht, sondern liegt mit sieben HP tatsächlich gerade hin. Das Ding ist, das ist glaube ich gut das Wettbewerb für Morten. Morten hat, äh, Ruben hat kein Feuerball. Ruben hat den Erdbeben. Das heißt, Ruben hat nur Hunter-Bugenschützen und Morten kann halt den Hunter mit Feuerball-Sepp kieren. Ja, der Schweine muss gefeuerbart werden. Das war jetzt etwas notdürftig. Aber jetzt gleich ein großer Labe-Hund-Push. Das wird Ruben konstant weiter druck machen. Aber der Ritter, das hat Morten geahnt. Das hat Morten geahnt. Ich glaube, jetzt rennt Ruben mit offnem Wässer. Ja, warte mal. Ne, so der rennt ja gar nicht ins offene Wässer. Jetzt Labe-Hund-Hinten und Morten hat die Barbaren theoretisch gesehen. Okay, das ist jetzt All-Ensen. Das ist jetzt der entscheidende Putsch. Das ist richtig und verworten, was wir rum gegen die Bauern alles machen. Oder hat er mit Wormtum die Antwort? Das sieht irgendwie nicht so gut aus gerade. Das sieht noch mal klingt jetzt von Ruben aus. Vielleicht schon zu spät, das war's. 1 zu 0 für Ruben. Das Problem ist, dass Morten die Pfeile nicht hatte. Das Problem ist, dass Morten die Pfeile nicht hatte. Er hatte Feuerball Zapp drin und er konnte diese Bogenschützen nicht clear mit den Pfeilen und das war das Problem an diesem Deck. Das war gar nicht geil. Das war gar nicht geil. Er konnte nicht seine Offensive dadurch heben, dass er die Pfeile hat, weil er hatte die Pfeile nicht. Er konnte die Bogenschützen nicht zum Klingel legst sie. Er konnte keine defensive Einheit von Ruben töten zu dem HR geben. Er konnte immer nur Feuerball auf Bogensch 3x her oder ein Feuerball auf Fanta 6x her. Und das ist halt ganz, ganz bitter. Das ist ganz, ganz bitter. Ihr dürft nochmal alles geben. Ihr dürft nochmal alles geben. Ihr dürft nochmal alles hier geben. Aber ein Mal, zweimal hoffentlich. Hoffentlich zweimal. Zuvor hatten auch Kabi und Sam beide Matchpoint und sie haben es einzugeführt und haben es dann beide noch verloren. Das stimmt. Das bedeutet noch nicht viel, Aber, ja, Problem war wirklich, dass Morten die Feile nicht hatte. Er konnte diese Bogenschütze nicht klären und Gruben hat extrem guten Druck gemacht. Ja, und das war leider nicht optimal für Morten. Morten hatte halt halt diesen Miner nicht und er hatte die Feile nicht. Miner und Feile, das war ein Problem mit diesem Mensch. Alter, ich hab echt, äh, keinen Nerf hier auf. Das ist Wahnsinns. Ich hab kalten Schweiß am Ende hin. Boah, es ist 12.32 Uhr. Wir casten seit 7,5 Stunden. Und wir sehen jetzt hier das entscheidende Letztes. Es ist spannender, es geht nicht, es geht einfach nicht, es geht nicht wandern. Wird SK das gewinnen? Kann SK Gaming diese CL für sich entscheiden? Oder gewinnt Team KESO? Beide Teams haben es sich gleichermaßen komplett verdient. Mit ihren Starspielern, mit den Schützensspielern, die jetzt gerade aufeinandersetzen. Das Spiel hängt am seidenen Faden. Es hängt am seidenen Faden. 1 zu 0, gerade Führung. Und jetzt kommt mein Gott, das ist Gott, Mann. Das ist Gott, Mann. Wer darf von groß sein. Mogen wird vermutlich Royal Rang spielen. Es ist das Morgter Grafe right there. Ja, das war nicht so schlecht für Mogen. Aber das war nicht so schlecht für Mogen. Ja, das war nicht so schlecht für Mogen, oder? Hm. Ja, das war nicht so schlecht für Mogen, oder? Ich bin mir gerade auch nicht sicher, aber ich glaube, das war nicht so gut für den Royal Giants. Das Problem ist halt, Morten kann diesen Graveyard nicht flawless decken. Überhaupt nicht. Und Ruben hat eine super starke Defense gegen den Royal Giants. Das wird nicht einfach werden für Morten. Das wird nicht einfach werden. Das Match-Job ist nicht gut. Fischer zieht sich die Kalle ran. Royal Giants kommt rein. Barburn. 5 Velixir hat Ruben. Ruben wird wahrscheinlich jetzt mit dem Hunter antworten, ja. Der Hunter war jetzt nicht optimal platziert. Royal Giants kriegt 2 Hits. Ja, er ist in 2 Hits, das ist gut. Ruben hat nicht viel nix hier. Barburn kommt an der Brücke. Morten macht 1, Morten macht 2, Morten macht 2 Hits. Er lässt den Morten connecten, weil er genau weiß, wenn er das verteidigt, dann kommt er in einen schlechten Cycle. Ja. Green Skill ist am Start. Hunter mit Barburn. Aber schon ist das Game, schon ist Ruben in Fjord. Feuerwehr wäre besser für Ruben. Denn Feuerwehr hat deutlich besser für Ruben. Also Feuerwehr wäre besser für Ruben, aber menschhaft weiß, dass... Er hat den Feuerwehr, aber das ist nicht so gut für morgen. Das ist gar nicht geil. Die Karre parkt einfach auf der Insel, Alter. Moor hat extra keinen Erdbeben gespielt, sondern weil er genau weiß, er wird nicht durch diesen Erdbeben oder Royal Giant da durchkommen, sondern muss jetzt mit einem anderen Fisch das versuchen. Und war das jetzt so ein guter Fischer? Gute Karre. Ja, sehr gute Karre. Sehr gute Karre. Das scheint Scaddy läuft weg. Das Problem ist wirklich dieser defensive Morter. Morter hat so starke Probleme, da durchzukommen. Das sieht nicht gut aus. Nur noch 20 Sekunden. Das war's. Ich denke, er ist uns Weltchampion. Team Kesso hat's geschafft. Team Kesso ist World Champion. Hochgradig verdient Team Kesso alle Achtung, was die geleistet haben. Man könnte auch sagen, alle Achtung, was Kesso geleistet hat. Man könnte auch sagen, Ruben ist World Champion. Ruben ist World Champion. Also, no joke jetzt. Ruben hat alle sechs 1v1 Sets im... Er hat... Jedes Game hat Team Kesso gewonnen in Ruben. Jedes Game. Es ist einfach verdient. Es ist einfach verdient. Kesso hat verdient gewonnen. Es gibt kein anderes Team, das so krass davon profitiert hat, dass man ein Spieler zweimal 1v1 aufstellen kann. Das war bei Team Kesso so entscheidend. Verdienter Sieg von Kesso auch. Es ist derzeit Platz geworden. Es ist kein Grund, jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Aber es ist halt ganz bitter, dass du einfach World Champion werden willst. Und dann halt wirklich einfach 4-Mann-Spieler hast. Und dann einfach leider, leider, leider Gottes das nicht schaffst. Es ist bitter. Es ist ganz bitter. Aber Kesso gewinnt das Ding, wie gesagt, hochgradig verdient. Hochgradig verdient das Ding für Kesso. Dass sie das Ding geholt. Es war einfach... Es ist so traurig. Ich bin gerade so traurig, ne? Mord und Sam, die haben so viel gekämpft. Die haben so viel Arbeit da reingesteckt. Die hätten sich so verdient, das hier zu gewinnen. Sie führen 2-0, nachdem sie 3-2 gewinnen. Nach einem grandiosen Kick-of-the-Hill-Street von Sam. Und dann schaffen sie es nicht zu finischen. Ich bin gerade so. World's top contenders to be the last team standing, showing that they are a cut about the rest and deserve the title of World Champions. And now it's time to present the most valuable competitor in the final stage, the F-MVP. As the cornerstone of a championship team, his flawless performance played a key role in his team. And the 2020 CRL World Finals F-MVP title gives to Ruben! Congratulations! As the first ever World Finals F-MVP, I think the very, very field that's connected with him to ask some questions. What? Javi, Javi hat zum zweiten Mal das World Finals verloren. Mit Vivo Keats gegen Nova in der ersten Season. Und jetzt, letztes Jahr im Halbfinale mit SK, was gefühlt das Finale war und jetzt das Finale in die Season. Gefühlt hat Javi, gefühlt hat Javi dreimal das CL-Finale verloren. Aber Ruben ist wirklich... Man muss sagen, vom Stand heute ist er der krasseste Spieler der Welt. Also das war wirklich... Also das war wirklich... Oh, Interview mit Ruben! Oh mein Gott! Oh nein, wie unangenehm! Die wissen nicht, was sie machen sollen! Wir haben einen Moment, ich frage mich auf diesem Bereich. Ich frage mich an all- und alle Welt-Gültige Leute, die alle Menschen mit der Welt und die Leute von der Welt. So, es ist die erste Frage. Deine Team hat es zu den Topf und du hast den FNVP-Titel getestet. Wie fühlt ihr euch jetzt? Digga, was ist das denn? Der weiß nicht, was er sagen soll. Der weiß nicht, was er sagt, was er sagt, was er sagt, was er sagt, was er sagt. Das Ding ist, Rupen kann wirklich kein Englisch. Also Rupen kann sehr, sehr schlecht Englisch. Rupen kann ganz, ganz grob kommunizieren auf Englisch. Aber das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, das war einfach ein FNVP. Das ist das Problem, irgendwie. Meine Damen und Herren, heute haben wir die unglaublichen Reise der 2020-CRL-Welt-Final-Champagnen. Die wollten ein Interview machen und jetzt brechen sie es ab, oder was? Oh, das ist ja so kacke. Also ich weiß nicht. Ich glaube, es ist der Scherpitz. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist der Scherpitz. Das ist der Scherpitz. Oh, ja. Oh, ja. Let's last but not the least. I would like to thank our audience and all the Clash of Yale fans. Thanks for your support. Ich hatte gerade Clash Royals gesprochen. Das ist sehr interessant. Ladies and gentlemen, 2020 CRL World Finals has come to an end. Thank you. Has come to an end. Sagt man nicht, has come to an end? Also, I don't know. Ich weiß ja nicht, aber was? Alter, ist das bitter.